John Katzenbach Die Grausamen Gelesen von Uwe Teschner Nun gut, wer bist du denn? Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Goethe, Faust 1 Prolog Eine furchterregende Nacht 9. Oktober 1996, 20.12 Uhr Sag mal, ist Tessa noch nicht da? Nein. Und wo ist sie? Wird wohl noch bei Tom Lister sein. Müsste jeden Moment kommen. Eigentlich sollte sie schon zu Hause sein. Ist bestimmt jeden Moment da. Es ist aber schon dunkel und sie ist erst 13. Sicher, aber sie hält sich gern für älter. Willst du sie etwa behandeln, als wäre sie erst sechs? Sagt ja keiner. Trotzdem 13 ist 13, sie kennt die Regeln und Regeln sind wichtig. Willst du nicht einfach rasch zu den Listers rüberfahren und sie abholen? Ich hab ihr schon tausendmal gesagt, sie soll pünktlich zu Hause sein. Ein kurzer Blick aus dem Fenster, pechschwarze Nacht, so dunkel wie die Weite des Atlantischen Ozeans in den frühen Morgenstunden. Eine Dunkelheit, in der man kaum die Hand vor Augen sieht, hat sich in den frühen Abendstunden über die friedliche Vorstadt-Idylle gesenkt. Ich rufe lieber vorher an. Gut, aber tu's bitte. Jetzt gleich. Eher eine Forderung als eine Bitte, mit einem gestressten Unterton. Die vertraute Nummer. Beim dritten Klingelton nimmt jemand ab. Ah, hallo, wie geht's? Das übliche, freundliche Geplänkel. Dann? Hat sich Tessa schon auf den Weg gemacht? Sie hätte eigentlich längst da sein sollen. Ja, sie ist vor einer halben Stunde gegangen, mindestens. Ist sie denn noch nicht zu Hause? Nein, bis jetzt noch nicht. Unterbrechung. Lass mich mal ran, lass mich mit ihr reden. Der Hörer wird weitergereicht. Hallo, Körtny, hör mal, sie müsste längst hier sein. Ja, stimmt, bei dem kurzen Weg zu euch. Warte einen Moment, ich frag Sarah nochmal, wann sie los ist. Stille, gefolgt von einem lauten Ruf, die Treppe hinauf zu einem Zimmer auf der Rückseite des Hauses. Sarah, Tessas Mom ist am Telefon. Wollte Tessa direkt nach Hause oder noch woanders vorbei? Sie wollte direkt nach Hause, sie müsste schon da sein. Wieder Pause, dann eine angespannte Stimme in der Leitung, die diese Auskunft wiederholt. Sarah sagt, sie wollte direkt heim. Darauf schweigen. Beschleunigter Puls. Der erste Schweiß unter den Achseln und auf der Stirn. Das erste Unbehagen als Vorbote der Angst. Nervöses Treten von einem Bein aufs andere. Der nächste Wortwechsel nun schon mit besorgtem, angespanntem Unterton, mit etwas erhobener Stimme. Wir machen uns auf und suchen nach ihr. Ja, gebt uns bitte kurz Bescheid, wenn ihr sie gefunden habt, damit wir beruhigt sind. Soll Tom euch helfen? Nein, vielen Dank, sie kann ja nicht weit sein. Gut, aber meldet euch auf jeden Fall gleich nochmal, wenn ihr sie gefunden habt. Wenn ihr sie gefunden habt. Wie eine Selbstverständlichkeit, eine Gewissheit. Eine Lüge. Aufgelegt. Ein anderer Ausdruck auf dem Gesicht der Mutter. Ein plötzlicher Umschwung der Gefühle. Von milder Verärgerung über nervöse Verwunderung zu Besorgnis, die der hellen Panik und schließlich dem unaussprechlichen Grauen weichen wird. 9. Oktober 1996, 21 Uhr 27 Notrufzentrale? Sie ist verschwunden. Sie ist verschwunden. Sie ist nicht nach Hause gekommen und jetzt ist sie verschwunden. Wir haben überall gesucht, aber sie ist nirgends zu finden. Beruhigen Sie sich bitte. Wer ist verschwunden? Tessa, meine Tochter. Sie war auf dem Heimweg vom Haus einer Freundin und sie ist nicht bei uns eingetreten. Wir haben draußen alles nach ihr abgesucht, aber wir können sie nicht finden. Wie alt ist Tessa? 13. Bitte helfen Sie uns. Sie ist verschwunden. Geben Sie mir ihren Namen und ihre Anschrift. Ich gebe eine Meldung an die entsprechenden Einsatzfahrzeuge raus. Mit Mühe und Not konnte sie sich ihren Namen und ihre Adresse in Erinnerung rufen. Vor Angst konnte sie keinen klaren Gedanken fassen. Jedes Wort kostete sie ein äußerstes an Selbstkontrolle. Ihre Hand bebte so heftig, dass sie den Hörer kaum halten konnte. An der Tür gegenüber stand keuchend, mit wildzerzaustem Haar, im verschwitzten Anorak, in lehmverschmierten Schuhen und Kletten an den Jeans wie angewurzelt ihr Mann und horchte in der sehnlichen Hoffnung auf nahende Sirenen nach draußen. Er wusste nicht, ob er, wenn endlich Hilfe kam, ein vernünftiges Wort herausbringen würde. Teil 1 Ein paar Versager auf Spur anderer Versager Oh, welch verworren Netz wir weben, wenn wir nach Trug und Täuschung steiben. Sir Walter Scott, Marmion, 1808 Wenn auch bei flammenden Plädoyers bei Strafprozessen fälschlicherweise oft William Shakespeare zugeschrieben. Er war nicht tot. Er wusste nur, dass sein Leben vorbei war. An einem prächtigen Spätnachmittag Im Nachhinein eine furchtbare Ironie Ein ausgesprochen heiterer, warmer Septembermorgen, der auf einen strahlenden Mittag zuging. Ein makellos blauer Himmel Die erste von zwei Urlaubswochen im ansehnlichen Ferienhaus am See, das seinen wohlhabenden Schwiegereltern gehörte, war für Gabriel Dickinson schon um. Der Tagesausflug war die Idee seiner Frau gewesen, eine ideale Gelegenheit, wie sie sagte. Rede mit ihm. Wenn du ihm den einen oder anderen Ratschlag gibst, wird er auf dich hören. Er hat Hochachtung vor dir. Es bedurfte keiner Überredungskünste. Er mochte seinen stets zu Witzen aufgelegten jüngeren Schwager von Herzen gern, auch wenn dieser ein bisschen exzentrisch war und vielleicht ein wenig aus der Spur. Abgebrochenes Medizinstudium, mehrere gescheiterte Geschäftsgründungen in Folge, zwei vielversprechende Liebesbeziehungen, die abrupt geendet hatten, die eine vor dem Scheidungsrichter, die andere in bitteren Tränen. Nach jedem Rückschlag erschien ihm der Bruder seiner Frau noch verletzlicher und noch liebenswürdiger. Insgeheim beneidete er seinen Schwager um seinen unbekümmerten Lebensstil, von der Hand in den Mund, während er selbst immer häufiger das Gefühl hatte, vom überschaubaren Stapel des Polizeiapparats Runde um Runde die oberste Karte zu nehmen und sein zugeteiltes Blatt einfach nur auszuspielen. Seine Kollegen mochten in ihm den Senkrechtstarter sehen, doch wenn er ehrlich war, bot sein Leben wenig Abenteuer, dafür jede Menge Papierkram. An diesem prächtigen Morgen hatte er einige Sixpacks Bier sowie ein paar hastig geschmierte Schinken- und Käsestullen in eine alte rote Kühlbox gepackt und dann das Kettboot aufgeregt. Nichts sprach dagegen, mit dem kleinen Segelboot loszugondeln und unter einer leichten Brise die einsame Küste entlang in unbekannte Buchten zu segeln. Sie glitten unter hohen grünen Pinien hindurch, umschiften zerklüftete Felsenvorsprünge, auf denen sich unberührte Wälder bis tief in die Adirondack Mountains im Norden des Bundesstaates New York erstreckten. Die grauen Gipfel reckten sich in den blauen Himmel empor, als gelte es, urzeitlichen Tribut einzufordern. Später sollten sie in seiner Erinnerung zu den kolossalen Grabsteinen eines gigantischen Friedhofs werden. Eigentlich war nur ein kleiner, unbeschwerter Ausflug geplant. Nichts weiter als ein geruhsamer Tag, ein bisschen Spaß und eine zwanglose Plauderei über Zukunftspläne. Sie hatten das familiäre Feriendomizil rasch hinter sich gelassen, waren an ein paar abgelegenen Häusern vorbeigekommen, die hier und da das Seeufer säumten, ein paar anderen Seglern zugewinkt, sich miteinander über Football und Baseball unterhalten, über Mädchen, die sie beide aus jungen Jahren kannten, mit Erfolgsgeschichten geprahlt, von denen sie beide wussten, dass sie zu dick aufgetragen waren, sich über den Job, über nervige Vorgesetzte und inkompetente Kollegen ausgelassen. In der Mittagszeit waren sie abwechselnd über die Reling in den See getaucht und im kühlen, schwarzen Wasser geschwommen, bevor sie sich zitternd wieder hochhievten, in der Sonne aufwärmten und zum nächsten Bier die mitgebrachten Stullen verschlangen. Er hatte sich so jung und unbeschwert gefühlt wie in alten College-Zeiten. Das erste Warnzeichen, dass etwas nicht stimmte, war eine plötzliche Brise aus nördlicher Richtung, als der Nachmittag zur Neige ging und er gerade vorschlagen wollte, zurück zu segeln. Die Kälte setzte so unvermittelt ein, dass er eine Gänsehaut bekam. »Du meine Güte!«, murmelte er und blickte besorgt zu den dunklen Gewitterwolken hoch, die sich in der Senke zwischen zwei hohen, zerklüfteten Bergen zusammenbrauten. Die unheilvolle, schwarz-graue Wetterfront schien sich unaufhaltsam in ihre Richtung zu wälzen, noch dazu so schnell, als sei sie über die Klippen gestürzt und rolle nun ungebremst genau auf sie zu. »Oha!«, sagte sein Schwager, als auch er die Warnzeichen entdeckte. »Los weg hier! Da kommt gleich was runter!« »Re!«, hatte Gabe erwidert, während er die Pinne wegdrückte, um eine Wende einzuleiten. »Vergesst die Torpedos! Volle Kraft voraus!« »Jawohl! Nass werden wir so oder so!« Er meinte den Regen. Doch da irrte er. Er holte das Großschott dicht, doch das einzige Segel des Kettboots blähte sich schon so heftig im Wind, dass es an den Kanten knatterte und sich stärker spannte, als es verkraften konnte. Sie kamen nicht weit. In starker Seitenlage jagte das Boot hart am Wind, und jedes Tau, jede Taille ächzte und knarrte. Ein beängstigendes, unheilvolles Getöse. In rasender Fahrt, in bedenklich flachem Winkel, hüpften sie über die aufgepeitschten Wellen. Binnen Sekunden brodelte der eben noch spiegelglatte See, und die sommerliche Temperatur war empfindlich gesunken. Über dem bleigrauen Wasser und an den Steilhängen der Berge folgte das Staccato der Donnerschläge auf die zuckenden Blitze. Als kurz darauf der Regen niederprasselte, beschränkte sich ihre Sicht auf nur noch wenige Meter. Er hörte das nervöse Lachen seines Schwagers. Sie wussten beide, dass die Lage ernst war. Doch wie ernst war nur schwer abzuschätzen. Der Regen stach wie tausend Nadelstiche auf sie nieder, drang ihnen in die Augen und irritierte sie so sehr, dass keiner von ihnen mit der plötzlichen seitlichen Böe rechnete, die mit dreißig, vierzig Meilen pro Stunde auf sie zujagte. Es fühlte sich an wie ein mächtiger Stoß, vielleicht auch schlimmer, dachte er im Nachhinein, wie ein Schuss aus dem Hinterhalt. Jedenfalls war das kleine Boot in ihren unerfahrenen Händen gegen diese Wucht machtlos. Es blieb nicht einmal Zeit für einen Warnruf. Die Pinne schlug aus, er konnte sie ebenso wenig halten wie die Leine des Großschott. Das Boot schlingerte heftig vom Bug bis zum Heck, und schon tauchte das Segel ins Wasser. Kaum ging die erste Welle über das Tuch hinweg, drehte sich der Rumpf in die Höhe. Als richtete sich der See plötzlich senkrecht auf und packte das Boot an der Kehle. Er erinnerte sich genau. Zwei Schreie, als sie beide aus dem Boot ins Wasser geschleudert wurden, dann nur noch gurgelnde Laute. Unmittelbar darauf das wütende Bersten, Kreischen und Heulen, als das Boot kenterte. Er konnte nicht sagen, ob dieses Heulen von ihm oder von dem Scherwind kam, der ihnen zum Verhängnis wurde. Das eisige Wasser war in Schock. Die Strudel ringsum das umgekippte Boot schienen, ihn in die Tiefe zu reißen. Zumindest war ihm instinktiv klar, dass er mit aller Kraft schwimmen musste, um nicht unter das Segel zu geraten und zu ertwinken. Als er auftauchte, sah er ringsum nur bleigraues Einerlei, hörte das ohrenbetäubende Brausen des Windes, das Wüten der Wellen gegen den Bootsrumpf. Das Wasser brannte ihm in den Augen. Er schnappte nach Luft und kämpfte sich mit aller Macht zum Boot zurück. Noch war er am Leben, doch er wusste, dass der Tod auf ihn lauerte. Unerbittlich. Er rief nach seinem Schwager. »Teddy! Teddy! Wo bist du?« »Hier, Gabe, auf der anderen Seite.« Erste Reaktion. »Gott sei Dank.« »Aber die schwache Stimme.« »Vor Angst?« »Nein, nur durcheinander.« »Alles klar bei dir?« »Der Mast hat mich am Kopf erwischt, als wir uns überschlagen haben, aber ich bin okay. Ein bisschen benommen. Es blutet, glaube ich.« »Ich komm rüber.« »Nein, nein, geht schon. Bleib da drüben. Besser fürs Gleichgewicht. Ich halte mich am Dollbord fest.« »Bleib am Boot.« »Ja, sicher. Immer am Boot bleiben. Regel Nummer eins. Das weiß sogar ich.« Sein Schwager versuchte zu lachen, als sah das Ganze ein Scherz. »Meine Schwester bringt dich um, wenn wir nach Hause kommen.« Es klang nicht überzeugend, als er über seinen eigenen Witz zu lachen versuchte. »Ich meine, was bist du denn für ein Kapitän, ne? Im Segelhandbuch habe ich von sowas hier jedenfalls nichts gelesen.« Sein erneutes Lachen kam kaum gegen den peitschenden Wind an. »Teddy! Nur nicht loslassen! Rede weiter!« »Auch wenn's nicht lustig ist, nur festhalten!« »Key!« Nur ein Wort in angespanntem Ton. 20 Minuten »Teddy! Wie geht's?« »Alte mich so gut ich kann. Buchstäblich.« »Was macht dein Kopf?« »Tut höllisch weh.« »Meinst du, die suchen nach uns?« »Klar, sobald sich das Unwetter ein bisschen legt.« »Ja. Fragt sich nur, wann.« »Dreißig Minuten.« Der Himmel über ihnen war so schwarz wie das Wasser, als verhöhnte er ihre Hoffnung. »Gabe! Gabe!« »Ich bin noch da, Teddy. Nur nicht loslassen.« »Mir wird verdammt kalt.« »Die Körpertemperatur sinkt. Hypothermie.« »Halt dich nur vom Medizinstudium.« »Halt dich nur weiter fest.« »Siehst du das Ufer, Gabe?« »Was meinst du? 100 Meter?« »Nicht mal. Hier um die 50.« »Schaffen wir locker.« »Bleib beim Boot, Teddy.« »Ich weiß, ich kann das schaffen. An der Highschool war ich ein guter Schwimmer. Der Beste. Mein Gott, das ist ein Klacks.« Gabe appellierte an die Vernunft seines Schwagers. »Teddy, du bist verletzt. Deine nassen Sachen sind tonnenschwer. Es ist immer weiter, als man denkt. Bleib beim Boot. Sie werden uns finden.« »Mir ist kalt, Gabe. Ich weiß nicht, ob ich das länger durchhalten kann. Wenn ich schwimme, dann kommt die Durchblutung zurück. Den Rest besorgt das Adrenalinverflucht nochmal. Ich bin sicher, dass ich es schaffen kann. Und sobald ich das Ufer erreicht habe, hole ich Hilfe.« »Bleib beim Boot, Teddy, bitte. Die finden uns.« »Siehst du hier irgendjemanden? Ich nicht. Und es ist wirklich nicht weit. Teddy, bleib beim Boot. Bleib du hier. Ich schwimme rüber. Also, bis dann.« Und das war's. Es dauerte zwei Tage, bis die Taucher die Leiche seines Schwagers fanden. Zwanzig Meter von der Küste entfernt war Teddy ertrunken. »Fast geschafft«, sagten sie. Aber eben nur fast. Bei der amtlichen Untersuchung eine Woche später fragten sie Gabe. »Haben Sie das Unwetter nicht kommen sehen? Wieso hatten Sie keine Schwimmwesten an? Hatten Sie getrunken?« »Nein. Ich weiß nicht.« »Ja.« Letztlich konnte er es seiner Frau nicht verübeln, als sie fünf Monate danach ihren Sohn nahm und ihn verließ. Sie hatte ihren Zwillingsbruder abgöttisch geliebt. Er war nur wenige Sekunden nach ihr auf die Welt gekommen. Hatten Sie sich schon in der Kindheit und Jugend unglaublich nahe gestanden, so wuchsen Sie als Erwachsene noch enger zusammen. Wie heißt es noch gleich? Zwillinge sind unzertrennlich. Und so kam es nicht wirklich überraschend, als sie eines Morgens ihre Koffer packte und ihm die Visitenkarte des Scheidungsanwalts überreichte. Sie hatten sich nicht einmal gestritten. Seit jenem schicksalhaften Tag hatte er sie kein einziges Mal um Verzeihung gebeten, da er wusste, dass es vergeblich war, sich Hoffnung zu machen. Im Grunde hatte er in dem Moment, als sich Teddy vom Boot abstieß, um gegen alle Vernunft ans unerreichbar ferne Ufer zu schwimmen, gewusst, dass die Trennung von seiner Frau damit besiegelt war. Wahrscheinlich hatte er alles schon geahnt, bevor er das Rettungsboot sichtete, wie wild mit den Armen winkte und nach den kräftigen Händen griff, die ihn auf wundersame Weise aus dem tintenschwarzen Wasser hieften, bevor er sich abtrocknete und aufhörte zu zittern. In jenem einsamen Moment hatte er es begriffen, wie sehr er sie auch liebte, wie unvorhersehbar dieses entsetzliche Unglück war. Sie würde ihm nie mehr ins Gesicht blicken können, ohne dass ihr toter Bruder wie ein vorwurfsvoller Geist neben ihm stand. Vierzehn Monate später. Cold Cases. Kaltes Herz. Legen Sie es darauf an, Ihren Job zu verlieren? Gabriel Dickinson war ein Mann, den im Grunde nichts mehr mit dem Leben verbannt. Ein einziger Moment hatte das Gebäude der Normalität zum Einsturz gebracht. Es war schon spät, als er mit einigem Unbehagen dem Polizeichef gegenüber saß. Durchs Fenster blickte er in einen grauen Abendhimmel, während das sterile Neonlicht an der Decke eine keimfreie Atmosphäre verbreitete, die er alle anderen anwesenden Personen vor Ansteckung bewahrte. Die Deputy Chief, eine stämmige Frau mit grauen Strähnen im Haar und von beinahe schroffer Stränge, hielt sich im Hintergrund. Gleichwohl entging Gabe nicht, wie oft sie unwillig den Kopf schüttelte oder düster in die Runde blickte. Der Leiter der Personalabteilung, die höfliche Umschreibung für den Job, korrupte kopslos zu werden, die strafrechtlich nicht zu belangen waren, sowie Rentenansprüche zu kürzen, lehnte an einer Wand neben einer Reihe Fotos, auf denen der Chief, fortlaufend von links nach rechts, dem Bürgermeister, dem Gouverneur und dem Präsidenten die Hand schüttelte. Der Personalleiter hatte ein Notizbuch dabei und schrieb gelegentlich etwas hinein. »Oder einfach nur sich umzubringen!« »Gute Frage«, dachte er. »Nicht beantworten«, schärfte er sich ein. Gabe, eigentlich benannt nach dem gleichnamigen Erzengel Gabriel, hatte von Kindheit an in New England gelebt. Aufgewachsen war er in einer Kleinstadt, unweit der City, in der er jetzt arbeitete, einem idyllischen Ort, berühmt für seine weißen holzgetäfelten Häuser und seinen weitläufigen, saftig-grünen Anger. Derlei pittoreske Postkartenmotive gingen der Großstadt, in der er seine Bräutchen verdiente, ab. Sein Herz schlug für die Red Sox, die Patriots, Bruins und Celtics, hielt sich ansonsten eher bedeckt, beklagte sich nicht über den Winter und genoss Frühling und Sommer. Bei aller Zurückhaltung gingen ab und zu sein Galgenhumor mit ihm durch, und er platzte mit einer trockenen, ironischen Bemerkung heraus, die nicht immer auf Nachsicht stieß. Seinen Stammbaum konnte er bis zum entfernten Cousin eines berühmten Dichters zurückverfolgen, von dem er zu seiner Beschämung nie eine Zeile gelesen hatte. Als Kind hatte er die Abenteuer von Jules Verne und »Der kleine Hobbit« verschlungen, als Erwachsener interessierte er sich für Geschichte, insbesondere für den Bürgerkrieg, da einige seiner bedauernswerten Ahnen an Städten wie Gettysburg oder Antietam ihr Leben gelassen hatten. Dabei faszinierte ihn die Logik der Schlachtführung ebenso wie der Einsatz der Generäle für die Sache, egal ob richtig oder falsch. Mit einem Masterabschluss in politischen Wissenschaften und einem Bachelor in Psychologie, einer ungewöhnlichen Fächerwahl für einen Polizisten, war er ein gebildeter Mann. Seine siebzehn Dienstjahre hatten ihm ein hübsches Vorstadthaus eingebracht. Geheiratet hatte er weit über seinem Stand. Im Vergleich zu den Feriendomizilen seiner reichen Schwiegereltern und deren ausgedehnten Reisen nach Europa wirkte sein eigenes Elternhaus, der Vater unterrichtete Mathematik, die Mutter Kunst, beinahe spießig. Sein Jahr als Streifenpolizist, mit 25, war lange her und weckte keine guten Erinnerungen. Längst kam er in Anzug und Krawatte zum Dienst und brütete am Schreibtisch über Zahlen. Er war Mitglied im Lions Club und trat, um sich fit zu halten, samstags am örtlichen College gegen Anwälte, Dozenten und Immobilienmakler beim Basketball an. In den Jahren, in denen sein Sohn in der Little League spielte, war er ehrenamtlich als Trainer tätig gewesen. Ob er jetzt in seinem neuen Heim, in seiner neuen Stadt, mit dem Typen, der bald sein neuer Dad ist, trainiert? Noch vor kurzem hatte es das Leben gut mit ihm gemeint, war in geordneten Bahnen verlaufen. Solide, das brachte es wohl auf den Punkt. Verloren, eine Frau, der er treu ergeben war, ein Sohn, den er von ganzem Herzen liebte, einen erfüllenden Beruf. Alles verloren. Von einem Windstoß weggefegt, musste er unwillkürlich denken, einem Windstoß und der fatalen Entscheidung, ans Ufer zu schwimmen. Dabei war es nicht einmal meine Entscheidung. Gabe wechselte auf seinem Stuhl die Stellung und wappnete sich für den Moment, da das Pfeilbeil niederging. Am besten nicht auf Fragen antworten. Wirst ohne ihn gefeuert. Mach's also nicht noch schlimmer. Andererseits, wie viel schlimmer kann es noch kommen? Nachdem ihn seine Frau und sein Sohn verlassen hatten, war er in viele der Verhaltensmuster abgeglitten, die er aus dem Psychologiestudium für einen solchen Fall kannte. Es war mit ihm rapide und steil bergab gegangen. Er befand sich im freien Fall. Und wenn sich ihm ab und zu hartnäckig die naheliegende Frage stellte, wieso, ignorierte er sie geflissentlich und überließ sich der Schwerkraft, ohne Widerstand zu leisten. Er kannte sich selbst kaum wieder. Er trank zu viel, erschien in denselben Sachen zur Arbeit, in denen er geschlafen hatte, und kündigte sich schon von Weitem mit einer Fahne an. Er war nicht mehr bei der Sache, saß lustlos seine Stunden ab, verpasste Besprechungen mit Präsenzpflicht und wichtige Planungssitzungen. Dank seiner mangelhaften Arbeitsmoral verlegte er, scheinbar unauffindbar, die Antragspapiere für einen Bundeszuschuss zur Anschaffung eines gepanzerten Einsatzfahrzeuges, was ihm einige wütende Wortgefechte mit Kollegen bescherte, die besagte Papiere in wochenlanger Kleinarbeit vorbereitet hatten. Da war es wenig hilfreich, dass eben diese Verschlusssache wenig später, fast hundert Meilen entfernt, in der Herrentoilette eines Casinos entdeckt und vorbeigebracht wurde vom Kartengeber des Blackjack-Tischs, der bei dieser Gelegenheit durchblicken ließ, dass ein deutlich angeheiterter Gabriel am fraglichen Abend über tausend Dollar verzockt hatte. Gegen die Beschimpfungen, die der Vorfall nach sich zog, schoss Gabe mit scharfer Munition zurück, und zwar auf Untergebene, mit Kraftausdrücken, die gewöhnlich Mobbingbeschwerden oder sogar gerichtliche Beleidigungsklagen nach sich zogen und deshalb von einem Polizeichef, der sich in einer politisch korrekten Welt um sein Image sorgte, in unzähligen internen Memos trickt untersagt worden waren. Bastard, Zicke, Scheißkerl, Fotze, Wichser. Worte, die ihm sonst fremd waren und ihm nun so zwanghaft über die Lippen kamen, als spräche er in Zungen. »Was ist aus mir geworden?« fragte er sich. Als sei das alles nicht schlimm genug, setzte er zwei Tage später noch einen drauf und ließ sich bei einer Verkehrskontrolle betrunken am Steuer erwischen, mit beachtlichen zwei Promille, die er ins Röhrchen blies. Dabei beschimpfte er die Beamten, die ihn herangewinkt hatten, wehrte sich gegen die Handschellen, die sie ihm anlegten, und drohte ihnen wiederholt, er werde ihre Scheiß-Jobs kassieren, als sie ihn in die Zelle komplementierten. Jedes Wort war gelallt, leere Drohungen ohne Sinn und Verstand, vom Geist des Alkohols beseelt. Es dauerte ein, zwei Stunden, bis die diensthabenden Beamten merkten, wen sie da vor sich hatten. Genug Zeit, um knapp eine Unze Marihuana in seiner Jackentasche zu finden, nebst Zigarettenpapier, sowie ein Rezept für Valium, ausgestellt auf einen anderen Namen. Dieses nächtliche Desaster hatte damit begonnen, dass ihn die Streifenpolizisten, die vor einem schäbigen Striplokal am Stadtrand parkten, dabei beobachteten, wie er aus der Bar kam und zu seinem Wagen hinüber torkelte und dort die Schlüssel dreimal fallen ließ, bevor er die Tür aufbekam und sich dann in Schlangenlinien in den Verkehr einfädelte. Zu einem großen Teil waren seine Verstöße im körnigen Schwarz-Weiß eines Überwachungsvideos festgehalten, darunter die in der Zelle, auf der er nach Wüstenbeschimpfungen plötzlich verstummte, sich krümmte und hemmungslos auf den Boden abbrach. Er war, so die vorherrschende Meinung im Präsidium, kurz davor, sich völlig zugrunde zu richten und hatte so viele Leute gegen sich aufgebracht, dass ernsthaft diskutiert wurde, ob man den Vorfall diskret behandeln sollte oder nicht. Einigen Leuten in der Führungsetage juckte es in den Fingern, das brisante Material an die Lokalpresse durchsickern zu lassen und zu sehen, wie es Gabe wohl gefiel, wenn ihm eine Nachrichtencrew die Kamera vors Gesicht hielt und ihm in den Abendnachrichten ein paar spitze Fragen zu dem Video stellte. Wollen doch mal sehen, wie du dich da herausreden willst, Mistkerl. Zu seinem Glück hatte der Chief selbst einmal eine schwierige Scheidung durchgemacht und solange die Presse nicht Wind von der Verhaftung bekam, schien er vorerst nicht bereit zu sein, seinen Assistant Deputy hängen zu lassen. Vorerst, wohlgemerkt. Andererseits feckte der Chief auch nicht die Absicht, die Dinge auf sich beruhen zu lassen. Und so wiederholte er seine Frage. Gabe, noch einmal, legen Sie es darauf an, sich umzubringen oder nur gefeuert zu werden? Gabriel konnte nicht mit Sicherheit sagen, welche der beiden Möglichkeiten der Wahrheit am nächsten kamen. Gefeuert traf es wohl er. Selbstmord hatte er noch nicht erwogen, doch wenn er darüber nachdachte, kam auch das in Betracht. Wieso auch nicht? Am liebsten hätte er geantwortet, wie wäre es mit einer Kombination von beidem? Er konnte sagen, was er wollte. Es würde wie eine lahme Ausrede klingen, wie die eines flennenden Fünftklässlers, er habe seine Hausaufgaben im Bus liegen gelassen, nachdem sie der Hund gefressen habe. Und so schüttelte er nur stumm den Kopf, woraufhin sich der Chief über seinen großen Eichentisch zu ihm vorbeugte und ein verständnisvolles, beschwichtigendes Gesicht aufsetzte, für Gabe die klare Botschaft, dass er so oder so im Arsch war und es nicht besser verdiente. Im Laufe seiner Dienstzeit hatte er genügend Kriseninterventionen gesehen, um zu wissen, worauf diese hinauslief. Hören Sie, wir wissen alle, was Sie durchmachen, aber es wird Zeit, sich zusammenzureißen. Ja, sagte Gabe. Was soll ich auch sonst sagen, verdammt nochmal? Dann wollen Sie Ihren Job behalten? Sehe ich das richtig? Ja, sagte er wieder. Wirklich? Will ich das? Woll ich mich nicht lieber in ein Loch verkriechen, wo mich niemand sieht? Also, wir haben uns einen Fahrplan für Sie überlegt. Super. Was könnte demütigender sein? Es sei denn, Sie zögen es vor uns, Ihre Waffe und Dienstmarke auszuhändigen. Nein, die Marke ist nutzlos, aber ich könnte die Waffe brauchen, um mich zu erschießen. Nun, das freut mich zu hören. Nicht wirklich, dachte Gabe, ohne es zu sagen. Ich werde tun, was Sie wünschen, erwiderte er stattdessen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was seht Ihr Plan vor? fragte er. Wöchentliche Therapiesitzungen bei unserem Polizeipsychologen? Na komm schon, das war abzusehen. Regelmäßiges Erscheinen bei einer Alkoholiker-Selbsthilfegruppe? Das ist die übliche Vorgehensweise, damit kommst du klar. Vielleicht hilft es sogar. Selbstverständlich hilft es, wenn du es willst, was nicht der Fall ist. Wir nehmen sie aus den Planungs- und Strategieausschüssen raus. Keine große Überraschung. Ich kann nicht mal eine Strategie entwickeln, um morgens aus dem Bett zu kommen. Und wir ändern ihre Zuständigkeiten. Bis sie sich wieder auf die Reihe bekommen, werden sie für so gut wie gar nichts zuständig sein. Na schön, was soll's. Ich würde genau dasselbe mit mir machen, wenn ich über mich zu entscheiden hätte. Und was soll ich stattdessen tun? Fragte er gefasst und wunderte sich für einen flüchtigen Moment, wo der alte Gabe, der selbstbewusste, dynamische, senkrecht Starter geblieben war. Dieser Gabe, erkannte er wehmütig, klammerte sich immer noch verzweifelt an ein Boot im Sturm. Wir richten eigens eine neue Stelle für Sie ein, Gabe. Sie behalten Ihren Rang und Ihre Besoldungsklasse als Assistant Deputy Chief. Aber de facto wechseln Sie in das Ressort Cold Cases. Zumindest auf dem Papier werden Sie die Abteilung leiten. Bislang existiert sie noch nicht, weil diese alten, ungelösten Fälle den Betrieb aufhalten. Sie wissen schon. Und ab. Also im Klartext erwarten wir gute, solide Polizeiarbeit von Ihnen. Sie nehmen sich alte, ungelöste Verbrechen vor und sehen zu, ob Sie neue Erkenntnisse gewinnen können. Sie hängen sich ans Telefon, sichten die Akten, setzen sich vielleicht mit dem einen oder anderen Zeugen in Verbindung, bringen uns fortlaufend auf den Stand der Dinge. Und wenn Sie auf etwas Neues stoßen, das weiterverfolgt werden sollte, übergeben Sie die Sache an einen Detektiv vom Morddezernat. Perfekt, war sein erster sarkastischer Gedanke, gefolgt von der nicht weniger ironischen Überlegung. Ich war ein lausiger Streifenpolizist und als Ermittler ein hoffnungsloser Fall. Als Bürohengst kann mir so schnell keiner das Wasser reichen. Ich bin der geborene Sesselfurzer. Also wie es aussieht, ist mir dieser Job auf den Leib zugeschnitten. Doch er behielt seine Gedanken für sich. Demnach nehme ich mir alte Fälle vor, sehe, ob ich etwas auftun kann und wenn ja, kümmern sich die Kollegen vom Morddezernat rum. Beschränk dich auf das öde Klein-Klein und falls du dann tatsächlich etwas findest, das auch nur vage von Interesse sein könnte, reich es an andere weiter. Die Lorbeeren natürlich auch. Eindeutig ein Job, bei dem ich nichts Wichtiges vermasseln und niemandem auf die Zehen treten kann. Gabe nickte, auf eine Eisschalle ausgesetzt, um in arktischen Gewässern dahin zu treiben, aber ohne Essen und Wasser auf einer gottverlassenen Insel. Beschäftigungstherapie, um dem widerspenstigen Gabe die Flausen auszutreiben. Schon verstanden. Von jetzt an bin ich hier in der Behörde Robinson Crusoe. Und ganz nebenbei würde es sich für den Chief ganz gut machen, wenn Gabe was ausgrübe und sein Boss sich vor ein paar befreundete Reporter hinstellen und verkünden könnte, seht her, wir haben einen unserer besten Verwaltungsbeamten abgestellt, sich diese alten Fälle noch einmal vorzunehmen. Unsere Behörde vergisst nie. Noch ein wichtiger Dienst, den wir den Bürgern unserer Stadt erweisen. Und diese Reporter wird er zusammentrommeln, kurz bevor er beim Stadtrats einen neuen Etat durchboxen will. Alle wollen, dass sie sich wieder in den Griff bekommen, Gabe. Kriegen sie das hin? schloss der Chief und signalisierte mit einer wischenden Handbewegung, dass die Unterredung beendet war. Klar, die können's kaum erwarten. So viel steht fest. Dann wurde ihm klar, dass sie ihm in Wirklichkeit eine Gnadenfrist von einem halben Jahr gewährt hatten. Sie wollen, dass ich mich zusammenreiße, mich wieder wie ein normales, umgängliches, menschliches Wesen benehme. Können Sie lange warten. Am Ende feuern Sie mich ja doch. Ich kann mir in diesem Pseudo-Job mit den kalten Fällen den Arsch aufreißen, wie ich will. Das wird Ihnen nie genügen. Entweder, weil Ihnen die Fälle nicht wichtig genug sind oder ich mich nicht genug ins Zeug gelegt habe. Und dann fliege ich hochkant raus. Du bist angezählt, Kumpel. Man konnte ihm einiges nachsagen, aber nicht einen Mangel an Realismus. Darauf könnte ich einen Drink vertragen. Oder auch zwei. Oder drei. Arbeite ich bei diesem Job allein? fragte er. Zu seiner Verwunderung schüttelte der Chief den Kopf. Der Personalleiter reichte dem Boss eine Akte, die der Chief umdrehte und über den Schreibtisch Gabe entgegenschob. Wir haben da jemanden als Ihre Partnerin im Auge. Den Kopf des Dokuments, das sie in Händen hielt, zierte ein Stempel mit dem Schriftzug Fall geschlossen, kein weiterer Handlungsbedarf. Die Worte waren in feuerroten, fetten Druckbuchstaben aufgestempelt, als sollten sie signalisieren, damit sei alles gesagt. »Geschlossen ist eine interessante Wortwahl«, dachte Martha Rodriguez-Johnson. »Eigentlich müsste es bedeuten, dass etwas vorbei ist. Abgeschlossen. Fertiggestellt, in trockenen Tüchern. Zeit, sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Das sieht sie für eher unwahrscheinlich. Neuanfang wohl kaum nach vorne sehen, ganz zu vergessen. Sie holte Tiefluft und schüttelte in einer hilflosen Geste mehrmals den Kopf. Das ist eine schamlose Lüge. Und ob es Handlungsbedarf gibt. Es gibt jede Menge Handlungsbedarf. Heute, morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr und vielleicht für den Rest meines Lebens. Sie faltete das Dokument sorgfältig zusammen und steckte es in den großen Lederbeutel, der ihr zugleich als Hand- und Aktentasche diente, und neben dem Papier kam Platz für ihre nagelneue Reservewaffe bot, einen kleinen Revolverkaliber 38, den sie mit Hohlspitzgeschossen lot, wegen ihres Dummdum-Effekts von ihren Vorgesetzten ausdrücklich verboten. Aber darum scherte sie sich längst nicht mehr. Eine Nahkampfwaffe, so ihr Kalkül, nützlich für den Notfall. Eine Nahkampfwaffe. In ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen, wie sie aus eigener Erfahrung wusste. Einen Monat zuvor. Hey, Martha, schön Sie zu sehen. Geht's einigermaßen? Wird schon. Es war, sie wollte sagen, hart oder schwer oder sogar unerträglich. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Was für ein Witz! Der Eigentümer des Waffengeschäfts nickte. Mit dem langen, grauen Pferdeschwanz im Althippie-Stil hob er sich von seiner Klientel mit Bürstenschnitt ab, überwiegend Polizisten, sowohl örtliche Cops als auch Staatspolizei. Der Hausfrau aus der Vorstadt, auf der Suche nach einem rosafarbenen Pistölchen zur Selbstverteidigung bei einem nächtlichen Einbruch, begegnete man in diesem Laden ebenso selten wie dem übergewichtigen Taffentyp mit Stiernacken und rotem Gesicht, der sein Arsenal um die neueste gefechtstaugliche Halbautomatik bereichern möchte, weil er nicht tatenlos zusehen will, wie ihm eines Tages die Liberalen, die Schwarzen, die Anwälte oder die Regierung alles, was er sich hart erarbeitet hat, unter dem Hintern wegziehen. Nirgends standen die T-Shirts der National Rifle Association mit dem Slogan »Meine Waffe kriegt ihr nur über meine Leiche« zum Verkauf. Zur Abschreckung von Gangstern, die nicht kapierten, dass es in dem Laden von Polizisten in Freizeitkleidung wimmelte, trug der Ladenbesitzer deutlich sichtbar eine neun Millimeter an der Hüfte und hielt eine kurzläufige Mossberg-Flinte unter der Theke bereit. Der Mann war eine Institution, eine Art Vertrauensmann, ein Stimmungsbarometer für die Befindlichkeit der Volksseele, jemand, bei dem man etwas loswerden konnte, etwa so wie beim Barkeeper in einer Kneipe. Die Cops kamen auf einen Plausch herein, erzählten ihm, wie der Tag für sie gelaufen war und fühlten sich danach ein wenig besser. Der Mann hörte zu, die Leute mochten ihn. Man brauchte nicht einmal etwas zu erwerben, auch wenn es die meisten taten, erst recht, nachdem sie ihm ihr Herz ausgeschüttet hatten. Womit kann ich Ihnen den, Sie hatte bereits die Hand in ihrer Tasche und zog behutsam eine versilberte neun Millimeter Smith & Wesson hervor, dieselbe Waffe, die sie im Dienst an der Hüfte getragen hatte und die immer noch in einer Plastiktüte mit der Aufschrift Beweismittel steckte. Die hab ich heute von der Ballistik zurückgekriegt, kam sie gleich zur Sache. Der Ladenbesitzer nickte. Man hat sie beschlagnahmt, ich meine, nach dem, wieder suchte Martha nach dem richtigen Wort. Unfall? Tragischen Vorfall? Mord? Der Besitzer half er aus der Klemme. Schon klar, das übliche Verfahren ist schließlich Vorschrift nach einer Schießerei unter Beteiligung eines Polizisten. Mühsam brachte sie ihr Anliegen heraus. Ich kann sie nicht behalten. Womit sie eigentlich meinte, ich kann sie nicht einmal anrühren. Für einen Moment trat zwischen ihnen ein Schweigen ein. Es tat gut, ohne umschweifige Erklärungen verstanden zu werden. Er griff über die Theke und nahm die Waffe entgegen. Erleichtert sah Martha zu, wie sie aus ihrer Reichweite verschwand. Dieselbe? fragte er. Oder was anderes? Nein, erwiderte sie auf die erste Frage, die er ihr stellte. Aber ich brauche trotzdem etwas Schweres. Eine Beretterkaliber 44, sagte er prompt und mit dem nötigen Nachdruck, um sie aus ihren Gedanken zu reißen. Er holte einen Schlüsselbund aus der Hosentasche, öffnete eine Vitrine und nahm eine mattschwarze Halbautomatik von der Auslage. Funktionierte im Prinzip so wie die Neuner. Ein wenig schwerer, aber genauso zielgenau und mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Martha's Hand schwebte über der Waffe. Es kostete sie ungeheure Willenskraft, danach zu greifen. Andere Farbe, anderes Gewicht. lag Anders in der Hand. Gut, sagte sie nach einem kurzen, flüchtigen Blick. Ich nehme sie. Wollen Sie sie vielleicht für ein paar Tage auf Probe haben, Detective? Erstmal auf dem Schießstand ausprobieren, wieder in Übung kommen, ein paar Schachteln Munition abfeuern, schlug ihr der Ladenbesitzer vor. Ein Gefühl dafür entwickeln, rate ich vielen Cops, die zu einer anderen Waffe wechseln wollen. Und wenn sie sich ganz sicher sind, dass die Pistole für sie das Richtige ist, erledigen wir den Papierkram. Sie müssen mit der Neuen richtig vertraut sein, das ist wichtig, Detective. Nein, ich bin damit zufrieden, antwortete sie hastig. Es ist unumgänglich, so lange zu üben, bis die Waffe dein verlängerter Arm ist, sagte die Stimme der langjährigen Polizistin in ihr, während eine andere umso beharrlicher drängte, steck sie ein und rühr sie niemals an. Martha machte sich nichts vor. Einerseits zuckte sie vor der Berührung einer Handfeuerwaffe zurück wie vor einer giftigen Schlange. Andererseits wusste sie genau, dass ihre Zukunft daran hing, souverän mit einer Schusswaffe umzugehen, wenn sie den Karriereknick überwinden wollte. Der Mann hinter der Theke drehte sich um und holte aus einem Regal an der Rückwand eine graue Stahlkassette mit einem Zahlenschloss hervor. Mit wenigen Drehungen stellte er die Kombination ein und öffnete den Deckel. In dem Kasten steckten hunderte Karteikarten in alphabetischer Reihenfolge. Ich kann mir einfach nicht merken, ob ich sie unter R oder J habe, sagte er lachend. Nach kurzen Blättern zog er eine Karte mit ihrem Namen, ihrer Dienstmarkennummer sowie Rang und Abteilung, ihrer Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Unter den Informationen zur Person sah sie ihre alte Waffe aufgeführt. Der Ladenbesitzer strich die Zeile mit der Bezeichnung Smith & Wesson 9 mm und der entsprechenden Seriennummer sowie anderen Merkmalen durch und notierte die Daten der Beretter darunter. Dann versah er die 9 mm mit einem Datum und schrieb »Zurückgegeben daneben«. »Soll ich Ihre alte Waffe ins Horden?« fragte er, als das erledigt war. »Ja, bitte. Ich meine, bitte verkaufen Sie sie nicht weiter. Vernichten Sie das Ding. Geht klar, Detektiv. Eine Unglücksknarre.« Er nahm die Asservatentüte mit der 9 mm und verstaute sie außerhalb ihres Blickfelds. Wieder fiel eine Last von ihr ab. Als er sich anschickte, ihre Karteikarte wieder in den Kasten zu stecken, platzte sie heraus. »Ich brauche noch eine Reservewaffe. Etwas Kleines, Zuverlässiges.« Als es heraus war, wunderte sie sich selbst, woher dieser plötzliche Impuls kam. Doch er war stark, übermächtig. Eine Waffe war nicht annähernd genug, auch wenn sie nicht hätte sagen können, warum. Sie ließ den Blick über die Schaukästen vor ihr und das Arsenal an den Wänden schweifen. Revolver und Automatikwaffen, halbautomatische Gewehre, Schrotflinten, Präzisionswaffen für Heckenschützen. Ein stolzes Aufgebot an tödlicher Kraft. Gewehre, die aus einer Meile Entfernung töteten, Pistolen für kurze Distanzen. War sie eben noch vor der Beretta zurückgeschreckt, fühlte sie sich im nächsten Moment von dem gesamten Angebot magisch angezogen. Am liebsten hätte sie dem Mann den ganzen Laden ausgeräumt. Sie wollte sich schützen, sicher fühlen, auch wenn sie es, wie er eine nagende Stimme ins Gedächtnis rief, nicht verdiente. Ihr Zwiespalt war gefährlich, doch sie sah sich außerstande in die widerstreitenden Gefühle Ordnung zu bringen oder sie wenigstens zu verdrängen und unter Kontrolle zu halten. Er sah sie erstaunt an. Sicher? Ich dachte, die Polizei gestattet ihren Detektus keine zusätzliche Feuerkraft. Ja, sicher, log sie. Sie wollen demnach etwas Kleines, das ihr verstecken kann. Ja, genau. Dabei wurde ihr in diesem Moment klar, dass sie aus den reichhaltigen Auslagen jede Knarre genommen hätte, egal welche Größe, Leistung, Form und Funktion. Hätte er ihr ein Maschinengewehr angeboten, hätte sie geantwortet, klar, genau daran, habe ich gedacht. Wieso nicht ein Raketenwerfer, eine Haubitze oder gleich eine Kanone? Die Reproduktion einer Vorderlader-Muskete aus dem Unabhängigkeitskrieg wäre auch nicht ohne. Er griff unter die Theke und holte einen Revolver Kaliber 38 aus der Vitrine, eine kurzläufige Version der alten Policeman-Special aus den 20er-Jahren und schob sie ihr hin. Im Vergleich zu der Beretta, die sie gerade gekauft und der 9mm, die sie zurückgegeben hatte, lag sie federleicht in der Hand. Allerdings richten sie damit nicht viel aus, es sei denn, sie laden sie mit etwas Substantiellem, mit Magnumpatronen zum Beispiel, erklärte er. Aber sie hat Handtaschenformat und passt in ein Knöchelholster oder ins Handschuhfach für den Notfall. Und für die Zuverlässigkeit verbürge ich mich. Das Ding ist unverwüstlich, ob sie es in den Dreck fallen lassen oder damit schwimmen gehen. Was sag ich, nageln sie damit ein Bild an die Wand, wenn gerade kein Hammer zur Hand ist. Und auf kurze Distanz trifft die Kleine immer noch präzise. Das hier ist ein Qualitätsfabrikat, hatte noch nie Reklamationen, auch wenn es nicht mehr viele Cops gibt, die so eine benutzen. Gut, sagte sie. Ich nehme sie. Für meine Handtasche, zusammen mit Make-up und Lippenstift, Brieftasche und Kreditkarten, Dienstmarke und Wagenschlüsseln, neben meinem Notizbuch und Stift, einfach nur weiterer Schnickschnack für alle Lebenslagen. Es ist eine gute Nahkampfwaffe, faßte der Verkäufer seine Empfehlung zusammen. Eine Waffe, dachte sie, für den Moment, in dem ich den Atem eines Mörders an der Wange spüre und selbst kaum noch Luft bekomme. An diesem Abend brachte sie wie immer ihre siebenjährige Tochter zu Bett und vergewisserte sich, dass ihre Mutter anderweitig beschäftigt war, bevor sie vor dem Bodenspiegel im Schlafzimmer in Stellung ging und eine Stunde lang übte, ihre neue Waffe zu ziehen. Die Beretta lag auf ihrem Nachttisch, der Revolver Kaliber 38 blieb in ihrer Handtasche versteckt. Zu Probezwecken hielt ein Schraubenschlüssel her, der zwar ganz anders geformt war, aber zumindest in etwa so viel wog wie die Beretta. Ihr ging es darum, ziehen und laden der Waffe sowie beidhändiges Zielen wieder in einer fließenden Bewegung zu beherrschen, bis es ihr, so wie früher, zur zweiten Natur geworden war. Als müsste ich von neuem Laufen lernen, dachte sie frustriert. Muskelgedächtnistraining. Sie stellte sogar ein Metronom auf, um die Taktschläge zu zählen. Eins, beide Hände schwingen an die Seite. Die rechte löst die Sicherungslasche, während die linke das Holste hält. Zwei, die rechte zieht die Waffe heraus, wobei sich der Zeigefinger um den Abzug legt. Die linke Hand gleitet zum Schlitten. Drei, die linke Hand führt das Magazin ein und fasst die Waffe anschließend seitlich, um ihr Halt zu geben. Die rechte hebt sie genau in Schulterhöhe. Dann mit den Knien in eine leichte Beuge, den Lauf entlang zielen, abdrücken, schießen. Ich kann das. Ich muss es können. Sie zielte den Schraubenschlüssel entlang. Ihre Spielzeugwaffe. 21, 22, 23, ping. Mehr Zeit habe ich nicht. Das Metronom machte Klick, Klick, Klick. Dann bleibt mein Partner vielleicht am Leben. Und ich auch. Der Nachmittag ging zur Neige. Durchs Fenster fiel ein letzter Sonnenstrahl auf das gerahmte Diplom von der Yale University, blendete sie und lenkte sie ab. Die Frage kam wie von Ferne, wie ein schwacher Widerhall in einer ihr unverständlichen Sprache. Also, Martha, haben Sie immer noch Albträume? Sie schwieg. Als hätte jemand den Ton auf volle Lautstärke gedreht, schien ihr jemand die Frage plötzlich ins Ohr zu brüllen. Martha? Albträume? Ja. Oft? Ja. Wie oft? Sie nahm sich die Zeit, das schwarze Haar zurückzustreichen, das ihr ins Gesicht gefallen war. jede verfluchte Nacht. Können Sie mir diese Träume beschreiben? Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Schweigen. Eine stumme Aufforderung. Meinetwegen. Ich versuch's. Sie überlegte einen Moment. Der Polizeipsychologe wartete scheinbar ungerührt, was Martha auf die Palme brachte. Eins ist jedes Mal gleich, sagte sie schließlich. Ja? Ich bekomme keine Luft. Entweder unter Wasser oder in einem luftleeren Raum oder mir wird etwas in den Rachen gestopft. Und egal, wie ich wirge, bekomme ich es nicht heraus. Ich kann auch die Hände nicht zur Hilfe nehmen. Sie sind gefesselt mit Stricken oder Ketten. Davon wache ich dann auf. Manchmal mit einem Schrei. Stricke und Ketten? Ja. Oder vielleicht Handschellen, wie bei ihrer Dienstausrüstung? Sie antwortete nicht. Sie hätte schreien können, genauso wie beim Erwachen aus einem Albtraum. Es trat eine Gesprächspause ein. Der Psychologe nickte. Er hatte die Ellbogen aufgestützt und die Fingerspitzen so zusammengelegt, als wollte er beten, brächte es aber doch nicht über sich, eine höhere Macht anzurufen. Und wie erklären Sie sich diese? fing er an, doch Marta schnitt ihm das Wort ab. Ziemlich offensichtlich, finden Sie nicht? Es tat gut, den Mann mit ihrer rüden Unterbrechung aus dem Konzept zu bringen. Sie beobachtete gespannt, ob sich in seinem Poker-Face etwas rührte. Fehlanzeige. Ohne mit der Wimper zu zucken, schwieg er sie weiter an. Wie gesagt, ich habe das Gefühl zu ersticken, als ob mir das, was passiert ist, die Kehle zuschnürt. Marta schnappte nach Luft. Sie hätte gleichzeitig heulen und vor Wut schreien können. Es juckte ihr in den Fingern, die Lampe des Seelenklempners zu nehmen und mit voller Kraft auf den Schreibtisch zu knallen. Oder besser noch, dem Psychologen über den Schädel. Sie malte sich das Geräusch und die Konfusion aus. Sie schwankte zwischen zwei Polen hin und her. Rotz und Wasser zu heulen oder vor Wut zu platzen. Ja, nicht ausflippen, ermahnte sie sich. Immer schön mit der Ruhe, tief durchatmen. All das, was du in dieser verfluchten Nacht nicht konntest. Denken Sie noch an das, was im Keller passiert ist? fragte er. Jede Minute. Korrigiere, jede Sekunde. Natürlich, immer mal wieder, sagte sie. Ist doch wohl normal, oder? Aber ich weiß natürlich, dass es ein Unfall war. Sie rechnete nicht damit, dass er ihr die Lüge abkaufte. Für einen Moment fühlte sie sich versucht, in ihre Tasche zu greifen und unter ihrer Nahkampfwaffe die mitgebrachten Bescheinigungen hervorzukramen, sie dem Seelenklempner unter die blasierte Nase zu halten und zu sagen, hier, ich bin von jeder Schuld freigesprochen, hundert Prozent, alles ist gut. Dann mache ich mich mal vom Acker. Ich wollte ihn nicht töten, sagte sie stattdessen. Sie bemühte sich um einen sachlichen, verbindlichen Ton, um wieder arbeitstauglich geschrieben zu werden. Sie konnte nur hoffen, dass der Psychologe nicht hörte, wie sie bei ihrer Antwort einen Schluchzer unterdrückte. Erneutes Schweigen. Die Stille im Raum dröhnte ihr wie Presslufthämmer in den Ohren. Nach einer quälenden Funkstille von gefühlten zehn Minuten, tatsächlich wohl eher zehn Sekunden, brach der Arzt sein Schweigen mit einer schlichten, stichhaltigen Bemerkung. Natürlich wollten sie es nicht, aber sie haben es getan. Das Stimmengewirr in ihrem Kopf brach wie das Heulen von Sirenen los. Er war mein Partner, mein Freund. Alles, was ich im Rauschgift-Dezernat gelernt habe, verdanke ich Detective Tompkins. Wir waren echte Kumpel. Es war ein Unfall. Es war dunkel, pechschwarze Nacht, als ob sich ein Loch in der Erde aufgetan hätte. Wir wussten, dass der Dealer bewaffnet war. Er hatte bereits zweimal auf uns geschossen. Vorschriftsmäßig haben wir Verstärkung angefordert. Wahrscheinlich hätten wir besser auf die Kollegen gewartet. Und wir hätten niemals in diesen Keller gehen sollen. Aber der Kerl war drauf und dran, uns zu entwischen, und uns pochte das Adrenalin in den Adern. Wir arbeiteten schon seit Wochen an dem Fall und wollten nicht, dass er sich einfach so in Wohlgefallen auflöst. Wir hätten uns wohl auch nicht trennen sollen, aber wir wussten nicht, wo er war. Auf jeden Fall da drin, in irgendeinem dunklen Winkel, gut versteckt, mit der Waffe im Anschlag, in Kauf nehmend, selbst draufzugehen. Schon mal in einem Crackhaus gewesen, Doktor? Schon mal jemanden auf PCP erlebt? Ich hatte keine Zeit zu überlegen. Ich hörte, wie jemand ein Magazin einschob. Das müssen Sie selbst gehört haben, wenn Sie wissen wollen, was für eine Scheißangst dieses Geräusch einem Einjagd, ganz allein und im Dunkeln. Ich dachte, das war's für mich. Erst nachdem ich den Schuss abgefeuert hatte, erkannte ich, dass es Detective Tompkins war. So hat es auch der Untersuchungsausschuss gesehen. Scheiße! Hätte sich dieser Drecksack ergeben, als wir ihn dazu aufgefordert haben, wäre das alles nicht passiert! Wäre das alles nicht passiert! Wäre das alles nicht passiert! Diese Lüge hallte von den Kraterwänden in ihrem Inneren weder. Nein, es ist keine Lüge. Es ist die Wahrheit. In der beklemmenden Stille der psychologischen Praxis konnte sie beides nicht mehr auseinanderhalten. Die Erinnerung drückte ihr die Kehle zu. Sie merkte, wie ihr Tränen in die Augen traten und die Wangen herunterliefen. Sie war verwirrt, konnte nicht glauben, dass es ihre eigenen Tränen waren. Aber wer hätte sonst in diesem Praxiszimmer flennen sollen? Zwei Martas. Eine hartgesotten, eine schwach. Eine bereit, sich jedem Problem zu stellen, die andere versucht, sich davonzustellen und zu verkriechen. Ihr war bewusst, dass sie sich für eine der beiden entscheiden musste. Fragte sich nur, für welche. Der Arzt reichte ihr ein Papiertaschentuch und warf zugleich einen dezenten Blick auf seine Schreibtischuhr. »Ich denke, wir sollten noch einmal darüber sprechen. Aber für heute ist unsere Zeit leider um. Der nächste Patient wartet schon.« Marta nickte und griff nach ihrer Tasche. »Wie blöd kann man sein?« dachte sie. »Hast du wirklich geglaubt, du brauchst dem Seelenklempner nur diese Papiere hinzuknallen, die dir schwarz auf weiß bescheinigen, dass du juristisch gesehen aus dem Schneider bist?« Sie stand auf. Der Psychologe deutete zur Tür. »Freitag um zehn«, sagte er. »Bis dahin?« »Ja.« Marta trat in ein kleines Wartezimmer, wo auf einem durchgesessenen, abgewetzten Sofa mit trauriger Miene ein Mann in mittlerem Alter saß. Er kam ihr irgendwie bekannt vor, auch wenn sie nicht auf Anhieb wusste, woher. Sie musterte ihn. Hochgewachsen, drahtig, athletisch, mit einem Anzug über den breiten Schultern, der mal in die Reinigung gehörte, leuchtend bunte Krawatte, dunkelbraunes Haar, um einiges länger, als es der Dienstetikette entsprach, und einem bekümmerten Blick. »Sind Sie Detective Rodriguez Johnson?« fragte er, als er sie sah. »Ja«, sagte sie. »Und Sie sind?« »Es ist den Deputy Chief Gabriel Dickinson«, antwortete er, aber de facto zum Detective degradiert. Als er ein schiefes Grinsen aufsetzt, erhellte sich sein Gesicht für einen Moment auf. Er hielt ihr die Hand hin. »Wir werden zusammenarbeiten.« Etwas verblüfft erwiderte sie den Gruß. »Zusammenarbeiten?« wiederholte sie. »Ich dachte, ich wäre noch suspendiert.« »Offenbar nicht«, erwiderte er nur. Bevor sie eine weitere Frage stammeln konnte, reichte er ihr eine amtliche Stellenzuweisung, ihr Name deutlich sichtbar in der obersten Zeile. Sie überflog den Text darunter. »Ich dachte, ich kehre ins Rauschgiftdezernat zurück«, sagte sie. Der Tag nach der Schießerei. Auf ihrem Weg zum Dezernat für interne Ermittlungen, wo sie eine Erklärung abgeben musste, hatte sie kurz an ihrem Schreibtisch Halt gemacht und eine Weile gebraucht, bis sie registrierte, dass sie von sämtlichen Kollegen im Raum angestarrt wurde und dass es bei ihrem Erscheinen mucksmäuschenstill geworden war. Niemand hatte auch nur ein Wort zu ihr gesagt. »Ich konnte nichts dafür«, hätte sie schreien können. Doch als sie das Büro wieder verließ, hatte sie die Lippen zusammengepresst und gewusst, dass ihr jeder Blick das Gegenteil sagen sollte. »Und ob?« »Nein, Ihnen wurde ein neuer Aufgabenbereich zugewiesen«, sagte der große Mann. »Aber ich will zurück, auch wenn mich alle hassen und mir nie wieder jemand vertraut«, redete sie sich ein. »Code Cases«, las sie laut. »Ja«, bestätigte er. In ihrem Kopf jagten sich die Gedanken. »Was zum Teufel soll ich da? Und was ist das für ein Job? Ich gehöre ins Drogendezernat!« Doch nachdem sich der erste Aufruhr in ihrem Kopf gelegt hatte, dämmerte ihr, »Wahrscheinlich denken Sie, dass ich dort niemanden umbringen kann. Oder Sie hoffen es zumindest.« Ihr lag schon eine scharfe Bemerkung auf der Zunge, als hinter ihr der Psychologe in der Tür erschien. »Chief Dickinson«, sagte er, »ich wäre dann für Sie da.« Mit einem Achselzucken lächelte Gabe Marta noch einmal zu. »Ich bin dran«, sagte er, trat an ihr vorbei und zog die Tür hinter sich zu. Für einen Moment glaubte sie, er hinke. Doch dann begriff sie, dass sein unsicherer Gang nicht auf eine Behinderung zurückzuführen war. Ein kleiner Raum, eher eine Abstellkammer. Zwei verdreckte Fenster mit Blick auf einen windgepeitschten Parkplatz. Zwei verkratzte Schreibtische aus Stahl, zwei unbequeme Stühle, zwei veraltete Computer, ein Faxgerät, ein Drucker, Telefone, ein paar leere Aktenschränke passend zu den verkratzten Tischen, eine fleckige Kaffeemaschine, die beim Aufbrühen asthmatisch röchelte. Auf einem wackeligen Holztisch, in dessen Platte jemand penibel eine Obszönität geschnitzt hatte, lagen wahllos durcheinander braune Pappordner mit dem charakteristischen Geruch nach einem staubigen Keller, in dem sie sehr lange vor sich hingemodert haben mussten. Einige davon waren offensichtlich in grauer Vorzeit so oft geöffnet und gesichtet worden, dass sie fleckig und zerknittert und an den Ecken ausgefranst waren. Nicht viel Glanz in dieser Hütte, sagte Gabe beim Anblick ihrer neuen Arbeitsstätte, während er seiner Kollegin die Tür aufhielt. Martha lag schon die Bemerkung auf der Zunge, passend zu unseren Glanznummern in letzter Zeit, Dossi schluckte sie herunter. Mit finsterer Entschlossenheit erwiderte sie vielmehr, ist ein Anfang, legen wir los. Statt jedoch den Worten die Tat folgen zu lassen, trat sie an eins der schmutzigen Fenster und starrte ihn aus. Sie spuckte auf einen Finger, wischte ein Handteller großes Stück der Scheibe frei und machte Inventur. Sechs Bäume, vielleicht drei Büsche, ein paar Laternen, Stromleitungen und ein Müllcontainer an der Ecke. Nicht gerade eine berückende Aussicht, aber immerhin können wir von hier aus sehen, wer kommt und geht, falls uns das mal von Nutzen sein sollte. Beim Drogendezernat fing Gabe an. Da haben sie eine Menge Geld reingesteckt. Neueste Technik, alles vom Feinsten, antwortete Martha mit einem Achselzucken. Aber in dem Kellerdrecksloch gegen einen Dealer, der vollgedröhnt war mit PCP, hat mir das ganze Hightech-Zeug herzlich wenig genützt. Gabe ging zu dem Tisch mit den Akten. Zweihundert, rechnete er überschlägig, vielleicht auch ein paar mehr. Vom Jahrs dürfen es auch tausend sein, dachte er. Er tippte mit dem Finger auf den obersten Ordner und fragte mit aufgesetztem Optimismus, sollten all diese Fälle nicht in dem neuen Computersystem gespeichert sein? Niemand hätte die Frage besser beantworten können als er, denn er hatte dem Team angehört, dass drei Jahre zuvor die Hightech-Ausrüstung angeschafft und die Digitalisierung der aktuellen Verhaftungs- und Ermittlungsberichte zu wohlgeordneten, leicht abrufbaren Computerdateien beaufsichtigt hatte. Dabei hatten sie ältere Ermittlungsverfahren, besonders solche, die im Sande verlaufen waren, in Anbetracht der Personalkosten unberücksichtigt gelassen. Allein schon der Anblick des Stapels legte sich gelb wie eine dunkle Wolke aufs Gemüt. Alte Fälle, erwiderte Marta. Auch sie kannte die Antwort. Gute alte Handarbeit. Sie wedelte mit einem Bleistift in der Luft. So viel schon mal, resümierte er, zu Rasterfahndung, digitalem Abgleich von Namen, Daten, Örtlichkeiten, Übereinstimmungen mit anderen Verbrechen, Abruf von Ballistikberichten, Zugriff auf die nationalen Coldcase-Datenbanken und moderne Algorithmen, um Spuren nachzugehen. Laut sagte er, Himmel, Sie sagen es, Ohne die Hilfe von oben werden wir wohl nicht weit kommen. Was meinen Sie, sollen wir beten? Wahrscheinlich keine schlechte Idee, sagte Gabe und verzog das Gesicht zu einem gequälten Grinsen. Sie brauchten ein wenig Zeit, um sich an ihren Schreibtischen einzurichten und ihre Computer hochzufahren. Als das erledigt war und sonst nichts weiter anstand, schnappte sich jeder von ihnen eine Akte. Wir müssen uns auf eine Systematik verständigen, um die alle durchzuarbeiten, bemerkte Martha. Ich meine, sowas wie gemeinsame Suchkriterien. Mehr sagte sie nicht. Beim Anblick des staubigen Haufens hatte sie nur einen Gedanken. Einen einzigen. Finde einen einzigen kalten Fall und löse ihn. Heimse ein paar Schlagzeilen ein, vielleicht ein Schulterklopfen vom Chief und ab die Post zurück ins Drogendezernat mit einem richtigen Job als Cop. Ich lasse mir was einfallen, versicherte Gabe. und dachte gar nicht daran, als er sich auf seinem Stuhl niederließ. Ich glaube, bei diesem Posten geht es weniger darum, in die Tasten zu hämmern, als sich ans Telefon zu hängen, Berichte zu schreiben und irgendwie seine Zeit abzusitzen. Bis sie mich feuern, fügte er in Gedanken hinzu. Auch wenn ihm eigentlich nicht danach war, musste er lachen. Manchmal, dachte er, muss man sich eben einfach damit abfinden, dass das ganze Leben, die ganze berufliche Laufbahn unwiderruflich den Bach runtergeht. Doch auch diesen Gedanken behielt er für sich. Er vermutete, dass seine neue Partnerin viel mehr über ihn wusste, als er über sie. Sein Niedergang hatte sich im Department vor aller Augen abgespielt. Ihr Fehltritt dagegen unterirdisch. Ein verhängnisvolles Geräusch, eine nervliche Zerreißprobe, die Dunkelheit der Nacht und eine entsetzliche Laune des Schicksals hatten mit einem einzigen Schuss ein Leben gefordert und möglicherweise ein anderes ruiniert. Was ihr passiert war, hätte jedem anderen Polizisten passieren können. Er dagegen hatte es nach allen Regeln der Kunst vergeigt. Ihre Situation war zweifellos schlimmer und ihre Narben, wie er vermutete, nur besser kaschiert. Es muss entsetzlich sein, zu spüren, dass niemand einem mehr traut. Um wie viel entsetzlicher sich selbst nicht mehr zu trauen. Genau das wurde ihm in der nächsten Sekunde bewusst, hatten sie beide gemein. Unterschiedliche Ausgangssituation, gleiche Endstation. Zwei Wochen ödes Aktenstudium, nutzlose Notizen, immer auf der Suche nach einem Anknüpfungspunkt. Kurze, vielversprechende Momente, gefolgt von stundenbleierner Realität. Inzwischen sprachen sie von ihrem Büro nur noch als dem Verlies. Gabe hatte damit angefangen, nach einem Videospiel, das sein Sohn sehr geliebt hatte. Diese Spiele gab es für ihn jetzt nur noch in der Erinnerung. Die ersten Ideen, die sich formierten. Zufallsprinzip. Wie wäre es, wenn wir wie bei den Lottozahlen einfach blind in den Pool greifen und uns einfach herausangeln? Entweder wir landen ein Treffer oder wir ziehen eine Niete. Alphabetisch. Was würde das bringen? A wie aussichtslos, B wie beliebig, C wie keine Chance? Chronologisch. Auf diese Weise könnten sie ihre Fehlschläge wenigstens nach Jahrgängen abhaken. 1995, ungelöste Fälle sieben, neue Anhaltspunkte null, 1996, ungelöste Fälle elf, neu entdeckte Ansätze null, und so weiter und so fort, bis zum Anfang der Digitalisierung, an dem ihre Aufgabe endete. Sie konnten ihre Misserfolge in einer Excel-Tabelle anschaulich dokumentieren. Das wäre ein bürokratischer Fehler, wie Gabe seiner Partnerin verdrießlich erklärte. Sie sollten nirgends einem Besserwissersessel Furzer nicht auch noch dabei behilflich sein, ihre Nieten auf einen Blick zu präsentieren und sich Versagen auf der ganzen Linie bescheinigen zu lassen. Oder aber eine Einteilung nach der Art des Verbrechens. Gewaltverbrechen, Körperverletzung, Sexualdelikte, Körperverletzung in Verbindung mit Raubüberfällen, Totschlag, Mord. Einen Haufen ungelöster Fälle und, zumindest auf den ersten Blick, kein einziger Erfolgversprechender darunter. Vermisste Personen, nach Aktenlage immer noch nicht wieder aufgetaucht, Tötungsdelikte. Einen davon aufzuklären, stellte die größte Herausforderung dar. Es gab triftige Gründe dafür, dass diese Fälle im Archiv verstaubt waren. Wenn Sie andererseits zu einem einzigen davon ein paar Antworten genügend stichhaltige Argumente fanden, die ein Gericht dazu zwangen, den Fall neu aufzurollen, wären Ihnen die Schlagzeilen sicher. Aber, wie Sie beide sehr wohl wussten, zu schön, um wahr zu sein. Wie sich Gabe zähneknirschend eingestand, trotzten die aufgestapelten Fälle jedem Ordnungssystem. Vielleicht, überlegte er, sind mir zusammen mit meiner Familie auch meine Talente abhandengekommen. Wie sehr er sich auch das Hirn zermartete, erfand keine Kategorien, die Ihnen Ihre Aufgabe erleichtert hätten. Da konnten Sie auch gleich den Zufall walten lassen, sich einen oder auch zwei, drei Fälle herauspicken, die einzelnen Ermittlungsschritte der einstigen Kollegen zurückverfolgen, ein paar Anrufe machen und schauen, ob sich in der Zwischenzeit auf wundersame Weise etwas Neues ergeben hatte. Und wenn das alles in der unvermeidlichen Sackgasse endete, einen Bericht darüber schreiben, was Sie in der Sache unternommen hatten. Und trotzdem gefeuert werden. Sobald ihm dieser Ausgang glasklar vor Augen stand, hatte er einfach nur an seinem Schreibtisch gesessen und mit seinem Stuhl gekippelt. Doch statt mit der vernichtenden Erkenntnis herauszuplatzen, hatte er sich nach dem ersten Schock dabei ertappt, in die Vergangenheit abzuschweifen. Und zwar zu den Momenten in seinem Leben, in denen er eine Chance ungenutzt hatte verstreichen lassen. Darunter waren verschwommene sexuelle Erinnerungen, seine Highschool-Eroberung, die ihm erlaubt hatte, ihre Brüste zu berühren, dann ihr Geschlecht und die offenbar zu mehr bereit gewesen wäre, was er nie erfahren sollte, da ihn an diesem Punkt aus irgendeinem unerfindlichen Grund der Mut verließ. Oder damals auf dem Basketballplatz, als es kurz vor Abpfiff unentschieden stand und er den Ball an einen Kameraden abspielte, der prompt den entscheidenden Treffer landete und auf den Schultern der anderen vom Feld getragen wurde. Ich hätte diesen Wurf Später hatte Gabe ihn vertröstet, wenn ich mit der Arbeit hier fertig bin. Ich hatte immer Papierkram zu erledigen. Der geborene Bürohengst. Ich werde nie etwas anderes sein. Der verstaubte Aktenberg auf dem Holztisch war wie eine steile Gletscherwand, nicht einmal mit Eispickel zu besteigen. Unmöglich auch nur mit einem dieser Cold Cases eine Wende herbeizuführen. Genauso unmöglich wie an seinen verpassten etwas zu ändern, außer in der Fantasie. Das Sichten der alten Akten fühlte sich steril an. All diese Verbrechen lagen Jahre zurück. Jedes war durch die Tagesberichte der Ermittler, durch Hochglanzfotos, forensische Gutachten und Tatortdiagramme dokumentiert. Was den damaligen Detektives unter den Nägeln gebrannt haben musste, war längst vergilbt und verblasst. Noch ein paar Tagen im Verlies fing er an, am Bürocomputer stundenlang Harz und Solitär zu spielen. Dabei war ihm klar, dass sein Zeitvertreib ans Licht kommen würde, sobald jemand der Frage nachging, womit er bis zu seiner Entlassung die Zeit totgeschlagen hatte. Er scherte sich nicht darum. Roter Bube auf Schwarze Dame schießt den Mond ab. Bessere Gewinnchancen als bei einem dieser Fälle eine neue Spur zu finden. Martha hatte zu ihm hinüber geschielt und eine Bemerkung auf der Zunge gehabt, es sich aber dann anders überlegt. Abends tröstete sich Gabe mit der Flasche, morgens fühlte er sich gut dabei, unrasiert und ungewaschen im Büro zu erscheinen. Martha hatte dies alles registriert, aber kein Wort darüber verloren. Auch Martha sah bei ihrer Aufgabe kein Land in Sicht. Nachdem sie sich ein paar Tage lang redlich abgestrampelt hatten und ein ums andere Mal auf Dezernaten in New York, Detroit und Savannah, Georgia anzurufen, um sich von den erfahrenen Spezialisten Tipps zu erfolgversprechenden Vorgehensweisen einzuholen. Doch auch dieser Vorstoß hatte sich letztlich als Sackgasse erwiesen. Gabe hatte bei seinen Telefonaten zunehmend den Eindruck gewonnen, dass einige Dezernate ihre Cold-Case-Abteilungen in erster Linie dazu nutzten, unerwünschte oder unfähige Detektives oder Leute kurz vor der Pensionierung auf elegante Weise aus dem Verkehr zu ziehen, genauso wie in seinem eigenen Fall. Bei anderen wiederum kamen die Cold-Case-Spezialisten nur ins Spiel, wenn von aktuellen Verbrechen eine Spur zu früheren ungelösten Fällen führte und die Ermittler somit konkreten Anhaltspunkten nachgehen konnten. Er und Martha hingegen fischten bei der Sichtung ihrer Aktenstapel im Trüben. Und genau das entsprach dem Plan des Chiefs, wie wortreich er auch versucht haben mochte ihnen den Posten schmackhaft zu machen. Einen beträchtlichen Teil der modernen Forensikverfahren, die oft zur Aufklärung von Fällen führten und einem neben internen Belobigungen Schlagzeilen einbrachten, konnten sie nicht nutzen. DNA-Tests? Zu wem? Womit? Neue Zeugen? Selbst für den Glücksfall, dass sie nach Jahrzehnten noch welche auswendig machen konnten, mussten sie die Akte, wenn sie endlich etwas herzugeben schienen, unverzüglich an einen Kollegen vom Kapitalverbrechen übergeben, um in ihrem Verlies nie wieder davon zu hören. Neue Indizien? Die fielen nicht von den Bäumen. Einmal hatte Martha vor Frust einen Ordner quer durch den Raum geschleudert. Sie hatte einen Seufzer ausgestoßen, sich langsam von ihrem Stuhl erhoben und angeschickt, jedes der verstreuten Blätter sagte sie missmutig zu Gabe, in jedem dieser verstaubten Ordner stecken schwere Ermittlungspatzer. Nur leider ist es nahezu unmöglich sie zu finden, weil die Jungs beim Verfassen ihrer Berichte natürlich darauf bedacht waren, ihren Arsch zu retten. Gabe blickte von seinem zwanzigsten Solitärspiel in Folge auf und bestätigte ihren Verdacht mit einem süß-säuerlichen Grinsen. Seine selbstironische Haltung war für Martha gewöhnungsbedürftig. Die fanden es wahrscheinlich besonders witzig, zwei Versager auf die Versagen der werten Kollegen anzusetzen, sagte er. Martha hasste es, wenn er sie in solche abschätzigen Bemerkungen mit einbezog. Am meisten wurmte sie es, dass ihr keine schlagfertige Antwort einfiel oder er am Ende gar recht behielt. Ihr Dilemma lag auf der Hand. Es gab triftige Gründe dafür, warum diese kalten Fälle nicht gelöst worden waren. Was Als diese Verfahren noch brandaktuell waren, hatten die damaligen Ermittler jedes Fetzelchen an forensischen Beweisen, jede einzelne Zeugenaussage, die neuesten Ermittlungstechniken zum Einsatz gebracht und waren trotzdem nicht weitergekommen. Die berühmten ersten 48 Stunden hatten sich zu Tagen, dann zu Wochen und schließlich Monaten hingezogen. Als irgendwann Jahre daraus wurden, waren sie auf dem Abstellgleis gelandet und in Vergessenheit geraten. Eine aktuelle Ermittlung entwickelt eine Eigendynamik. Sie setzt Ideen frei, Sporn zu Höchstleistungen an und auf einmal fügen sich die Puzzleteile zusammen. Bei diesen Fällen hier galt das Gegenteil. Einfache Mathematik, fasste sie es in Gedanken zusammen. 1 plus 1 plus 1 gleich 3. Nimm eine Verhaftung vor, geh zum Staatsanwalt und vor Gericht. Die hier sind alle schon bei 1 gescheitert. Was, wer, leichteres vor, bei dem die Antwort auf der Hand liegt? Wir werden ja auf der Stille treten. Bei ihrer lachhaften Suche nach irgendeinem Ordnungsschema hatte Gabe einen seiner kläglichen Geistesblitze gehabt und sie aufgefordert, jede Akte auf einen gesonderten Stapel zu packen, an der ihr irgendetwas ungewöhnlich erschien. Ergab sich in einem nächsten Schritt die Möglichkeit, durch einen Anruf mehr herauszubekommen, würden sie sich an die Strippe hängen, egal wie aussichtslos. Folglich klemmten sie sich in den ersten paar Wochen den Hörer ans Ohr und sprachen mit den damaligen Opfern oder ihren Angehörigen. Diese Gespräche erwiesen sich ausnahmslos als schwierig. Mit der Wut oder Trauer, die ihnen fast jedes Mal entgegenschlug, hatte Gabe nicht gerechnet. Ich fasse es einfach nicht, dass sie sich jetzt nach so vielen Jahren melden. Es hat uns so viel Kraft gekostet, darüber hinweg zu kommen. Oder damals habt ihr es im großen Stil vermasselt. Warum sollte ich euch jetzt auf einmal helfen können? Und selbst wenn, wieso sollte ich? Wissen Sie was? Sie können mich mal! Oder Schnappen nach Luft, unterdrücktes schluchzen, dann stammeln. Sie wäre jetzt 21? Ihr Geburtstag war es letzte Woche. Oder sie hörten sich ihr Anliegen höflich an und legten auf. Zum Feierabend folgten sie beide zum Schein der immergleichen Routine. Gabe packte ein Paar der Schnellhefter in seine Aktentasche, als habe er vor, sie über Nacht zu studieren, obwohl er sie am nächsten Morgen unausgepackt wieder ins Verlies zurückbrachte, während Martha zum Abschied in aufgesetztem Optimismus einen ermunternden Spruch losließ, etwas wie »Keine Sorge, morgen stoßen wir auf Gold.« Martha nahm keine Ordner mit heim, sondern fuhr in ihrem billigen Kleinwagen durch die schlecht beleuchteten Straßen, holte auf dem Bürgersteig vor ihrem uralten Wohnblock in der Innenstadt Tiefluft, verzog das Gesicht seinem möglichst glaubhaften Lächeln und überlegte, mit was für einem beschwingten Satz sie ihre siebenjährige Tochter begrüßen sollte, wenn diese ihrem Flur entgegen gerannt kam, ihr die Arme um die Hüften schlang und fragte, »Hast du heute böse Leute ins Gefängnis gebracht?« »No, mi Amore, vielleicht morgen.« Gabe hatte sich angewöhnt, auf der Einfahrt seines Vorstadthauses noch eine Weile im Wagen sitzen zu bleiben und die dunklen Fenster anzustarren, weil es ihnen zu zu viel Überwindung kostete, das leere Haus zu betreten. Oft ging er im Geist die Telefonate mit Opfern oder anderen Leidtragenden der alten Verbrechen noch einmal durch. Die schwarzen Löcher, deren Sog sie sich in einer permanenten Kraftanstrengung widersetzten, drohten dann auch ihn zu schlucken. Manchmal schaltete er das Radio ein und hörte sich irgendein nichtssagendes Geplapper in einem Sportkanal an, bevor er legte sie sich auf den Schoß und versuchte sich vorzustellen, wie es sich wohl anfühlte, die Mündung an die Schläfe zu setzen. Jeder Tag, so kam es ihm vor, ging nahtlos von einer Leere in die andere über. Beide, Martha und Gabe, hielten sich brav an die Sitzungen beim Therapeuten, bei denen sie so wenig wie möglich zu sagen versuchten. Gabe nahm mindestens einmal die Woche an den A. Therapeuteil, wo er das Blaue vom Himmel herunterlog, bevor er nach Hause fuhr und sich einen Drink genehmigte. Sie waren sich noch nicht schlüssig, ob sie einander mochten oder nicht. An den Gedanken für eine Weile zusammen zu arbeiten, hatten sich beide gewöhnt, wenn es denn Arbeit für sie gegeben hätte. Gabe fühlte sich, als steckte er bis zur Halskrause in einem Sumpf, roter Bube auf schwarze Darme. Martha hatte das Gefühl, sich mit jedem Schritt auf einen Abgrund zu bewegen, kurz vor dem freien Fall. Beide wussten sie, dass sie etwas finden mussten. Zufallsprinzip, reiner Glücksfall. Das galt für Gabes Leben wie für seine Chancen bei den Cold Cases. Und für Martha ebenfalls. Als er an einem weiteren nutzlosen Tag um neun Uhr morgens an seinem Schreibtisch saß, auf die Uhr starrte und wusste, dass er schon jetzt für seinen wöchentlichen Termin beim Psychologen zu spät dran war, sah er, wie Martha plötzlich stutzte, eine Weile reglos auf die Papiere in einem Aktenhefter starrte, nachdenklich die Stirn runzelte, mit dem Finger mehrmals auf die oberste Seite tippte, schließlich wortlos aufstand und zu dem Tisch mit den Fall Akten ging, um sich einige davon heraus zu ziehen. Zurück an ihrem Arbeitsplatz fing sie an, eine nach der anderen zu sichten. Fasziniert sah er ihr wie bei einer Scharade wortlos zu. Er beobachtete, wie seine Partnerin den Kopf hob und sich dann mit angespannten Miene ein wenig tiefer über ihre Papiere beugte. Sie breitete den Inhalt von vier Akten aus, schien etwas erneut zu überprüfen und hob schließlich den Kopf. Sie machte den Mund auf, um etwas zu sagen, bevor sie es sich anders überlegte. Müssten Sie nicht längst zu Ihrer Sitzung? fragte sie. Ja, ich wollte gerade los, log er, während er sich widerstrebend von seinem Stuhl erhob und wie beiläufig auf Martas Akten deutete. Was entdeckt? fragte er mit einem Hauch von Neugier. Wahrscheinlich die pure Verzweiflung, bremste er innerlich seine Erwartungen. Martha zuckte die Achseln. Ist nur irgendwie seltsam, sagte sie. Seltsam ist besser als nichts, dachte er. Was denn? Sie hielt vier Akten hoch. Die sind alle neunzehn Jahre alt. Und? Sie sind, sie suchte nach dem passenden Wort, ungewöhnlich. Martha verbrachte die ganze Stunde, in der Gabe beim Psychologen war, mit der Lektüre aller vier Akten aus dem Jahr 1997 und wurde das Gefühl nicht los, dass sie sich irren musste, dass sie wahrscheinlich die Flöhe husten hörte, wenn sie Verbindungen sah, die dem gesunden Menschenverstand widersprachen und sich bei genauerem Hinsehen zweifellos als reiner Zufall entpuppen würden. Da ist nichts. Der Satz halte ihr hartnäckig durch den Kopf. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Die Wortfolge setzte sich als Ohrwurm bei ihr fest, den sie, wie einen eingängigen Popsong nicht mehr aus dem Schädel bekam, während sie die vier Akten nun wieder in ihrer ursprünglichen Ordnung mit dem jeweiligen Deckblatt zuoberst in einer Reihe legte. So sehr ihr der Fund unter den Nägeln brannte, wartete sie auf Gabe, bevor sie sich in die Arbeit stürzte. Die erfahrene Ermittlerin in ihr mahnte sie zur Ruhe und Sorgfalt, schärfte ihr ein, sich jeden Ordner noch einmal separat vorzunehmen und bei der erneuten Lektüre auf jedes noch so unscheinbare Detail zu achten, um sich einen ersten Eindruck von den faktischen Zusammenhängen zu verschaffen. Stattdessen lehnte sie sich auf ihrem Stuhl zurück und stieß sich so weit von ihrem Schreibtisch ab, dass sie nichts mehr lesen konnte. Während sie wartete, tippte sie sich mit einem Bleistift an die Zähne. Endlich hörte sie Gabes gemächliche Schritte im Flur. Er kam zur Tür herein. Also verkündete er, ohne Hallo zu sagen. Es wäre abgehakt. Was haben sie ihrer Meinung noch entdeckt? Sie deutete auf die vier Akten. Sehen sie selbst. Er trat näher heran. Und wonach soll ich suchen? Sie sagte nichts, sondern ermunterte ihn nur erneut mit einer Kopfbewegung, sich die Akten selbst anzusehen. Gabe nickte. Verstehe, eine Art Test. Sie wollen wissen, ob mir dasselbe auffällt wie Ihnen. Sie lächelte. Was sonst? Seine erste Reaktion war »Kannst mich mal«, gefolgt von dem Gedanken an die nächste Runde solitär. Doch er trat an ihren Schreibtisch und nahm sich die Akten vor. Na schön. Wie ein nervöser Schüler bei der Aufnahmeprüfung fürs College beugte er sich über den ersten Ordner. Beim obersten Dokument handelte es sich um einen Polizeibericht mit einer Rekonstruktion des Tatgeschehens sowie einer Auflistung der ersten polizeilichen Maßnahmen, der gesicherten Beweise, der Zeugenbefragungen sowie der weiteren Ermittlungsschritte. Im Laufe der letzten beiden Wochen hatte er viele solche Berichte gelesen. Zunächst überflog er die Seite. Auf den ersten Blick sprang ihm nichts Ungewöhnliches ins Auge. Mord. Opfer, männlich, weiß, 23 Jahre alt, in einer Wohnung in der Innenstadt mit einer Handfeuerwaffe Kaliber 44 erschossen. Eine Einschusswunde am Hinterkopf wie bei einer Hinrichtung. Keine Zeugen. Befragung von Nachbarn und Angehörigen, ballistische Untersuchung der Projektilfragmente ergebnislos, dafür eine zweifellose Zuordnung zu verformt. Laut Autopsiebericht waren an der rechten Hand drei Finger gebrochen, an der linken zwei Fingernägel abgezogen. Im letzten Absatz schloss der Bericht mit den dürren Worten kein ersichtliches Motiv, zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Tatverdächtigen, weitere Ermittlungen erforderlich, zu denen es nie gekommen war. Gabe brauchte nicht viel Fantasie, um zu erraten, wieso der Fall in den Keller gewandert war. Drogen vermutlich, ein kleiner Deal, der schief gegangen war. Er wandte sich der zweiten Akte zu. Mord. 37 Jahre alte männliche Leiche um sechs Uhr früh von einem Jogger in einem abgelegenen Park aufgefunden, eine Einschusswunde im Oberkörper, frontal mit erhobenen Händen ins Herz getroffen. Vor dem tödlichen Schuss Unterkieferverletzung und ausgeschlagene Zähne. Mordwaffe gemäß späterem Ballistikbericht Handfeuerwaffe Kaliber .357, keine Waffe am Tatort sichergestellt, keine Zeugen, Befragung von Angehörigen und Nachbarn, kein Tatmotiv festgestellt, Leichenfundort kriminaltechnisch untersucht. Weitere Ermittlungen erforderlich. Gap blickte einen Moment auf. Ein schwuler Mann, der seine Orientierung vor Freunden und Familie verbarg und sich zu seinem Pech mit dem falschen Striche eingelassen hatte. Er legte die Akte zurück und machte mit der dritten weiter. Mord. Diesmal handelte es sich bei dem Opfer um einen 32-jährigen weißen Mann, durch einen einzigen Schuss in die rechte Schläfe getötet, gefunden auf dem Beifahrersitz eines Wagens, der vor einem gutbürgerlichen Wohnkomplex parkte. Dem Opfer waren die Hände mit Isolierband gefesselt, Rückstände vom selben Band fanden sich an seinen Lippen, Brandmale an Armen und im Genitalbereich. Ein einziger Zeuge in einer höher gelegenen Wohnung hatte das Geräusch eines Schusses gehört. Er stellte ausgesagt hatte, einen weißen Mann beim Verlassen des Parkplatzes. Zur Größe, Gewicht, Alter, Farbe der Kleidung oder anderen Personenmerkmalen konnte er keine Angaben machen. Wie bei den ersten beiden Fällen keinerlei Anhaltspunkte zum Motiv, auch nicht bei den Befragungen der Angehörigen und Nachbarn zu ermitteln. Laut Ballistikbericht handelte es sich bei der Mordwaffe um eine Halbautomatik Kaliber 25. Weitere Ermittlungen erforderlich. Eine ausstehende Gabe legte diese dritte Akte aus der Hand und griff nach der vierten. Mord. Diesmal wanderte sein Blick sofort zur letzten Zeile des Berichts. Weitere Ermittlungen erforderlich. Dann las er den übrigen Text. Bei diesem Opfer handelte es sich um eine 35 Jahre alte weiße männliche Person. Auch hier eine einzige Schusswunde in diesem Fall von einer 9-Millimeter Pistole. Ein Schusswunde am Hinterkopf. Noch eine Hinrichtung? Die Leiche wurde ein gutes Stück außerhalb der Stadt gefunden, eine halbe Meile entfernt von einem beliebten Waldweg an einem Fluss entlang, wo an heißen Sommertagen die Schulkinder der Gegend im kühlen Wasser nackt badeten. Der Todeszeitpunkt ließ sich nur schwer eingrenzen, da die Leiche von Jägern erst einige Zeit nach dem Mord in fortgeschrittenem Verwesungszustand gefunden wurde. Nach dem Urteil des Gerichtsmediziners musste der Tod mindestens drei Wochen vor dem Fund des Opfers eingetreten sein. Am Ende des Berichts fand sich die kryptische Zeile »Das Opfer wies Anzeichen prämortaler Misshandlungen auf«. Gabe zögerte und las den Bericht noch einmal. Mit was für einem Mord hatten sie es hier zu tun? Auf Anhieb fiel ihm nichts ein. Vier Morde, keiner aufgeklärt, keine Verdächtigen, Vier verschiedene Leichenfundorte. Gabe ließ den Blick über alle Akten schweifen. »Sie glauben, es gibt eine Verbindung zwischen diesen Finger an?« »Kannten sich die Opfer?« nahm er einen neuen Anlauf. »Schon besser.« Martha schüttelte den Kopf. »Hatten Sie denselben Dealer? Waren Sie Junkies? Nein. Aber es gab eine Gemeinsamkeit.« Diesmal nickte sie. »Komm schon, steh nicht länger auf deiner Leitung. Was sieht sie, was du nicht siehst?« Verlegen brachte er die vier Akten in eine neue Reihenfolge, richtete jede penibel parallel zur Schreibtischkante aus, während er innerlich schrie, »Da ist doch was, stell dich nicht so blöd an! Willst du dich vor deiner jüngeren unmerksam Gabes Gesicht. Es war so undurchdringlich wie bei einer Pokerrunde, bei der Einspieler Trumpfkarten in der Hand hat und der andere überlegt, ob er einen Bluff riskieren soll. »Suchen Sie weiter,« ermunterte ihn Morta. Fieberhaft huschte sein Blick über die zusammenhanglosen Informationen. Er war drauf und dran frustriert aufzusehen und eine genervte oder sogar verärgerte Bemerkung fallen zu lassen, als ihm eine dürftige Zeile am unteren Rand aller vier Formulare ins Auge fiel. Zur Sicherheit las er sie auf allen Deckblättern zum zweiten Mal. Dann nickte er bedächtig und Martha sah, auch Gabe die Übereinstimmung entdeckt hatte. »Wie wahrscheinlich ist es wohl?« sprach sie in forciert gleichmütigem Ton die Fragen aus, die gerade in Gabes Gedanken Gestalt annahmen, dass in ein und Internet für Kapitalverbrechen weitergeleitet wurden, nur vier Tötungsdelikte ungelöst blieben und dass bei genau diesen vier dieselben beiden Detektives die Ermittlungen leiteten. »Schlechtes Jahr. Pechsträne, sagte Gabe. Üble Pechsträne. Zufall? Klar doch, eine Laune des Schicksals. Sie glauben nicht daran, sagte Gabe. Natürlich nicht, erwiderte Martha mit Nachdruck. Keine Sekunde lang. Zwei Detektives, beide pensioniert. Die Dienstordnung sah nicht zwingend vor, dass sich Gabe zuerst mit ihren ehemaligen Vorgesetzten im Department in Verbindung setzte, die höchstwahrscheinlich längst in andere Zuständigkeitsbereiche aufgestiegen waren, bevor er zu den fraglichen Ermittlern Kontakt aufnahm, auch wenn jeder mit einem Fünkchen Ehrgeiz und Respekt vor den ungeschriebenen Gesetzen der Bürokratie so gehandelt hätte. Ein solcher Vorabbescheid wäre Öl statt Sand im Getriebe gewesen. Niemals den Vorgesetzten auf die Zehen treten, lautete die Regel Nummer eins, und genau deshalb entschied sich gelb dagegen, ein kleiner rebellischer Akt, den er genoss. Zu seiner Verwunderung war Martha einverstanden. Statten wir einfach diesen alten Kopf seinen Besuch ab und sehen, was sie zu sagen haben. Vielleicht ist ja nichts dran. Oder mehr als wir ahnen. Auch wenn sie sich nicht sicher war, wusste sie zumindest, was sie sich davon erhoffte. Zurück an ihrem Schreibtisch hing sie einen Moment einem Erinnerungsfetzen nach. Sie als 13-Jährige in einem nagelneuen karierten Faltenrock, dazu eine weiße Bluse und ein blauer Blazer, die klassische Uniform eines katholischen Schulmädchens. Eine der damaligen Nonnen hätte sich liebend gern die Pflicht der Züchtigung erspart, vorzugsweise immer noch der Klassiker, das Lineal über den Handrücken, hätte Martha ihr sagen können, wer der Schutzpatron war, bei dem man in der Not einen Wunsch feiert. Hätte sie doch nur damals im Religionsunterricht besser aufgepasst, dann wüsste sie jetzt, an wen sie ihr Stoßgebet richten sollte. Den heiligen Judas Thaddeus, den Schutzpatron für hoffnungslose Fälle, heben wir uns lieber für später auf. Der kommt bestimmt noch zum Einsatz. Gabe ging in die Personalabteilung hinunter, wo ihm ein gelangweilter, doch hilfsbereiter Büroangestellter die Adressen lieferte, an die jene beiden ehemaligen Detektives ihre Pensionschecks ausgestellt bekamen, sowie die Telefonnummern der nächsten Angehörigen. Im Verlies wartete Martha schon im Mantel auf ihn, die vier Fallakten der ungelösten Morde in ihrer großen Tasche. Können wir? fragte sie nur, als er wieder in der Tür erschien. Gabe nickte. An ihren kurz angebundenen Kommunikationsstil musste er sich erst noch gewöhnen. Irgendwas Hilfreiches rausgefunden? fragte sie auf dem Weg nach draußen. Ja, alle vier Verbrechen fallen in das letzte Jahr eines der Burschen. Er stand kurz vor der Pensionierung, graues Haar, schlechte Augen, die so ziemlich alles gesehen hatten, was es zu sehen gab, und 65 Jahre alt. Nur wenige Wochen nach dem letzten unserer Fälle, dem mit der halbverwesten Leiche im Wald, bekam der gute Mann seine goldene Uhr, ein Schulterklopfen und das Gnadenbrot. Und der andere Kopf? Zehn Jahre jünger, hat allerdings unmittelbar nach der Pensionierung seines Partners als Abteilungsleiter zur Verkehrspolizei gewechselt. Aber das fand er wohl auf Dauer nicht so spannend, jedenfalls hat er bald das Handtuch geschmissen und ist in Frührente gegangen. Vielleicht hatte er auch nur keine Lust, sich die Hacken abzulaufen, statt es sich am Schreibtisch bequem zu machen. Oder es war ihm zu mühsam, einen neuen Partner einzuarbeiten. Immerhin waren die zweier jahrelang an ein gespieltes Team. Martha nickte. Sie sind der Experte, wenn es darum geht, wie so ein Kopf vom Morddezernat zur Verkehrspolizei wechselt. Gabe nickte. Normalerweise nur, wenn er Mist gebaut hat, antwortete er. Berufliche Entscheidungen wurden aus den vielfältigsten Motiven getroffen, so viel hatte ihn seine Arbeit gelehrt. Doch der Sprung vom prestigeträchtigen Morddezernat zur Überwachung von Radarfallen und Ziemlich Ungewöhnlich. Er sagte nichts, die Schlussfolgerung lag auf der Hand, zweifellos, auch für Martha. Sie fuhren zuerst zu einem heruntergekommenen Altersheim, einer Einrichtung der kirchlichen Wohlfahrt zwischen dem Sportplatz einer Highschool und einer Reihe Einkaufszentren. Das Heim führte den idyllischen Namen Shady Acres, doch weitläufige Parkanlagen und schattenspendende alte Bäume suchte man vergebens. Vielmehr drängte das klotzige Backsteingebäude den Verdacht auf, dass seine Existenz den nicht genutzten Plänen und Baumaterialien eines nahegelegenen Gefängnisses verdankte. Martha konnte jedenfalls auf Anhieb keinen großen Unterschied erkennen. Der Angestellte am Empfangstisch sorgte mit Mürrischermine dafür, dass sich Besucher mit Datum und Uhrzeit in ein Formular eintrugen. Sie zückten ihre Dienstmarken und nannten den Namen des pensionierten Detektives. Der Mann schüttelte den Kopf, allerdings nicht, um sie von einem Besuch bei dem 85-jährigen Detective O'Hara abzuhalten, sondern um ihnen die Zwecklosigkeit ihres Anliegens zu verdeutlichen. Er wurde gerade in den Alzheimer Trakt verlegt, erklärte der Mitarbeiter. Apartment 202, versuchen Sie Ihr Glück, er deutete auf den Fahrstuhl. Neben der Lifttür saß ein alter Mann tief nach ihm vorbei, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen. Im Fahrstuhl schwiegen sie. Als sie in einem langen, schmalen Flur mit fadenscheinigem grünen Teppichboden traten, der ihre Schritte ein wenig dämpfte, entfuhr Martha ein leises »Ach, du Scheiße«, für Gabe die treffende Zusammenfassung dieses tristen Ortes. Rechts von ihnen lag der Empfangsbereich zu diesem separaten Trakt. Als der zuständige Angestellte nur stumm einen Flur entlang zeigte, vermutete Gabe, dass er bereits vom Empfang unten telefonisch vorbereitet worden war. Die Nummer 202 war schnell gefunden. Gabe klopfte an und war sich nicht sicher, ob er einfach hineingehen oder warten sollte, als von drinnen ein fröhliches »Herein, es ist nicht abgeschlossen« ertönte. In der Wohnung roch es nach Desinfektionsmitteln und Trostlosigkeit. Die Stimme kam von einer betagten Frau im Rollstuhl. Sie trug eine seltsame schwarze Baskenmütze über spinnwebend dünnem grauem Haar und ein leuchtend violettes Tuch um die Schultern, obwohl es in der Wohnung stark überheizt war und Gabe augenblicklich der Schweiß austrat. Die Mitte des Raumes nahm ein Krankenhausbett ein, doch statt im Bett hatte es sich der Bewohner auf einem Saugkissen in der Ecke eines zerschließenen Sofas an der Wand bequem gemacht. Der alte Detektiv hatte zerzaustes weißes Haar über einem freundlichen Gesicht mit leerem Blick. Er lächelte Gabe und Martha entgegen. Seine Hände zitterten ein wenig. Eine der Wände zierten Fotos, vielleicht von Kindern und Enkeln, eine Ehrenurkunde für besondere Tapferkeit, eine zweite für langjährige Dienste sowie ein paar farbenfrohe Werbeplakate für Surf- und Badestrände in Hawaii. An der angrenzenden Wand hing ein großes Kleeblatt aus Pappe und das grinsende Leprechaun-Logo der Boston Celtics. Ein signiertes Foto von Detective O'Hara zwischen Larry Bird und Kevin McHale aus der Glanzzeit ihrer Basketballmeisterschaften, erreichte den beiden Sportlern ungefähr bis zur Talie, war strategisch in der Mitte unter dem Kleeblatt platziert. Auf einem Wandregal nicht weit davon prangte in einem Schaukasten aus Plexiglas ein Basketball mit den Autogrammen der Siegermannschaft von 1986. Rechts schloss sich eine kleine Kochnische an. Hinter dem Bett war eine Tür, wie Martha vermutete, zum eigentlichen Schlafzimmer und zum Bad. Detective O'Hara saß mit dem Rücken zu einem großen zur Hauptstraße gelegenen Fenster, durch das die strahlende Vormittagssonne einfiel. Können wir Ihnen einen Tee anbieten, fragte die Frau im Rollstuhl, ohne sich nach Ihren Namen zu erkundigen. Nein, vielen Dank, sagte Martha. Sie sind Ich bin Mrs. O'Hara, aber nennen Sie mich doch Constance, antwortete die Frau und manövrierte neben ihren Mann. Er lächelte immer noch, auch wenn ihm ein wenig Spucke den Mundwinkel herunterlief. Freut mich, Constance, erwiderte Martha und nickte ihr zu. Ich bin Detective Martha Rodriguez Johnson und das hier ist Detective Gabriel Dickinson. Wir bekommen selten Besuch, antwortete sie, während sie ihrem Mann ein paar Brösel vom Schoß wedelte. Die Kinder wohnen so weit weg. Sie tätschelte ihrem Gatten das Knie. Er lächelte versonnen. Nur wir beide, ganz allein. Er hat nur mich. Ich hab das Sagen. Ich glaube, die meiste Zeit erkennt mich, Terrence. Nein, wirklich, da bin ich mir sicher. Aber ansonsten ist so vieles verschüttet. Tja, was will man dagegen machen? Sie lachte leise, doch in ihrer Bemerkung schwang so viel Traurigkeit mit, dass Martha betreten zu ihr um. Das ist aber wirklich eine Überraschung, zwei Detektives zu Besuch. Es war schon seit Jahren niemand mehr vom Department da. Was können wir für sie tun? fragte sie. Es geht nur um Routinearbeit an einigen alten unaufgeklärten Fällen, fasste Gabe ihr Anliegen ein wenig förmlich zusammen. Alles an der beengten Wohnung, von dem Geruch über die durchgescheuerte alte Kleidung bis zu den Staubkörnchen, die in der Sonne tanzten, bereitete ihm Unbehagen. Ich sehe leider nicht, inwieweit Terrence ihnen von Hilfe sein könnte, sagte die Frau. Sie sehen ja selbst. Martha zog die vier Fallakten aus der Tasche und trat näher an den alten Mann heran. Sie beugte sich dicht zu ihm hinunter. In ihrem letzten Jahr als Detective unmittelbar vor ihrer Pensionierung haben sie in vier Mordfällen ermittelt, die alle als ungelöst eingestuft wurden und mit der Kennzeichnung weitere Ermittlungen erforderlich zu den Akten kamen. Können sie sich vielleicht noch an einen davon erinnern? Der alte Mann sah zu Martha auf, mit einem Blick wie durch Nebelschwaden schien es Gabe, ein wenig tastend, als habe er sich Hara erfreut und mit erstaunlich fester Stimme. Hallo, erwiderte Martha den Gruß und wiederholte ihre Frage, während sie dem Mann zugleich die Akten auf den Schoß legte. Er senkte den Blick. Wie ein Lehrer, der einem begriffsstutzigen Schüler bei einer mathematischen Gleichung auf die Sprünge hilft, deutete sie auf die Namen, mit denen die Ordner betitelt waren. Eins, zwei, drei und vier, sagte Martha. Das waren die einzigen vier Mordfälle, die in dem Jahr in ihrem Department ungelöst zu den Akten kamen. Der alte Mann folgte ihrem Finger mit den Augen. Gabe schien es, als versuche er, in einem gewaltigen Kraftakt zu den verschütteten Erinnerungen an die Fälle vorzudringen und die damaligen Ereignisse ans Licht zu holen. Und dann lächelte er wieder. Ja, sagte er, ja, ich entsinne mich. Dabei hob er die Hand und berührte Martas Wange mit den Fingerspitzen. Zittrig, knöchern, übersät mit Altersflecken, angezählt, dachte Gabe. Aber wer weiß, vielleicht steht ihm noch ein langes Sichtum bevor. Was hat dieser Greis mit dem Basketballspieler auf dem Foto zu tun, diesem Draufgänger, der es mit der ganzen Welt aufnehmen möchte? Bei diesem Gedanken lief es Gabe kalt den Rücken herunter. Tessa, sagte der alte Detektiv. Die Frau rollte in ihrem Stuhl ein Stück zurück. Das ist nicht Tessa, warf sie hastig ein. Nein, Liebling, nicht Tessa. Dabei wackelte ihre Stimme ein wenig. Sie heißt Marta, sie ist bei der Polizei. Vier unaufgeklärte Morde, wiederholte Marta freundlich. Er strengt sich an, erklärte seine Frau. Manchmal hat man das Gefühl, dass tatsächlich wieder etwas zurückkommt, aber dann kann es passieren, dass ihn die Erinnerung ebenso schnell verlässt, wie sie kommt. Mal so, mal so, das ist unberechenbar. Tessa, wiederholte der alte Mann und Marta von nebenan. Wenig später hörte Gabe ihre Stimme gedämpft durch die geschlossene Schlafzimmertür. Sie telefonierte? Seltsam. Worum es auch immer gegangen sein mochte, das Gespräch war schnell beendet und die Frau kehrte zu ihnen zurück. Ich habe Joe angerufen, seinen alten Partner, erklärte sie. Vielleicht kann der ihnen weiter helfen. Sie ging wieder neben ihrem Mann in Stellung. Bist du müde, Liebling? fragte sie. Er nickte. Sie wandte sich wieder Marta und Gabe zu. Ich wünschte, wir könnten... Der Rest erübrigte sich. Erinnern Sie sich vielleicht an frühere Gespräche mit ihrem Mann über seine Fälle? nahm Marta einen letzten Anlauf, doch die Frau machte ihre Hoffnung schnell zunichte. Terrence hat nie über die Arbeit gesprochen, wenn einer heimkam. An unserem Esstisch waren Raubüberfälle oder Morde oder Vergewaltigungen tabu. Dann haben sie von den Fällen in seinem letzten Jahr... Sie schüttelte energisch den Kopf. Terrence liebte seine Arbeit bei der Polizei. Er lebte dafür, Verbrechen aufzuklären. Er war zu seiner Zeit der Beste, im ganzen Revier. Er und Joe Martin sein Partner. Jede harte Nuss, die es zu knacken gab. Jeder Fall, der die Behörde vor ein Rätsel stellte, wanderte direkt auf ihren Schreibtisch. Ihre Aufklärungsrate war legendär. Und Terrence war stolz darauf. Joe genauso. Sie waren fast so lange zusammen im Dienst, wie wir beide verheiratet waren. Joe kommt recht oft auf einen Besuch vorbei. Ich glaube, Terrence liebte ihn so sehr wie mich. Klingt das nicht komisch? Er kommt vorbei und sie sitzen zusammen, auch wenn sie nicht viel miteinander reden können. Er kommt häufiger her als die Kinder. Die wohnen einfach zu weit weg. Wir würden sie gern viel öfter sehen, besonders die Enkelkinder. Aber wie gesagt, liegt wohl an der Entfernung. Ist eben teuer mit dem Flugzeug. Wer ist Tessa? fragte Martha. Die Frau rutschte ein wenig hin und her. Dinge, die keinen Zusammenhang ergeben. Irgendein Wort wie Eisenbahn oder Elefant. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ihn die alten Fälle plötzlich wieder einholen. Aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Wieder einholen? Woraus schließen sie das? Naja, diese Wörter, mit denen er auf einmal herausplatzt, die stammen zumindest teilweise aus seinem Berufsalltag, wie Fingerabdrücke oder Schießerei oder Geständnis. Und ich sehe ihm an, wie er nach den Zusammenhängen sucht. Ich sehe ihm an, wie es in ihm arbeitet. In seiner Zeit als Detective war er ungeheuer hartnäckig, er und Joe. Die haben nicht so schnell aufgegeben, die blieben so lange am Ball, bis sie was in der Hand hatten. Und ich glaube, genau daran erinnert er sich jetzt. Hat er schon mal diesen Namen genannt? Tessa? hakte Martha nach. Nein, tut mir leid, erwiderte die Frau hastig. Höre ich zum ersten Mal. Dann fällt ihnen niemand mit dem Namen ein? Leider nein. Gabe, der die meiste Zeit geschwiegen hatte, vermutete, dass sie log. Die alte Frau lächelte. Doch etwas in ihrer Miene gab ihm ein unbehagliches Gefühl, auch wenn er innerlich daneben liegen konnte. Er hatte kaum Erfahrung damit, wie sich alte Menschen benahmen und von Alzheimer nicht den blassesten Schimmer. Auf sein Einfühlungsvermögen in andere Menschen und ihre Verhaltensweisen gab er seit seinem Abstieg keinen Pfifferling mehr. Ihr Besuch war mir ein Vergnügen, sagte die Ehefrau. Aber ich denke, Terrence ist ein bisschen erschöpft. Er braucht ein Nickerchen und ich muss mich um das Abendessen kümmern. In kamen und zog die Augenbraue fragend hoch. Doch der alte Mann lächelte sie nur freundlich an. Behutsam nahm sie die Akten wieder an sich und tätschelte ihm zart die Wange. Dann stand sie auf, schüttelte Constance zum Dank die Hand, nickte Gabe zu und zusammen nahmen sie Abschied. An der Tür drehte sich Martha noch einmal kurz um. Der alte Detektiv winkte ihr zu, während seine Frau aufs Bett zeigte. Auf ihrem schweigsamen Weg ans andere Ende der Stadt kreisten ihrer beide Gedanken um den innigen Wunsch »Lass mich bitte nicht so enden«. Sie fuhren bis zum Highway, der die Stadt in zwei Hälften zerschnitt und von dort aus weiter in ein kleines Mittelschichts Vorstadtviertel, eine Gegend, in der die Familien an ihrem Status hingen. Unterbezahlte Lehrer, Leute von der Feuerwehr, Bauleiter im öffentlichen Dienst, Berufe irgendwo zwischen Blaumann und Nadelstreifen mit Krawatte und Aktienoption. Eine Gegend, in der man den bescheidenen Rasenstreifen selbst mähte. Detektiv Joe Martins Haus war nicht größer und nicht kleiner als sämtliche anderen einstöckigen Eigenheimer in seinem Block, mit weißer Aluminiumverkleidung und Zierkanten aus schwarzem Holz. In der Einfahrt stand ein fünf Jahre alter kleiner Ford mit einer großen Delle in einer Tür. Gabe warf einen Blick auf seine Notizen aus dem Personalbüro. Alleinstehend, Frau vor vier Jahren gestorben an Krebs, kinderlos, nächster Angehöriger eine Schwester, Anschrift nicht bekannt und ein Schwager, der an der Uni unterrichtet und besucht seinen alten Partner regelmäßig. Das sagt etwas über den Mann. Martha parkte vor dem Haus an der Bordsteinkante. Wie zum Beispiel? fragte Gabe. Naja, schätze, er ist kein mieser Typ, hält auf Treue, Freundschaft, sowas in der Art. Aus ihrem Mund klingt das irgendwie mehr nach Pfadfinder als nach Morddezernat. Martha ignorierte die Bemerkung. Irgendwelche Erkenntnisse aus dem Besuch bei O'Hara? fragte sie. Allerdings, krieg kein Alzheimer, wenn du's legte einen Moment und fügte dann hinzu, und die Frau schien irgendwie von der Rolle. Weiß auch nicht, sie war ziemlich aufgescheucht, als der alte Mann Tessa sagte, oder? Keine Ahnung, kam mir jedenfalls nicht ganz koscher vor. Martha überlegte, ich weiß nicht, sie ist alt, lebt in diesem Gefängnis mit einem Mann, der sich vielleicht nicht mehr erinnern kann, wer sie ist, und das ohne zu wissen, ob es noch eine Woche oder zehn Jahre so weiter geht. Ich finde, sie hatten recht, ein bisschen von der Rolle zu sein. Naja, so gesehen haben sie sicher recht. Mit einem Schlag bestürmten Gabe Gedanken, die sich um Alter und Erinnerungen drehten. Er hatte jede Menge Erinnerungen, nicht unbedingt alle erfreulich, und seine Aussicht alt zu werden, schätzte er nicht besonders hoch ein. So schnell wie ihn diese Gedanken bedrängten, so energisch verbannte er sie wieder aus dem Kopf. Na denn, sagte er in beschwingtem Ton, hoffen wir mal, dass uns Detective Martin weiterbringt. Als sie aus dem Auto stiegen, blieb Gabe einen Moment stehen und horchte. Vorstadtgeräusche, ein Rasenmäher in der Ferne, vergnügtes Kindergeschrei aus einem Garten, anheimelnde Laute der Normalität. Auf dem Weg zu den Eingangsstufen blickte er in den strahlend blauen, wolkenlosen Himmel. Kein Tag, um über alte, ungelöste Mordfälle zu reden. Kaum hatten sie geklopft, ging die Haustür auf und Detective Martin hieß sie willkommen. Hey, Kollegen, nur herein in die gute Stube. Sie hielten sich nicht lange mit Artigkeiten auf. Detective Martin war ein lebhafter, freundlicher Mann mit einem stattlichen Taillenumfang, großen, knorrigen Händen und für sein Alter auffällig kräftigen Armen. Die langen Koteletten oder ein Relikt aus einer früheren Mode-Ära standen zu seinem Kurzhaarschnitt in seltsamem Kontrast. Ich hoffe, unser Besuch kommt nicht allzu ungelegen, sagte Marta. Detective Martin lachte. Wenn es um Fachsimpelei geht, ist mir jede Störung willkommen. Stellen Sie sich vor, als der Anruf kam, war ich gerade in der Küche und habe meinen alten Dienstrevolver gereinigt. Ich gehe immer noch von Zeit zu Zeit zum Schießstand, baller ein paar Magazine leer. Erinnert mich an die guten alten Zeiten. Ich gehöre noch zur alten Schule. Mir ging nichts über diese kurzläufige Magnum Kaliber .357, die in ein Schulterholster passte. Ganz was anderes als diese Kanonen, die Sie heute mit sich herumtragen. Na, was haben Sie da an der Hüfte, Detective? Eine Beretta Kaliber .40, antwortete Marta. Naja, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, dann sind Sie damit bestens gerüstet, erwiderte der Detective grinsend. Er ging in ein kleines, sauberes Wohnzimmer voraus. Marta schielte unauffällig hinüber zu zwei Fotos auf einem Wandtisch. Ein jüngerer, deutlich schlankerer, gutaussehender Detective Martin im Smoking mit einer sehr attraktiven blonden Frau und einem weißen, schimmernden Hochzeitskleid. Die tote Ehefrau. In den Holzrahmen, wie man ihn in jedem Kaufhaus bekam, waren die Worte in ewiger Liebe geprägt. Daneben stand ein Foto von Detective Martin, seiner Frau und einem Kind ungefähr im Alter ihrer eigenen Tochter. Die drei posierten Händchen halten vor einem Riesenrad und aßen rosa Zuckerwatte. Wir kommen gerade von ihrem früheren Partner, lenkte Gabe das Gespräch ohne große Umschweife auf den Anlass ihres Besuchs. Detective Martin zuckte die Achseln. Ich weiß, Constance hat mich Wortlos griff Martha in ihre Tasche und reichte ihm die vier Ordner. Obwohl der Detective gespannt auf die Akten schaute, richtete er seine Worte an Gabe. Na ja, dann haben sie sich wohl selbst davon überzeugt, dass er ihnen nicht mehr behilflich sein kann. Taurige Geschichte, bricht mir das Herz. Damals zu unserer Zeit hatte er im ganzen Dezernat immer den schärfsten Blick, sah Dinge, die anderen entgangen waren. Wenn er etwas witterte, lag er fast jedes Mal richtig. Er besaß diesen sechsten Sinn, wissen sie, wusste sofort, ob jemand log oder die Wahrheit sagte. Unter zehn schlimmen Fingern in einem Raum roch Irish, das war sein Spitzname, auf Anhieb, wer von ihnen das jüngste Verbrechen begangen hatte. Er besaß einfach diese Gabe und dann sozusagen über Nacht alles weg. Einfach so, geht in den Ruhestand und fünf, sechs Jahre später ist er nicht mehr wieder zu erkennen. Es war ein Vergnügen, so lange mit ihm zusammen zu arbeiten. Vierzehn Jahre. Ich denke, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie das ist. Es geht über Freundschaft hinaus. Nicht gerade wie eine Ehe, aber wenn Sie mich fragen, der Mann war einsame Spitze. Und Sie? Der Detective lachte. Irish hatte den Grips, ich die Muckis. Wenn wir einen auf Good Cop, Bad Cop machten, war immer ich der Böse Bulle. Schätze, die Masche zieht immer noch. War mir irgendwie auf den Leib geschneidert. Ich machte ein bisschen auf den guten alten Rekruten Kinder. Sie wissen schon, so wie bei den Marines und früher oder später hatten wir unser Geständnis. Während er sprach, hob Martin den Arm und zeigte ein großes Tattoo vom United States Marine Corps. Semper Fee und Danang 1968 über dem bekannten Emblem aus Adler, Erdball und Anker. Als er dann ging, was soll ich sagen, ohne den Ehren war einfach nichts mehr wie vorher. Ich wollte nicht mehr, deshalb bin ich zur Verkehrspolizei gewechselt, aber ich hab die Arbeit gehasst, hab mich nicht mehr wie ein Cop gefüllt. Gabe warf einen Blick auf seine Notizen. Sie und ihr Partner konnten im Morddezernat ungefähr sechs Jahre lang die meisten Verhaftungen für sich verbuchen. Sieben! Nicht mogeln, Chief! Gut, sieben. Das heißt, all diese Fälle, bei denen es zu einer Verhaftung kam, wurden aufgeklärt. Sie sagen es! Wenn wir die Bösen hinter Gitter brachten, gab's keine halben Sachen, alles hieb und stichfest, nichts zu deuteln und zu meckeln. Außer im letzten Dienst der ihres Partners. Der ehemalige Detective lächelte und zuckte mit den Achseln. Im Ernst? Sind Sie sicher? Kann eigentlich nicht sein, das wüsste ich noch. Bei diesem Stichwort drückte Martha ihm die Akten in die Hand und Detective Martin überflog sie mit gerunzelter Stirn. Meine Güte, ja, Sie haben Recht, es waren wir. Und können Sie sich an diese Fälle erinnern? Wieder Achselzucken. Dazu müsste ich sie mir genauer ansehen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Mich hat es zwar nicht so schlimm wie meinen Partner erwischt, aber der Datenspeicher da oben hat schon ein bisschen nachgelassen. Damit wandte sich der Detective erneut den Akten zu. Sein Gesicht wirkte hoch konzentriert, so als rufe er im Kopf fieberhaft Namen, Daten und Tatorte ab, um sie in seiner Erinnerung in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Dann sah er mit einem Lächeln auf. Wollen Sie sich nicht setzen? fragte er und deutete auf ein Sofa. Ich brauche nur meine Lesebrille und eine Tasse Kaffee, um das hier noch einmal durch zu gehen. Schwarz und stark, um die alten grauen zu. Also gut, dauert nicht lang, sagte Detective Martin. Er legte die aufgeschlagenen Akten auf den Tisch und starrte sie eine halbe Minute lang an, bevor er sich mit der Hand an die Stirn fuhr und wiederholte Kaffee. Dann machte er kehrt und ging nach nebenan, wie Gabe vermutete, in die Küche. Als er an der Tür war, fragte Martha, sagt Ihnen der Name Tessa? Ja, so nannte mich ihr alter Partner, als ich ihm die Akten zeigte. Er hat Tessa zu Ihnen gesagt? Ja. Detective Martin schüttelte energisch den Kopf. Nicht auf Anhieb, erwiderte er. Hübscher Name, sind Sie sicher, dass ich Ihnen nichts anbeten kann? Nein, wirklich nicht, danke. Dann entschuldigen Sie mich einen Moment, sagte Martin und zog die Küchentür hinter sich zu. Da stimmt was nicht, flüsterte Martha. An etwas muss er sich doch erinnern. So wie ich, dachte Gabe, an den Wind, den Regen, das eisige schwarze Wasser, den Tod. Doch er murmelte nur, geben wir ihm einfach die Gelegenheit, sich alles genauer anzusehen. Irgendeine Kleinigkeit, der wir nachgehen können, wird ihm schon wieder einfallen. Martha nickte. Sie warf einen Blick auf die braunen Akten. Vermutlich haben sie recht. Sie nickte noch, als nebenan der Schuss losging. Martha schrie auf, ein leiser, fast unterdrückter Schrei. Sie hielt sich noch die Hand vor den Mund, als Gabe wie vom elektrischen Schlag getroffen aufsprang. Martha hingegen war wie gelähmt. Einen Moment lang fühlte sie sich in den Keller zurückversetzt, in dem jener andere Schuss gefallen war, und sie blickte in das höhenartige Dunkel. Der Schuss halte ihr in den Ohren, beängstigend vertraut und anhaltend wie das Jaulen eines Automotors, der lange nicht gelaufen ist und nur stockend anspringt. Nur am Rande registrierte sie, wie Gabe mit zitternden Händen an seinem Holster hantierte, während sie mit Tunnelblick in die Richtung starrte, aus der sie den Knall gehört hatte. Im nächsten Moment warf sich Gabe neben der Tür an die Wand und wappnete sich für den Zugriff. Erst da griff sie nach ihrer eigenen Waffe und ließ sie, allen Übungen vor dem Spiegel zum Trotz, beinahe fallen, als sie mühsam auf die Beine kam. Mit wenigen Schritten ging sie auf der anderen Seite der Tür in Stellung. Der Revolver hatte ein Zentner Gewicht. Gabe wurde in diesem Moment bewusst, dass er in seiner ganzen bisherigen Laufbahn, einschließlich seiner kurzen Zeit als Streifenpolizist, noch nie eine Waffe gezogen hatte, außer natürlich am Schießstand, wo er nur mit Ach und Krach die Mindestanforderungen an Zielgenauigkeit erfüllte. Er deutete stumm mit dem Kopf zur Tür und Martha nickte. Er machte einen Schritt zurück, nahm Schwung und trat mit aller Kraft die Tür ein. Zusammen stürzten sie in die Küche und schwangen die erhobenen Waffen nach links und rechts. Entsetzliche Stille. Martha holte tief Luft. Totenstille. Oh mein Gott, entfuhr es Gabe. Martha atmete keuchend aus. Ach du Scheiße, flüsterte sie. Oh mein Gott, wiederholte Gabe. Der ehemalige Detektiv war zu Boden gesackt, der weiße Küchenschrank hinter ihm mit Blut und Gehirnmasse bespritzt, am Kragen seines roten Bowlinghemds breitete sich ein großer dunkler Fleck aus. Detective Martin saß mit dem Rücken an den Schrank gelehnt. Martha und Gabe sahen beide den Revolver neben seiner ausgestreckten Hand und begriffen, dass er sich den Lauf senkrecht unters Kinn gedrückt hatte. Die Wucht des Schusses hatte ihn nach hinten geschleudert, bevor er, wie eine Marionette, bei der man die Strippen durchtrennt, auf den Boden gesunken war. Schwindlich, vom Sog eines tödlichen Strudels erfasst, konnte sich Gabe dem Anblick nicht entziehen. Oh mein Gott, sagte er zum dritten Mal. Wie ferngesteuert steckte er seine Waffe wieder ins Holster, griff nach seinem Handy und wählte die Nummer der Einsatzzentrale. In dem beschaulichen Vorstadthaus herrschte die typische Geschäftigkeit nach einem gewaltsamen Tod. Während sich ein Gerichtsmediziner über den Toten beugte und ihn intensiv studierte, warteten in einer Ecke zwei Assistenten in weißen Schutzanzügen mit einem schwarzen Gummileichensack und einer rollbare gelangweilt auf ein Zeichen. Einem klemmte eine kalte Zigarette zwischen den Lippen. Eine Polizeifotografin hielt die Szene aus jedem erdenklichen Winkel fest. In das leise Klicken der Kamera mischte sich das verhaltene Murmeln einer Handvoll Polizisten, die, völlig unbeeindruckt von all dem Blut und der entstellten Leiche nur wenige Schritte entfernt, die zu ihren schnittigen Anzügen Latex-Handschuhe und die unvermeidlichen unförmigen Schuhüberzüge trugen, in ihren Büchlein Notizen, wiesen sich gegenseitig auf ungewöhnliche Details wie die Utensilien zum Reinigen der Waffe auf dem Küchentisch hin und steckten die Köpfe zusammen, um sich zu beraten, bevor sie Gabe und Martha zu den ersten Zeugenaussagen in getrennte Zimmer führten. Zuerst Gabe. Sie sagen, Sie waren wegen eines Falls hier? Ja. Was war das für ein Fall? Eine Routinebefragung zu ein paar alten ungelösten Fällen. Tötungsdelikte vor 19 Jahren nichts Besonderes. Eigentlich die übliche Vorgehensweise. Nun ja, vielleicht doch nicht so gewöhnlich, wenn man bedenkt, er wirkte ganz normal, kein bisschen besorgt oder gar verstört. Ganz im Gegenteil. Er witzelte herum, die Lebenswürdigkeit selbst, und dann peng. Vielleicht hatte er schon vor unserem Besuch beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Immerhin erwähnte er, als er uns die Tür aufmachte, er habe seine Waffe gerade auf dem Küchentisch liegen. Zum Reinigen behauptete er. Vielleicht kein Zufall? Na, schon möglich. Vielleicht finden wir ja noch einen Abschiedsbrief. Wäre hilfreich. Ach Gott, was für ein Schlamassel. Keine Ahnung, was ich in dem Bericht schreiben soll. Unfall. Immer günstig bei der Versicherung. Das Wort, Gabe tatsächlich auf der Zunge lag, war Rätsel. Martha, im Zimmer nebenan. Sagen Sie mir bitte noch einmal, was sie hergeführt hat. Wir sehen uns einige Cold Cases an und Detective Martin stand nur auf unserer Liste möglicher Zeugen aus der Zeit, die wir in den letzten Tagen zusammengestellt haben. Hat er irgendetwas gesagt? Nein, nichts von dem, was er gesagt oder in irgendeiner Weise angedeutet hat, ließ für mich oder Chief Dickinson in irgendeiner Weise erkennen, dass Detective Martin vorhatte, sich zu erschießen. Und was waren das für Pferde, zu denen sie ihn befragt haben? Er hatte nur einen flüchtigen Blick auf die Akten geworfen, meinte, er brauchte erstmal einen Kaffee, bevor er sie liest, und er wollte seine Brille holen. Wir saßen im Wohnzimmer und warteten auf ihn, als der Schuss losging. Diese alten Revolver haben ihre Tücken. Sehen sie sich nur an, was die von der Ballistik sagen, wenn sie so ein Ding auf den Tisch bekommen. Aber er war natürlich auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht hatte er geistig schon ein wenig abgebaut und unser unerwartetes Erscheinen hat ihn versetzt. Haben sie irgendetwas gesagt, was ihn dazu gebracht haben könnte? Machen sie Witze, Detective? Sie dachte nicht daran, ihm zu sagen, was ihr wirklich durch den Kopf ging. Ich habe ihn nach vier Morden gefragt und dann den Namen Tessa erwähnt. War das Grund genug für die Verzweiflungstat? Nun, ich denke, das genügt fürs Erste. Können Sie später vorbeikommen und die schriftliche Aussage unterzeichnen? Selbstverständlich. Gerne. Martha machte im Gesicht des jungen Detektiv, der sich bei der ganzen Sache sichtlich unwohl fühlte, die unverkennbaren Anzeichen von Überlastung aus und erbot sich in beiläufigem Ton. Hören Sie, soll ich für Sie die nächsten Angehörigen anrufen? Oder besser hinfahren und ihnen die Nachricht persönlich überbringen, wenn sie das ein bisschen entlasten würde? Immer eine undankbare Aufgabe. Im Ernst? Das würden Sie machen? Ich habe sechs laufende Fälle auf dem Tisch, mein Boss hängt mir im Nacken und Händchen zu halten und etwas zu erklären, was vermutlich ein Rätsel bleiben wird, ist das letzte, wonach mir der Sinn steht. Geht klar, sagte Martha und erhob sich. Erster Anruf Jüngere Schwester Fünf Klingeltöne Niemand nimmt ab. Kein Anruf Beantworter. Noch einmal Fünf. Nichts. Verdammt, fluchte Martha. Zweiter Anruf. Schwager. Dritter Klingelton. Institut für Chemie, Professor Gibson. Professor, hier spricht Detective Martha Rodriguez Johnson. Ich habe leider eine traurige Nachricht für Sie. Es geht um Ihren Schwager. Während sie sprach, hatte sie wieder vor Augen wie der Priester und der Corporal vor ihrer Haustür standen. Es war Abend, kurz nach acht. Sie hatte einen langen, frustrierenden Arbeitstag hinter sich, bei dem sie versucht hatte, Licht in einen Fall zu bringen, der hoffnungslos schien, egal von welcher Seite sie ihn anging. Als sie die Tür öffnete und die beiden Männer im Flur vor ihrer Wohnung stehen sah, hatte sie sofort begriffen, aus welchem Grund sie kamen. Von Zeit zu Zeit versuchte sie, sich ins Gedächtnis zu rufen, was genau sie zu ihr gesagt hatten, doch bestenfalls kamen ihr ein paar Erinnerungsfetzen zu Bewusstsein, so als hätten sie den Mund bewegt und irgendwelche unverständlichen Laute hervorgebracht, ohne etwas zu sagen, das irgendeinen Sinn ergab, bis auf das Wort Tod. Seltsam, dachte Gabe, er hatte deutlich das Gefühl, in etwas hineingezogen zu werden, doch bis jetzt konnte er noch nicht sagen, wovon und wohin. Als es mich aus dem Boot gefegt und unter Wasser gespült hat, wusste ich, was es war und dass ich kurz davor war zu sterben. Das hier ist anders. Er spähte zu Martha hinüber, die neben ihm saß. Sie knetete unablässig die rechte Faust in der linken Hand, als wollte sie genügend Reibung erzeugen, um eine Flamme zu entfachen. Sie knurrte nur, als Gabe murmelte, es muss etwas dahinter stecken. Schon klar, irgendwas. Geht's vielleicht ein bisschen genauer? Vier nicht aufgeklärte Fälle. Vier Morde. Wenn wir Detective Mortens selbst noch dazu nehmen, kommen wir nunmehr auf fünf. Aber wieso? Wo ist der Zusammenhang? Naja, einer liegt zumindest auf der Hand. Er und sein Partner waren für die Aufklärung aller vier Fälle zuständig. Zögern, schweigen. Hatten Sie auch das Gefühl, dass O'Hara alles daran gesetzt hat, sich etwas ins Gedächtnis zu rufen? Ja. Aber wie Sie richtig sagten, erwiderte Marta, versucht. Gelungen ist es ihm offenbar nicht. Naja, vielleicht hat er doch noch den einen oder anderen lichten Moment. Sicher doch. Und vielleicht können Fische fliegen. Gabe schüttelte grenzend den Kopf. Wieder trat eine Pause ein. Dann platzte Marta heraus. Hatten Sie es für möglich, dass ihm der Revolver aus Versehen unter dem Kinn losgegangen ist? Nein. Vollkommen abwegig. Am Telefon habe ich dem Professor, dem Schwager gesagt, es sei wahrscheinlich ein Unfall gewesen. Sie starrte aus dem Fenster in die Landschaft. Im letzten Abendlicht rauschten hohe Kiefern zu beiden Seiten des Highway vorbei. In der Ferne schimmerten die letzten goldenen Sonnenstrahlen auf einem See. Sie fuhren auf der Interstate zu der ländlichen Universität Richtung Norden. Ein persönlicher Besuch nach der telefonischen Mitteilung eines Todesfalls entsprach dem Protokoll. Sie waren schon spät dran, die Schatten auf der Straße wurden länger. Gabe saß am Lenkrad. Er fuhr langsam, �scheinlich übervorsichtig, besonders auf einer mehrspurigen Autobahn. Sie saßen in einem zivilen Polizeifahrzeug und während sie in einem stetigen Strom von anderen Autos überholt wurden, fingen sie sich von mehr als einem Fahrer Kopf schütteln oder finstere, ungeduldige Blicke ein. Beide versuchten sie, den zurückliegenden Tag zu verarbeiten. Irgendwie kam es mir so vor, als hätte er all die Jahre auf uns oder jemanden wie uns gewartet, der ihm genau diese Akten unter die Nase hält. Wenn es soweit wäre, wüsste er, was er zu tun hatte. Und falls niemand käme? Sie sprach nicht weiter. Gabe sah das von einem einzigen Schuss zerfetzte Gesicht des alten Detektives wieder vor sich. Können Sie verstehen, weshalb sich jemand umbringt? fragte Martha. Ich denke, es ist die letzte Konsequenz eines mehr oder weniger langwierigen Prozesses. Ich glaube, die Situation wird immer schlimmer, immer düsterer und auswegloser und irgendwann fällt die Entscheidung, dass man nicht mehr weiter kann. Peng! Oder man springt. Oder du schmeißt eine Handvoll Tabletten ein und spülst sie mit einem Glas runter. Jemand bestimmt es im Auge? fragte sich Gabe. Ja, so ähnlich stelle ich es mir auch vor, antwortete Martha. Nur, Detective Martin nicht ganz in dieses Schema passt, oder? Nein, räumte Gabe ein, und fragte sich für einen kurzen Moment, ob er hinterher genauso aussehen würde, falls er sich für diese Lösung seiner Probleme entschied. Sie fuhren eine Weile schweigend weiter, bevor sie fragte, was in Gottes Namen sollen wir dem Professor eigentlich erzählen? Er wartete auf der Eingangstreppe zum Institutsgebäude für Biologie und Chemie am Ende eines quadratischen Hofs, von dem aus Fuß Wege zu den einzelnen naturwissenschaftlichen Fachbereichen führten. Selbst im diffusen Dämmerlicht erspähte Gabe den Professor, sobald er den Platz betrat. Um diese Zeit waren auf den schwarz asphaltierten Wegen, die sich kreuz und quer durch die grünen Rasenflächen zogen, nur noch wenige Studenten unterwegs, hier und da eine Gestalt, die mit gesenktem Kopf und nachlässig über die rechte Schulter geworfenem Rucksack zu irgendeiner Veranstaltung eilte, die vielleicht wichtig für ihre Zukunft war, oder auch nur mit knurrendem Magen in die Mensa. Sie beide fielen aus dem Rahmen, Gabe in seinem zerknitterten Anzug und der schiefen Krawatte, Martha mit ihrem adretten Businesslook, und so drehten sich einige Köpfe zu ihnen um, und die misstrauischen Blicke enttarrnten sie auf Anhieb als Kops. Das Licht, das aus den Fenstern der Labors und der Seminarräume fiel, schnitt helle Schneisen in der vorrückenden Dunkelheit. So langsam sie auf dem Highway vorangekommen waren, so zügisch schritten sie jetzt Schulter an Schulter im militärischen Gleichschritt über den Hof. Sie sahen, wie der Professor auf sie aufmerksam wurde, ihnen zuwinkte und sich eine Zigarette anzündete. Die Spitze glühte und der erste Rauch, den er ausstieß, verflüchtigte sich im Grau des Abends. Professor Felix Gibson, fragte Gabe ein wenig steif. Der Angesprochene grinste, hob in einer »Seht man mir das nicht an?« Man schüttelte Hände, machte sich bekannt. Martha fand die Erscheinung des Professors ungewöhnlich. Seine leicht gebeugte Haltung täuschte übertrainierte Muskeln hinweg, die langen schmalen Finger über beträchtliche Kraft, das dunkelblonde Haar, das zum Ausgleich für die hohe Stirn auf den Hemdkragen fiel und die Brille mit schwarzem Gestell hingegen entsprachen den Klischee. Der Professor trug einen weißen Laborkittel mit einem Fleck an der Brust, offensichtlich von einem ausgelaufenen Kugelschreiber in der Tasche, dazu eine verwaschene blaue Jeans und teure erstklassige Joggingschuhe. Er mochte sechzig sein, wäre aber auch für vierzig durchgegangen. »Wir kommen wegen Ihres Schwagers«, sagte Gabe. Wie Ihnen meine Partnerin bereits telefonisch mitgeteilt hat, ist ihm etwas zugestoßen. Professor Gibson schüttelte den Kopf. Zugestoßen? Wirklich? Auf diese Wortwahl haben Sie sich verständigt? Der Professor blies bedächtig eine Rauchwolke aus. Lassen Sie es gut sein, Detectives. Ich habe mich noch nie vor der Realität gedrückt, auch wenn es hart auf hart kommt. Er strich sich über den weißen Kittel. In meinem Metier wohl unvermeidlich. Gabe nickte. Wir können noch nicht mit Bestimmtheit sagen, wie das mit Detective Martin passiert ist. Theoretisch könnte es ein Unfall gewesen sein. Ja, erwiderte der Professor. Unfall oder Absicht? Keine leichte Frage, nehme ich an. Er warf die halbgerauchte Zigarette unter ein Schild mit der Aufschrift Dieser Campus ist eine rauchfreie Zone. Eine Menge unsinniger Vorschriften, sagte er. Ich rauche zwei Zigaretten täglich. So viel genehmige ich mir. Kein richtiger Raucher, weder Fisch noch Fleisch. Der Professor geleitete sie durch Flure, die von ihren Schritten wieder erhalten. Zu beiden Seiten Übungs- und Laborräume, Anschlagbretter mit dem üblichen Zettelsalat, Einstellungsgespräche bei Unternehmen, Ankündigungen von Konzerten, Vorträgen, Kunstausstellungen und Terminänderungen. Die gedimmten Deckenlampen, ein Beitrag der Universität zur Energieeinsparung, vermutete Gabe, tauchten die Flure in ein seltsames unterirdisches Licht. Wenig später gelangten sie in einen Trakt mit den Dozentenzimmern. Vor einer Tür mit einem Schild Professor Gibson Chemie blieben sie stehen. Der Glaseinsatz war gegen neugierige Blicke dunkel getönt. Der Professor schloss auf und geleitete sie hinein. Drinnen bot er ihnen zwei Holzstühle vor einem großen Scheibtisch aus Eiche an. Martha hatte das Gefühl, als habe er sie eigens für ihren Besuch besorgt. Eine Seite des Büros nahm eine große Weißwandtafel ein, übersät mit Gleichungen, Formeln und kryptischen Kürzeln, die andere ein Bücherregal vollgestopft mit Klausuren, Heften und allem möglichen Krimskrams. Hinter dem Schreibtisch prangte, genau über den Schultern des Professors, ein großes Foto von Albert Einstein mit nachdenklichem Blick. Gabes Blick fiel auf ein Gipsen sah, wie Martha schmunzelnd die Anweisung las. Ein bisschen einschüchternd, nicht wahr? Die Sache ist die, dass allzu viele Studenten die Antworten auf ihre Fragen bereits wissen und sich nur nicht sicher sind, sagte Gipsen mit einem scheuen Grinsen. In meinem Beruf verbringt man eine Menge Zeit, damit sie mit der Nase auf etwas zu stoßen, das ihnen längst dämmert. Ich will sie ermutigen, ihrer eigenen Intuition zu vertrauen. Ohne Selbstvertrauen kann man in der Wissenschaft nichts werden. Reine Zeitverschwindung. Wenn sie begreifen, dass sie für ihre Lernfortschritte selbst verantwortlich sind, ist das schon die halbe Miete. Er zeigte auf das Poster. Deshalb hängt es da. Er spart mir eine Menge dumme überflüssige Unterhaltungen. Martha fragte sich für einen Moment, ob der Professor sie und Gabe der Kategorie dieser unsicheren Studenten zuordnen würde. Gabe deutete auf das Bild mit dem Fisch. Ihr Hobby? Ja, jedes Jahr zwei Wochen. Das da ist der Big Hole River in Montana. Der Professor beugte sich über den Tisch und griff nach einem Handtrainer aus schwarzem Plastik, den er, wie bei einem nervösen Tick, zu drücken begann. Also fing er an, zögerte und nahm einen neuen Anlauf. Joe war... Wieder kam er nicht weiter. Er schüttelte den Kopf. Ich habe immer seine Zähigkeit bewundert. Er lehnte sich auf dem Sessel zurück. Sein Markenzeichen, ein unerschrockener Bursche, schon immer, in jeder Situation. Gabe räusperte sich. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für seinen Tod, sagte er diplomatisch. Wir hatten gehofft, von ihnen Näheres über seine mentale Verfassung zu erfahren. Gibson schüttelte den Kopf. Ich würde ihnen gerne helfen, aber ehrlich gesagt haben mein Schwager und ich seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Nach der Scheidung von meiner Frau haben Joe und ich uns einfach aus den Augen verloren. Er hatte seinen Beruf und nachdem er in den Ruhestand getreten war, lebte er ziemlich zurückgezogen. Nach dem Tod seiner Frau habe ich versucht, den Kontakt wieder aufzunehmen, habe ein paar Mal bei ihm angerufen und gefragt, ob er vielleicht zum Superball rüberkommen wolle, sowas in der Art, aber er hat sich nie zurückgemeldet. Ob er schwere Depressionen hatte oder nicht, kann ich ihnen also nicht sagen. Aber eines steht fest, selbst wenn es so gewesen gewesen wäre, war er nicht der Typ, der sich professionelle Hilfe gesucht hätte. Dann meinen Sie, der Professor sprach weiter, bevor Gabe seine Frage formuliert hatte, sehen Sie, Detectives, das Problem ist, dass mein Schwager und ich wenig gemeinsame Interessen hatten, sowohl beruflich als auch privat. Wir tickten einfach anders, salopp gesagt. Ich habe respektiert, was er machte und umgekehrt. Aber er war nicht drin. Wir haben versucht, ihre geschiedene Frau zu erreichen, sagte Martha. Ach, das könnte schwierig werden. Sie lebt draußen auf dem Lande, auf einer ehemaligen Farm, sehr zurückgezogen, wird nur selten den Computer an, hat kein Handy, manchmal geht sie auch nicht ans Telefon. Aber ich kümmere mich sofort darum und setze mich persönlich mit hier in Verbindung. Hat sie ihrem Bruder nahe gestanden? Nun ja, in seinen Augen konnte sie kein Wässerchen trüben. Wenn ich sagen würde, er hätte seine kleine Schwester in den Himmel gehoben, dann wäre das, glaube ich, nicht übertrieben. Er spielte die Beschützerrolle. Er war deutlich älter als sie. Seine Schwester war ein Nachkömmling. Sie waren beide regelmäßige Kirchgänger. Als Joe in den Krieg musste, war sie noch ein Kind. Er kehrte zurück, schaffte es, mit seinen Erlebnissen einigermaßen zurechtzukommen und ging zur Polizei. Aber selbst wenn man das alles zusammennimmt, könnte ich ihnen nicht mit Sicherheit sagen, ob sie sich sehr nahe standen. Irgendwie klang diese Beschreibung seltsam in Martas Ohren. Sie konnte aber nicht sagen, wieso. Also hielt sie den Mund. Er verstummte, überlegte und fügte hinzu, vielleicht ist Joe nie über den Tod seiner Frau hinweg gekommen. Brustkrebs war ziemlich schlimm und zog sich lange hin. Ich weiß, dass meine geschiedene Frau ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite gestanden hat. Sie machen den Tod eines geliebten Menschen durch, bringen noch irgendwie die Beerdigung hinter sich und danach leben sie so weiter wie bisher, halten sich an ihre normale Routine, stehen morgens auf, machen ihren Job, werfen sich irgendetwas in die Pfanne, hängen sich abends vor die Glotze, gehen ins Bett. Und am nächsten Tag das Ganze von vorne. Ein Leben wie in der Shampoo-Werbung. einschäumen, spülen. Aber innerlich nagt diese Trauer an ihnen und wird von Tag zu Tag schlimmer, frisst sie langsam aber sicher auf. Als hätte er mein Leben beschrieben, dachte Gabe. Der Professor hielt inne. Er rutschte kaum merklich in seinem Sessel umher. Haben sie keinen Abschiedsbrief bei Joes Leiche gefunden? Nein, antwortete Martha. Gibson seufzte. Ich wünschte, ich hätte ihn besser gekannt, sagte er. Martha widersprach ihm innerlich. Nach allem, was sie vom Professor gehört hatte, konnte er seinen Schwager ziemlich gut. Sie hakte nach. Er wohnte nicht weit von ihnen entfernt. Gibson drehte sich zu ihr um. Was heißt das schon? Er verstand nicht, was ich mache. Was ist ihr Fachgebiet? fragte Gabe. Gibson brach in ein strahlendes Lächeln aus. Vor vielen Jahren habe ich mehr als einmal versucht, es Jo zu erklären. Für den Laien ist das kaum nachzuvollziehen. Ich spezialisiere mich auf Wasser. Das hat mich zum Experten für Gift gemacht. Insbesondere Arsen. Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Die Gifte, die, ob wir es wollen oder nicht, in unser Trinkwasser gelangen. Arsen gehört zu den Schlimmsten. Abwasser aus der Landwirtschaft, aus Öl und Gasförderung, sowas in der Art. Die Industrie sieht keine andere Möglichkeit, als das Wasser damit zu belasten. Die Menschen sind aber auf geteilen Verdab auf sauberes Wasser angewiesen. Sie sehen den Konflikt? Der Professor lebte sichtlich auf, als er über sein Arbeitsfeld sprechen konnte. Mit einer beinahe verschwörerischen Geste beugte er sich zu ihnen vor. Wasser steckt voller Risiken. Ein bisschen von diesem oder jenem zu viel und unser Lebenselixier wird toxisch. Faszinierend finden sie nicht. Etwas Gutes richtet in uns Schaden an. Als Wissenschaftler gehe ich dem richtigen Gleichgewicht nach. Die Grenze zwischen Lebens spendend und tödlich ist nämlich fließend. Wir Chemiker versuchen den Dingen mit Formeln beizukommen. Für einen Moment trat Stille ein. Sie nahm Gabe nach diesem Exkurs den roten Faden wieder auf. Wir haben also keine Ahnung, weshalb sich ihr Schwager erschossen haben könnte. Ich denke, die Frage habe ich Ihnen bereits hinlänglich beantwortet. Tut mir leid. Fast fühlte sich Gabe eingeschüchtert, abserviert. Falls es Antworten auf Joe Martins rätselhaften Tod gab, mussten sie wohl anderswo danach suchen. Wenn sie mir bitte die Polizeiberichte und sonstigen Unterlagen zukommen lassen würden, sagte Gibson, ich meine, sobald sie zur Verfügung stehen, werde dich noch in anderen Dingen gebraucht. Soll ich die Leiche identifizieren oder mich um die Beisetzungsformalitäten kümmern? Nein, keine Identifizierung, das ist bereits erledigt. Als nächster Angehörige sind sie und ihre geschiedene Frau für die Beerdigung zuständig. Ich gebe ihnen den Ansprechpartner im Dezernat durch, der beim Tod ehemaliger Kollegen behilflich ist. Gibson wandte den Blick zum Fenster. Und selbstverständlich halten wir sie auf dem Laufenden, wenn es neue Erkenntnisse gibt, fügte Gabe hinzu. Falls es denn tatsächlich welche geben sollte, erwiderte Gibson. Da spricht der Wissenschaftler aus mir. Höchstwahrscheinlich hat Joe das, was er dachte und fühlte, für immer mit ins Grab genommen. Martha entging nicht, dass der Professor das Gespräch an diesem Punkt für beendet hielt, doch sie hatte noch einige Fragen und so öffnete sie ihre Tasche und zog die vier Fallakten heraus, die sie Detective Martin gezeigt hatte. Professor, ich lese Ihnen jetzt vier Namen vor und fasse in aller Kürze zusammen, womit wir es bei diesen vier Fällen zu tun haben. Bitte sagen Sie mir, ob Ihnen irgendetwas davon bekannt vorkommt. Um was für Fälle handelt es sich? Um vier Mordfälle, die ihr verstorbener Schwager vor seiner Pensionierung bearbeitet hat. Professor Gibson zuckte die Achseln. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen da weiterhelfen könnte, sagte er. Das ist lange her. Dennoch hörte er aufmerksam zu, als ihm Martha Namen, Daten und ein paar Einzelheiten zu jedem Fall vorlas. Als sie geendet hatte, blickte sie ihn an. Gibson beugte sich etwas vor. Fast enthusiastisch fragte er nach. Eine Verwesung hängt in erheblichem Maße von der Witterung ab, von der Jahreszeit, Hitze oder Regen, lag die Leiche im Schatten oder in der Sonne. Das macht einen Riesenunterschied. Er atmete langsam aus. Nein, nein, nein und nein, sagte er. Von diesen Fällen habe ich noch nie gehört. Damit stand er auf, um die Unterredung zu beenden. Ich wünschte, ich könnte Ihnen weiterhelfen, sagte er. Das sagen die Leute immer, dachte Gabe, und meinen es in den seltensten Fällen ernst. Er hatte das unbehagliche Gefühl, dass sie etwas ausgelassen hatten, doch auf die Schnelle fiel ihm nicht ein Was. Auch Martha erhob sich. Auf ihrem Weg zur Bürotür hörten sie, wie Professor Gibson Papiere ordnete und in seine Aktentasche steckte, das letzte Ritual eines Arbeitstages. An der Schwelle blieb Martha stehen und wandte sich halb um. Eine letzte Frage noch, Professor, wenn ich darf. Ein wenig erstaunt blickte Gibson zu ihr auf. Sicher, sagte er, wenn auch in etwas kurz angebundenem Ton. Sagt ihnen der Name Tessa etwas? Der Professor zögerte. Halb über seine Tasche gebeugt, blieb er redlos stehen. Ja, sagte er. Für einige Sekunden herrschte angespanntes Schweigen zwischen ihnen. Das war der Rufnam meiner Tochter, sagte er. Martha hatte schon die nächste Frage auf der Zunge, doch bevor sie etwas sagen konnte, fügte Gibson hinzu, sie ist tot. Martha sah, wie er sich auf die Unterlippe biss, als er den Kopf wieder senkte und sich wieder seinen Papieren widmete. Zwanzig Jahre zuvor hatte sie die Presse die vermisste Tessa getauft. Monate vor den vier Morden, mit denen sich Gabe und Martha befassten, verschwand an einem dunklen Herbst Abend die 13-jährige Theresa Gibson auf dem Heimweg vom nahegelegenen Haus einer Freundin. Eine aufmerksame Polizistin, die in diesem Viertel langsam Streife fuhr, hatte im Gebüsch am Straßenrand einen weggeworfenen Rucksack gefunden, von der verzweifelten Mutter anhand der bunten Blumen Aufkleber als der ihrer Tochter identifiziert. Ein forensischer Test hatte bestätigt, dass die Blutflecken an den Riemen und Klappen des Rucksacks eindeutig von Tessa stammten. Der Fund des Rucksacks in jener Nacht hatte eine Großfahndung ausgelöst, bei der Polizisten und Feuerwehrleute sämtliche Gärten zwischen dem Haus ihrer Freundin und dem ihrer Eltern sowie das bewaldete Areal in einem weiteren Umkreis durchkämmten. Durch das ganze Viertel halten die vergeblichen Rufe nach Tessa. Bis in die frühen Morgenstunden. Detektives waren in der verständlichen Hoffnung, dass irgendjemand ihr Verschwinden beobachtet haben musste, von Haus zu Haus gegangen, doch vergeblich. In den Tagen nach ihrem Verschwinden wurden immer wieder neue Suchaktionen unternommen. Pfadfinder, Schüler, College-Studenten, freiwillige Helfer sowie eine Spürhundestaffel, die eigens aus North Carolina hinzugezogen wurde, suchten systematisch Wiesen, Felder und Flussufer nach Spuren von Tessa ab, einem Kleiderstück wie einem verlorenen Schuh, einer weggeworfenen Jacke. Nichts. Zwei Blackhawk-Helikopter der Nationalgarde flogen die ganze Gegend ab. Mit ihrer Infrarot-Technologie konnten sie kleinste Wärmesignaturen erfassen, selbst von verwesenden Leichen. Mehrere Tage lang erfüllte das Brummen ihrer Drehflügel den Himmel. Mit Raster-Sonden suchten Polizeitaucher einen nahgelegenen Teich ab. Der Professor und seine Frau schalteten Anzeigen in den Zeitungen und klebten hunderte vermissten Poster an Telefonmasten, Eichenstämme und Anschlagbretter in öffentlichen Gebäuden mit einem Schultier einer kleinen Baumwollkatze. Dasselbe Bild veröffentlichten sie auf einer Webseite, für sachdienliche Hinweise setzten sie 10.000 Dollar in bar aus. Sie wandten sich an das FBI sowie die Vermisstenstelle der Staatspolizei. Als das alles nichts fruchtete, suchten sie den letzten Strohhalm bei einer Hellseherin namens Madame Mysterioso, die in einer Art Seance mit Requisiten wie Kerzenlicht und Ouija Brett inklusive verdrehten Augen herausfinden sollte, wo sich Tessa befand. Doch alle Mühen blieben vergeblich. Tessa war wie vom Erdboden verschluckt. Nach einer Woche wurden die sich überschlagenden Sensationsberichte in den Zeitungen und im Lokalfernsehen auf die Innenseiten bzw. hinter den Wetterbericht verbannt. Nach einem Monat fand Tessa keine Erwähnung mehr. Nach einem halben Jahr brachte ein Redakteur der Lokalzeitung einen kurzen Artikel. In einem Interview brachte der frisch ernannte Polizeichef im Namen seiner Behörde sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass zu Tessas Verschwinden nie eine zielführende Spur gefunden worden war. In seinen Worten stellte der Fall weiterhin ein ungelöstes Rätsel dar. Zuletzt gab er der Hoffnung Ausdruck, dass sich doch noch irgendwann einmal Zeugen meldeten. Irgendwann einmal. Was nie geschah. Zwei Jahre nach Tessas letztem Gang durch die Nacht wurde ihr Fall in einer Reality Show im Fernsehen aufgegriffen, die sich mit dem Phänomen befasste, dass seit einiger Zeit gehäuft junge Mädchen entführt wurden oder unter ominösen Umständen verschwanden. Die Sendung suggerierte, all diese Fälle stünden miteinander in Zusammenhang. Auch wenn sie das Wort Serienmörder geflissentlich vermieden, zielten die Macher genau darauf ab. Bei dem Gedanken an ein kaltblütiges, diabolisches Monster, das irgendwo zwischen ihren gepflegten Rasenflächen und Alleen ihren Kindern auflauerte, sollte es den wohl situierten Vorstadt-Zuschauern eiskalt den Rücken herunterrieseln. Gut für die Quote, gut für die Platzierung von Werbespots, gut fürs Geschäft. Gabe und Martha wussten es besser. Ein Serienmörder, der im Zuständigkeitsbereich ihres Dezernats sein Unwesen Trieb, hätte nicht nur im Dezernat für erheblichen Wirbel gesorgt. Von der FBI-Abteilung für Verhaltenspsychologie in Quantico wären Profiler angefordert worden. Mit einem deutlich aufgestockten Budget hätte eine Taskforce geografisch weit auseinanderliegende Fälle auf Übereinstimmungen abgeklopft und die Forensik wäre auf Hochtouren gelaufen. Die Aktenlage gab der Polizei dazu keinerlei Anlass. Verdammt, ich mich doch nur erinnern könnte, sagte Gabe gereizt, doch er wusste nur noch, dass er damals ein junger, blutiger Anfänger gewesen war und erst nach Tessas Verschwinden seinen Polizeidienst antrat. Kaum war er einem Streifenwagen zugeteilt, setzte er alles daran, so schnell wie möglich von der Straße weg und hinter einen sicheren Schreibtisch zu kommen. Immerhin fanden sie die ursprüngliche fünf Zentimeter dicke Vermissten Akte zu Theresa Gibson und in der verwegenen Hoffnung eine Verbindung zu den vier unaufgeklärten Monate später verübten Morden zu entdecken, brüteten sie gemeinsam darüber, doch auf Anhieb sprang ihnen nichts ins Auge. Verdammte Scheiße, sagte Martha und genoss die entlastende Wirkung des Fluchs. Daheim mit einer siebenjährigen Tochter führte sie eine untadelige Sprache, doch im Verlies machte sie ihrem angestauten Frust ohne Skrupelluft. Gabe blätterte zum x-ten Mal in der Akte. Endlose Berichte mit dem einhelligen Fazit, dass alle Bemühungen im Sande verlaufen waren. Penible Einzelheiten über erfolgte Suchaktionen, erneute Befragungen von Angehörigen und Freunden die gewissenhafte Verfolgung selbst der dürftigsten Anhaltspunkte. Doch so, wie sich nach dem ersten großen Aufgebot aller Kräfte die Mittel erschöpft hatten und die Erfolgsaussichten mit jedem Tag weiter schwanden, veräppte, wie Gabe aus eigener jahrelanger Erfahrung nur allzu gut wusste, mit geradezu gesetzmäßiger Vorhersehbarkeit auch die Papierflut zu dem Fall und die spärlichen Berichte nahmen einen routinemäßigen bürokratischen Turn an. Dies unternommen, jenes versucht, keine brauchbare Spur, nicht zu ändern. Nächster Fall. Und so war Tessa auch aus dem Blickfeld der Ermittler verschwunden. Martha hatte darauf gehofft, dass die beiden Detectives O'Hara und Martin die Ermittlungen geleitet hatten, doch selbst das erwies sich als Irrtum. Wie alle im Morddezernat waren sie in diesem Fall mit einbezogen worden, doch nur in einem sehr begrenzten Rahmen, um die überforderte, unterbesetzte Polizei in der nahegelegenen, exklusiven Universitätsstadt, in der das Mädchen verschwunden war, zu unterstützen. In der Fallakte zu Theresa Gibsons Verschwinden hatten sie jedoch kaum Spuren hinterlassen. Wer dann? fragte Gabe. Zwei Detektives, Grünschnäbel zu der Zeit. Einer hat später den Polizeidienst aufgegeben, um eine Anwaltskanzlei für Personenschäden aufzumachen, ist wenige Jahre später bei einem Autounfall umgekommen. Porsche, Wodka, Mitternacht, überfrierende Nässe, großer Baum. Keine gute Kombination. Den anderen kennen sie. Schau an, wer? Er leitet jetzt die Personalabteilung. Och, der Kerl, der mich feuern wird, dachte Gabe. Na toll. Wir sollten mit ihm reden, denke ich. Vielleicht erinnert er sich ja an etwas, das nicht in der Akte steht. Sicher, sollten wir, erwiderte Marta. Aber ich vermute, er wird nicht gerade begeistert sein, wenn er Wind davon bekommt, dass wir in seinem alten Fall herumschnüffeln. Keiner hat es gern im Nachhinein bloßgestellt zu werden. Sie drehte vorsichtig den Kopf von links nach rechts, als erhoffte sie sich von dieser Lockerungsübung die Lösung des Dilemmas. Schon seltsam, dachte Marta laut nach. Joe Martin behauptet, der Name Tessa sage ihm nichts und verschwindet nach nebenan, um sich das Gehirn wegzupusten. Solche Lügen sind für jeden Ermittler das täglich Brot, dachte Marta im Stillen. Das Büro des Personalleiters war im Vergleich zu ihrem trostlosen Gefängnis der reine Luxus, einschließlich der prächtigen Aussicht über den Fluss und die Landschaft dahinter. Die grünen Hügel und das Wasser schimmerten in der goldenen Nachmittagssonne. Selbstverständlich erinnere ich mich an Teresa Gibson, schnaubte der Personalleiter verächtlich, als sei ihm schon lange nicht mehr eine so dämliche Frage untergekommen. Er hatte mit überschlagenen Beinen an seinem Mahagoni-Tisch gesessen, war jedoch, als der Name des verschwundenen Mädchens fiel, aufgesprungen und ans Fenster getreten, um die Jalousie gegen die blendende Helle herunterzulassen. Dieser Fall damals hat mich fertig gemacht. Ich war am Ende meiner Kräfte, in beruflicher, psychischer und physischer Hinsicht. Der PL, den Mann, der ihn mit allen Mitteln loswerden wollte, beim Namen zu nennen, ging ihm gegen den Strich und so griff Gabe zu diesem Kürzel. Der PL schüttelte energisch den Kopf. Am Anfang arbeiteten wir rund um die Uhr, ich glaube 36 Stunden am Stück. Außer der Army und der Air Force forderten wir jede Unterstützung an, die wir kriegen konnten. Aber es brachte alles nichts. Es war, als hätte sie jemand in den Orbit katapultiert. Eben noch da, im nächsten Moment verschwunden. Einfach so. Und keiner hatte irgendetwas gesehen. Als könnte er es immer noch nicht fassen, schüttelte er zum dritten Mal den Kopf. Und natürlich kreuzte stündlich irgendein Irrer bei uns auf, der glaubte, den Durchblick zu haben und uns steckte, wie es wirklich passiert war. Allein mit diesem ganzen ausgemachten Blödsinn haben wir in der heißen Phase Stunden um Stunden zugebracht. Martha hörte aufmerksam zu. In aller Ruhe taxierte sie den Personalleiter, so wie sie es sonst bei einem Drogendealer tat, der sich immer weiter hineinreitet, je mehr erquasselt, um einer Verhaftung zu entgehen. Körpersprache und Worte, Ticks, Angewohnheiten, bevorzugte Floskeln, jede Einzelheit, die sie abspeichern konnte. Bei einem Drogendealer hatte man leichtes Spiel. Lügt er? Das heißt, plappert er einfach nur ohne Sinn und Verstand drauf los? Dann lautet die Antwort, ja, er lügt. So leicht war der Personalleiter nicht zu durchschauen. Er war eher unauffällig, wohl knapp 1,80 groß, kurzgeschnittenes braunes Haar, gepflegte Erscheinung, wenn auch mit dem stetig wachsenden Bauch nicht gerade der sportliche Typ. Nebenbei fiel ihr auf, dass er keine Dienstwaffe am Gürtel trug. Jemandem von seinem Schlag konnte man zehnmal begegnen, ohne sich daran zu erinnern, dass man ihm je die Hand geschüttelt hat. Aber deshalb konnte er trotzdem ein schlaues Köpfchen sein. Ohne die Gabe, sich mit den richtigen Leuten anzufreunden und ohne die bürokratischen Winkelzüge zu beherrschen, hätte er es nicht so weit gebracht. Der PL zuckte mit den Achseln. Von Anfang an ein Albtraum dieser Fall. Es war eine meiner ersten Ermittlungen im Morddezernat und schon in der ersten Nacht wurde mir klar, dass es ein hoffnungsloser Fall war. Hab ich natürlich nicht laut gesagt, aber Sie kennen dieses Gefühl, denke ich, genauso gut wie ich. Es weiß, egal, wie man sich abstrampelt, man reitet sich nur tiefer in die Scheiße. Er senkte den Kopf und kniff die Lippen zusammen. Ich dachte, meine Karriere wäre am Ende. Ich meine, wir haben wir überhaupt nur übernommen, weil es in dieser kleinen Stadt kaum einen erfahrenen Ermittler gab. Für die waren wir die Profis aus der City. Wir waren am Arsch, wohl vor allem ich. Ah, der Stümper der Tessa nicht finden konnte. So was bleibt an einem Haften, bei den Kollegen und überhaupt. Martha nickte. Ein Kind verschwindet? dachte sie. Und deine größte Sorge ist, dass es deinen Aufstiegschancen schadet? Serienmörder, gab Gabe das Stichwort. Das war von Anfang an mein Verdacht, aber wer weiß, wir haben in diese Richtung ermittelt, aber Fehlanzeige. Solange nicht irgendjemand etwas sagt, was in diese Richtung deutet, oder aber sich ein Tatmuster herauskristallisiert, bleibt es reine Spekulation. Das ist ja das Problem bei Zufallsentführungen und Morden. Man tappt im Dunkeln. Ausreißer? warf Gabe als nächstes ein. Dafür gab es keine Anhaltspunkte, stabile Familienverhältnisse, kein Bargeld gestohlen, keinen zweiten Rucksack mit Kleidern gepackt, keinerlei Hinweis in ihrem Tagebuch. Nada. Bei der Erinnerung an den Fall vor rund 20 Jahren starrte der PL zur Decke. Wir haben jedes Sexualdelikt in einem Radius von X Meilen rund um Tessas Haus unter die Lupe genommen, uns jeden vorgeknöpft, vergewaltiger Exhibitionisten, voyeure. Ich glaube, wir hatten im Dezernat keinen einzigen Detektiv, der nicht irgendeinen Sittensträuch aufs Revier geschleppt und ihn gefragt hat, wo ist Tessa? Tja, auch das hat uns nichts gebracht. Wasserdichte Alibis. Was blieb da noch? Ein Freund? Mixed da, sie war zu jung. Natürlich sind wir auch der Möglichkeit nachgegangen, dass sie sich einfach nur verirrt hat, dass sie ausgerutscht, die Böschung runter in den Fluss gefallen und ertrunken ist. Wir haben uns bemüht, keine halbwegs logische Erklärung außer Er seufzte. Naja, da haben wir die Ermittlungen eben eingestellt. Er räusperte sich. Da rennen sie gegen eine Wand, holen sich nur beulen weiter nichts. Der PL schwieg, als zöge er in der Erinnerung noch einmal denselben Schlussstrich wie damals. Dann fragte er, wieso interessieren sie sich für den Fall? Martha kam Gabe zuvor. Sie sprach schnell und sparte nicht an Details. Also schon merkwürdig, es hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten, aber wir waren bei Detective O'Hara, Routinebefragungen zu ein paar alten Fällen, so wie uns der Chief es aufgetragen hat. Reine Zeitverschwendung, wie Sie sich denken können. Na jedenfalls hat mich der alte Mann mit Tessa verwechselt. Schien zumindest so. Hat O'Hara das gesagt? Ja. Als er mich sah, nannte er mich Tessa, mehrmals hintereinander und lächelte mich freundlich an. Ich hatte ein ziemlich mulmiges Gefühl. Und als ich dann sein ehemaliger Partner erschoss, ja, richtig, der Chief hat mich davon unterrichtet, wird wohl als Unfall verbucht, aus versicherungstechnischen Gründen. Scheißliche Sache. Und als wir dann zu Detective Martins Schwager fuhren, um es ihm persönlich zu sagen, Sie wissen ja die übliche Vorgehensweise, da hören wir zu unserem Staunen, dass er Tessas Vater ist. Seltsamer Zufall. Deshalb kommen weiter verfolgen sollen, naja, ich wollte nur nicht sagen, was bei dem Professor die alten Wunden wieder aufreißt. Sicher, erwiderte der PL. Es leuchtet mir ein. Er überlegte einen Moment, bevor er hinzufügte. Welche Cold Cases haben sie denn auf diese Spur gebracht? Vier Fälle aus dem Jahr nach Tessas verschwinden, die scheinbar nicht miteinander zusammenhängen, antwortete Marta prompt. Vier Mordfälle, unaufgeklärt in dem Jahr. Wir reden von 1997, richtig? Er ließ hörbar die Luft entweichen und schüttelte den Kopf. Sind Sie bei diesen Fällen auf irgendwelche Hinweise gestoßen? Nein, streng genommen nicht. Aber was hat sie dann veranlasst, bei diesen Fällen aktiv zu werden? Ehrlich gesagt, nur der Ruf der damaligen Ermittler schaltete sich Gabe ein. Martin und O'Hara zogen nur selten eine Niete und das brachte uns auf den Gedanken, ihnen ein paar Fragen zu stellen und zu sehen, ob sie vielleicht den einen oder anderen Ratschlag für uns haben, in welche Richtung wir suchen sollen. Und? Hat nichts gebracht, sagte Martha. Einen Moment lang sah sie der Personalleiter eindringlich an. Tja, tut mir leid, sagte er dann. Keine leichte Aufgabe. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Vielen Dank für alles, sagte Gabe. Ich denke, das war's. Auf jeden Fall, pflichtete ihm Martha bei. Danke. Bevor sie den ließ, blieb sie noch einmal stehen, als falle ihr in diesem Moment eine letzte Frage ein, eine Masche, die schon oft gezogen hatte. So zu tun, als wäre man bereits halb zur Tür hinaus, um den anderen dann mit einer Frage kalt zu erwischen. O'Hara und Martin, die waren nicht in die Tessa Ermittlung involviert, oder? Sie haben die Akte gelesen? Wir wollten nur Sorgfalt walten lassen, wiggelte Gabe ab. Der PL lächelte, süß-säuerlich, kein bisschen amüsiert. Nein, nur ganz am Rande, aufgrund der Familienzugehörigkeit hätten sie bei den Ermittlungen gar nicht offiziell in Erscheinung treten dürfen. Gabe nickte. Aber die beiden wollten, ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund in jener Nacht die Fahndung überwachen. Hat uns eingeleuchtet. Wieder ließ er sich mit seiner Antwort genügend Zeit, um innerlich seine Optionen abzuwägen. Inoffiziell natürlich. Wie alle anderen auch, besonders die jungen Detektives im Morddezernat, habe ich mir bei den beiden Rat eingeholt. Vielleicht ist ihm der Name ja deshalb im Gedächtnis haften geblieben. Alzheimer, Sie wissen ja, schon schlimm, was das mit einem Menschen macht. Können Sie laut sagen, bestätigte Gabe. In der Nacht damals, das war der reine Wahnsinn. Wahnsinn? Wie meinen Sie das? hakte Martha nach. Die Mutter drehte völlig durch, auch der Vater war kurz davor auszurasten, erklärte der PL mit einem traurigen, beinahe aufrichtig wirkenden Lächeln. Mein Gott, selbst nach 20 Jahren kann ich mich noch an den Burschen erinnern. Nur weil er im Fernsehen ein paar Folgen Law and Order gesehen hatte, hielt er wahrscheinlich irgendjemandem im Dezernat die Hand ausgerutscht, konnten ihn nicht schnell genug wieder loswerden. Und die Mutter? fragte Martha. Soweit ich mich entsinnen kann, und ich mag mich täuschen, hielt sie sich ziemlich unauffällig im Hintergrund, saß mit so einem Priester in der Ecke und weinte leise vor sich hin, während ihr Mann versuchte, die Dinge in die Hand zu nehmen, wo es gar nichts in die plötzlich das einzige Kind zu verlieren, die zermürbende Ungewissheit, die Schuldgefühle, das hält wohl keine Ehe aus. Gabe erstarrte, seine Erinnerung überrollte ihn. Ich begann erneut zu zittern, als sie mich zurück an Land gebracht haben, und zwar nicht, weil mir immer noch kalt war. Ihr Zwillingsbruder war tot. Sie hat nicht einmal geweint, sie hat mich nicht umarmt, hat mich anfangs nicht einmal verrührt. Es kam nicht unerwartet. Die Kurzmitteilung des Chiefs war unmissverständlich. Kommen Sie sofort in mein Büro. Sie erschienen, als Gabe und Martha am nächsten Morgen ins Verlies kamen auf ihren Computern. Gabe sah auf die Uhr. Sofort heißt sofort, sagte er. Kein Kaffee, keine Verzögerung, sondern Abmarsch in sein Büro. Wollen Sie die vier Mordakten mitnehmen? Martha zögerte. Ich vermute, uns bleibt nichts anderes übrig, sagte er, als er ihre unwillige Miene sah. Das sind die einzigen Fälle, an denen wir aktiv arbeiten, und aktiv ist eine eher wohlwollende Einschätzung. Wie Sie meinen, sagte Martha. Ihr Blick fiel auf die Akte Tessa. Die lassen wir besser hier. Gabe überlegte. Daran arbeiten wir ja eigentlich nicht, oder? Jedenfalls noch nicht, antwortete sie. Was sollen wir ihm über diese Akten erzählen? Naja, wir können nicht behaupten, wir hätten neue Anhaltspunkte oder Beweise. Sagen wir einfach, diese vier Fälle schienen uns der Mühe wert, sie uns ein wenig genauer anzuschauen. Und auch wenn das wahrscheinlich nirgendwo hinführt, geben sie wenigstens einen guten Zeitungsbericht ab. Sie wissen schon, die Polizei lässt nichts in der Art. Da haben wir schon die Überschrift. Wetten, er kauft mir das ab? Martha bewunderte Gabes bürokratischen Instinkt, der sie beinahe dafür entschädigte, wie zerknittert und ungepflegt er jeden Morgen erschien. Sie wollte lieber nicht so genau wissen, wie er die letzte Nacht herumgebracht hatte. Okay, sagte Martha, Sie übernehmen das Reden. Manchmal betritt man einen Raum und gegen oder Schwitzhüttenhitze oder beides. Gabe sah auf Anhieb im Gesicht des Chief die ganze Skala von heiß bis kalt. Verdammt, begrüßte er sie, als sie vor seinem Schreibtisch Platz nahmen. Ihre Sichtung der alten Fälle diente einzig und allein dem Zweck, Akten, bei denen sie mögliche neue Ermittlungsansätze sehen, zur weiteren Bearbeitung ans Morddezernat abzugeben. Und was tun sie? Ziehen auf eigene Faust los. Und jetzt habe ich den Selbstmord eines der besten Detektives an der Backe, die diese Station je gesehen hat. Meine Güte, was haben sie sich nur dabei gedacht? Während er sprach, wurde seine Stimme deutlich lauter. Jedes Wort war von einem Nachdruck, als schlüge er mit der Faust auf den Tisch. Wie viele Vorgesetzte verstand er sich vorzüglich darauf, einen Untergebenen zur Schnecke zu machen. So wollte ich mal sein, dachte Hohlspur nach oben drängelt. Sollte wohl nichts an. Ich fasse es einfach nicht, dass das Erste, was sie in Angriff nehmen, mit einer Beerdigung endet, droschte der Chief weiter auf sie ein. Mann, sie, es macht mir Spaß, meinen schwarzen Anzug rauszuholen. Möglicherweise haben sie sich nur ihr eigenes Grab geschaufelt, dachte Gabe, während er, wie es sich gehörte, stumm auf seine Schuhspitzen starrte. Was hatten sie überhaupt bei Joe Martin zu suchen? Gabe riss sich von seinen Schuhen los, vergewisserte sich mit einem verstohlenen Seitenblick, dass Martha bei ihrer Komparsenrolle blieb, und wappnete sich zum Gegenangriff. Vier Mordfälle, die nicht miteinander in Zusammenhang stehen, alle von 1997, fing er an. Und? Was ist so Besonderes daran? fragte der Chief. Es war ungewöhnlich für Fall nicht aufzuklären. Wie könnte ich ihnen widersprechen? trief in der Sarkasmus auf der anderen Seite des Schreibtischs. Deshalb wollten wir einfach mal sehen, ob es nicht doch etwas gab, das sie damals übersehen haben könnten. Ich meine, mit dem distanzierten Blick von heute könnte vielleicht könnte vielleicht das ist alles, was sie mir zu bieten haben nachgetreten. Nun ja, es wäre nicht ganz und gar abwegig gewesen, dass ihnen wieder etwas einfiel, dem wir hätten nachgehen können. Genügend hätte, wäre, wenn für seine Beschwichtigungstaktik. Der Chief schüttelte den Kopf. Zeigen Sie mir die vier Fälle, die Sie sich vorgenommen haben. Gabe schob sie ihm hin. Der Chief nahm einen nach dem anderen in die Hand, schlug jeweils das Deckblatt auf und las die vorderen Berichte, hintereinander weg, als würde er fürs Schnelllesen bezahlt. Martha beobachtete ihn und ihr war sonnenklar. Er weiß genau, was uns bei diesen Akten aufgefallen ist. Doch der Chief runzelte nur die Stirn und schüttelte langsam den Kopf. Keine Ahnung, was Sie sich davon erhoffen, sagte er. Ich kann mich vage an diese Morde erinnern. Ich habe damals das Morddezernat geleitet. Diese Fälle waren von vornherein aussichtslos. Zufallsmorde, keine erkennbaren Motive, kein Raub, keine Drogen, was auch immer. Nichts, das uns einfache Antworten geliefert hätte. Martha entging nicht, dass sich der PL ganz ähnlich über Tessa geäußert hatte. Sie hielt den Mund. Der Chief schnaubte reine Zeitverschwendung. Zur Bekräftigung griff er noch einmal nach einer der braunen Hüllen, bellte ein Blatt aus und wedelte damit in der Luft. Wissen Sie, was da steht? Offensichtlich eine rhetorische Frage, auf die keine Antwort erwartet wurde. Keine Verdächtigen! Er sah sie mit düsterer Miene an. Aber Sie beide glauben, nach, warten Sie, 19, 20 Jahren, könnten Sie Zeugen oder Beweise aus dem Ärmel ziehen? Auch darauf will er keine Antwort, stellte Gabe fest. Auch wenn er nicht wagte, zu Martha hinüber zu sehen, ahnte er, dass sie dasselbe dachte. Für einen Moment herrschte eisiges Schweigen im Raum. Der Chief lehnte sich zurück und blickte zur Decke, als überlege er sich seine nächste Tirade. Ich habe eine Idee, sagte er. Vielleicht eine zielführendere Herangehensweise an diese Cold Cases. Ja, gerne, sagte Gabe. Wir sind für jeden neuen Ansatz offen. Zeig dich von deiner liebenswürdigsten Seite, sonst schrumpft eine sechsmonatige Bewährungsfrist auf sechs Minuten oder auch sechs Sekunden. Der Chief öffnete eine Schreibtischschublade, kamte einen Moment darin und zog schließlich einen anderen Ordner heraus. Dieser Fall hat mir immer zu schaffen gemacht. Mächtig zu schaffen gemacht, sagte er. Er schob den Ordner Gabe ihn über. Gabe klappte ihn auf und blickte auf ein Tatortfoto. Die Leiche einer jungen Frau lag auf einer nächtlichen Straße ausgestreckt. Unter der Toten stach ein ausgestreckter Kinderarm hervor. Die übrige Kinderleiche war von der Frau verdeckt. Rotbraunes Blut schien sich mit dem Regenwasser zu vermischen, das rings um einen verstopften Gulli stand. Am Rand des Fotos war die Handtasche der Frau zu sehen, am oberen Bildrand, noch soeben zu erkennen, eine Plastiktüte, weißes Pulver. Entweder reines Heroin oder Kokain, mutmaßte Gabe. Doppelmord, sagte der Chief, aus einem vorbeifahrenden Auto in der Innenstadt auf offener Straße erschossen. Die zwei Insassen haben nicht einmal angehalten, um sich den Stoff zu holen. Gabe sah auf. Er wusste, dass ihnen unter diesem Foto mindestens ein Dutzend weitere Bilder erwarteten, darunter einige von dem wachsbleichen Gesicht eines toten Kindes. Solche Verbrechen beschädigen das Image der Stadt, erklärte der Chief. Wieso sagen Sie nicht gleich schlechte Publicity? Gabe nickte nur stumm. Zum ersten Mal im Verlauf ihrer Unterredung wandte sich der Chief an Martha. Sie kennen diesen Fall. Mutter und Kind vor vier Jahren. Spät nachts hätten längst im Bett sein sollen. Stattdessen waren sie noch auf einem Botengang für einen Drogendealer unterwegs. Ich denke, Sie wissen, wen ich meine. Espinosa, sagte Martha, ihr Espinosa, Ehemann einer 22-jährigen örtlichen Schönheitskönigin, Vater eines dreijährigen Sohnes. Ein Mann, der bei den meisten Drogen, die in die Stadt geschmuggelt wurden, die Finger im Spiel hatte. Familienvater, bis die junge Frau und der kleine Sohn an den Kugeln starben, die eigentlich für ihn bestimmt gewesen waren. Der ist mir bekannt. Ja, ein richtiger Bastard. Er hat seine Haftstrafe verbüßt. Sicher, ein, zwei Jahre für irgendeine Lappalie, mit der Wehen drankriegen konnten, nicht wie mehr als ein Verkehrsdelikt. Was halten Sie davon, sich diesen Doppelmord noch einmal vorzunehmen? Der Kerl kommt bald auf Bewährung frei. Das wäre ein gefundenes Fressen für die Presse, sagte Gabe, um sich den Chief gewogen zu stimmen. Allerdings. Seine Aufmerksamkeit richtete sich weiter auf Martha. Sie kennen den Dealer, den Sie in diesem Keller gejagt haben? Und ob, dachte Martha, ich sehe ihn jede Nacht in meinen Albträumen. Doch das behielt sie für sich. Ich glaube, er arbeitet für Mr. Espinosa. Vielleicht ist es an der Zeit, es ihm heimzuzahlen. Das traf den Sachverhalt zwar nicht ganz, doch Martha hütete sich, den Chief zu korrigieren. Wissen Sie, auch wenn jemand anderes abgedrückt hat, ist Espinosa ebenso schuldig. Er hat den anderen vorgeschickt. Sie wissen ja, wie das läuft. Jemand bittet seinen Kumpel, ihn zum Laden an der Ecke zu fahren, dann wartet er, während der Kumpel reingeht und den Verkäufer wegpustet. Selbst wenn der Typ, der im Wagen gewartet hat, nicht wusste, was da drinnen passiert, kriegen wir ihn trotzdem dran. Mittäterschaft vor und nach der strafbaren Handlung. Vielleicht sogar wegen vorsätzlichen Mordes. Und so gehen wir diese Sache mit Espinosa an, denn dass sie den Stoff von ihm hatte und er ihn den Auftrag gab, ihn irgendjemandem zu bringen, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Er hat sicher gedacht, niemand käme auf die Idee, eine Frau mit einem dreijährigen Kind an der Hand als Boten zu verdächtigen. Der Blick des Chiefs wechselte von Martha zu Gabe und wieder zu Martha. Knallhart. Aber sein Kalkül ging nicht auf, richtig? Ich finde es unerträglich, ihn damit durchkommen zu lassen. Nach seinem ersten Ausbruch wirkte der Chief jetzt zugeknöpft, kurz angebunden. Sein sachlicher, unbeteiligter Ton konnte nur mühsam seine Frustration verbergen, die ihm ins Gesicht geschrieben stand. Fragte sich nur, ob sein Ärger ihnen galt oder diesem Drogendealer oder allen dreien. Also, sagte der Chief bedächtig, rütteln wir an diesem Baum und sehen, ob etwas herunter fällt. Jedenfalls können Sie Ihre Zeit damit wesentlich sinnvoller nutzen. Gabe hatte nicht den geringsten Zweifel, dass sich der Chief diesen Auftrag lange im Voraus ausgesucht hatte. Ohne etwas zu sagen, sah er zu, wie sein Boss zum Telefon griff und eine Nummer wählte. Halten Sie mich auf dem Laufenden, sagte er. Dann fügte er hinzu, regelmäßig. Damit war das Gespräch offensichtlich beendet, auch wenn der Chief, wie Gabe vermutete, weiter sauer auf sie war. Er warf Martha sammelte gerade die vier Akten ein, als der Chief einwandte, die kann meine Sekretärin ins Archiv zurückbringen. Gabe schüttelte den Kopf. Vielen Dank, aber ich habe für die Herausgabe unterzeichnet. Die brauchen meine Unterschrift in der Liste, wenn sie sie wiederbekommen. Sie wissen ja, das sind Pedanten im Archiv. Hier spricht der geborene Bürokrat, dachte er, und konnte sich nur mühsam ein Grinsen verkneifen. Schweigend zogen sie die Tür hinter sich zu, Gabe schenkte der Sekretärin im Vorbeigehen sein liebenswürdigstes Lächeln und trat hinter Martha in den Flur. Kaum waren sie alleine, nahm er Martha zwei Fälle aus der Hand und übergab ihr die Akte zu dem Mord an der Frau und dem Kind des Drogendealers. Ich vermute, das ist für sie, sagte er. Sie sie Nein Danke sagen und sich aus der Abteilung Cold Cases verabschieden sollen. Vier nicht zusammenhängende Morde, ein verschwundenes junges Mädchen. Er wurde das Gefühl nicht los, dass etwas Wichtiges dahinter steckte, auch wenn er noch völlig im Dunkeln tappte. Roter Bube auf schwarze Dame. Vielleicht hat sie mir das Schicksal zugespielt, überlegte er und fühlte sich wie benommen. Gabe redete weiterfalsche Entscheidungen. Wieso gerade jetzt damit aufhören? Gehen Sie ins Drogendezernat, flüsterte er Martha hastig zu, und benutzen Sie dort einen Kopierer. Ich mache einen Abstecher ins Einbruchsdezernat und mache dasselbe mit meinen beiden Akten. Beeilen Sie sich, aber lassen Sie keine Seite aus. Ich will diese Akten spätestens in einer halben Stunde ins Archiv zurückbringen. Eine halbe Stunde war knapp. Gut stellte, alles klar bei Ihnen? Schön. Ach ja, hat Ihnen Deputy Chief Dickinson ein paar alte Akten zurückgebracht? Mordfälle? Vier Stück? Vielleicht tat er es auch nicht. Das würde sich zeigen. Martha blickte auf die beiden Akten in ihrer Hand. Wir behalten also Kopien der Fälle, die er uns soeben entzogen hat? Gabe grinste. Schätze, ich entdecke gerade meine verwegene Ader, antwortete er. Genau das zu tun, was mir jemand verbietet. Für den Gabe von gestern undenkbar stellte er fest. Vielleicht ist das hier der Gabe von morgen. Welcher Gabe der richtige war, würde er sich zeigen. In Martha stieg eine Flut widerstreitender Gefühle auf. Wenn du tust, was Gabe sagt, überschreitest du eine Grenze. Du hast keine Ahnung, was dir das einbringt. Wenn irgendjemand rauskriegt, was wir treiben, fing sie an, sprach jedoch nicht zu Ende. Sie sah Gabe eindringlich an. Das ist ein Fehler, sagte sie und deutete mit dem Kopf zur Tür des Chief. Er grinste. Darin bin ich ein Naturtalent, sagte er. Fehler gehen mir leicht von der Hand. Schlechter Witz, sah er ein. Sein Grinsen erlosch und er sah Martha mit einem fragenden Blick an. Wenn sie nicht wollen, sagte er zögerlich, er brauchte den Satz nicht zu Ende zu sprechen. Ich denke, sagte sie in bedächtigem, einlenkendem Ton, es könnte vielleicht nicht schaden, noch ein paar Fragen zu stellen. Was denkst du dir eigentlich, Martha, schrie sie sich innerlich an. Willst du deinen Job behalten oder nicht? Die Antwort auf diese Frage ersparte sie sich lieber. Haben sie auch gemerkt, was da drin gelaufen ist? fragte Gabe im Flüsterton. Er will nicht, dass wir uns Fälle ansehen, die total in die Hose gingen, als er das Dezernat geleitet hat, brachte Martha den Sachverhalt auf den Punkt. Er will nicht, dass er bei den ersten Fällen, in denen wir ermitteln, ziemlich alt aussieht. Exakt, antwortete Gabe, eine schlichte, vernünftige, vollkommen einleuchtend bürokratische Schlussfolgerung. Raphael Espinosa, dachte Martha, während sie seine Computereinträge studierte. Der Mistkerl ist mir seit Jahren bekannt. Richtiger Abschaum, auf der Straße unter dem einschlägigen Namen Two Tears bekannt, wegen der zwei Tränen, die unter einem Auge eintätowiert waren. Normalerweise standen diese Tränen in der Unterwelt für Morde. Two Tears hingegen hatte sich seine machen lassen, nachdem er bei der nächtlichen Schießerei seine junge Frau und ihren gemeinsamen dreijährigen Sohn verloren hatte. Ohne Zweifel war die Hinrichtung eine Botschaft an ihn gewesen. Bisher hatten sich keine Zeugen gefunden, die mit einer Beschreibung der beiden Schützen oder des Wagens herausgerückt wären. Auch die Forensik hatte nicht viel herausgebracht. Ein paar ausgestoßene Patronenhülsen sowie die Projektile in den Leichen der Opfer. Nichts von irgendeinem Informanten, der sich einen Strafnachlass erhoffte, wenn er der Polizei einen Namen nannte. Nur zwei Tote auf einer Straße, so leer wie ein verlassenes Gebäude und eine Tüte weißes Pulver in der Handtasche der Frau. Was bringt dich dazu, spätnachts mit deinem kleinen Kind im Schlepptau so einen Drogenboten zu geben? fragte sich Martha. Fatale Entscheidung, fatales Ende, bevor das Leben richtig angefangen hat. Two Tears war zu drei bis fünf Jahren verknackt worden, was de facto auf maximal anderthalb Jahre hinauslief, da sie ihm nicht mehr als illegalen Waffenbesitz und Körperverletzung hatten nachweisen können, statt das halbe Dutzend Leichen, das im Laufe der Jahre von Kugeln durchsiebt an entlegenen Orten aufgefunden worden war. Dass Two Tears dahinter steckte, war so klar, als hätte er seine Unterschrift auf den Opfern hinterlassen, zusammen mit dem Wort Rache. Rivalisierende Drogengangs lassen sich bei ihren Gemetzeln einiges einfallen, ging es ihnen doch weniger ums Töten als um die Botschaft ihrer Morde aus dem Hinterhalt. Und dass Two Tears seine Kommandozentrale vorübergehend in eine Gefängniszelle verlegt hatte, wirkte sich vermutlich kaum auf seine Geschäfte aus. Die Übergänge zwischen einem Zellenblock und der Straße waren fließend. Als sie von ihrem Computer aufsah, kam ihr das Verlies kleiner als gewöhnlich vor. Raphael Espinosa war ein Albtraum für die Stadt, gnadenlos, brutal. Erkannte die Gesetze der Straße und er war durchtrieben. Das ist nicht gut, murmelte sie. Was haben sie gesagt? fragte Gabe. Macht nichts. Martha stand auf, ging zum Fenster und starrte hinaus. Doch durch die verschmutzten Scheiben drang die grelle Mittagssonne nur die Fuß herein und die Konturen der Welt dort draußen verschwammen. Sie spürte wehrlos in die Tiefe zu ziehen drohten. Der eine ein mörderischer Drogendealer, der andere ein Polizeichef, der ohne Rücksicht auf Verluste zwei Anliegen verfolgte. Two Tears für viele Jahre hinter Gitter zu bringen und Martha, die einen Kollegen auf dem Gewissen hatte, in ihrem Dezernat aus dem Verkehr zu ziehen. Ich habe ihn nicht auf dem Gewissen. Ich konnte nichts dafür. Es war ein tragischer Unfall. Ich habe ein Geräusch gehört und abgedrückt. Ich wusste nicht, dass es Detective Tompkins war. Ich würde alles dafür geben, es ungeschehen zu machen. Niemand wird mir je wieder vertrauen. Sie machte sich nichts vor. Jedes Mal, wenn sie zur Tür des Präsidiums hereinkam, war sie für die Kollegen die wandelnde Erinnerung daran, was plötzlich schiefgehen kann. Niemand lässt sich gerne Tag für Tag die Risiken seines Jobs vor Augen führen. Drahtseilakt, dachte sie. Also, wie geht's weiter? fragte sie Gabe, ohne sich vom Fenster abzuwenden. Was wird jetzt mit den Fällen, an denen wir nicht mehr arbeiten sollen? Sie wusste, dass sie möglichst bald damit anfangen musste, an ihrem Baum zu rütteln. Ihr blieb also nicht viel Zeit. Gabe trommelte mit den Fingern auf einer ihrer kopierten Akten. Es schien seltsam energiegeladen. Ich denke, wir arbeiten sie am besten von hinten nach vorne ab. Ich meine, vom letzten Fall zum ersten. Es ist ein prächtiger Tag. Wie wär's mit einer kleinen Waldwanderung? Die Sonne drang in Streifen durch das dichte Blätter Dach. Zu ihren Füßen knackte es im Unterholz. so kamen sie sich ein wenig lächerlich vor, als sie sich auf schmalen Pfaden durch Gestrüpp und Dornensträucher kämpften, immer der topografischen Karte nach, die Gabe in den Händen hielt. Sie waren auf einem beliebten gepflegten Wanderweg losgegangen, der sich an einem Fluss entlang durch den Wald schlingelte. Zu der Stelle, an der laut Gabes Karte die Leiche gefunden worden war, mussten sie sich fast vierzig Minuten lang auf einem Schleichweg durch die Büsche schlagen. Als sie ihr Ziel endlich erreicht hatten, waren sie beide außer Atem, verschwitzt, zerkratzt und von oben bis unten verdreckt. Du liebe Goethe, sagte Martha und lehnte sich erschöpft an einen Baum. Ich muss mal wieder mehr Sport treiben. Sie befanden sich auf einer kleinen Lichtung mitten zwischen dichtem Baum bewuchs einer kleinen Lücke im Wald wie für einen Mord geschaffen. Gabe sah sich um und glich ihren Standort mit Fotokopien aus der Akte ab. Hat sich in den zwanzig Jahren kaum verändert. Er zeigte auf eine große Eiche. Da drüben wurde die Leiche gefunden. Der Jäger ist fast drüber gestolpert. Als ihm der Geruch in die Nase stieg, dachte er zuerst dann ein verendetes Tier. Erst als er die Kleider sah, wurde ihm sein Irrtum klar. War nur durftig mit Erde bedeckt, nicht wirklich vergraben. Gabe schüttelte seufzend den Kopf. Deutliche Anzeichen dafür, dass sich Tiere daran zu schaffen gemacht hatten, fehlende Knochen, Bissspuren. Gott, kein schöner Anblick. Wurde er hier getötet? fragte Martha. So steht es zumindest im jemanden vor sich her zu treiben, den man umbringen will. Wie haben wir uns das vorzustellen? Die Mündung im Rücken und immer wieder weiter bewegt dich? In dem Fall hätte der Mann gewusst, dass er hierher getrieben wurde, um zu sterben. Ja, sehe ich auch so, sagte Gabe. Wie viele Fußpuren haben sie gefunden? fragte Martha. Gabe wandte sich seiner Akte zu und blätterte in den Polizeiberichten. O'Hara schreibt hier, der Fundort sei vom Wetter beeinträchtigt gewesen und auch von den Leuten, die als erste zur Stelle waren, Forstbeamte, die sich nicht an die polizeilichen Vorschriften hielten. Wie meinen sie das? Ich vermute mal, sie sind hier herumgetrampelt, statt den Fundort abzusperren und auf die Techniker zu warten. Martha nickte. Gabe lief Die Kriminaltechniker und die Detektives müssen geflucht haben, als sie sich, so wie jetzt wir, durch all das Gestrüpp vorangekämpft haben. Es war Jagdsaison, es war kalt, später Nachmittag Einbruch der Dämmerung, neblig trübe, vielleicht nasser aufgeweichter Boden. Unangenehm. Er legte den Kopf in den Nacken und blickte in das schmache Licht, das durch die Baumkronen drang. Er hörte das leise Echo ihrer Stimmen. Sehen wir zu, dass wir unsere Fotos kriegen, sichern, was es hier noch zu sichern gibt, die Leiche in den Gummisack stecken und hier wegkommen, bevor es dunkel wird. Martha ließ den Blick langsam nach links und rechts schweifen. Sie nahm ihre ganze Vorstellungskraft zusammen, um sich das Bild vor Augen zu führen. Mann mit Pistole treibt sein Opfer unbarmherzig voran, immer weiter weg von jeder Zivilisation. Tag oder Nacht? Auf jeden Fall eine Tageszeit, zu der er nicht befürchten muss, dass jemand in der Nähe ist und den Schuss hört. Andererseits noch hell genug, um sich auf dem Rückweg nicht zu verirren. Oder hätte ihm auch eine Taschenlampe gereicht? Schon möglich. Die hätte andererseits jemand sehen können. Der Park öffnet bei Sonnenaufgang und schließt bei Sonnenuntergang. Er wird nicht riskiert haben, dass ein Parkaufseher seinen Wagen entdeckt und sich sein Kennzeichen notiert. Oder ihm, einem Mörder, wenn er gerade aus dem Gebüschstapf die Leviten liest. Also wohl eher bei Tageslicht, frühmorgens oder in der ersten Abenddämmerung. Sie schüttelte den Kopf. Jede Menge Unwägbarkeiten. Die Leiche, fing Gabe an. Martha trat zu ihm, sah sich das kopierte Foto an und ging langsam zum Fuß der Eiche hinüber. Dort kniete sie sich auf den Boden, fast wie zum Gebet vor einem Altar. Ich denke so, sagte sie. So hätte sich sein Körper als der Schuss fiel in die Richtung verdreht, wie es auf dem Bild zu erkennen ist. Gabe überflog den Bericht des Gerichtsmediziners. Hier steht, er lag mit dem Gesicht nach oben. Demnach er kniete dem Mörder gegenüber, blickte in die Mündung. Und hat nicht um Hilfe geschrien? Vielleicht hat er das, aber es war niemand in der Nähe, der ihn hören konnte. Oder ihm war klar, dass er ein toter Mann war und er hat es erst gar nicht versucht. Aber wieso tötet er ihn Auge in Auge? Vielleicht damit er um sein Leben fleht? Keine Ahnung. Es muss einen Wortwechsel gegeben haben, kann gar nicht anders sein. Fragen, antworten, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bestimmt hat er ihn angefläht, hat ihm also der Mörder wollte reden, bevor er abdrückte? Ja. Aber worüber? Glauben sie, das Opfer wurde geschlagen? Achso, Mist, wahrscheinlich, sagte Martha. Bei den anderen drei Leichen gab es eindeutige Zeichen für physische Gewaltanwendung vor dem Tod, so viel ist sicher. Bei diesem Burschen hier war die Verwesung natürlich schon zu weit fortgeschritten, um festzustellen, was vor dem tödlichen Schuss passiert war. Gabe legte die Finger an den Mund und dachte nach. Ich wünschte, wir hätten diese Information, sagte er in sachlichem Ton. Dann hätten wir einen Vergleichsmoment zu den anderen drei Morden. Martha schlug nach einer Fliege, die er ums Gesicht zurrte. Gabe zögerte. Dann lächelte er. Einen Ansatz gibt es vielleicht. Martha schlug frustriert mit beiden Händen in die Luft, um die Insekten zu vertreiben. Ich hasse den Wald, sagte sie. Scheiß auf die Natur. Was für eine Möglichkeit sehen sie? Gabe blickte sich noch einmal um und prägte sich den einstigen Tatort ein. Sie haben recht, es muss einen Wortwechsel gegeben haben, bevor der Schuss fiel. Jemand wollte etwas wissen. Jemand hat Fragen gestellt. Sehen wir uns also die anderen drei Fälle unter diesem Gesichtspunkt an, dann brauchen wir nur noch herauszufinden, worum es bei diesen Fragen ging. Martha nickte. Nicht schlecht für einen Sesselfurzer, dachte sie und verkniff sich an Schmunzeln. Leichter gesagt als getan, wandte sie ein. Ich wünschte, ich könnte Ihnen widersprechen, antwortete Gabe. Sie blieben noch eine Weile auf der Lichtung, schätzten Entfernungen ab und gingen die Abfolge des Verbrechens noch einmal durch, bis ihnen die Hitze und Erschöpfung zusetzte. Schrecklich einsamer Ort, um zu sterben, sagte Gabe. Er schwieg für einen Moment. Aber wenn man stirbt, gilt das wahrscheinlich für jeden Ort, fügte er dann hinzu. Er bückte sich und zog ein paar Dornen aus seinen Hosenbeinen. Jedenfalls hat der Täter für diesen Mord einige Mühe auf sich genommen. Ich wüsste zu gern, was für ein Mensch das Opfer war. Sie kehrten der Lichtung den Rücken und kämpften sich erneut durchs Gestrüpp bis zu der Stelle, an der ihr Wagen parkte. Sie tauften die Opfer, die Toten vier. Wenn sie sich miteinander auf ein bestimmtes Opfer bezogen, mernten sie den Vornamen zusammen mit dem jeweiligen spezifischen Todesumstand, Charlie im Wald, Larry der Jogger, Mark im Auto und Pete zu Hause. Sie schwankten zwischen Logik und Bauchgefühl. Der Verstand sagte sowohl Gabe als auch Martha, dass sie es einfach nur mit vier ermordeten weißen Männern zu tun hatten, deren tragisches Schicksal abgesehen von der zeitlichen Nähe keine Verbindung erkennen ließ, einfach nur vier von vielen gewaltsamen Todesfällen in der Stadt. Die nagenden Zweifel rührten daher, dass die zwei besten Detektives des Dezernats damals unmöglich vier Mordfälle in einem einzigen Jahr in den Limbus der unaufgeklärten Fälle verbannt haben konnten. In diesem Wechselbad der Gefühle verwandten sie eine Menge Zeit darauf, bei ihrer Suche nach einem gemeinsamen Nenner immer wieder auf dieselben Akten Kopien zu starren. Sie brachten Stunden damit zu, jede Zeile in jedem Bericht zu sezieren, jede Befragung zu zerpflücken, jeden gerichtsmedizinischen Befund und jede Zeugenaussage vor- und rückwärts zu lesen, beseelt von dem einen Wunsch, ihren diffusen Verdacht zu erhärten und ihrem kühlen Verstand zu beweisen, dass sie sich nicht verrannten. Sie erstellten Listen von überlebenden Angehörigen. Die erneute Befragung dieser Leute erschien ihnen als nach zwei Jahrzehnten weit weniger aufschlussreich waren als der erste. Der einstmals entlegene Pfad, auf dem Larry beim Joggen den Tod gefunden hatte, wurde jetzt von Fitness Enthusiasten überrannt. Marks Auto war natürlich längst verschrottet und auf dem Parkplatz stand eine ganz neue Fahrzeug Generation. Peets Wohnung hatte seit seiner Ermordung mehr als ein Dutzend Mal die Mieter gewechselt, so oft, dass Nach zwei Jahrzehnten war der einstige Tatort unter mehreren neuen Putz- und Tapetenschichten, frischen Fliesen und Bodenbelägen für immer verschwunden. Und die ganze Zeit lag die Akte Tessa auf der Ecke von Martas Schreibtisch. Immer wenn ihr Blick darauf fiel, gab es ihr einen Stich. Es war Morgen. Draußen herrschte Tristes Grau und in Fensterscheiben liefen die ersten Regentropfen herunter. Sie hatte geduscht, das Bett gemacht, ein wenig Make-up aufgelegt. Ihre Kleider hatte sie für diesen Tag mit Bedacht gewählt, schwarze Hose, weiße Bluse, leichter blauer Blazer, beiger Trenchcoat und Schirm. Sie besaß ein schickes schwarzes Beerdigungskostüm, das jedoch seit Jahren in einem Kleidersack von der Reinigung im Schrank hing, am Ende der Stange, neben ihrem weißen Hochzeitskleid. Beide hatte sie nur ein einziges traurigen Anlass. Vermutlich würden ihr beide nicht mehr passen. Unterdessen saß ihre Tochter auf der Bettkante und sah ihr zu. Die Siebenjährige musterte sie aufmerksam. Ich muss heute morgens zu einer Trauerfeier, sagte Martha. Ihre Tochter nickte. Es ist wie beim Gottesdienst, fuhr Martha fort, nur für jemanden, der gestorben ist. Wieder nickte das kleine Mädchen. So wie bei Daddy? Ja, antwortete Martha, ein bisschen wie bei Daddy. Sie überlegte. Maria, erinnerst du dich noch an Daddys Beerdigung? Ihre Tochter lächelte. Ich erinnere mich an die große Fahne und die Gewehre, sagte sie. Martha beugte sich vor und streichelte ihr übers Haar. Ja, richtig, antwortete sie. Die Flagge und die Gewehre. Sie saß vor sich, als wäre es gestern gewesen. Makellos weiße Handschuhe, die nach den Ecken der Fahne griffen und sie in einer geübten fließenden Bewegung vom Sarg herunter zogen. Dann falteten sie das Sternenbanner ein, zwei, dreimal, so lange, bis es ein perfektes, festes Dreieck mit sauberen Kanten war, dass sie ihr mit den weißen Sternen nach oben überreichten. Nur undeutlich erinnerte sie sich an die Worte dabei, mit dem Dank der Nation. Sie nahm die Flagge vom Offizier des Marine Corps entgegen, der Stamm stand, während der andere Offizier den Schützen das Zeichen zum Salut gab. Drei Salven. Maria war damals drei Jahre alt gewesen und hatte sich auf dem Schoß ihrer Großmutter gewunden, wachsam, aber ohne die Vorgänge zu verstehen. Das Gewehrfeuer hatte ihr Angst gemacht und so hatte sie sich umgedreht, das Gesicht an die Brust ihrer Großmutter gedrückt und sich beide Ohren zugehalten. Hab keine Angst vor Platzpatronen, hatte Martha in dem Moment gedacht, es gibt so viele andere Gründe, sich zu fürchten. All die leeren Tage, die vor uns liegen, ohne einen Vater aufzuwachsen, für immer Witwe zu sein, das alles ist furchterregend. Während Martha ihre Tochter übers Haar streichelte, horchte sie auf den starker werdenden Regen. Sie senkte den Blick, üppige schwarze Locken, die Maria jetzt, am Morgen, in Kaskaden auf die Schultern fielen, nach einem Tag in der Schule dagegen meist wild zerzaust waren. Die unerschöpfliche Energie des kleinen Mädchens schien auf die Haare überzuspringen. Bei dem Gedanken schmunzelte Martha. Du wirst mal groß und schön, sagte sie. So wie du? Schöner, viel schöner, wie eine Märchenprinzessin. Ich kann mich nicht an Daddy erinnern, sagte das Kind. Ich weiß nicht, wo Afghanistan ist. Sehr weit weg. Muss ich da auch mal hin, wenn ich groß bin? Nein, Liebling, niemals. Da sterben die Leute. Ja, nicht alle, aber manche. Ihre Tochter schwieg einen Moment. Aber hier sind wir sicher. Ja, das stimmte nicht. Niemand wusste das besser als Martha. Unsere Straße ist gefährlich. Auf dem Spielplatz ist es gefährlich. In der Schule ist es gefährlich. Mein Beruf ist gefährlich. Das Café, die Bodega an der Ecke, die Bushaltestelle einen Häuserblock weiter, alles ist gefährlich. Was du sagst, was du denkst, was du fühlst, das alles ist immer in Afghanistan. Aber du bist noch klein. Noch brauchst du das alles nicht zu wissen. Ich muss los, sagte Martha. Ihre Stimme zitterte ein wenig. Toter Ehemann, toter Partner, die Toten vier in den Akten auf ihrem Schreibtisch, ein verschwundenes totes Mädchen, eine tote junge Frau und das tote dreijährige Kind des Drogendealers, ihre eigene quicklebendige siebenjährige Tochter. In der Summe hieß das, ich muss das alles eine Weile zusammen halten. Der beklemmendste Gedanke überhaupt. Sie holte einmal Tiefluft, rief sich ins Gedächtnis, dass sie stark und selbstbewusst klingen musste. Wie sehe ich aus? Schön wie immer, Mama, sagte ihre Tochter. Auch das konnte Martha nicht glauben. Das kleine Mädchen gab der Mutter einen Schmatz auf die Wange, Großmutter nach ihm rief, um es zur Schule zu bringen. Maria, vergiss nicht deinen Regenmantel und die Gummistiefel anzuziehen, rief Martha hinterher. Vergiss deine Pistole nicht, antwortete das Kind. Der Trauergottesdienst für Detective Joe Martin war spärlich besucht. Reihenweise leere, dunkle, unbequeme Holzbänke. Jede Menge Kruzifixe an den Wänden, eine große Schnitzfigur des gekreuzigten vorn, davor flackernde weiße Kerzen. Das Gesicht des Heilands schien von dem dürftigen Besuch ein wenig enttäuscht. Zu beiden Seiten der Sitzreihen ragten Buntglasfenster in leuchtendem Rot, Blau und Gold zur Decke, auch wenn der verhangene Himmel ihre Strahlkraft dämpfte. Die Heiligen schienen Gabe mitten in einem Geschehen eingefroren zu sein, ob beim Drachentöten, beim Segnen einer Anteilnahme seitens der Freunde und Angehörigen als auch der Heiligen und Engel teils mit dem lausigen Wetter, teils mit den ungeklärten Todesumständen zu tun. Es hatte Zeiten gegeben, rief er sich ins Gedächtnis, in denen die Kirche für einen Selbstmörder überhaupt keinen Gottesdienst abgehalten hätte, auch wenn sich die Chefetage bei dem plötzlichen Ableben von Detective Martin auf Unfall verständigt hatte. Der Chief und der Auf der anderen Seite des Gangs schoben zwei Pfleger in weißer Kluft, Detective O'Hara und seine Frau Constance in Rollstühlen zu ihren Plätzen. Die Gummireifen quietschten auf dem Steinboden. Die alte Frau des Detective bekreuzigte sich immer wieder und lehnte sich dabei einmal zu ihrem Mann hinüber. Professor Felix Gibson saß in der ersten Reihe. Er senkte oft den Blick und nestelte an den Seiten seines Gesangbuchs herum. Gabe fragte sich, wer wohl die hochgewachsene Frau mit dem gewellten hellen Haar neben ihm war. Vermutlich seine Ex oder seine jüngere Schwester. Neben ihr saß ein kleinerer, rundlicher Mann, dessen Gesicht verriet, wie unbehaglich er sich fühlte. Gabe schaute sich weiter um. In der kleinen Schar von vielleicht fünfzehn, zwanzig Leuten, die weit verstreut auf den hinteren Bänken Platz genommen hatten, vermutete er Freunde und Nachbarn. Gabe versuchte sämtliche Besucher den richtigen Schubladen zuzuordnen. Repräsentanten der Behörde, Freunde, zwei Angehörige und schließlich wir. Bei der Trauerfeier schien es mehr um die zügige Abwicklung als um den feierlichen Abschied zu gehen. Ein älterer Priester mit rotem Gesicht las einige Bibelferse, Auftakt zu einer verwirrenden Predigt, die einen Bogen schlug von Christus am Kreuz über Opfer und Auferstehung bis hin zur Pflichterfüllung eines standhaften Polizisten, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, Morde aufzuklären. Anschließend durfte die Gemeinde zum Abendmahl nach vorne treten. Gabe sah von seinem Platz aus zu, wie sich, angeführt vom Chief, ungefähr ein Dutzend Leute vor dem Altar zusammenscherten, um Hostie und Wein zu empfangen. Gabe war seit der Beerdigung seines Schwagers nicht mehr in der Kirche gewesen. Damals hatte man viele Gedichte verlesen, etwa wie Houseman's »To an Athlete Dine Young« und Yates »An Irish Ironman Fosse's Own Death«, gefolgt von einer Totenrede, die stockend und unter Tränen seine Witwe vorgetragen hatte. Der Gedanke, dass sein Sohn nicht bei ihm, sondern zwischen seinen Großeltern gesessen hatte, »Der feste Glaube an die Auferstehung und das ewige Leben«, sagte der Priester gerade und fuhr mit den Händen über die kleine Urne mit der Asche des stämmigen Detektiv. So groß und kräftig wie der Bursche war, dachte Gabe, hätte ich mir seine Urne um einiges größer vorgestellt. Wenige Minuten später erhoben sich die Trauergäste und begaben sich gemessenen Trittes zum Ausgang. Professor Gibson, Anfang. Je näher sie der Tür kamen, desto zügiger ihre Schritte. Los raus ihr. Draußen sah Gabe aus einiger Entfernung zu, wie der Chief und die anderen Vertreter des Präsidiums stehen blieben, um Detective O'Hara und Constance ihr Beileid auszusprechen. Alle hielten sich kurz, was Gabe auf O'Haras Krankheit zurückführte. Als er meist nicht ansteckend wie eine Grippe, dachte er bissig. Aber es bereitet den Leuten ein unbehagliches Gefühl. Das Händeschütteln war schnell erledigt. Als die Pfleger das alte Ehepaar zum Ausgang fuhren, tauschten Gabe und Martha einen vielsagenden Blick. Denn beiden kam es so vor, als versuchte der kranke Mann, sich zu ihnen umzudrehen und ihnen etwas zuzurufen. Doch da ihnen der breite Rücken des Pflegers im nächsten Moment den Blick verstellte, blieb es bei dem flüchtigen Eindruck. Nach ihrer Rückkehr ins Verlies saßen sie wieder an ihren Schreibtischen. Eine Weile beugten sie sich schweigend über ihre Akten, dann drehte sich Martha zu ihrem quasi Partner um und platzte mit einer persönlichen Bemerkung heraus, die ihr hinterher peinlich war. »Wissen Sie was?« fragte sie, ohne eine Antwort zu erwarten. »Ich hab verlegen senkte sie den Blick und griff hastig zur Akte Tessa auf ihrem Schreibtisch. Sie schlug den hinteren Teil auf, eine Zusammenstellung der Zeitungsartikel zu diesem Fall, über ihr Verschwinden, über das gewaltige Polizeiaufgebot bei der Suche nach dem Mädchen, bis hin zum widerwilligen Eingeständnis, dass alle Anstrengungen gescheitert waren. Das, wonach sie eigentlich suchte, fand sich nicht in der Akte. Sie drehte sich zu ihrem Computer um und machte sich daran, die Archive der Lokalpresse zu durchforsten. Nicht lange und sie wurde fündig. Gedenk Gottesdienst für vermisstes Mädchen. Neun Absätze unter einem Foto. Unter den Rednern waren ihr Onkel, ein Lehrer, der das Mädchen unterrichtet hatte, und ihre Freundin Sarah, eine der letzten, die sie am Abend der Entführung gesehen Menschen, musste Martha denken. Sie wusste nicht wieso, doch diese Vorstellung machte sie wütend. Unwillkürlich umklammerte sie mit den Händen die Lehnen ihres Schreibtischstuhls. Gabe beobachtete sie unauffällig, bis Martha den Computereintrag schloss, sich wieder der Akte zu Two Tears zuwandte und sich darin vergrub. Inzwischen konnte Gabe die Kollegin gut genug, um zu wissen, dass es in ihrer Umgebung knisterte, wenn sie verärgert oder frustriert war. Sie war ein Mensch, der mit Ungewissheiten nur schwer zurecht kam. Man hätte sie mit dem gängigen Klischee des Hitzkopfes beschreiben können. Wie auch immer, er hatte kein Problem damit. Manchmal wünschte er sich, selbst mehr Leidenschaft für seine Arbeit aufzubringen. Nachdenklich betrachtete er die vor ihm ausgebreiteten Dokumente Charlie im Wald. Und plötzlich wusste er, was er mit dem Rest seines Tages anfangen sollte. Auf der Suche nach einer nur schwer auszumachenden Adresse fuhr Gabe langsam die Straße entlang. Allzu viele Häuser trugen keine Nummern. Eine Zumutung für den Postdienst, dachte er. Und dann die vielen Doppelhäuser, kleinen Wohnblöcke, Maschendrahtzäune und unebenen, bröckelnden Bürgersteige. Eine nicht ganz und gar hoffnungslose Gegend, mit staatlichen Schulen und kleinen, florierenden Geschäftsbetrieben. Eine Wohngegend, in der ein Highschool-Abschluss zur Fachhochschule oder zu einer Lehre als Installateur führen konnte. Dies war die hoffnungsvolle Seite. Ein Leben auf der Straße, ein bisschen Crack, die falsche Gang, der sicherste Weg ins Gefängnis. Diese Mischung spiegelte sich in den Häusern. Das eine schäbig und heruntergekommen, das nebenan in Schuss gehalten und gepflegt. Das Viertel erstreckte sich in beide Richtungen über etwa zwölf Häuserblocks und war jedem Streifenpolizisten und jedem Detektiv im Revier vertraut. Es war nicht annähernd so heikel wie die schlimmsten Gegenden der Stadt, die Risiken dennoch unvorhersehbar. Klopfte man an eine Tür, konnte man nicht sagen, ob man mit einer Tasse Kaffee oder einer abgesägten Schrotflinte begrüßt wurde. Zu Charlie im Wald hatte Gabe eine überlebende Angehörige ausgemacht, eine Schwester, die in einer Spedition als Fahrdienstleiterin arbeitete. Zur Zeit von Charlies Ermordung musste sie Anfang zwanzig gewesen sein und somit zehn bis fünfzehn Jahre jünger als ihr Bruder. Gabe hatte keine Ahnung, wie gut sie Charlie gekannt hatte, was sie über seine Ermordung wusste und wie sie seinen Tod verkraftet hatte. Er versuchte nicht zu spekulieren und sich überraschen zu lassen. Endlich fand er die Adresse. Eine weiße, schindelverkleidete, zweistöckige Doppelhaushälfte. Dem bunten Plastikspielzeug nach diente die Einfahrt zugleich als Kinderspielplatz. Er stieg aus, rückte sich die Krawatte zurecht und strich sich die Anzugjacke glatt. Um nicht wie ein Schuldeneintreiber auszusehen, holte er seine Marke heraus und klemmte sie an die Brusttasche seiner Jacketts. Unter der wärmenden Sonne wirkte alles staubig und vertrocknet und er fing augenblicklich an zu schwitzen. Diesen Teil der Ermittlertätigkeit war er nicht gewöhnt. Es war allzu lange her, seit er an Türen geklingelt, Fragen gestellt, den Leuten unscheinbare Details aus der Nase gezogen hatte, um einer Antwort ein winziges Stückchen näher zu kommen. Mit jedem Schritt Richtung Haustür wuchs sein Unbehagen. Auf der obersten Treppenstufe stand ein Dreirad mitten vor der Tür. Er schob es mit dem Fuß zur Seite und wünschte sich, Martha dabei zu haben. Nun drück schon auf die Klingel. Setz dein charmantes Lächeln auf. Drinnen näherten sich Schritte, dann ging die Tür auf. Vor ihm stand eine leicht übergewichtige Frau mit einer üppigen blonden Mähne. Sie trug abgerissene Jeans zum verwaschenen roten T-Shirt und sah ihm mit einem arglosen Ausdruck ins Gesicht. »Mrs. Wilson?« »Ja?« »Gabriel Dickinson. Ich bin Detektiv und bei der hiesigen Polizei für Cold Cases verantwortlich. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.« Er sah, wie sie zögerte, während sie die Fliegengittertür halb geöffnet hielt. Aus dem Hintergrund hörte er Kinderstimmen. Ihre Hände waren mit roter, blauer und gelber Farbe verschmiert. Er kannte sich mit Fingerfarben aus. »Worum geht es?« fragte sie. Er lächelte. »Wir versuchen einigen unaufgeklärten Verbrechen nachzugehen, die viele Jahre her sind.« »Charlie«, sagte sie. Er nickte und beobachtete, wie sich ihr Gesicht verdüsterte. »Ich glaube nicht, dass ich Ihnen da weiterhelfen kann,« wehrte sie ab. »Vielleicht können wir reingehen und uns unterhalten,« sagte er. Sie öffnete die Fliegengittertür, überlegte es sich aber anders. »Nein«, sagte sie. »Die Kinder sind drin, ich möchte nicht, dass sie eine solche Unterhaltung hören. Sie wissen nur, dass ihr Onkel gestorben ist, lange bevor sie geboren wurden.« »Ich verstehe,« sagte Gabe. Er sah, wie die Frau um Haltung rang und versuchte, das Zittern in ihre Stimme zu kaschieren. »Keinem unserer Berichte von damals können wir irgendeinen Hinweis entnehmen, weshalb ihr Bruder umgebracht wurde,« sagte Gabe. »Bei unserer Überprüfung des Falls stellt sich uns dies als entscheidende Frage. Ich hatte gehofft, sie wüssten vielleicht etwas, das uns weiterhelfen könnte.« »Nein«, sagte sie und ihr Ton wurde plötzlich heftig. »Ich habe nicht die geringste Ahnung, heute so wenig wie damals.« »Nun, ich meine, hatte er vielleicht Feinde? War er in irgendwelche Aktivitäten verwickelt, Kriminelle oder etwas anderes, die jemand dazu veranlasst haben könnten, ihn umzubringen?« Gabe sah Charlie vor sich, wie er mit der Waffe im Rücken vorwärtsgetrieben wurde, bis zu der Lichtung, auf der er sterben sollte. Es war eine brutale, gnadenlose Exekution. Irgendjemandem musste es etwas bedeutet haben. Nicht, dass ich wüsste. Er war viel älter, als ich, und deshalb standen wir uns nicht so nahe. Ich wusste herzlich wenig über ihn. Meine Mom hätte ihnen vielleicht weiterhelfen können, aber die ist inzwischen auch tot. Unser Dad ist schon sehr früh von der Bildfläche verschwunden. Als er abgehauen ist, war Charlie gerade mal zwölf und meine Mutter mit mir schwanger. »Wissen Sie, weshalb er die Familie verlassen hat?« fragte Gabe, nur um das Gespräch in Gang zu halten. »Ne Menge Geschichten. Ich meine, was meine Mom erzählt hat, als sie alt und krank wurde. Schlimme Geschichten. Für mich hieß das einfach nur, dass er nicht mehr da war, als ich auf die Welt kam. Charlie hat mir einmal erzählt, dass der Alte ihn ziemlich übel verprügelt hat, und Mom hat einfallen lassen, es wäre wohl das Beste gewesen, dass er uns verlassen hat, aber wieso sie das sagte, hat sie für sich behalten. Wenn man klein ist, nimmt man die Dinge einfach, wie sie sind, wissen Sie? Aber es war für uns alle ziemlich schwer. Ja, sicher. Ein Lohn schreckt zwei Kinder, und Charlie litt an Asthma. Ständig musste meine Mom mit ihm zur Notaufnahme, ohne Krankenversicherung. Sie schwieg einen Moment. Das ist eigentlich meine lebhafteste Erinnerung an ihn. Er keuchte und nach Atem rang, und dann jedes Mal die Panik meiner Mom. Nach dieser neuen Erkenntnis nahm Charlies letzter Gang durch den Wald noch dramatischere Züge an, denn mit jedem Schritt durchs Dornengebüsch hatte er nach Luft gerungen. Wo hat Charlie eigentlich gearbeitet? Ich meine, könnte er sich bei seinem Job Feinde gemacht haben? Er hat in der Kfz-Behörde gearbeitet, stellte neue Führerscheine und Lkw-Transportgenehmigungen aus. In dem Job macht man sich nicht gerade beliebt. Aber auch nicht so unbeliebt, dass einen jemand in den Wald verschleppt und erschießt, ergänzte Gabe innerlich. Wie sieht es mit Freunden aus? Freundinnen? Alkoholprobleme? Hat er immer viel Bargeld bei sich getragen? Hat er vielleicht heimlich Drogen genommen? Sie schüttelte energisch den Kopf. Nein, nichts dergleichen, da bin ich mir sicher. Charlie lebte allein. Soll ich Ihnen sagen, was er liebte? Er war Amateurornithologe, er hat Vögel beobachtet, der Gott noch mal. Vielleicht haben Sie seine Leiche deshalb im Wald gefunden, sagte sie. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Er hat mir immer etwas zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten geschickt, eine Karte oder auch einen Geschenkgutschein. Er war ein lieber Kerl. Sie haben also bis auf den heutigen Tag keine Ahnung, weshalb er ermordet wurde? Nein, bestätigte die Schwester. Im Haus wurden die Kinderstimmen lauter, Rufe nach Mom, ein plötzlicher Tränenausbruch. Mein Feiertag, sagte sie. Mein Mann fährt eine Überlandtour, er ist Fernfahrer und wie Sie sich denken können, bleibt da eine Menge an mir hängen. Ich muss wieder zu den Kindern. Sie hielt die farbverkleckerten Hände hoch. Muss sie irgendwie beschäftigen. Gabe nickte, erreichte ihr seine Visitenkarte. Falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, das uns dabei helfen könnte, diesen Fall zu schließen, sagte er, wäre ich Ihnen für einen Anruf dankbar. Jede noch so unscheinbare Kleinigkeit könnte uns zum Durchbruch verhelfen. Während er dies sagte, war er sich bewusst, wie platt dieser Standardsatz klang. Sie nahm die Karte und steckte sie in die Tasche ihrer Jeans. Okay, sagte die Schwester. Aber damit eins klar ist, ich habe das alles hinter mir. Ich habe schon vor langer Zeit einen Schlussstrich gezogen. Ich will Charlie und das, was passiert ist, lieber vergessen. Wollen Sie denn nicht wissen, fing Gabe an, doch sie fiel ihm ins Wort. Nein, will ich nicht. Und wissen Sie warum? Egal, was Sie herausfinden und mir erzählen, es macht meinen älteren Bruder nicht wieder lebendig und ich werde mich nur mieser fühlen. Das kann ich verstehen, antwortete Gabe, auch wenn er seine Zweifel hatte. War wohl nichts. Verdammt. Bevor er ging, versuchte er noch einen Schuss ins Blaue. Sagt Ihnen der Name Tessa zufällig etwas? Die Schwester sah ihn verständnislos an. Tessa? Ja. Er sah, wie sie überlegte. Dann zuckte sie mit den Achseln. Hübscher Name, aber nein, tut mir leid. Sie wollte schon die Tür zumachen, als sie plötzlich innehielt. Eine Sache hat mir immer zu schaffen gemacht, sagte sie in einer plötzlichen Gefühlsaufwallung. Wieso sie Charlie damals verhaftet haben? Was sollte der Scheiß? Er war der harmloseste Mensch, den sie sich denken können. Hat keiner Fliege was zu leide getan. Selbst bei der Kfz-Stelle, wo sie ihn ständig angeschnauzt haben, wurde er nie sauer. Sie warf den Kopf zurück und schüttelte das Haar. Gabe sah, dass sie mit den Tränen kämpfte. Es war einfach so verdammt unfair. Ich bin nur froh, dass die Sache im Sande verlief. Und dann schloss sie die Tür. Gabe tat zurück. Ihm stach die Sonne in den Nacken, ihm wurde immer heißer, er lockerte seine Krawatte und machte den obersten Kragenknopf auf. Was für eine Verhaftung, rätselte er. Wie angewurzelt blieb er auf der Treppe stehen. Wieso verhaftet? In welchem Zusammenhang? Wann? Von wem? Und wieso stand davon nichts in der Akte? Er drückte noch einmal auf den Klingelknopf, dann ein zweites und ein drittes Mal, bis er sie kommen hörte. Sie stand draußen im Dunkeln und hörte das gedämpfte Wummern der Musik. Mächtige Salsa-Rhythmen, Blechbläser, Gitarren voller Energie, trommelnder, fordernder Rhythmus. Wahrscheinlich jede Menge Leute auf der Tanzfläche, dachte Martha. Viel nackte Haut und Schweiß und Alkohol. In den Toiletten wahrscheinlich ein bisschen Koks mit einer Prise Ecstasy und ein bisschen Viagra. Für hinterher. Martha wartete auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Nachtclub. Sie beobachtete einen Streifenwagen, der langsam den Block abfuhr und vor dem Club fast zum Stehen kam, während die beiden Beamten einen prüfenden Blick auf den Eingang warfen, um nach einer Weile ihre Fahrt fortzusetzen und in der nächtlichen Stadtlandschaft zu verschwinden. Auch die beiden Rausschmeißer, die neben einem roten Absperrseil aus Kunstseide standen, folgten der Streife mit ihren Blicken. Wie zwei Katzen, die ein paar Hunde niederstachen, dachte Martha. Sie holte Tiefluft, klopfte zu ihrer Beruhigung einmal auf die Beretta am Gürtel, tastete nach der kleinen Ersatzpistole am Boden ihrer Tasche. Für einen Moment bereute sie, dass sie gelb nicht gebeten hatte, mitzukommen, doch wahrscheinlich wäre er nervöser gewesen als sie, das Letzte, was sie brauchen konnte. Und jetzt war es spät. Vermutlich saß er bereits über seinem zweiten, dritten oder vierten Drink. Sie trat vom Bürgersteig und überquerte zügig die Straße. Auf der anderen Seite verstellte ihr einer der Rausschmeißer, klein, muskelbepackt, professionell finstere Miene, den Weg. Privatclub, sagte er. Privatgespräch, antwortete sie und hielt ihm ihre Marke unter die Nase. Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss? Brauche ich nicht, aber vielleicht möchten Sie sich mit mir im Revier über knifflige Rechtsfragen unterhalten? Sie griff die Drohung Verstärkung anzufordern? Ein Standardbluff. Pompt trat der zweite Bodyguard vor, legte seinem Partner die Hand auf die Schulter und manövrierte ihn zur Seite. Dieser Kerl war bedeutend größer. Mit der Statue eines Football-Linemann überragte er Martha um Kopfes Länge. Wir wollen nur kein Ärger, Detective, sagte er. Nicht unfreundlich, nur realistisch, aus Erfahrung. Martha musterte ihn. Hab ich den schon mal verhaftet? Vielleicht, höchst wahrscheinlich. Dann wären wir uns ja einig, sagte sie. Kommt nur darauf an, was sie unter Ärger verstehen. Der zweite Wachmann grinste verstohlen. Betten, wir haben genau dieselbe Definition, Detective? Weil wir dasselbe Wörterbuch benutzen, sagte er, tiefe Stimme, gebildete Ausdrucksweise, in seinem Tätigkeitsbereich eher selten anzutreffen. Er hielt ihr die Tür auf, eine höfliche Geste, mit der sie nicht gerechnet hatte. Kaum war sie eingetreten, schlugen ihr die Hitze und die Musik entgegen. Viel Glück, fügte der Türsteher hinzu, als sie an ihm vorbeitrat. Hoffentlich finden sie, wonach sie suchen. Ihre Augen mussten sich an den Kontrast der vielfarbigen Scheinwerfer und des Schummerlichts gewöhnen, ihre Lunge an den Rauch und die verbrauchte Luft, ihre Ohren an Musik, die so laut aufgedreht war, dass sie ihr in sämtlichen Adern pulsierte, als sie in eine Welt sich windender, eng umschlungener oder sich wild drehender Leiber trat. Sie hatte vergessen, wie sinnlich und sexuell stimulierend ein überfüllter Club um Mitternacht sein konnte. Jede Bewegung, jedes Wort war eine Einladung. Es roch förmlich nach Gefahr, nach Abenteuer und Risiko. Eine Gratwanderung zwischen Vergnügen und Gewalt. Sie legte die Hand über die Augen, als könne sie so besser sehen. Es kostete sie Mühe, sich in dieser Flut der Sinnlichkeit auf ihren Job zu konzentrieren. Auf engstem Raum waren hier sämtliche agierenden Personen paarweise, zu dritt und zu viert, durch die Musik, durch Alkoholdrogen und die aufputschende Atmosphäre miteinander verschmolzen. Das Stroboskoplicht an der Decke blitzte über schweißnasser Haut, über Pailletten, engen Hosen, Kettchen und anderen Schmuck. Wie ein Faustschlag traf Martha die Erkenntnis, wie allein sie war. Sie versuchte, sich gut zuzureden, jede Menge Zeugen, Überwachungskameras, ein öffentlicher Ort. Bevor die Angst sie lähmen konnte, strafte sie die Schultern, ließ den Blick über die Tanzfläche schweifen und sah den Mann, hinter dem sie her war. Rico hielt ein Mädchen eng umschlungen, das gut zehn Zentimeter größer war als er, während er sie mit der einen Hand fest an sich drückte und ihr mit der anderen über den Hintern strich. Mit langsamen Bewegungen, die den schnellen, stampfenden Rhythmus der DJ-Musik ignorierten, schob er die Hüften vor. Rico und das Mädchen, Martha schätzte, dass sie halb so alt war wie er und viel zu jung, um in diesem Club zu sein, bewegten sich in ihrem eigenen Takt und der Tanz war nur mittel zum Zweck. Sie kämpfte sich durch die Menge wie ein Lachs gegen den Strom. Rico und seine Flamme schwangen mit geschlossenen Augen an den Hüften vor und zurück. Martha hob den Arm und klopfte ihm auf die Schulter. Auf einem Debutantenball hätte ein Jüngling im Smoking, der gerade die Zahnspange losgeworden war, damit die Damen beim Walzer abgeklatscht. Hier, in diesem Club, zuckte Rico unter der Berührung zusammen und schwenkte mit wütendem Gesicht zu ihr herum. »Hallo, Rico«, sagte Martha, »darf ich um diesen Tanz bitten?« Sie hielt ihm die Marke unter die Nase, nicht für ihn, da er sie bestens kannte, sondern zu dem einzigen Zweck, die Aufmerksamkeit der anderen auf der Tanzfläche zu erregen. Und so schluckte er seinen Ärger sofort hinunter und zeigte ihr ein dünnes Lächeln. »Ah, Detective Rodriguez«, sagte er. »Ich dachte, sie hätten Stubenarrest.« »Rodriguez Johnson«, korrigierte sie ihn. Er schüttelte den Kopf. »Ich dachte, der zweite Teil ihres Namens hätte sich erledigt.« Sein gemeines Lachen galt sowohl dem Mädchen als auch den übrigen Zuhörern in der Menge. »Töffer Typ«, stellte Martha trocken fest. »Ich könnte mir denken, was mein Mann mit dir gemacht hätte. Er hätte dich Stück für Stück auseinandergenommen. Dein mieses, höhnisches Grenzen wird dir bald vergehen, Rico.« »Sollen wir uns hier unterhalten?« sagte sie so laut, dass sie die Musik übertönte. »Oder suchen wir uns ein ruhigeres Plätzchen.« Rico zuckte in einer übertrieben gelangweilten Geste mit den Achseln. Er trug eine teure, vermutlich maßgeschneiderte schwarze Leinenhose zum schwarzen Seidenhemd. Zweifellos hing an der Garderobe noch eine überteuerte schwarze Lederjacke. In ihrer Stadt war das die übliche Ausgehuniform der Drogendealer. Dazu Goldkettchen, Single Malt Whisky, Dom Perignon zur Droge der Wahl. Ecstasy? Aber sicher. Koks? Kein Problem. Der Instinkt der langjährigen Drogenermittlerin schlug Alarm. Zweifellos genoss es Rico in vollen Zügen, dass er das Sagen hatte, solange Two Tears im Gefängnis saß. »Ich will mit Ihnen über Ihren Boss reden. Two Tears.« »Nicht mein Boss«, stellte Rico richtig. »Nur mein bester Freund.« »Oder Geschäftspartner.« »Wir sind nur Freunde, Detective.« »Wie auch immer. Ihr Freund steckt möglicherweise in größeren Schwierigkeiten, als er denkt.« Rico trat unwillkürlich einen Schritt zurück und sah sie ungläubig an. Dann drehte er sich in einer eindrucksvollen Demonstration seiner Autorität zu dem Podium am Ende der Tanzfläche um, auf dem der DJ hinter seinem elektronischen Equipment saß und die Musik durch das Soundsystem peitschte. Rico machte eine einzige Abschaltgeste mit der Hand und binnen Sekunden verstummte die Musik. »Jetzt können wir reden, Detective.« Eine zweite, diesmal ausladende Armbewegung und sämtliche Tänzer, die in der Nähe standen, wichen an den Rand der Tanzfläche zurück, sodass Marta und der Dealer mitten auf dem Tanzboden ungestört miteinander reden konnten. Er lehnte sich ein wenig vor und senkte die Stimme. »Also gut, Detective. Was wollen Sie mir sagen?« »Ganz einfach, Rico. Ich verfolge jetzt Cold Cases. Sie sind nicht mehr beim Rauschgift-Dezernat. Ich untersuche Fälle, die ungelöst zu den Akten kamen, bei denen es keine Verhaftungen gab, bei denen niemand ins Gefängnis kam.« »Klingt nach einer Menge öder, nutzloser Arbeit, Detective. Und was hat das mit meinem Freund Two Tears zu tun?« »Sie kennen den Fall, an dem ich gerade arbeite, Rico. Den ich akribisch untersuche, den ich auseinandernehme, Foto für Foto, Wort für Wort. Ein Mädchen kaum älter als ihr Date dort drüben.« Marta zeigte auf die junge Frau. »Ey, wie alt bist du, Kleines?« rief sie in ihre Richtung. »Fünfzehn? Sechzehn?« Ohne zu antworten verschwand das Mädchen hinter anderen Clubgästen. »Glaubst du wirklich, dass sie ist der richtige Typ für dich?« fragte Marta in ihre Richtung. »Keine Antwort.« Zwischen den Köpfen der anderen blickte das Mädchen nervös zu Rico hinüber. Er grinste. »Detective.« Werden hier in dieser Stadt in diesem Moment nicht andere, wichtigere, schlimmere Verbrechen begangen, um die sie sich kümmern können?« Marta fuhr wieder zu ihm herum. »Allerdings«, sagte sie, »die Frau von Two Tears und der kleine Sohn, den sie miteinander hatten.« »Und haben Sie jemanden auf dem Schirm, der das gewesen ist?« »Schlimme Sarah, dieser Mord.« »Das ging entschieden zu weit, Detective. Das sehen Sie sicher genauso.« »Ich will Ihnen sagen, Rico, was ich sehe. Als Two Tears sie an dem Abend losgeschickt hatte, wusste er, was passieren würde. Und selbst wenn er nicht die Hand am Abzug hatte, wäre es in diesem Staat vorsätzlicher Mord, weil er sie bewusst dort auf die Straße geschickt hat. Und wissen Sie was? Damit ist er genauso schuldig wie die Männer, die aus dem Auto heraus geschossen haben.« Marta beugte sich vor. »Ich glaube, Sie waren da in jener Nacht, Rico. Und ich glaube, Sie haben gehört, wie Ihr Freund Tutius sie in den Tod geschickt hat. Moment. Vielleicht war es ja überhaupt Ihre Idee. Was hatte sie dabei?« »Cooks oder Oxy oder Brown Sugar aus Mexiko? Als Ersatz, weil alle anderen Kuriere beschäftigt waren?« Tutius wusste natürlich ganz genau, dass kein Cop eine hübsche junge Mutter und ihren kleinen Jungen verdächtigen würde. Also waren sie, selbst so spät am Abend, die Idealbesetzung, um noch ein bisschen Stoff durch die Gegend zu tragen. Warum mussten sie auch in diesen Kugelhagel laufen?« Sie suchte in Ricos Miene nach einer Reaktion. Doch das Gesicht des Stellvertreters zeigte nicht die leiseste Euregung. »Schon komisch, wie das Leben so spielt, was, Rico? Sie und Ihr Kumpel wollten nichts weiter als ein bisschen Geld verdienen. Sie haben sich nichts Böses dabei gedacht, nicht wahr? Kein Schaden, kein Faul. Und dann das dicke Ende. Aus Ihrem kleinen Geschäft wird ein Schwerverbrechen, auf das lebenslänglich steht.« Eins musste man Rico lassen. Sein Pokergesicht war unerschütterlich. »Ich krieg ihn dran, Rico. Und das hier ist Ihre Chance, nicht zusammen mit Ihrem alten Kumpel auf der Anklagebank zu sitzen. Ein bisschen viel verlangt als Freundschaftsdienst, oder, Rico? Helfen Sie mir, oder Sie wandern für diesen Mist hier hinter Gitter?« »Ihnen helfen?« fragte er, als habe er sich verhört. »Wofür halten Sie mich?« »Für jemanden, der andere verpfeift,« brauchte er nicht zu sagen. »Ich gebe Ihnen ein bisschen Bedenkzeit. Aber lassen Sie mich nicht zu lange warten. Jemand kriegt für diesen Doppelmord lebenslänglich. Also überlegen Sie es sich gut. Sie oder Ihr Kumpel. Das ist Ihre einzige Chance, Rico. Sie wissen, wo Sie mich erreichen.« Sie legte eine Pause ein. »Dann noch einen schönen Abend. Amüsieren Sie sich. Könnte Ihr letzter sein.« Martha blickte zum DJ hinüber. Sie trat vor, verschaffte sich mit zum Tanz erhobenen Armen und einem wilden Hüftschwung, der keinem Clubbesucher entgehen konnte, freie Bahn und wirbelte einmal um die Achse. »Lass es krachen,« sagte sie sich. »Nicht nur hier.« Als Gabe am nächsten Morgen auf dem Weg ins Verlies war, schwirrte ihm der Kopf vor Ideen und ihn packte eine Mischung aus Tatendrang und Selbstzufriedenheit, ohne dass er selbst recht wusste, woher die Energie kam oder für welche Heldentat er sich auf die Schulter klopfen sollte. Doch zum ersten Mal fühlte er sich wie ein richtiger Detective. Als er den Kopf zur Tür hereinsteckte, sah Martha auf. »Also«, kam sie wie gewohnt gleich zur Sache. »Ich habe ein bisschen Druck auf Two-Tiers ausgeübt. Seinem Partner gesagt, jemand wanderte für diesen Doppelmord, der dem Chief so auf der Seele brennt, in den Baum. Habe alle ein bisschen ins Grübeln gebracht.« Erst jetzt bemerkte sie das schiefe Grinsen in Gabes Gesicht. »Sie haben was rausgefunden?« »Nein«, sagte er, »nicht direkt.« Er griff nach der Kopie der Akte Charlie im Wald und wedelte damit. »Weswegen wurde Charlie verhaftet?« fragte er. Sie schüttelte den Kopf. »Wurde er nicht?« »Falls doch, wäre es hier im Präsidium passiert, oder?« »Sicher.« »Selbst wenn es nur wegen Trunkenheit am Steuer oder unbefugten Betretens gewesen wäre, müssten wir es irgendwo hier in den Akten haben.« »Ja?« »Weil jeder Kopf, der alles daran setzt, einen Mord aufzuklären, jemand wie Martin oder O'Hara dem kleinsten Hinweis nachgehen würde, um seinen Täter zu finden, richtig?« »Ja.« »Ich meine, selbst bei dem kleinsten Vergehen, was weiß ich, einer Ordnungsstrafe, weil jemand Abfälle irgendwo hingeworfen hat oder sowas in der Art.« »Selbst wenn sie keinerlei Zusammenhang mit ihrem Fall erkennen können, wären sie der Sache nachgegangen und hätten wenigstens einen Vermark in der Akte gemacht, richtig?« »Und sei es auch nur, um sicherzustellen, dass Charlie da draußen im Wald nicht hingerichtet wurde, nur weil er seinem Nachbarn wieder rechtlich Müll in den Garten gekippt hat.« »Nochmal«, hakte Martha ungläubig nach. »Charlie ist wirklich verhaftet worden.« »Erhauptet zumindest seine Schwester«, bestätigte Gabe. »Aber es ist nirgendwo dokumentiert. Folglich habe ich eigentlich nichts herausbekommen, sondern nur festgestellt, dass etwas fehlt.« »Weswegen wurde er verhaftet?« fragte Martha. »Wegen einer höchst interessanten Straftat«, antwortete Gabe. Am Frühnachmittag marschierten Gabe und Martha, die Akte Charlie im Wald mit dabei, zielstrebig in die Eingangshalle einer Grundschule. Gabe fühlte sich an Elternabende erinnert. Er war gerne hingegangen. Sein Sohn machte sich gut in der Schule und als Polizeibeamter genoss er einen gewissen Respekt. »Das war einmal«, hackte er die Erinnerung ab. »Es gibt Orte, die einem das Gefühl geben, zum alten Eisen zu gehören.« In dieser Schule fühlte er sich plötzlich wie ein Greis. Martha hingegen war dank ihrer Tochter mit dem Schulalltag noch vertraut. Die bunten Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht, die an den limonengrünen Wänden hingen, erfüllten die ansonsten langweilige, zweckmäßige Umgebung mit Leben, so ähnlich wie die Buntstiftzeichnungen ihrer eigenen Tochter daheim an der Kühlschranktür. Jedes Mal, wenn sie und Gabe an einem Klassenraum vorbeikamen, schlugen ihnen Kinderstimmen entgegen, ein vielstimmiger Chor in einer Tonlage, die Gabe nur von früher kannte. Die Rektorin, eine korpulente Frau ungefähr in Gabes Alter, erwartete sie bereits in ihrem Büro. Sie begrüßte ihre Besucher mit einem Blick, der ihnen sagte, »Husch, husch, setzen, Ruhe im Saal, aufgepasst und keinen Unsinn, wenn ich bitten darf«, wurde das unvermeidliche Ergebnis, wenn man Tag für Tag einen Sack Flöhe hüten muss. »Detectives«, sagte sie, »ich habe sie schon erwartet. Bitte kommen Sie herein.« Als sie ihr Büro betraten, wartete dort bereits ein grauhaariger Mann, der neben der Rektorin klein und schmächtig wirkte, beim näheren Hinsehen jedoch drahtig und agil war. Er trug ein hellblaues Hemd im Military-Style, dazu eine schwarze Krawatte. »Darf ich Sie mit Mr. Marston bekannt machen, der bei uns für die Sicherheit zuständig ist?«, sagte die Rektorin. Nach kurzem Händeschütteln nahmen sie Platz. »Sie waren ja damals schon hier beschäftigt«, wandte sich Martha an Mr. Marston. »Der Wachmann nickte lebhaft.« »Das war meine zweite Arbeitswoche«, sagte er. »Deshalb erinnere ich mich so genau. Ich hatte gerade meinen Dienst bei der Arme quittiert, bei der Militärpolizei, und hier meine neue Stelle angetreten.« Er lächelte. »War nicht ganz dasselbe.« »Andererseits geht es hier wie dort darum, dafür zu sorgen, dass keiner aus der Reihe tanzt.« »Nur, dass ich es hier mit kleineren Leuten zu tun habe«, fügte er mit einem Grinsen hinzu. »Und Sie waren damals auch schon hier?«, fragte Martha die Rektorin. »Ja. Soweit ich weiß, sind wir die beiden einzigen an der Schule, die damals schon da waren. Ich war noch Lehrerin. Aber die beiden Mädchen waren in meiner sechsten Klasse, deshalb kannte ich sie gut.« »Hat einer von Ihnen den Vorfall beobachtet?«, fragte Martha. »Nein, nicht genau. Aber wir haben ihn unmittelbar mitbekommen. Wir haben beide gehört, wie die zwei Mädchen geschrien haben, und dann gesehen, wie sie wegranden. Glückliche Fügung, wenn man so will, dass wir zusammen da draußen standen und nach Schulschluss die Abfahrt der Schulbusse überwacht haben«, sagte der Wachmann und deutete zum Fenster. Die Direktorin stand auf und blickte hinaus. Martha und Gabe folgten ihrem Beispiel. »Wir standen genau dort drüben. Da warten die Busse auf die Kinder. Dort weiter rechts. Und da sehen Sie auch die Bäume neben dem Schulhof? Da haben die Mädchen gestanden.« Der Bursche hatte sich hinter einem der Bäume versteckt, fügte der Wachmann hinzu. »Sie können sich bestimmt vorstellen, wie das ist«, nahm die Direktorin den Faden auf. »Wenn die Kinder scharenweise zu den Bussen stürmen, steigt natürlich der Lärmpegel vor dem Gebäude. Die Schüler sind aufgeregt, übermütig und plappern alle durcheinander. Ein ziemliches Chaos. Andererseits auch gut organisiert, weil wir ja täglich dafür sorgen müssen, dass die Kinder in den richtigen Bus einsteigen. Jedenfalls ist es so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Aber sobald der letzte Bus losfährt, herrscht plötzlich Stille. Man atmet einmal tief durch, auch wenn es nach Dieselabgasen riecht, und freut sich, dass der Schultag vorbei ist.« Sie legt eine Moment, in dem ein Perverse hier herumlungern und sich entblößen würde. Jedes Wort schien sie Überwindung zu kosten. »Wie auch immer, genau in dem Moment hörten wir die beiden Mädels schreien«, fiel der Wachmann ein. »Ich habe gesehen, wie sie hier herüber zurück auf den Schulhof rannten«, berichtete die Direktorin. »Sie ist zu den Mädchen rübergelaufen, ich zu den Perversen. Vermutlich reiner Instinkt«, sagte Mr. Marston. »Charlie im Wald«, dachte Gabe. »Diesmal nur leider Charlie auf dem Schulhof.« »Und wie weiter?«, fragte Marta. »Hab ihn überwältigt wie ein Linebacker beim Superbowl. Er war noch keinen Block weit gekommen. Und Sally hier hatte bereits den Notruf gewählt. Wir sind auf rasches Reagieren getrimmt und haben gehandelt. Natürlich war es auch nicht das erste Mal, dass ich einen Verdächtigen zur Strecke gebracht habe.« »Und?« »Er hatte schon den Reißverschluss hochgezogen, schrie nur die ganze Zeit, ich hab doch gar nichts gemacht. Aber ich hatte ihn im Polizeigriff und hab gewartet. Vielleicht drei Minuten, bis der erste Streifenwagen kam. Bei dem Stichwort Schule, wem sag ich das, sind sie ruckzuck zur Stelle.« »Hat aber denen in Newtown nicht viel gebracht«, barf die Direktorin ein. »Sie waren nicht gerade zimperlich«, nahm sie die Erzählung wieder auf. »Hatten den Burschen mit dem Gesicht nach unten auf den Bürgersteig liegen, Knie im Rücken, während sie ihm die Handschellen anlegten. Erst als die beiden Detektives auf der Bildfläche erschienen, ließen sie ihn aufstehen.« »Zwei Detektives?« »Ja, in einem Zivilfahrzeug, Männer in billigen Anzügen.« Martha und Gabe nickten ihr muntern zu. »Und die Mädchen?« »Wir haben bei ihren Eltern angerufen. Beide Kinder waren ziemlich durcheinander, die Eltern außer sich. Naja, wir waren alle ziemlich durcheinander. Diese Detektives kamen her und nahmen unsere Zeugenaussagen auf. Sie wissen schon, was wir gesehen und gehört hatten, was wir unternommen hatten und so weiter.« »Sie schienen sehr zufrieden darüber, wie die Sache ausgegangen war«, erinnerte sich der Wachmann. »Haben uns wiederholt bescheinigt, wir hätten den Kerl geschnappt.« »Sobald die Mütter da waren, haben die Detektives auch die Mädchen befragt. Zuletzt haben sie dem Täter seine Rechte verlesen und dann habe ich nur noch gesehen, wie sie ihn nicht besonders sanft auf den Rücksitz ihres Wagens verfrachteten«, erinnerte sich die Direktorin. »Und das war's?« »Ja. Das heißt, danach gab es natürlich eine Lehrerkonferenz zur Sicherheit in der Schule und entsprechende Elternabende. Wir haben sogar eine Psychologin angefordert, die sich um die Kinder gekümmert hat.« Gabe überlegte einen Moment. »Ist im Zuge der weiteren Ermittlungen noch einmal jemand von der Polizei auf sie zugekommen? Zum Beispiel diese beiden Detektives? Oder auch ein Staatsanwalt?« »Diese Detektives? Nein.« »Einige Zeit danach erschienen zwei andere Beamte und stellten uns Fragen, aber das war's dann. Wir gingen einfach davon aus, dass sich der Bursche schuldig bekannt hatte, um das Strafmaß zu mildern, sagte der Wachmann.« »Und wir hatten hier selbst alle Hände voll zu tun«, fügte die Direktorin hinzu. »Unter den Eltern kursierten wilde Gerüchte und manche Kinder hatten Albträume. Außerdem mussten wir nach dem Vorfall den Schulschluss umorganisieren.« »Haben Sie den Mann je?«, setzte Marta ein. »Nein,« erwiderte die Direktorin prompt. »Den Kerl haben wir nie wieder gesehen.« Marta schüttelte den Kopf. »Können Sie sich noch an die beiden Detektives erinnern?«, fragte sie. Die Direktorin sah sie erstaunt an. Eine unerwartete Frage. Beide Zeugen schüttelten den Kopf. »Wissen Sie zufällig noch, wie die beiden hießen? Wie sie aussahen? Ist Ihnen irgendetwas im Gedächtnis geblieben?« »Sie fragen uns nach den Cops? Nicht nach den Perversen?«, hakte die Direktorin verwundert nach. »Ja, richtig«, sagte Marta. Der Wachmann wandte sich an die Direktorin. Hatte einer von denen nicht einen irischen Namen? O'Malley oder Shaughnessy?« »Ja, ich glaube schon. Das ist so lange her und eigentlich habe ich seit damals gar nicht mehr darüber nachgedacht. Einfach zu beschäftigt.« »Ohara,« dachte Gabe im Stillen. »Und die beiden Mädchen?«, die Direktorin lächelte. »Längst erwachsen. Eine ist verheiratet und hat selbst ein Kind. Die andere lebt in New York und ist, glaube ich, verlobt. Man versucht als Lehrer, seine Schützlinge ein wenig im Auge zu behalten, immer wieder schön zu sehen, wie etwas aus ihnen wird. Wenn nicht, sie zuckte mit den Achseln. Für einen Moment herrschte Schweigen im Raum. Gabe versuchte, das, was er gehört hatte, einzuordnen. »Was ich nicht verstehe,« fing die Überprüfungen, gab Gabe die übliche nichtssagende Auskunft für solche Fälle, dazu gedacht, jede weitere Frage im Keim zu ersticken. »Nun ja, verstehe,« sagte der Wachmann, der das mit der Routine offensichtlich nicht schluckte. »Was ist denn aus dem Burschen geworden, der die Hose runtergelassen hat? Wurde er eingebuchtet?« »Nein,« antwortete Gabe. »Er ist tot.« »Gut,« sagten der Wachmann und die Direktorin wie aus einem Munde. Gabe und Martha verließen die Schule und überquerten auf ihrem Weg zum Parkplatz eine gepflasterte, kreisrunde Zufahrt. An der Wagentür blieb sie plötzlich stehen. Sie zeigte auf die Baumgruppe, in der sich Charlie im Wald an jenem Schultag verborgen hatte. »Alles, was wir eben gehört haben, hätte in die Charlie-Akte gehört. Datum, Uhrzeit, die Namen der Mädchen, der Direktorin und dieses Wachmanns, ihre Zeugenaussagen,« sagte sie. Gabe deutete an den Bäumen vorbei. »Was haben Sie?«, fragte Martha. Es traf ihn wie ein Schlag, als hätte er ein offenes Kabel unter Strom angefasst. »Schulhof? Bäume? Und sehen Sie, was dahinter kommt.« Sie starrte in die Richtung. Teilweise, von Baumkronen verdeckt, blickte sie auf einen weiteren roten Klinkerbau. »Und was ist das?«, fragte sie. »Noch eine Schule,« sagte Gabe. Er konnte seine Aufregung nur mühsam verbergen. »Eine Grundschule. Eine Junior-High, eine Highschool. Hier draußen in den schicken Vorstadtvierteln liegen Schulen immer gern dicht beieinander,« stellte Martha fest. »Herr, aber jetzt raten Sie mal, wer an der Schule dort drüben war,« sagte er zu Martha. Sie legte die Hand über die Augen und kniff die Lider zusammen, als könnte ihr das helfen, klarer zu sehen. Und dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Sie drehte sich zu Gabe um, doch bevor sie etwas sagen konnte, beantwortete er seine Frage selbst. Tessa. Gabe stand Punkt fünf von seinem Schreibtisch auf und murmelte etwas davon, zu Hause weiterarbeiten zu wollen. Martha durchschaute die allzu offensichtliche Ausrede und hatte schon eine entsprechende Bemerkung auf der Zunge, überlegte es sich jedoch anders und winkte ihm zum Abschied zu. Kaum war sie im Verlies allein, las sie noch einmal Wort für Wort, was sie längst auswendig kannte. Erst viel später packte sie erschöpft ihre Tasche und machte sich auf den Heimweg. Ihr Gehirn arbeitete immer noch auf Hochtouren und sie versuchte mit mäßigem Erfolg ihre verworrenen Gedanken über die vier Mordfälle zu ordnen. Vorsichtshalber fuhr sie langsamer als sonst, während sie nervös mit den Fingern auf dem Lenkrad trommelte. In ihrer Geistesabwesenheit achtete sie nicht auf die Straße. Sechs Blocks von ihrem Mietshaus entfernt wurde ihr schlagartig bewusst, dass sie schon seit einer ganzen Weile dieselben Scheinwerfer hinter sich hatte. Ihr kamen Zweifel. Nein, das bildest du dir nur ein. Dann wieder. Doch, du hast dich nicht getäuscht. Du spinnst, wie sie sich zurecht. Du bist paranoid. Nein, bist du nicht. Sie versuchte im Rückspiegel zu erkennen, wer in dem Wagen hinter ihrem Lenkrad saß. Doch im ständigen Wechsel zwischen Licht und Schatten, Scheinwerferkegeln und Neonreklamen, die sich auf dem Pflaster spiegelten, blieb ihr Eindruck verschwommen. Sie befand sich auf vertrautem Terrain. Einen Steinwurf. Von hier entfernt war sie aufgewachsen. Hier bin ich zu Hause. Etwas heruntergekommene Wohnblocks aus rotem Backstein, mit Graffiti übersät. An jeder Straßenecke eine katholische Kirche mit ihrem Heilsversprechen, hier und da ein wenig einladender, mit ausgebeultem Maschendraht umzäunter Kinderspiel oder Sportplatz, Tante-Emma-Läden, vor denen Teenager herumlungerten. Eine Gegend, teils spießig und behäbig, teils brandgefährlich. An den Bordsteinkanten sammelte sich der Müll, und die Stadtverwaltung tat wenig, um zu verbergen, wie schwer das Leben in dieser Gegend war. Sie hätte längst in die Vorstadt ziehen sollen, wie all die anderen Cops und Detektives, die sie kannte. Grüne Rasenflächen, bessere Schulen und vor allem Sicherheit. Doch aus irgendeinem Grunde hatte sie sich nicht losreißen können. Selbst jetzt noch mit einem kleinen Kind. Dazu verdammt, sich stets in derselben Welt durchzuschlagen, mit denselben Ängsten und Ungewissheiten fertig zu werden. Sie wusste, dass sie einen Fehler machte. Doch dass sie so hartnäckig an ihrem alten Viertel festhielt, rührte offenbar von irgendeinem wunden Punkt in ihrem Unterbewusstsein, und sie fühlte sich machtlos dagegen. Das Scheinwerferpaar im Rückspiegel folgte ihr unbeirrt. Sie bog scharf rechts ab, ein Manöver im letzten Moment, mit quietschenden Reifen. Der andere Wagen folgte ihr im Abstand von etwa zwanzig Metern. Dasselbe Manöver nach links. Der andere Wagen folgte ihr, als ob sie ihn am Abschleppseil. Er schloss weder auf, noch fiel er zurück. Na schön, ich hab verstanden. Mal sehen, was du davon hältst. Sie wechselte den Gang und kroch im Schneckentempo weiter. Der andere Wagen folgte ihrem Beispiel. Sie trat aufs Gas. Als sei es ihrem Verfolger völlig egal, dass sie ihn längst bemerkt hatte, beschleunigte er ebenfalls. Sie schwenkte in eine Seitenstraße und ging binnen Sekunden auf sechzig Meilen hoch. Sie wusste, dass am Ende des Blocks eine Kreuzung kam, und sie raste hinüber, ohne nach links und rechts zu schauen. Dem Unbekannten hinter ihr schien das Spielchen Spaß zu machen, bis er an der Kreuzung, wie jeder Verkehrsteilnehmer, der bei Sinnen war, auf die Bremse trat und stehen blieb. Die Scheinwerfer im Rückspiegel wurden kleiner, doch nur bis er die Verfolgung wieder aufnahm. Dieses Manöver passte nicht ins Konzept. Welcher Serienvergewaltiger in einem gestohlenen Auto beachtet mitten in einer rasanten Verfolgungsjagd ein Halteschild? Martha schluckte und nahm den Fuß vom Gaspedal herunter. Die Scheinwerfer fanden wieder ihren Abstand von zwanzig Metern. Wenn es dem Kerl darum ginge, mir Angst zu machen, würde er mir an der Stoßstange hängen. Oder auch nicht. Sie holte Tiefluft. Okay, das reicht. Etwa in der Mitte des nächsten Blocks machte sie eine Vollbremsung und kam mit flatternden, quietschenden Reifen zum Stehen. In einer fließenden Bewegung schaltete sie auf Parkstellung, schnallte sich los, brauchte einen Moment, um den Türgriff zu betätigen, und sprang hinaus. Als sie sich ihrem Verfolger zuwandte, machte er das Fernlicht an. Das grelle Licht blendete sie so stark, dass sie einen Schritt zurück törmelte. Sie versuchte, nach ihrer Waffe zu greifen, doch sie schien an ihrem Gürtel festzuklemmen. In dieser Sekunde des Zögerns gab der andere Wagen Vollgas, sodass der Motor aufheulte. Im Abstand weniger Zentimeter raste er an ihr vorbei. Sie spürte den Fahrtwind, sprang so hastig zur Seite, dass sie fast das Gleichgewicht verlor. Mit röhrendem Motor bug der andere Wagen in die nächste Straße nach rechts ab und verschwand aus ihrem Blickfeld. Ein, zwei Sekunden lang war sie wie gelähmt. Sie fühlte sich so überrumpelt, dass sich ihr der Magen zusammenkrampfte. Sie wollte ihm ein Schimpfwort hinterherrufen, brachte jedoch kein Wort heraus. Sie hob die Hand über die Augen. Dabei gab es nichts mehr zu sehen. Sie rief sich in Erinnerung, was sie von dem Wagen erkannt hatte. Kleine Limousine, japanischer Hersteller, neueres Modell, Schwarz, aller Welts Fahrzeug. Kein Drogendealerschlitten. Sie stand mitten auf der Straße. Schnell, aber nicht aus dem Konzept zu bringen, stellte sie fest. Sie verwünschte sich dafür, dass sie nicht auf das Kennzeichen geachtet hatte. Wo hast du deine Berufserfahrung gelassen? Erst jetzt merkte Martha, dass sie Mühe hatte, durchzuatmen. Sie lehnte sich an ihren eigenen Kompaktwagen und versuchte, ihren rasenden Herzschlag zu beruhigen. Sie blickte zu einem Mietshaus auf der anderen Straßenseite hinüber, von gleicher Bauweise und Größe wie ihr eigenes ein paar Straßen weiter. Halbverrostete Klimageräte hingen in den Fenstern, als könnten sie jeden Moment herunterfallen. In einem Fenster entdeckte sie schemenhaft eine alte Frau, die zu ihr herüberstarrte, als freute sie sich über die unverhoffte kleine Abwechslung in ihrem ereignislosen Leben. Großstadtdrama, dachte Martha trocken. Ein Streit, Handgreiflichkeiten, mit etwas Glück vielleicht sogar ein wütender Wortwechsel, der in eine Schießerei auf offener Straße mündet. Zweifellos viel unterhaltsamer als das heutige Fernsehprogramm. Die Frau hielt die Augen offen und träumte vielleicht davon, eines Tages als Zeugin in den Nachrichten aufzutreten. Zumindest aber hatte sie Gesprächsstoff für einen Nachbarschaftsklatsch. Martha schloss einen Moment lang die Augen und zog die feuchte Nachtluft ein. »Du hast Rico herausgefordert. Also war mit so etwas zu rechnen. Wenigstens hast du ihm an dem Abend sein Date versaut.« Sie stieg wieder ein und dachte, während sie die letzten beiden Blocks nach Hause fuhr, an ihre kleine Tochter und ihre grauhaarige Mutter, die daheim auf sie warteten. Düsteres Schweigen, wütende Blicke. Kaum hatte sie die Wohnung betreten, ahnte sie das bevorstehende Donnerwetter ihrer Mutter, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wieso. Sie brauchte nicht viel detektivisches Gespür, um zu erraten, dass es um eine Sache unter Erwachsenen ging und dass sich der mütterliche Zaun erst entladen würde, nachdem Martha ihre Tochter zu Bett gebracht und ihr eine gute Nachtgeschichte vorgelesen, das Licht ausgemacht und gewartet hatte, bis sie fest schlief. Sie stand in der winzigen Küche und erledigte den Abwasch, während sich ihre Mutter hinter ihr eine Tasse Tee bereitete. Sie hieß Esperanza, Spanisch für Hoffnung, auch wenn sie sich beide schon allzu lange mit der Aussichtslosigkeit ihrer Situation abgefunden hatten. Als Martha mit der Arbeit fertig war, ließ sie sich eine Weile heißes Wasser über die Hände laufen. Offizier bei den Marines. Gemeindepfarrer. Klingeln an der Haustür. Wir kommen mit einer traurigen Nachricht. Was kannst du laut sagen? Todesnachrichten werden nicht selten von einer händeringenden Abordnung überbracht. Ihre Mutter nippte an der dampfend heißen Tasse. Was hast du getan? fragte sie in eisigem Ton. Entschuldigung, erwiderte Martha. Getan? Wie meinst du das? Wem bist du auf die Füße getreten? Vielen, niemanden im Besonderen. Mutter, wovon redest du? Ihre Mutter senkte die Stimme ein wenig, doch ihr Ton wurde schneidend. Als ich heute Maria von der Schule abgeholt habe, ist uns jemand bis nach Hause gefolgt. Die ganze Strecke bis hierher. Was soll das heißen, euch gefolgt? Genau das, was ich sage. Martha lähmte sich an die Küchentheke. Woher willst du das wissen? So etwas merkt man. Das war keine Antwort und so versuchte es Martha noch einmal. Moment mal, der Kerl, der dich verfolgt hat, muss doch irgendetwas gemacht haben, sich seltsam verhalten haben, sonst wäre dir nicht aufgefallen, oder? Ihre Mutter schüttelte den Kopf. Manchmal weiß man so etwas einfach, sagte sie. Da war ein Mann, der dann auf einmal verschwunden war, und als wir ein Stücke laufen waren, tauchte er in einigem Abstand plötzlich wieder rauf und beobachtete uns. Ich bin deshalb stehen geblieben und mit der Kleinen in den Laden an der Ecke gegangen, für ein paar Minuten. Doch als wir wieder rauskamen, stand er auf der anderen Straßenseite und sah wieder zu uns herüber. Erst dann ist er weggegangen. Hätte genauso gut jemand sein können, der nach einer Alteisse sucht, dachte sie. Kannst du ihn beschreiben? Esperanza zuckte die Achseln. Er hat eine große Sonnenbrille und eine Baseballkappe auf. Yankees, wenn ich mich recht entsinne. Und wie groß? Stämmig oder dünn? Jung oder alt? Ihre Mutter blickte zur Decke, als hoffte sie auf eine Eingebung von oben. Jung, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist er auch etwas älter, als ich mich erinnere. Ich habe versucht, nicht hinzusehen. Allzu groß wäre er nicht normal, würde ich sagen. Martha stöhnte leicht genervt. Jung, aber vielleicht auch alt. Groß, aber vielleicht doch eher klein. Ihre Mutter hätte eine lausige Polizistin abgegeben. Waren noch viele andere Leute auf dem Bürgersteig unterwegs? Ja, das machte es so schwer, den bösen Mann nicht aus den Augen zu verlieren. Woher weißt du, dass er böse war? Das spürt man eben. Wodurch ist er dir denn überhaupt aufgefallen? Keine Ahnung. Ich habe mich umgedreht und da war er. Und wieso hast du dich umgedreht? Ihre Mutter zuckte wieder mit den Achseln. Du kannst Fragen stellen. Martha ignorierte die gereizte Geste. Und dieser Mann, der hat euch nicht angesprochen. Nein, dazu kam er nicht nahe genug heran. Martha nickte. Hat Maria etwas davon? Ihre Mutter schüttelte energisch den Kopf. Nein, wo denkst du hin? Sie ist arglos. Ich würde nie zulassen, dass unser kleiner Engel so etwas... Esperanza sprach den Satz nicht zu Ende. Wer könnte das sein? Fragte ihre Mutter zum zweiten Mal, zunehmend angespannt. Hat das etwas mit einem Fall von dir zu tun? Lüg mich nicht an. Ich weiß, was für Leute du in deinem Job gegen dich aufbringst. Das sind furchtbare Menschen. Mörder und Drogendealer. Abschaum. Die Gottes Zorn auf sich laden. Und jetzt ist einer davon hinter uns her. Im Moment macht mir weniger Gottes als mütterlicher Zaun zu schaffen, dachte Martha. Falls dieser Kerl ihr noch mal auf dem Weg von der Schule begegnet, haben wir eine Bombe in unserer unmittelbaren Umgebung, die jeden Moment hochgehen kann. Wie die in Afghanistan, die Alex getötet hat. Ich habe ihn so geliebt. Etwas, das man im Dreck verscharrt und mit einem Handy zündet. Was für eine feige Art zu töten. Martha wusste, dass es absurd war, diese Dinge zu vermengen. Was ihrem Mann zugestoßen war, was ihrem Partner passiert war und was jetzt ihre Mutter verängstigte, hatte nichts miteinander zu tun, auch wenn es sich für sie so anfühlte wie ein und derselbe Strudel, der sie in die Tiefe zog. Sie wollte Klarheit im Leben, jedes Ding an seinem Platz. Doch stattdessen wirbelte alles durcheinander. Ich denke, es gibt eine ganz harmlose Erklärung dafür, sagte sie. Ich arbeite an keinem besonderen Fall, deshalb glaube ich nicht, dass uns jemand einschüchtern will. Manchmal wunderte sie sich selbst, wie glatt ihr die Lügen über die Lippen gingen. Ihre Unterhaltung mit Rico hatte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dazu geführt, dass jemand sie beschattete, vorausgesetzt, die Kenntnis davon hatte an den einschlägigen Straßenecken bereits die Runde gemacht. Jedenfalls hielt sie es für klüger, ihrer Mutter nichts von dem Wagen zu sagen, der sie auf dem Heimweg zu einer Verfolgungsjagd herausgefordert hatte. Sie tätschelte Esperanza den Arm und sagte in beschwichtigendem, zuversichtlichem Ton Ich weiß, es ist manchmal schwer, aber ich glaube nicht, dass es irgendetwas zu befürchten gibt. Trotzdem sollten wir vielleicht mal darüber reden, ob wir uns eine neue Wohnung suchen sollten. Maria liebt ihre Schule, wandte Esperanza ein, und die einzigen Menschen, die sie noch hat, sind in dieser Gegend aufgewachsen. Mein toter Soldaten-Ehemann stammt von hier. Ich stamme von hier. Sicher, aber wir sollten trotzdem darüber nachdenken. Alle anderen Detektors wohnen in der Vorstadt, vermutete sie jedenfalls. Und können wir uns das leisten? Sicher? Noch so eine kühne Behauptung. Ihre Mutter nahm einen Schluck Tee und sah ihre Tochter nachdenklich an. Und meinst du, da wäre es sicherer für Maria? Bevor sie antworten konnte, kam Martha eine düstere Erkenntnis. Für Tessa, die einfach so für immer verschwunden ist, war die Vorstadt nicht sicherer gewesen. Vorsorglich wandte sie sich ein wenig von ihrer Mutter ab, damit sie ihr die Zweifel nicht vom Gesicht ablesen konnte. Sie riss sich zusammen und gab sich optimistisch. Ja, und dort sind ausgezeichnete Schulen, und sie wird schnell neue Freunde finden. Ihre Mutter nickte. Jetzt kommen meine Sows im Fernsehen, sagte sie. Lass uns später noch einmal darüber reden. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es wirklich Zeit, woanders hinzuziehen. Damit stand sie auf und ging ins Wohnzimmer. Martha war drauf und dran, ihr zu folgen, beschloss jedoch, auf das Geräusch des Fernsehers zu warten. Erst jetzt, als sie endlich einen Moment für sich hatte, stieg ihr bei der Erinnerung an die Verfolgungsjagd und an das Erlebnis ihrer Mutter eine ohnmächtige Wut hoch. Ich bin allein und doch nicht allein. In Sicherheit und doch nicht sicher. Sie kehrte zum Ausguss zurück, sortierte das restliche Geschirr in den Spüler und schärfte sich ein, vor dem Schlafengehen eine ihrer Waffen auf dem Nachttisch bereitzulegen, auch wenn sie nicht wusste, ob sie, falls es hart auf hart kam, noch in der Lage war, sie zu benutzen. Vielleicht waren ihre Waffen nichts weiter als Dekoration. Ein Schritt. Zwei Schritte. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Gabe stand vor seinem Haus und blickte, den Hausschlüssel in der Hand, in die Abenddämmerung. Drinnen erwartete ihn noch mehr Dunkelheit als draußen. Es kostete ihn Überwindung, das leere Haus zu betreten. Doch draußen herumzustehen war auch keine Lösung. Wie jeden Abend schwappte die Einsamkeit über ihn hinweg, und er musste tief Luft holen und sich gut zureden, bevor er aufschloss, in einer reflexhaften Bewegung um die Ecke griff, das Licht in der Dealer anknipste und eintrat. Dann schlüpfte er wie jeden Abend aus dem Jackett, warf die Aktentasche in die Ecke und legte seine Waffe sowie die Autoschlüssel auf die Konsole. Als nächste Amtshandlung würde er sich einen steifen Drink gönnen und bei seinem wöchentlichen Pflichtbesuch bei den anonymen Alkoholikern den Geläuterten spielen. Es bereitete ihm diebische Freude, denen eine tiefsinnige, glaubwürdige Lüge unterzujubeln, die niemand entlarven konnte. Eine Stunde später saß Gabe mit gelockertem Schlips, geöffnetem Kragen, aufgekrempelten Ärmeln und in Socken in seinem Wohnzimmer. Ein paar schwache Lampen kämpften gegen die Dunkelheit an. Der Fernseher war an, doch den Ton hatte er abgeschaltet. Auf dem Bildschirm lief ein Baseballspiel, aber von den banalen Kommentaren, dem Klacken des Balls auf dem Schläger und dem Grön der Zuschauer, blieb er verschont. Er kannte weder den Spielstand, noch wusste er, wie viele Schläge der Beta hatte, nicht einmal welches Inning sie spielten. Auf dem Sofatisch wurde ein halb aufgegessenes Mikrowellengericht aus Spaghetti und Fleischklößchen kalt. In einer Hand hielt er eine Flasche Bier, in der anderen ein großes Glas. Mit geübtem Schwung goß er sich die halbe Flasche ein und kippte einen doppelten Scotch hinzu. Bier mit Schuss, dachte er, früher die bevorzugte Droge der Arbeiterklasse. Er trank das bittere Gemisch in großen Schlucken und hielt sich, obwohl ihm nicht heiß war, ein paar Mal das kalte Glas gegen die Stirn. Ich sollte besser in eine Spelunke gehen und mir beim Barkeeper den Kummer von der Seele reden. Stattdessen kreisten seine Gedanken um Charlie im Wald, der mit entblößtem Ständer an einem Schulhof lauerte. Grundgültiger, was für ein Klischee. Natürlich wusste Gabe, dass dieses Klischee traurige Realität war. Schulschluss war ein Magnet für Sexualstraftäter. Ein Rätsel war ihm hingegen, was Charlie auf dem Rücksitz eines Streifenwagens mit einem vermissten Mädchen und, viel später, mit einem Hinrichtungsmord tief im Wald zu tun hatte. Hat Charlie Tesser entführt? Das könnte seinen Tod erklären. Ein bisschen Lündjustiz. Gibt es dafür irgendwelche Beweise? Nein, ein gar nix, sagte er laut. Er blickte zur Decke. Beim nächsten Ansturm offener Fragen hielt es ihn nicht länger im Sessel. Für einen Moment schwankte er ein wenig. Er fing sich jedoch, indem er wie ein Hochseilakrobat beide Hände zur Seite streckte und es ohne Netz und doppelten Boden bis in die Diele schaffte. Er schnappte sich die Aktentasche und kramte nach seinem Notizbuch. Wann wurde Charlie verhaftet und wieder freigelassen und dann getötet? Sein Verstand kämpfte gegen den Alkohol an, der Verwirrung stiftete, und so klammerte er sich an die Idee, dass die zeitliche Abfolge vielleicht Klärung brachte. Gabe kam das seltsame Bild eines Spinnennetzes in den Sinn, alle Fäden miteinander verbunden, aber jeder einzelne so dünn, dass er bei der kleinsten Berührung riss. Er ging seine Notizen durch. Zu dem Vorfall vor der Schule war es mehrere Wochen nach dem Verschwinden von Tessa gekommen. Er atmete aus. Das hilft uns nicht weiter, stellte er fest. Und zwischen Charlies unrühmlichem Abtransport von der Schule und bis zur Entdeckung seiner Leiche im Wald lagen noch einmal fünf Monate. In Gapes Kopf jagten sich die Zahlen. Charlies Leiche musste zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Wochen, vielleicht sogar einen Monat lang verwest sein. Gabe hing einen Moment einer Wunschvorstellung nach. Wäre es nicht toll gewesen, wenn Charlie direkt nach seiner Entlassung ermordet worden wäre? Damit wüssten wir jetzt wenigstens was anzufangen. Doch so war es nun einmal nicht gelaufen. Im Streifenwagen weggekarrt und wundersamerweise noch am selben Abend wieder bei seinen Lieben daheim, in ein irgendwie einsames, abgeschottetes Leben. So wie meins. Erst viel später getötet. Wofür? Ach Gott, verdammt! machte Gabe seinem Frust Luft, auch um herauszuhören, ob er schon lallte. Ah, toll! Erschöpft lehnte er sich an eine Wand, wo aus er die Flasche Bier und Scotch im Blickfeld hatte. Aus einer Flasche werden zwei, aus zwei, vier, doppelt so viel Scotch dazu. Trink die Flasche aus. Was er dort vor sich sah, war einer von vielen öden Abenden, die damit endeten, dass er betrunken aufs Sofa sank und einschlief oder, wenn er Pech hatte, auf den Boden sackte und am nächsten Morgen mit steifen Gliedern erwachte. Toll, wenn ich ein bisschen Valium hätte, das ich mit dem Bier runterkippen könnte. Nach einer wäre ich hinüber, aber erst hätte ich mir selig angesäuselt ein Ständchen gesungen. Bei drei würde ich die Augen verdrehen und ins Koma fallen. Fünf bis zehn und ich bräuchte mir keine Sorgen mehr zu machen, wie ich mich am nächsten Morgen fühle. Er riss den Blick von der Bierflasche los und sah aus dem Fenster. Inzwischen war es Nacht. Dichte, undurchdringliche Nacht, hier und da von einer Eingangslampe oder einem nicht zugezogenen Fenster erhellt. Er ließ den Blick die gegenüberliegende Häuserei entlang schweifen. College-Direktor, leitender Kaufhausangestellter, Fußballtrainer in der Schule. Gartenzwerg-Idylle, Feithofsruhe, dachte er. Jede Menge Rasenmäher am Samstagmorgen, freundliches Winke-Winke und nichts dahinter. Dann im Lächeln kaschierte Tristesse. Jeder trinkt für sich allein. Wem ist an diesem Abend sonst noch danach, sich zu besaufen und eine Handvoll Pillen einzuwerfen? Als er sich gerade wieder umdrehen wollte, bemerkte er den Wagen, der in der Mitte des Blocks am Bordstein stand. Seltsam. Niemand parkt an der Straße, sondern in der Eilenfahrt. Er nahm den Wagen ins Visier. Er war schwarz und verschmolz mit der Nacht. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, glaubte er, eine Gestalt auf dem Fahrersitz auszumachen. Vielleicht holt er jemanden von einer Dinnerparty ab und wartet im Wagen. Oder es ist ein Teenager, der sein Date nach Hause gebracht hat. Der Wagen stand immer noch an derselben Stelle. Plötzlich wurde Gabe bewusst, dass er, im Gegensatz zu dem Fahrer im Auto, im hell erleuchteten Fenster gut zu sehen war. Mach das Licht aus, befahl er sich, damit du was siehst. Doch außer mit der Hand zu zucken, rührte er sich nicht. Es koch ihm kalt den Rücken herunter. Er fühlte sich wie gelähmt. Er hatte das schreckliche Gefühl, als starrte ihn jemand unverwandt an. Schlimmer noch, derjenige, der ihn anstarrte, hatte ein Präzisionsgewehr in der Hand und Gabe's Stirn im Fadenkreuz. Ich werde den Schuss nicht mehr hören. Er wollte den Kopf schütteln, um die albernen Hirngespinste loszuwerden. Wer könnte es darauf abgesehen haben, mich umzubringen? Niemand. Außer mir selbst. Er blickte weiter unverwandt ins Dunkel. Als er plötzlich das Gefühl hatte, keine Luft zu bekommen, riss er an seinem längst geöffneten Kragen, während er sich innerlich anschrie, Du spinnst! Je länger er so dastand, desto übermächtiger wurde die lähmende Gewissheit, dass er für den Unbekannten dort draußen eine Zielscheibe abgab. Ihm trat der Schweiß aus allen Poren, im Wohnzimmer war es plötzlich unerträglich heiß und er hatte einen staubtrocknen Mund. Duck dich! Geh in Deckung! Er gab sich Befehle, ohne sie zu befolgen. Wie vom Blick einer Kobra gebannt, die den Kopf für den tödlichen Biss aufgerichtet hat, starrte er in die Dunkelheit, um das Augenpaar zu erkennen, das ihn zu durchbohren schien. Wo ist meine Waffe? Auf der Konsole im Flur, neben den Autoschlüsseln. Vom Fenster weg! Rennen die Diele, schnapp dir endlich deine Knarre! Auf Socken verflucht nochmal! Wirf ein Magazin ein, reiß die Tür auf und stürme mit erhobener Waffe los! Und wenn es sein muss, dann mach ernst! Feuere ein, zwei Schuss ab notfalls das ganze Magazin! Blas ihn weg zum Teufel! Es schien alles so klar auf der Hand zu liegen und trotzdem rührte er sich nicht vom Fleck. Mach schon! Endlich riss er sich vom Fenster los, drehte sich um und war mit wenigen Schritten in der Diele. Es fühlte sich an, als hätte er Zentnergewichte an den Füßen und einen Stahltresor auf den Schultern. Geht's vielleicht ein bisschen schneller? Mit zitternden Händen löste er die Lasche des Holsters und holte seinen Dienstrevolver heraus. Mit Schrecken wurde ihm bewusst, dass die Waffe vielleicht nicht geladen war und so warf er das Magazin aus, nur um festzustellen, dass alle Kammern mit 9mm-Patronen bestückt waren. Also schob er es wieder hinein, lud durch und entsicherte die Waffe, um hinaus zu stürmen. Stürmen traf es wohl nicht ganz. Stürfen wie ein alter Mann wäre wohl eine treffendere Bezeichnung. Er holte tief Luft und riss die Tür auf. Wie auf Autopilot rannte er die Eingangsstufen hinunter und den Pfad entlang. Im nächsten Moment fand er sich auf dem Rasen seines Vorgartens wieder, mit leicht gegrätschten Beinen und angewinkelten Knien in Schussstellung, beide Hände an der Waffe und auf die Stelle gerichtet, an der er den Meuchelmörderfahrer nur wenige Meter entfernt vermutete. »Keine Bewegung!« brüllte er. Im Wagen regte sich etwas. »War das ein Gewehr?« Er spürte, wie sich unwillkürlich sein Finger am Abzug krömmte. Mit einem letzten klaren Gedanken registrierte er, dass er in einen regelrechten Wahn getaumelt war, denn in seinem Kopf schrien jetzt mehrere unbekannte Stimmen wild durcheinander. »Schieß! Schieß endlich! Verdammt, sonst bist du dran!« »Aussteigen!« brüllte er. »Die Hände über den Kopf!« Er war so in Bedrängnis, dass er fürchtete, jeden Moment die Kontrolle zu verlieren. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, das Adrenalin rauschte ihm in den Ohren. Wieder sah Gabe, wie sich die Gestalt im Wagen bewegte. »Wird die Windschutzscheibe zerbrechen, wenn ich schieße? Feuere das ganze Magazin ab! Gib dem Killer keine Chance! Puste ihn weg!« Die Person in dem schwarzen Fahrzeug öffnete die Tür. Die Innenbeleuchtung ging an. Gabe sah eine Baseball-Kappe mit dem Schirm nach hinten, ein rot-weiß-blaues Hemd mit einem Logo darauf. Ein sechzehn- oder siebzehnjähriger Junge. Mit erhobenen Händen stieg er aus. »Pizza-Lieferservice«, sagte er heiser. »Himmel, Mister, nicht schießen, bitte. Ich habe nur noch eine Adresse gesucht.« Der Junge blieb mit erhobenen Händen reglos stehen. Gabe hätte schwören können, dass er ihm Befehle zugerufen hatte. Vielleicht hatte er die Lippen bewegt, aber kein Wort war herausgekommen. Er stand einfach nur da, mit einer geladenen, entsicherten, halbautomatischen Waffe und zielte auf die Brust eines Kindes. Es schien ihm, als hätte er noch zehn Minuten mit erhobener Waffe dagestanden, bevor er sich entspannte und die Arme sinken ließ. Doch wahrscheinlich waren es nur dreißig Sekunden. Als die Hand mit der Pistole endlich schlaff an seiner Seite hing, schwirrte Gabe der Kopf. »Was habe ich getan?« »Tut mir leid, Junge. Tut mir echt leid. Ich habe dich für jemanden anderen gehalten,« stotterte er und machte ihm Zeichen, sich ruhig wieder in den Wagen zu setzen. »Himmel!« wiederholte der Pizzaburte. Gabe wusste, dass eine weitere Erklärung angesagt war. »Ich, ich bin Polizist. Ich arbeite an einem Mordfall. Hab dich für einen Drogendealer gehalten,« sagte er. Etwas lahm, wenn er bedachte, dass er den harmlosen Teenager in Todesangst versetzt hatte, aber die erste und einfachste Lüge, die ihm in den Sinn kamen. »Himmel!« brachte der Pizzaburte ein drittes Mal heraus. »Ich habe wirklich gedacht, Sie erschießen mich!« Gabe schüttelte stumm den Kopf. Da ihm keine weitere Entschuldigung einfiel, fragte er stattdessen, »Nach welcher Adresse suchst du denn?« »Was?« fragte der junge Mann zurück. »Die Adresse.« »Himmel!« Das vierte Mal. Doch gleichzeitig griff er in seine Tasche und zog einen Zettel heraus. Mit zitternder Stimme las er die Hausnummer vor. »Zwei Blocks weiter auf der linken Seite. Mit dem großen weißen Briefkasten am Tor,« sagte Gabe. Er deutete mit dem Pistolenlauf in die Richtung. »Himmel!« Zum fünften und letzten Mal. Gabe sah zu, wie der junge Mann einstieg, die Tür zuzog, den Motor anließ und zögerlich die Straße weiter fuhr. Er blickte ihm hinterher, bis die Rücklichter im Dunkel verschwanden. »Extra Peperoni sind ein mieser Grund zu sterben,« dachte Gabe. »Wetten, er sucht sich eine andere Arbeit? Noch heute Nacht.« Auf dem Weg zurück ins Haus dämmerte ihm, wie viel Glück er gehabt hatte, in den zurückliegenden Minuten nicht zum Mörder geworden zu sein. Völlig ungewiss, ob der Botenjunge jemandem davon erzählen würde, dass ihn ein angesäuselter Irrerkopp mit vorgehaltener Pistole bedroht hatte. Er konnte lediglich hoffen, dass der Kleine sich mit seiner Story nur bei seinen Freunden wichtig machte und dass die ihm die Räuberpistole nicht abnahmen. Als Gabe am nächsten Morgen im Verlies zur Tür hereinkam, sah Martha zu ihm auf. »Sagen Sie mal, ist bei Ihnen in den letzten Tagen irgendetwas Besonderes vorgefallen?« Gabe hängte sein Jackett über die Rückenlehne seines Schreibtischstuhls. Für einen Moment blickte er sich in dem kleinen Büro um, als suche er in dem spartanischen Raum nach einer Abweichung von dem Grau in Grau. Und ob, lag ihm schon auf der Zunge, gestern Abend bei mir vor dem Haus. Doch bei dem Stichwort Pizzajunge wurde ihm klar, dass er sich zum Deppen machen würde, wenn er ihr die Geschichte erzählte. Andererseits, was soll's? »Na ja, irgendwie schon.« »Was heißt »irgendwie?« hakte Martha nach. »Gestern Abend parkte eine schwarze Limousine an der Straße und ich dachte, jemand observiert mein Haus.« Das Bier und den Scotch, den Angstschweiß, nicht nur bei ihm, sondern auch bei dem armen Jungen, den er mit der Knarre bedroht hatte, behielt er klugerweise für sich. Stellte sich als harmlos heraus, fasste er den Sachverhalt zusammen. »Wieso fragen Sie?« drehte er in betont beiläufigem Ton den Spieß um. Martha zuckte mit den Achseln, um ihren Vorfall herunterzuspielen. »Na ja, auf der Heimfahrt hat mich irgendein Typ verfolgt, quer durch die Stadt. Gas gegeben, wenn ich beschleunigte, auf die Bremse getreten, wenn ich langsamer fuhr. Als ich eine Vollbremsung machte, ist er mir vorbei, gezischt und verschwunden.« »Marke und Modell? Kennzeichen?« »Nein, leider nicht. Schwarz, klein, vermutlich gestohlen. Wahrscheinlich kein Grund zur Sorge.« Gabe plumpste auf seinen Stuhl. »Hat ihn trotzdem ein bisschen Angst gemacht, oder?« »Nein,« log Martha. »Beim Rauschgift-Dezernat haben die schlimmen Jungs ständig irgendeinen Scheiß versucht, um uns Angst einzujagen und zu zeigen, wie tough und gefährlich sie sind. Die alten Spielchen, wir wissen, dass ihr uns im Visier habt, aber wir euch auch, Ätsch-Bätsch, wie im Kindergarten.« Die Coolness, mit der Martha den Vorfall behandelte, machte ihm schmerzlich bewusst, wie sehr ihm die praktische Erfahrung als Kopf und die entsprechenden Instinkte abgingen. Er versuchte nicht, noch mehr Blößen zu geben, schärfte er sich ein. »Sie glauben also nicht?« Bevor er die Frage zu Ende bringen konnte, fiel ihm Martha ins Wort. »Und kaum komme ich nach Hause, so erzählt mir meine Mutter, jemand sei ihr und meiner Tochter auf dem Heimweg von der Schule gefolgt.« Gabe sagte nichts. »Zu Fuß. Sie gehen immer zu Fuß, bei jedem Wetter. Punkt drei Uhr nachmittags holt meine Mutter sie ab. Sie treffen sich draußen. Es sind nur sechs Blocks. Belebte Straße.« »Sie leben mit Ihrer Mutter zusammen?« »Ja. Nicht immer ganz leicht.« Es klang eher wie anstrengend, nervig, unmöglich. »Und der Mann, der Ihnen gefolgt ist?« »Möglicherweise groß, vielleicht aber auch klein. Eher jung oder doch ein bisschen älter.« Trug eine Baseballkappe. »Vielleicht.« Mit anderen Worten. Sie lachte leise. »Meine Mutter ist nicht gerade die zuverlässigste Zeugin.« »Hat dieser Mann irgendetwas gesagt oder getan?« »Nein.« Das war das Erste, was ich sie gefragt habe. Martha schüttelte frustriert den Kopf. »Ich glaube, sie war ein wenig verwirrt,« sagte Martha. »Kommt das bei Ihrer Mutter öfter vor, dass sie verwirrt ist?« Martha verdrehte die Augen. »Nein.« »Na, das heißt schon. Manchmal.« »Sie ist meine Mutter.« »Sie ist immer irgendwie wirr.« »Das ist Ihr Normalzustand.« Martha drehte sich zu ihrem Schreibtisch um und griff wahllos die Akte von Larry, dem Jogger vom Stapel, für Gabe das Zeichen, dass dieser Teil ihrer Unterhaltung beendet war. Gabe deutete mit dem Kopf auf die Papiere, die Martha vor sich ausbreitete. »Ich frage mich gerade,« sagte er bedächtig, »ob vielleicht auch Larry vor neunzehn Jahren von zwei Polizisten aus dem Morddezernat verhaftet und gleich wieder laufen gelassen wurde.« Die Ex-Frau war von ihrem Besuch offensichtlich nicht begeistert. »Das ist eine Ewigkeit her. Er ist tot. Es war eine traurige Sache, ein Schock. Aber das Leben muss weitergehen. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen weiterhelfen kann,« stellte sie klar. Sie war eine adrette Frau mit sportlicher Figur, ungefähr Mitte 50, mit kurzgeschnittenem dunklem Haar, gekleidet mit einem eng anliegenden cremefarbenen Seidenshirt, das für Gabe, in Kombination mit der teuren Designer-Jeans im Used-and-Destroyed-Look lässigen Wohlstand signalisierte. Sie wohnte in einer Gegend mit prächtigen großen Häusern und weitläufigen Gärten. In der Einfahrt stand ein neues Audi-Cabrio. Doch so leicht ließ sich Martha nicht abwimmeln. »Wir haben einige Fragen.« Bevor die Frau antworten konnte, dröhnte eine Stimme aus dem Hintergrund. »Wer ist da, Liebling?« Die Ex-Frau zögerte, bevor sie über die Schulter rief. »Irgendwelche Detektives. Sie interessieren sich für meinen verstorbenen Mann.« Aus einem Zimmer im hinteren Teil des Hauses trat eine stämmige Frau, knapp 1,80 groß, mit einer üppigen, zerzausten, blonden Mähne, die sie noch größer erscheinen ließ. Sie trug einen fleckigen Jeans-Overall. Der Reißverschluss war fast bis zur Taille heruntergezogen und Gabe starrte unwillkürlich auf das große S, das Superman-Emblem, das auf dem abgewetzten blauen T-Shirt herunter hervorleuchtete. Die Frau wischte sich die Hände an einem bunt verschmierten Lappen ab und begrüßte Martha und Gabe mit einem Lächeln. »Hi, Detektives. Ich lege sowieso gerade eine Mittagspause ein,« sagte sie. »Sie sind Künstlerin?« fragte Gabe. »Ja, Installationen,« erwiderte die Frau. »Ich kombiniere Skulptur und Malerei.« Sie zwinkerte verschmitzt. »Wenn es die Auftraggeber wünschten, würde ich mir auch glatt ein Gedicht aus den Fingern saugen. Mehrzweck-Objekte.« »Sie ist berühmt,« klärte die Ex-Frau Gabe und Martha auf. »Prestigeaufträge.« Die größere Frau knuffte sie liebevoll gegen den Arm. »Geben das seine. High-End-Immobilien zu verhökern ist auch nicht übel. Also, Detektives, wie können wir Ihnen weiterhelfen?« »Ihr ermordeter Mann,« sagte Martha zu der Immobilienfrau. »Wir wüssten gerne, ob er damals, als sie beide noch zusammen waren, jemals verhaftet wurde.« »Streng genommen waren wir nie wirklich zusammen,« entgegnete die Maklerin. »Natürlich schon, aber wir waren beide, wie soll ich es beschreiben, hin- und hergerissen,« so flirrte ihre Gefährtin. »Wie meinen Sie das?« Die Ex-Frau zögerte. »Sagen wir einfach, wir waren uns beide nicht sicher, in welche Richtung wir wollten.« »Entschuldigung,« warf Gabe ein. »Richtung?« »Sexuelle Orientierung.« »Ach so.« »Demnach war ihr Mann,« hakte Martha nach, »er war nicht sonderlich an mir interessiert. Ich glaube, er hat mich nur geheiratet, weil das von ihm erwartet wurde. Eine Vernunftheirat, wie man so etwas früher nannte. Ich war seine Alibi-Frau.« »Was hat er beruflich gemacht?« »Er war auch im Immobiliengeschäft. Gewerbliche Objekte. Ziemliche Achterbahnfahrt. Eben kommst du noch ganz groß raus, im nächsten Moment bleibt dir nur ein leeres Büro. Wir haben uns kennengelernt, als wir bei derselben Firma in verschiedenen Sparten arbeiteten. Junge, hab ich den Laden gehasst. Jetzt hab ich meine eigene Firma.« »Und gab es irgendwelchen Ärger mit der Polizei?« »Festnahmen«, brachte Martha die Unterhaltung wieder auf den Punkt. »Nein, eigentlich nicht.« Gabe schüttelte den Kopf. »Wie kann man eigentlich nicht verhaftet werden?« Die Maklerfrau blickte zwischen ihrer farbverklecksten Lebensgefährtin und Gabe hin und her. Anfangs hatte mein Mann nur eine Vorliebe dafür, andere Männer an anonymen Orten aufzureißen. Parkplätze, Bars, öffentliche Parks. Sie wissen schon, für eine schmutzige kleine Nummer. Ich glaube kaum, dass seine Familie oder die christlich-konservativen Eigentümer der Firma, bei der er arbeitete, diese Aktivitäten gut geheißen hätten. Na ja, jedenfalls war das nur der Anfang. Eigentlich war er nicht schwul. Er war wütend. Sex war für ihn ein Ventil, seine Wut rauszulassen. Mit Männern, die er dominieren wollte. Mit Frauen, die er vergewaltigen wollte. Zumindest in der Fantasie. Und da er es nicht immer bei der Fantasie belies, geriet er ab und zu mit der Polizei in Konflikt. Unterm Strich kam er aber immer mit einer Verwarnung davon. Ich meine, sie sagten ihm, er soll sich damit nicht noch einmal erwischen lassen. Sowas in der Art. Verstehe, sagte Martha. Larry reizte einfach die Gefahr. Er liebte die Anonymität. Er kommt es wohl nicht lassen, immer wieder neue sexuelle Praktiken auszuprobieren. Er lebte für das Risiko. Manchmal kam er ein bisschen angeschlagen nach Hause. Mit blutunterlaufenden Fingerknöcheln, aufgeplatzter Lippe oder so, als hätte er sich auf eine Schlägerei eingelassen. Aus heutiger Sicht alles ziemlich traurig. Aber ihn törnte es eben an. Martha nickte aufmunternd um mehr zu erfahren. Manchmal kam es mir so vor, als ließe er nichts aus, fuhr die Maklerin fort. Bondage? Aber sicher. Sadomaso? Nichts lieber als das. Mit Minderjährigen? Mit älteren Partnern? Warum nicht? Er war immer auf der Suche nach dem Nervenkitzel, nach Macht an der Grenze zur Gewalt. Er wurde mir immer unheimlicher. Als er ermordet wurde, hatten wir uns schon vor längerer Zeit getrennt. Gott, ich kann von Glück sagen, dass ich da noch rechtzeitig rausgekommen bin. Und ich hatte inzwischen... Sie warf ihrer lächelnden Gefährtin einen vielsagenden Blick zu. Larry wusste von meiner neuen Beziehung, sagte sie. Er... Die Lebensgefährtin fiel ihr ins Wort. Er hasste mich. Er stand plötzlich vor der Tür, gewöhnlich, wenn er getrunken hatte und wurde... Naja... Ausfällig. Das heißt verbal, brachte die Ex-Frau den Satz zu Ende. Sie seufzte. Ich vermute, dass er nur deshalb in den Park joggen ging. Ich meine, wahrscheinlich hielt er Ausschau nach neuen Opfern. Vielleicht sehnte er sich auch danach zu sterben. Keine Ahnung. Zu der Zeit hatte er schon eine eigene Wohnung. Ich weiß zwar nicht, was er mit seiner übrigen Freizeit angefangen hat, aber ich kann es mir denken. Das habe ich damals auch alles diesen Detektives gesagt. Diesen Detektives. Marta gab sich Mühe, ihre nächste Frage in einem möglichst neutralen Ton zu stellen. Können Sie sich noch an die beiden erinnern? Die Frauen schienen zu überlegen, schüttelten jedoch den Kopf. Nein, höchstens ganz verschwommen. Ich weiß nur noch, dass der eine richtig groß und kräftig war. Krug hat und Muskeln. Fast ein bisschen furchteinflößend, als müsste er seine geballte Energie mühsam im Zaum halten. Joe Martin, stellte Gabe innerlich fest. Wer sonst? Die Ex-Frau schüttelte den Kopf. Jetzt fällt's mir wieder ein, sagte sie mit einem zarten Lächeln, als freue sie sich vielleicht doch noch hilfreich zu sein. Was denn? fragte Marta gespannt. Ich hatte das deutliche Gefühl, dass sie Larry von irgendwoher kennen. Sie meinen, er und die Polizisten kamten sich bereits? Ja. Soweit ich mich erinnere, haben sie mich nicht erst über Larry ausgefragt, als sie an der Haustür standen. Sie wollten nicht wissen, was er beruflich macht, was er für ein Mensch ist, so wie sie beide jetzt. Es kam mir so vor, als wüssten sie bereits alles über ihn und das war merkwürdig. Ich meine, sie kamen, um seine Ermordung aufzuklären und irgendwie passte es nicht dazu, wie sie sich verhielten. Aber natürlich kenne ich mich mit Ermittlungsarbeit nicht aus. Gabe schaltete sich ein. Ich habe noch eine Frage. Sagen Ihnen diese Namen vielleicht etwas? Er las der Maklerin die Namen Charlie, Mark und Pete vor und fügte ein paar Einzelheiten hinzu, wie sie gestorben waren. Beide Frauen schüttelten den Kopf. Nein, leider nicht. Nie gehört. Gut, fuhr Martha fort, indem sie wieder ihren nüchternen Ton anstimmte, während sie innerlich wie elektrisiert war. Nur noch eine Sache. Können Sie sich vielleicht an einen vermissten Fall von damals erinnern, in dem Jahr vor der Ermordung ihres Mannes? Ein junges Mädchen, die Zeitungen nannten sie die verschwundene Tessa. Oh Gott, ja, und ob wir uns daran erinnern, platzte die große Frau heraus. Wie könnte man das je vergessen? Das war entsetzlich, so traurig. Wurde der Fall je? Nein, antwortete Gabe, bevor sie ihre Frage ausgesprochen hatte. Die Künstlerin schüttelte immer wieder langsam den Kopf. Das war ein fürchterlicher Schock. Mann, diese ersten Nächte. Das ging ans Eingemachte. Meine Nichte Rose war in Tessas Klasse, wohnte nur ein paar Blocks weiter im selben Viertel wie sie, fuhr mit demselben Bus wie Tessa. Und stellen Sie sich vor, sie war an demselben Abend im Dunkeln unterwegs gewesen, auf dem Heimweg von einer anderen Freundin, nur ein paar hundert Meter entfernt. Als brechen die Erinnerungen in einer plötzlichen Woge über sie herein, lehnte sie sich mit dem Rücken an die geöffnete Tür. Meine Schwester, mein Gott, die Arme war völlig außer sich, in Tränen aufgelöst. Ich musste für ein paar Nächte zu ihnen rüberkommen, weil Rose nicht schlafen konnte. Ich glaube, meine Nichte wurde den Gedanken nicht los, dass es genauso gut sie statt Tessa hätte treffen können. Sie können sich denken, wie das ist, wie einem Kind, das im Dunkeln im Bett liegt, die Fantasie einen Streich spielen kann. An diesem Punkt schaltete sich die Maklerin wieder ein. Er kam her, als sie bei ihrer Nichte war. Er hatte getrunken. Er wollte unbedingt rein, aber ich habe ihn nicht gelassen, habe ihm nicht einmal die Tür aufgemacht. Als dann plötzlich ein Fenster klirrte, habe ich den Notruf gewählt. Aber als die Polizei eintraf, war er schon über alle Berge. Sie warf ihrer Partnerin einen fragenden Blick zu und die farbverschmierte Frau nickte. Sag es ihnen, ermunterte sie sie. Naja, ich habe den Fehler gemacht und ihm gesagt, wo meine Freundin ist. Diana ist wegen dieser schrecklichen Geschichte mit Tessa drüben bei Rose. Wenn sie zurückkommt, verpasst sie dir einen Tritt in den Hintern. Oder so etwas in der Art. Ich kann mich nicht mehr an die genauen Worte erinnern. Und? hakte Martha nach. Naja, Larry war betrunken und er sagte, wetten, jemand hat seinen Spaß mit der Kleinen? Das habe ich natürlich auch den beiden Beamten zu Protokoll gegeben, die an dem Abend herkamen. Scheußlich, so etwas zu sagen, oder? fügte die Künstlerin hinzu. Scheußlich? dachte Martha. Ist wohl maßlos untertrieben. Und ihre Nichte? Alles in bester Ordnung. Erwachsen, verheiratet, eigene Kinder. Lebt in Boston. Aber ich kann Ihnen sagen, die Kinder haben damals viele Wochen gebraucht, bis sie ihre Angst einigermaßen überwunden hatten. Auch wenn es noch so irrational ist, so etwas geht einem eben unter die Haut. Es würde mich nicht wundern, wenn die eine oder andere nie drüber weggekommen wäre. Tessas Verschwinden hat allen hier einen Mordschrecken eingejagt. So von einer Sekunde zur anderen, wie vom Erdboden verschluckt. Die Lebensgefährtin strich sich mit der Hand über die Stirn und hinterließ eine bunte Kriegsbemalung auf der Haut. Aber das brauche ich Ihnen hier wohl nicht zu erzählen, sagte sie. Ich habe keinen Sohn. Nicht mehr. Sie können mich mal, Detective. Aufgelegt. Die nächste Nummer. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er hat mein Leben ruiniert. Hat mich meine Ehe gekostet. Hat mich alles gekostet. Und Sie wollen sich nach 20 Jahren mit mir über ihn unterhalten? Vergessen Sie es. Aufgelegt. So viel also zu Mormon Pop, dachte Gabe und strich zwei weitere Namen von der Liste. Er starrte auf die Akte Pete zu Hause. Er hatte noch einen weiteren Namen, auch wenn er sich nicht viel davon versprach. Wer weiß, manchmal hat man Glück, wenn man es am wenigsten erwartet. Und wir hätten es uns allmählich verdient. Wirklich? Egal. Auf jeden Fall machte er sich daran, den Namen zu googeln und eine Telefonnummer aufzutreiben. Er wurde fündig. Die Ex-Freundin wohnte in der Nähe. In der 20 Jahre alten Akte hatte sich in der sauberen Handschrift von Detective O'Hara ein kurzer Eintrag gefunden. Ermittler sicherten im Nachttisch ein Foto des Opfers mit einer zweiten Person. Auf dem Foto waren beide Personen nackt. Rückseitige Aufschrift College-Zeit mit Liz Mitchell Super im Bett Bei Befragung der ehemaligen College-Freundin Elizabeth Mitchell gab die Zeugin an, vom Drogendealen der Zielperson nichts gewusst zu haben. Ihren Angaben zufolge hatte sie sich Jahre zuvor vom Opfer getrennt. Konnte keinen Namen etwaiger Drogenkontakte nennen, konnte keinen möglichen Täter nennen. Erklärte sich, obwohl sie über keine sachdienlichen Informationen verfüge, zu weiterer Zusammenarbeit bereit. Sagte, ich weiß nicht, aus welchem Grund ihn jemand umgebracht haben könnte. Erneute Kontaktaufnahmen der Detectives steuerten keine weiteren Erkenntnisse bei. Diese letzte Zeile war nicht gerade ermutigend, doch so wie die Dinge lagen, griffen er und Martha nach jedem Strohhalm, der sich ihnen bot. Der Akte von Pete zu Hause war nicht einmal eine Kopie des Fotos beigefügt. Gabe konnte nur vermuten, dass der Schnappschuss bei den Cops am Tatort die Runde gemacht und für einige Lacher und Bemerkungen über den Körperbau der jungen Frau geführt hatte, um dann in irgendeiner Hosentasche zu verschwinden. Eines wusste Martha nur zu gut. Für jemanden, der sich von rivalisierenden Drogendealern ein paar Kugeln einfängt, hatten die meisten Detektives nur Schulterzucken übrig. Sollte irgendwo, irgendwann zufällig ein Angeklagter gegen Strafminderung die eine oder andere Information oder gar einen Namen preisgeben, prima, danke. So läuft der Hase nun mal. Bis dahin gehörte der Mord von Pete zu Hause schlicht zu jenen Verbrechen, die die Aufklärungsrate vermiesten und sich folglich nachteilig auf Bundeszuschüsse auswirkten. Als sie die große Apotheke betraten, entdeckten sie Elizabeth Mitchell hinter der Theke. Sie trug einen weißen Kittel, erteilte einem halben Dutzend jüngere Leute Instruktionen und machte ganz den Eindruck, als hüpfe sie wie ein Gummiball zwischen ihrem Computer und den Medikamentenregalen hin und her. Als sie die Ermittler sah, winkte sie sie zum Beratungsbereich und bat ein älteres Paar in der Schlange, sie vorzulassen. Ohne Gabe und Martha zu Wort kommen zu lassen, sagte sie, Sie wissen schon, dass seitdem zwanzig Jahre ins Land gegangen sind, oder? Ich meine, ich kann mir beim besten Willen nicht denken, wie ich ihnen von Hilfe sein sollte. Nachdem ihr Exfreund ermordet worden war, haben sie mit zwei Detektives gesprochen, fing Martha an. Ja, sicher, ungefähr zwei Minuten. Ich glaube, ich konnte ihnen schon damals nicht weiterhelfen. Gabe beugte sich vor. Vielleicht ist ihnen ja im Rückblick nach all den Jahren Ich blicke nicht zurück, fiel ihm Elizabeth ins Wort. Ist ihnen vielleicht mit dem Abstand der Zeit der eine oder andere Gedanke gekommen, wieso er ermordet worden sein könnte? Nein, wir waren nicht lange zusammen, wir haben Schluss gemacht. Und Jahre später wurde er erschossen. Ich hatte nicht mehr das Geringste mit ihm zu tun. Ich war nicht mal auf seiner Beerdigung. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt eine gab, bemerkte Martha. Nur für Sekunden war Elizabeth Mitchell um eine Antwort verlegen. Sehen Sie, was erhoffen Sie sich von mir? Ich hatte ihn aus meinem Leben gestrichen, komplett. Hätte ich ihn nicht dieses verdammte Foto machen lassen, hätte mich nie jemand mit diesem Fall in Verbindung gebracht. Martha warf einen Blick in die Akte. Er hat das Studium abgebrochen, ist aber noch ein paar Semestern zurückgekehrt? Hieß es später irgendwo. Damals habe ich nichts davon mitbekommen, wäre mir aber auch egal gewesen. Mehr oder weniger dasselbe habe ich vor 20 Jahren Ihren Kollegen gesagt. Im Ernst, ich glaube, Sie vergeuden hier nur Ihre Zeitdetektives. Martha betrachtete sie nachdenklich. Die hübsche Frau war geschäftsmäßig gekleidet, das sah im Nacken zu einem Knoten geschlungen. Ihre direkte, effiziente Art mochte auf den einen unhöflich, auf den anderen unnahbar wirken. Kaum vorstellbar, dass Elizabeth Mitchell einmal für ein Foto posiert hatte, das ans Pornografische grenzte. Sie trug einen Trauring am Finger und ein Kurzifix um den Hals. Martha warf einen verstohlenen Blick auf die Arbeitsnische im Rücken der Frau. An einer Trennwand hingen Fotos von kleinen Kindern. Diese Frau gehörte wahrscheinlich zu den Müttern, die ihren Kindern vorschreiben, wann sie Spaß haben durften und wann nicht. Wie lange waren Sie und das Mordopfer am College zusammen? Nicht lang, höchstens vier Wochen. Können Sie Ihre Beziehung ein wenig beschreiben, fragte Martha. Die Frau zuckte mit den Achseln. Haben uns auf einer Party kennengelernt. Es war die klassische College-Affäre. Ein paar Wochen lang ziemlich heiß, mit viel Sex, Alkohol und noch mehr Sex. Ich denke nicht gern daran zurück und würde Sie bitten, die Sache vertraulich zu behandeln. Selbstverständlich, log Martha. Dann haben wir Schluss gemacht. Wie immer man das nennen will, was dazwischen uns lief, es ist einfach verpufft. Als es vorbei war, habe ich mich nicht mehr darum gekümmert, was er trieb und ich schätze er umgekehrt auch nicht. Soweit ich mich erinnere, habe ich ihn danach nie wieder gesehen. Der Campus ist groß, kein Problem, sich aus dem Weg zu gehen. Martha glaubte ihr kein Wort. Was war der Anlass, dafür Schluss zu machen, bohrte sie weiter. Die Apothekerin trat von einem Bein aufs andere. Na ja, mir war eben klar geworden, dass er nicht der Richtige für mich ist. Und wie kamen sie zu diesem Schluss? Sie beugte sich ein wenig über die Theke und senkte die Stimme. Das ist Schnee von gestern. Ich meine, Sie fragen mich nach einer kurzen Beziehung, die ich vor einer Ewigkeit am College hatte? Allein schon der Gedanke daran ist mir peinlich. Ich war jung, ein wenig außer Rand und Band, aber die Ernöchterung kam schnell. Was soll daran heute noch wichtig sein? Wir versuchen lediglich, uns ein Bild von ihrem Exfreund zu machen. Wir sind bemüht, ein paar Cold Cases zu lösen und seine Ermordung ist einer davon, erklärte Gabe mit Nachdruck. Als das mit uns anfing, kannte ich ihn nicht besonders gut. Und als ich ihn dann etwas besser kennenlernte, war er mir irgendwie nicht geheuer. Deshalb hab ich es beendet, bevor es richtig angefangen hatte. Er bereitete mir Unbehagen. Was genau hat Ihnen Unbehagen bereitet? fragte Martha nach. Die Apothekerin sah sich um, als wollte sie sich am liebsten hinter ihrem Computer verstecken. Eine Kommilitonin aus meinem Studentenheim hat es mir erzählt. Sie hatte es von einer Freundin und die hatte wiederum aus einem anderen Studentenheim ein Gerücht gehört. Naja, Gerede halt. Da wurde viel getratscht. Wieder zögerte die Apothekerin. Angeblich ist er dort in das Zimmer seiner ehemaligen Freundin eingebrochen und hat sie vergewaltigt, rückte Mrs. Mitchell schließlich heraus. Hat sie vielleicht auch geschlagen? Jedenfalls ist sie ein paar Tage danach zur College-Leitung gegangen. Sie hat nie Strafanzeige gegen ihn erhoben, sondern sich nur bei der Verwaltung beschwert. Dabei war allgemein bekannt, dass sie alles daran setzten, so etwas unter den Teppich zu kehren. Mehr weiß ich nicht ehrlich. Ich habe damals davon gehört und beschlossen, ihn schleunigst loszuwerden. Eine Weile hatte ich Angst, er könnte dasselbe mit mir machen, deshalb habe ich sämtlichen Mitbewohnerinnen in unserem Haus davon erzählt. Daraufhin haben wir sein Foto an die Wand gehängt mit einer Warnung darunter. Auf keinen Fall reinlassen. Vielleicht war das ein bisschen überzogen, jedenfalls ist er nie wieder aufgetaucht. Vermutlich hatte ich nichts von ihm zu befürchten. Möglich. Vielleicht aber doch, gab Gabe zu bedenken. Was wissen Sie noch über diese Anschuldigung? Nichts wirklich. Ich kann nur wiedergeben, was ich damals von meinen Freundinnen mitbekam. Es stand wohl Aussage gegen Aussage, deshalb wurde eine Vereinbarung getroffen. Er erklärte sich bereit, das College für ein paar Semester zu verlassen, bis zu ihrem Abschluss. Ich nehme an, aber das ist reine Spekulation, dass er, nachdem ein bisschen Gras über die Sache gewachsen war, zurückkommen wollte. Das haben mir auch diese Cops erzählt, die damals wegen seiner Ermordung ermittelten. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Gabe und Marta gaben sich noch nicht zufrieden. Beide hatten das untrügliche Gefühl, dass sie noch nicht alles erfahren hatten. Und das, was Sie uns gerade erzählt haben, haben Sie das den beiden Detektives damals auch gesagt? Ja, alles. Dann müsste es in der Fallakte stehen, sagte sich Marta. Tut es aber nicht. Und Ihre Aussage hätte damals zu weiteren Ermittlungen führen müssen, zum Beispiel einer Befragung der nächsten Angehörigen des vergewaltigten Mädchens. Überhaupt ein paar Recherchen zu ihrem familiären Umfeld, das wäre das Mindeste gewesen. Sie räusperte sich und stellte die nächste Frage eindringlich und mit Bedacht. Können Sie sich vielleicht an einen Vermisstenfall erinnern, der damals hohe Wellen schlug? Tessa Gibson, die Tochter des... Die Apothekerin fiel ihr ins Wort. Ach so, die Tochter von Professor Gibson. Das war einfach schrecklich, wirklich schrecklich, schrecklich, platzte sie heraus und legte mit einem Mal mehr Anteilnahme an den Tag als während des ganzen bisherigen Gesprächs. Sie war so ein wunderbares Mädchen. Was für eine Tragödie. Hat Pete, das Mordopfer, vielleicht den Professor gekannt oder Seminare bei ihm belegt? Nein, nein, er studierte BWL, wollte Unternehmer werden. Klar doch, die einfachste Art von Unternehmertum ist der Drogenhandel, dachte Martha sarkastisch, in Amerika die sicherste Methode, an schnelles Geld zu kommen. Gabe hingegen hörte etwas anderes heraus. Aber Sie kannten den Professor, nicht wahr? Ich hatte bei ihm zwei Seminare in Chemie belegt. Er war einfach toll, einer der besten Lehrer in meinen gesamten vier Studienjahren. Er war geistreich, engagiert, jede Stunde war spritzig und hat Spaß gemacht. Er gab einem das Gefühl, dass es nichts Spannenderes auf der Welt gibt als Chemie. Ihm verdanke ich es letztlich, dass ich zum Masterstudium in Pharmazie zugelassen wurde. Er schrieb mir eine überschwängliche Empfehlung und die hat's gebracht. Ich wüsste zu gern, ob er noch dieses Poster über seinem Schreibtisch hängen hat. Gabe nickte. Hat er, sagte er. Bei der Erinnerung huschte zum ersten Mal ein kleines Lächeln über ihr Gesicht. Professor Gibson traf sich immer nach der letzten Laborstunde mit seiner Frau und Tessa. In meinen Augen waren sie die perfekte Familie. Tessa war vielleicht zwölf oder dreizehn und sah uns so ehrfürchtig bei unseren Experimenten zu, als arbeiteten wir für die NASA. Sie stellte uns höfliche Fragen zu dem, was wir gerade machten. Bestimmt wollte der Professor, dass sie auch einmal in die Wissenschaft geht. Und sie hat uns überhaupt nicht gestört, so nett, wie sie war. Still, aber nett. Aber Pete war nicht in diesem Labor, wie Sie sagen. Nein, allerdings erinnere ich mich, dass er in dem Monat, in dem wir zusammen waren, häufiger vorbeikam, um mich abzuholen. Da müsste er auch Tessa ein paar Mal gesehen haben. Mrs. Mitchell schien einen Moment lang zu überlegen. Als er das letzte Mal kam, habe ich mit ihm Schluss gemacht. Es war dieser hässliche Moment der Konfrontation, wo man dem anderen klar macht, das war's für mich. Ziemlich unangenehm. Wir standen im Flur vor dem Labor, als es passierte. Ich stellte ihn vor vollendete Tatsachen, Pete wurde wütend, ein Wort gab das andere, wir haben uns die Meinung gesagt. Schon möglich, dass auch ein paar Schimpfworte fielen. Unglücklicherweise waren Tessa und Mrs. Gibson ebenfalls im Flur, als zwischen uns die Kammerton gehalten. Ich habe geheult und ihn angeschnauzt, er hat zurückgebrüllt. Dann hat er mich am Arm gepackt und so heftig weggestoßen, dass ich gestolpert bin und gegen Tessa krachte. Daran kann ich mich noch ganz genau erinnern, weil sie hinfiel und weinte. Jedenfalls sah ich, als ich mich aufrappelte, wie sich Pete und der Professor Brust am Brust gegenüber standen. Gibson warnte ihn. Wenn Sie nicht augenblicklich hier verschwinden, rufe ich den Wachdienst. Und dann hat der Piet noch gedroht, wenn er mir noch einmal zu nahe trete, würde er ihn verklagen. Ich war ihm echt dankbar. Er hat mich beschützt. Professor Gibson war ein Schatz. Viele Mädchen, Chemie im Hauptfach studierten, schwärmten für ihn. Die Apothekerin trat von einem Bein aufs andere, als stünde sie auf heißen Kohlen. Sämtliche Mädchen der Studentenverbindung haben sich an der Suche nach Tessa beteiligt. Ich wir waren die ganze Nacht da draußen. Eine schreckliche Erinnerung. Es war unendlich traurig. Wenn ich daran denke, kommt noch heute in mir die Angst hoch. Wegen meiner eigenen Kinder. Sie presste die Lippen aufeinander. Ich muss dann mal wieder an die Arbeit, sagte sie. War's das dann? Ich wüsste gar zu gerne, dachte Gabe, ob bei dem Streit im Flur das Wort vergewaltiger fiel. Keine Kontaktpersonen, keine Hinterbliebenen, kein Motiv, keine Verdächtigen, keine Verhaftungen, keine weiterführenden Ermittlungen. Martha kam zu dem Schluss, dass sie höchst wahrscheinlich die schlampigste, gleichgültigste Mordermittlung in Händen hielt, die sie je gesehen hatte. Die Akte Mark M. Wagen war Lichtjahre von dem entfernt, was man unter einer gewissenhaften polizeilichen Ermittlung verstand. Ballistikbericht, Autopsiebericht, Tatortbericht. Und das war's auch schon. Sie saß an ihrem Schreibtisch und beugte sich vor wie eine Studentin, die schlecht vorbereitet mal jede einzelne Seite der dürftigen Akte durch, bevor sie den Ordner Gabe zur neuerlichen Überprüfung gab. Während er ihrem Beispiel folgte, stand sie hinter ihm und warf alle Nase lang ein, sagen Sie, ob ich etwas übersehen habe, oder da kann ich nichts Besonderes feststellen, oder Fehlanzeige. Man könnte meinen, wir hätten es bei diesem Typ mit einem Alien zu tun, das einfach so vom Himmel fällt und kaum dass es da ist, ermordet wird, murrte sie. Ein bisschen gefoltert und erst dann ermordet, stellte Gabe richtig, während er Tatort und Autopsie Bericht las. Das heißt, er war kein unbeschriebenes Blatt. Irgendjemandem muss er etwas bedeutet haben, sonst hätte sich der Mörder nicht einiges einfallen lassen, um ihm in seinen letzten Minuten einige Qualen zu bereiten. Leichte Schnittwunden von einem rasierklingenartigen Instrument, zwei Fingernägel ausgerissen, Prellungen an Gesicht und Hals, Schusswunde in der Schläfe, Peng und du bist tot, Kumpel, Pech gehabt. Wenn sich Gabe das Verbrechen ausmalte, kam er zu dem Schluss, dass sich der Mörder, den Blutergüssen nach, bei seinen brutalen Schlägen übel zugerichtete Fingerknöchel eingehandelt haben musste, bevor er das Opfer in den Wagen verfrachtete. Vielleicht auch vom Rückschlag bei seinem tödlichen Schuss aus nächster Nähe. Höchstwahrscheinlich war der Killer mit Blut- und Gehirnmasse bespitzt. Und was sagt uns das? Er ist nicht einfach davon spaziert. Er hat sich in einen Wagen gesetzt und ist weggefahren. Hat im Wagen jemand auf ihn gewartet? Gabe führte sich den Tatort vor Augen. Folglich handelte es sich um Zweitäter und das Opfer. Jemand der hinter dem Opfer saß und ihm eine zweite Waffe an den Kopf hielt um sicherzustellen dass er nicht vom Beifahrersitz sprang und ihnen entkam. Das wäre dann anders als bei den Morden an den anderen dreien. Im Wald zwei Mörder? Nicht Unbedingt Im Park zwei Mörder? Nicht Unbedingt In der Wohnung zwei Mörder? Nicht Unbedingt Aber dass ein zweiter Mann nicht unbedingt erforderlich war, hieß noch lange nicht, dass es ihn nicht gab. Oder auch drei. Oder vier. Gabe versuchte weiter, den Mord wie einen Film vor seinem geistigen Auge abspulen zu lassen. Zwei Männer, einer steigt aus, um das Fluchtauto zu holen, unterdessen wartet das Opfer und der Mörder im anderen Fahrzeug. Das Opfer denkt schon, es sei vorbei, sie würden ihn ziehen lassen. Schließlich hat er dem Kerl, der ihn mit der Klinge gequält und ihm die Fingernägel ausgerissen hat, alles gesagt, was er hören wollte. Er hat große Schmerzen, aber es ist vorbei. Leben davon gekommen, im Wagen ist die Heizung an, entspannt sich ein wenig, schließt vielleicht die Augen, und dann pang, der Mörder steigt aus. Der einzige Zeuge, der Mann, der den Schuss gehört und aus dem Fenster gesehen hat, erwähnte nichts von zwei Mördern, fragt sich, ob wir diesen Zeugen nach all den Jahren wieder auftreiben können. Zu viele Fragen, dachte Gabe, mit allem, was du dir gerade ausgemalt hast, könntest du hundertprozentig daneben liegen. Er zeigte auf den Namen in der Akte. Ich wüsste gern, ob der Mann noch irgendwo rumläuft. Wenn er nicht gestorben ist, müsste er zu finden sein. Oder was schlagen sie vor? Ohne Martas Antwort abzuwarten, haute er in die Computertasten. Ein paar Stunden später kam ihnen Father Malone auf der Kirchentreppe entgegen. Der freundliche, übergewichtige Mann mit graumeliertem rotem Haar, passend zu den rosigen Wangen und einem Doppelkinn, unter dem der Hals von einem zu engen Stehkragen eingeschnürt wurde, begrüßte sie mit einem kräftigen Handschlag. Freue mich immer, dem Freund und Helfer helfen zu können, sagte er lächelnd, bevor er sie um die Kirche herum zu einer ramponierten Kellertreppe führte. An der Tür stand in leuchtendem Rot, passend zu Father Melones Haaren und Bäckchen, auf einem handgeschriebenen Anschlag Suppenküche, Öffnungszeiten Montag bis Sonntag von sieben bis siebzehn Uhr. Ich habe Mr. Williams heute noch nicht zu Gesicht bekommen, aber wenn er nicht irgendwo da draußen ist, sagte der Priester mit einer ausladenden Armbewegung, dann ist er hier. Die Kirche befand sich am Rande der vermutlich schlimmsten und gefährlichsten Gegend der Stadt. Leere Grundstücke, auf denen niemand bauen wollte, mit Brettern zugenagelte Gebäude, Sozialbau-Wohnkomplexe, in denen sich die Kriminalität wie eine Infektion ausbreitete. Abfälle, die selbst an Windstillen, drückend, heißen, tagend durch die Straßen flogen. Morta hatte bei ihrer Arbeit im Drogendezernat einige Zeit in dieser Gegend verbracht, jede Menge Festnahmen wegen Drogenbesitz und des Verkaufs kleiner Tütchen. Wie alle Detektives im Dezernat folgte sie der eisernen Regel, nie allein herzukommen, sondern grundsätzlich nur mit Verstärkung und in laufendem Kontakt mit der Einsatzzentrale. In diesem Viertel verriegelten selbst die Streifen Polizisten ihre Dienstwagen. Auf dem bräunlichen, vertrockneten Rasen vor der Kirche war auf einem Pflock ein großes Schild in den Boden gerammt. Handle jeden Tag so, als würde Gott dich sehen, denn er sieht dich. Als Martha den Spruch las, konnte sie sich einen Gedanken nicht verkneifen. Also wenn er das hier sieht, müsste er ziemlich frustriert sein. Unter der Mahnung stand ein Zeitplan mit den Gottesdiensten. Kennen sie ihn? fragte Martha. Wie ist es dazu gekommen, dass er sie deutete nur auf die Welt der Straße rings um die Kirche? Ich kenne ihn so gut, wie man jemanden kennt, der regelmäßig herkommt, sagte der Priester. Traurige Geschichte. Er war Autoverkäufer, hat seinen Job verloren, weil er ein paar Quittungen frisiert hat, so wie dieser fingen die Probleme an, als er von Meth abhängig wurde und Bargeld brauchte. Nicht lange und er hauste in leerstehenden Gebäuden, lebte nur noch für die Sucht, und die bringt ihn langsam aber sicher um. Die Familie bricht, ohne mit der Wimper zu zucken, jeden Kontakt ab. Alle, die er kannte, bevor das mit dem Meth losging, verschwinden aus seinem Leben. Er hat also nichts und niemanden mehr. Kommt her, wenn er nicht so high ist, um sich daran zu erinnern, dass er Hunger hat. Der Priester lächelte resigniert. Wenn mich mein sechster Sinn nicht rückt, müsste es ihm allmählich dämmern, dass er dabei ist, zu verhungern. Der Priester hielt ihnen die Tür auf. Es sei denn, er ist schon tot, fügte er hinzu. Dabei blieb er in seinem beinahe beschwingten Ton. Wie sich zeigte, hatte Father Malones Instinkt ihn nicht getrogen. Russell Williams, vormals Verkäufer, zurzeit Vollzeit-Junkie, saß, nur Haut und Knochen, allein an einem Tisch in der Ecke und löffelte zu einem schwammig aussehenden Wurstbrot Tomatensuppe. Als er die Detektives und den Priester kommen sah, stand ihm für einen Moment die Panik in den Augen. Ich habe nichts getan, sagte er, bevor sie ihm die erste Frage stellten. Behauptet auch keiner, beruhigte ihn Martha. Sie ging direkt hinter Williams in Stellung und bewegte sich immer ein wenig hin und her, sodass er nie genau wusste, wo sie war. Gabe rutschte auf den Sitz Williams gegenüber. Wir haben ein paar Fragen, sagte er. Ich weiß nicht, ich bin nicht, fing der Junkie an, doch Gabe hielt ihr Hand hoch. Vor zwanzig Jahren waren sie Zeuge eines Mordes. Williams nickte. Wir beschäftigen uns gerade mit diesem Fall. Wieder nickte der Mann. Wir wollen von ihnen wissen, was sie in jener Nacht gesehen haben. Eifriges Nicken zum dritten Mal. Gabe fragte sich, ob Williams irgendetwas von dem, was er sagte, überhaupt verstand. Sein Gesicht war ausdruckslos, sein Blick leer. Ich kann mich nicht erinnern, sagte er nach einer langen Pause. Sofort beugte sich Martha zu ihm herunter und wisperte ihm ins Ohr, streng sie sich an. Russell Williams Hals verschwand unter einer Kruste aus Schweiß und Dreck. Sein verfilztes fettiges Haar hing ihm in Strähnen über den Kragen, Flöhe und Krankheit. Wunder, dass er noch am Leben ist, dachte Martha. Das ist so lange her, wandte er sich. Ich hab den Kopf damals alles erzählt. Viel hab ich sowieso nicht gesehen. Ein Schuss und dann eine Person, die sich vom Wagen entfernt. Richtig? Ja. Und Sie haben gesehen, wie diese Person in ein zweites Fahrzeug stieg? Williams schüttelte den Kopf. Der ist um das Gebäude rum gegangen. Schon möglich, da ein Wagen gewartet habe, konnte ich aber nicht sehen. Ihre Beschreibung dieses Mannes war, ich konnte ihn nicht genau sehen, wiederholte Williams und starrte in seine Suppe. Was passiert war, habe ich erst begriffen, als die Cops kamen. Na schön, die Cops, die sie vernommen haben, an die kann ich mich erinnern, habe ihnen erzählt, was ich gesehen habe, sie Detektiv sie danach gefragt? Nein, keiner hat mich gefragt, ob ich den kenne, das weiß ich noch genau, weil ich es irgendwie komisch fand. Wie das? Williams schwieg einen Moment und sah sich verstohlen um, bevor er im Flüsterton antwortete, Mark war so ein seltsamer Typ. Wie meinen sie das? Russell Williams wedelte mit dem Löffel in der Luft. Wissen Sie, womit er seinen Lebensunterhalt verdient hat? Nein, sagen Sie es uns, ermunterte ihn Gabe. Tagsüber arbeitet er in einer Arztpraxis, hat er so ein Apparat bedient, aber hat sich nebenbei was als Fotograf dazu verdient. Nicht einer von denen, die rumlaufen und Promis nachjagen oder so. Ich meine, sehen sie irgendwo irgendwelche Promis? Locking und Abschlussballkleid geknipst. Diese Jabo-Fotos und Hochzeitsfotos, Sie wissen schon, alle hübsch lächeln. Martha legte Williams beide Hände auf die Schultern. Und was war daran seltsam? fragte sie. Naja, das war noch nicht der seltsame Teil. Das Seltsame war so ein Gerücht, das durch den Wohnblock ging, das auch noch eine andere Art von Fotos macht. Was für eine Art von Fotos. Der Junkie lehnte sich ein wenig zurück und schien gleichzeitig bemüht, sich klein zu machen. So Fotos, für die man in den Knast wandern kann, sagte er. Hab nie eins zu Gesicht bekommen, hab nie auch nur ein Wort mit den Typen geredet, hab wie gesagt nur sowas Leuten hören. Fragen Sie mich nicht wo oder wann oder sonst was, lassen Für welche Art von Fotos kann man in den Knast wandern, fragte Gabe in energischem Ton und beugte sich über den Tisch. Fotos von Wieder zögerte Russell Williams. Also gut, von jungen Leuten, die sie Sachen machen, sehr jungen Leuten. Martha zuckte es in den Fingern. Sie musste an sich halten, um dem ehemaligen Verkäufer nicht links und rechts einer auf die Ohren zu geben. Sie hatte das deutliche Gefühl, dass Williams mehr wusste, als er zugab, aber er machte an diesem Punkt dicht. Fotos, dachte sie, und er will nie welche gesehen haben, als ob, als ob er nie mit Mark, dem Fotografen, geredet hätte. Williams löffelte sich eifrig Suppe in den Mund, als hoffte er damit, alle weiteren Fragen abzuwenden. Etwas Suppe lief ihm das Kinn herunter. Das ist alles ehrlich, sagte er und biss in sein Wurstbrot. Sonst weiß ich nichts, ehrlich. Sagt ihnen der Name Tessa etwas, fragte Gabe. Williams überlegte einen Moment. Nein, antwortete er. Sollte er? Weiß nicht, sagte Gabe. Denken sie nach. Der Junkie löffelte weiter. Nein, müsste ich sie kennen? Gabe schüttelte den Kopf und lehnte sich zurück. Wie können wir sie erreichen, falls wir noch weitere Fragen haben? Williams deutete zum Küchenbereich, wo andere abgerissene Gestalten für Suppe und Wurstbrot anstanden. Mein Lieblingsrestaurant, sagte er. Martha rückte ihm noch näher auf den Leib. Strengen Sie Ihren Krebs an, Mann. Der Junkie sah sich erschrocken zu ihr um. Ein Block von hier. Kennen Sie die verlassenen Gebäude da drüben? Martha nickte. Die kannte jeder Kopf. Essen Sie Ihre Suppe auf, sagte Gabe und stand auf. Gabe und Martha überließen den Junkies eine Mahlzeit. Beide hatten das Gefühl, als hätte etwas von dem Dreck an Williams Haut und Kleidern auf sie abgefärbt. Martha gingen die Fotos durch den Kopf, mit denen sich Mark im Wagen ein Zubrot verdient hatte. Brotmotiv und ob und etwas, das in die Polizei Akte gehört hätte. Tessa, sagte Father Melon und räusperte sich. Ich habe mitbekommen, die Sie nach Tessa gefragt haben. Die verschwundene Tessa, richtig. Das Kind, in der reichen College-Stadt nördlich von hier verschwunden ist. Ja, die ist gemeint. Ja, daran kann ich mich erinnern. Traurige Sache. Die Zeitungen waren damals voll davon. Ich glaube, wir haben hier für sie gebetet, für die Familie und das verschwundene Kind. Haben Sie unser Opfer gekannt? fragte Martha. Anschluss ins Blaue. Ja, wenn auch nur flüchtig. Jedenfalls nicht gut genug, um ihnen in Bezug auf diesen Nebenjob weiterzuhelfen, den Mr. Williams erwähnt hat. Und woher kannten Sie ihn? Er kam häufig hierher zur Sonntagsmesse. Oder besser gesagt, von Zeit zu Zeit. Wieso erinnern Sie sich an ihn? Na ja, wenn ein Gemeindemitglied erschossen wird, vergisst man das nicht, sagte der Priester mit einem Blick, als wolle er sagen, versteht sich doch von selbst. Gabe überlegte einen Moment. Ist er je zur Beichte gekommen? Der Priester zuckte mit den Achseln. Nein, sagte er. Aber selbst wenn, dürfen wir darüber keine Auskunft geben. Das Weichgeheimnis ist unantastbar, das wissen Sie natürlich. Aber es war schon irgendwie komisch. Unantastbar? Selbst für jemanden, Kinder Pornos verkauft? Komisch sagen Sie, inwiefern? hakte Gabe nach. Er kam in den Gottesdienst. Er verbrachte viel Zeit in der Kirche, um zu beten. Er muss mit irgendetwas gerungen haben. Manchmal stand ihm der Schweiß auf der Stirn, wenn er so da saß, als würde er Gewichte stemmen. Wenn er kam, hat er immer am Abendmahl teilgenommen. Dann haben ihm die Hände gezittert. Und oft blieb er, wenn der Gottesdienst schon zu Ende war, noch betend auf den Knien. Ich habe ihn manchmal murmeln gehört, endlose Vaterunser und gegrüßet seist du Maria, gebetsmühlenartig. Das eine oder andere Mal habe ich ihm die Hand auf die Schulter gelegt und ihn gefragt, ob er beichten wolle, weil ihn offensichtlich etwas sehr bedrücke. Oder wenn nicht beichten, einfach nur darüber reden. Aber er hat jedes Mal abgelehnt. Auch die anderen Priester haben es versucht. Vater Ryan, Vater Gonzales, alle, die hier ihren Dienst taten. Wir fühlten uns alle irgendwie in der Pflicht. Aber er schloss einfach wieder die Augen und betete weiter, machte den Eindruck, als stünde er Qualen aus. Ja, wenig später ging es mit den Qualen erst richtig los, dachte Gabe. Jemand mit einer Menge Dreck am Stecken, der nicht daran denkt, irgendetwas zu beichten, schon gar vielleicht ging es ja um Sünden, für die es keine Absolution gibt. Vielleicht ging es um Schwerverbrechen, auf die 20 Jahre Gefängnis stehen. Haftstrafen, die man kaum überlebt, wenn die anderen Insassen erst einmal rausbekommen haben, dass man mit minderwertigen Kinderpornos gehandelt hat. Ja, noch etwas anderes, riss Vater Malone Gabe aus seinen Gedanken. Ich hatte die Sache völlig vergessen, aber als sie eben ihren Namen erwähnten, fiel es mir plötzlich wieder ein. Nachdem dieses arme junge Mädchen verschwunden war, sie wissen schon, gab es am nächsten Tag den Aufruf, sich freiwillig für die Suche zu melden. Die Kirche hat unverzüglich eine ganze Busladung Helfer geschickt. Martha und Gabe warteten gespannt. Ihr Opfer, sagte der Priester, als ginge ihm der Name des Mannes nicht über die Lippen, ich weiß noch, dass er uns das Geld für den Bus ausging, ist er auf eigene Faust weit darüber gefahren. Hat nur leider nichts gebracht. Ja, leider, sagte Martha. Sie kehrten nicht ins Verlies zurück. Stattdessen fuhren Gabe und Martha direkt zu der Stelle, an der Tessa verschwunden war. Gabe hielt an, sie stiegen aus. Für einen Moment standen sie neben ihrem Wagen an der Straße und schauten sich um. Hier ist es also passiert, sagte Martha ratlos. Muss abends ziemlich dunkel sein, besonders im Herbst. Und jede Menge Stellen für den Täter, um sich unsichtbar zu machen, sagte Gabe. Und um ein Mädchen in ein Auto zu zerren, ohne dass es einer mitbekommt. Gehen wir die Strecke ab, die Tessa damals genommen hat, schlug Martha vor. Vielleicht springt uns irgendetwas ins Auge. Das war Wunschdenken, aber wieso nicht? Gut, sagte Gabe, fangen wir da an, wo sie zum letzten Mal gesehen wurde. Nein, widersprach Martha, danach wurde sie von noch jemand anderem gesehen, von ihrem Mörder. Sie drehte sich langsam um die eigene Achse und schärfte sich jede Einzelheit ein. Es war keine Landstraße im eigentlichen Sinne. Auf der einen Straßenseite war ein ausgetretener, bröckelnder Bürgersteig, der in den Augen der begüterten Anwohner wahrscheinlich zum rustikalen Flair der Siedlung beitrug. Auf der anderen Seite grenzte dichtes Gebüsch ans Pflaster, dahinter schloss sich ein Bachlauf an, der ein paar Meilen weiter in einen Fluss mündete. Durch das Buschwerk führten einige Fußwege in den sogenannten Grünraum, eine Fläche, Das Geflecht der markierten Pfade durch diese unberührte Natur war nach dem Dichter Robert Frost benannt, im Wald zwei Wege boten sich mir da. Gabe wusste, dass dieser Pfad nicht nur durch Grünland, sondern auch durch teure, gepflegte Gartenanlagen führte. Gegenüber der Fundstelle von Tessas Rucksack deutete ein kleiner Wegweiser aus Holz mit einem eingeschnitzten Pfeil ins Buschwerk. Genau dort waren in der Nacht nach Tessas Verschwinden die Suchttrupps aufgebrochen. Die neuesten Modelle der Oberklasse Wagen, die wie mit dem lineal beschnittenen Hecken, die prächtigen Eichen, die ihre Schatten über die manikierten Rasenflächen warfen, kündeten von Wohlstand, wenn auch nicht von übermäßigem Reichtum. Hypotheken finanzierte Vorstadtruhe, überdimensionierte, von Architekten entworfenen New England Stil, standen ein gutes Stück von der Straße zurückgesetzt und waren durch die üppige Bepflanzung vor neugierigen Blicken geschützt. Die Azaleen blühten in allen Regenbogenfarben. Hierher kamen Ärzte, Anwälte, Professoren, Verwaltungschefs des öffentlichen Dienstes von der Arbeit heim. Hinter diesen Fassaden wohnte die gehobene Mittelschicht, die sich für die tragende Säule der Gesellschaft hielt, mit dem Ehrgeiz oder clevere Investitionen an der Börse. Vor nicht allzu langer Zeit war Gabe kurz davor gewesen, zu diesen Leuten aufzuschließen. Und auch wenn derlei Ambitionen Schnee von gestern waren, wusste er nur zu gut, dass der Verlust von allem, was er einmal gewesen war und noch hätte werden können, wie eine mächtige Welle über ihm zusammenschlagen würde, sobald er am Abend in einem ähnlichen Viertel in einer anderen Gegend der Stadt vor seinem eigenen leeren Haus stand. Manche Emotionen sind so unausweichlich wie die Gezeiten. Sie holen einen immer wieder ein. Was meinen Sie, ob sich hier in den letzten 20 Jahren viel verändert hat? fragte Martha. Gute Frage, erwiderte Gabe. Schwer zu sagen. Doch er wusste es besser. Nicht viel. Schickere Autos auf jeden Fall. Andererseits korrigierte er sich, hat sich hier einmal in einer einzigen Nacht alles von Grund auf und unwiderruflich verändert. Auch wenn niemand sonst entführt oder vergewaltigt oder gefoltert oder im Wald zerstückelt und verstreut worden ist, was auch immer Tessa in jener Nacht entsetzlich ist, widerfahren sein mag. Was nicht ausschließt, dass die Leute hier seit damals trotzdem immer zu fürchten, so etwas könnte sich wiederholen. Sie haben Angst und sei es auch nur unterbewusst. Das hat sich geändert. Schweigend gingen sie nebeneinander zu dem Haus, in dem damals Tessas beste Freundin gewohnt hatte. Meinen Sie, die Familie lebt noch da? Was war der Vater von Beruf? Notarzt. Die Frau, glaube ich, Professorin. Welche Fachrichtung fällt mir nicht ein? Ein Kind, Tessas Freundin. Wo wir schon mal da sind, können wir auch anklopfen, sagte er und ging den mit Platten ausgelegten Weg zur Tür voraus. Es wird damals schwaches Licht gebrannt haben, hier über dem Eingang, zu schwach, um gegen die Dunkelheit draußen viel auszurichten. Er drehte sich um und warf einen Blick zur Straße. Eine einzige Laterne, 20 Meter weit weg. Mit jedem Schritt, den sie sich vom Haus entfernte, drang sie tiefer in die viel später sei, besonders für ein dreizehnjähriges Mädchen, so ganz allein. Aber wieso hätte sie sich fürchten sollen? Hier war sie zu Hause. Sie war schon hundertmal denselben Weg gegangen. Vielleicht einfach nur ein bisschen schneller laufen, vielleicht ein Lied auf den Lippen. Er klingelte. Eine Frau im Yoga-Outfit mit Schweißflecken an Hals und Achseln machte auf. Was? fragte sie in unverhohlen feindseligem Ton. Martha zückte ihre Dienstmarke. Die Frau war wie ausgewechselt. Oh, tut mir leid, entschuldigte sie sich, bevor ihre unverhofften Besucher auch nur den Mund aufmachen konnten. Ich habe sie für zwei Evangelikale gehalten, die von Haus zu Haus gehen und die ganze Nachbarschaft mit Kommt zu Jesus Heftchen überhäufen. Ich war gerade mitten in meinem Workout. Versuche ich immer einzuschieben, bevor die Kinder aus der Schule kommen. Wie kann ich ihnen helfen, Detektives? Sind Sie Mrs. Lister? fragte Gabe. Die Frau schüttelte den Kopf. Nein, das sind die Leute, von denen wir das Haus gekauft haben. Wann war das? Ach, das müsste jetzt an die 18, 19 Jahre her sein. Können Sie sich an einen vermissten Fall hier im Viertel erinnern, Frau prompt. Wer erinnert sich nicht daran? Ohne die traurige Geschichte mit Tessa hätten wir wahrscheinlich keine freiwillige Bürgerwehr. Und wenn irgendwo auf die Polizeipatrouille Verlass ist, dann hier. Seit dieser schrecklichen Geschichte darf an Halloween kein Kind ohne Begleitung eines Erwachsenen vor die Tür. Die Frau verstummte für einen Moment und blickte an ihnen vorbei zur Straße. Ich gehe jede Wette ein, dass es seit Tessas Verschwinden hier in der ganzen Gegend eine Menge Handfeuerwaffen in Nachtischschubladen gibt. Die Erinnerung hat sich eingegraben. Wieso haben die Listers dieses Haus verkauft? Die Frau hob den Kopf und blickte in den Himmel. Ich glaube, ich habe seit Jahren nicht mehr daran gedacht. Aber? Naja, der Makler hat uns seinerzeit erzählt, der Arzt hätte ein richtig gutes Stellenangebot bekommen und deshalb zögen sie weg. Aber damals waren mein Mann und ich überzeugt, dass es in Wirklichkeit mit Tessas Verschwinden zu tun hatte. Nur wenige Monate danach kam das Haus auf den Markt, zu einem recht günstigen Preis. Man könnte auch sagen, für diese Lage ein Schnäppchen. Ich vermute, die Listers haben sich diese Sache nie verziehen, auch wenn ich nicht wüsste, was Obwohl es nur was weiß ich acht Blocks von hier ist. Das Mädel sagt nein, nicht nötig und das war's. Sie haben sich nichts weiter gedacht, bis eine Stunde später das Telefon klingelt. Was für ein Albtraum. Ich glaube, ihre Tochter hat sich danach nur noch in den Schlaf geheult. Hier in der Nachbarschaft hieß es damals Tessa und ihre Tochter wären enge Freundinnen gewesen, wie Schwestern. Abends allein nach Hause gehen, obwohl das eine sehr gute Gegend ist. Absolut sicher, die niedrigste Verbrechensrate im ganzen County. Die Sache mit Tessa passte überhaupt nicht ins Bild. Wie ein Blitzschlag. Sie wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, vom Blitz getroffen zu werden? Seitdem ist hier nie wieder etwas derartiges passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in Zukunft nicht damit rechnen müssen, zumindest nicht hier. Ich kann nicht für die anderen Gegenden sprechen. Wieder schwieg sie eine Weile. Was natürlich nicht heißt, dass die Leute nachlässig werden. Genau das, dachte Martha mit einem bitteren Beigeschmack, ist der Unterschied zwischen Reich und Arm. Geld verschafft Sicherheit. Gabe konnte nur daran denken, wie man von einem Moment zum anderen unwiederbringlich seine Unschuld verlor. Es gibt Verbrechen, die solche Wellen schlagen, da sie den Menschen nicht mehr aus dem Kopf gehen und nichts mehr je wieder so wird, wie es einmal war. Die meisten Straftaten sind schnell vergessen, das Leben muss weiter gehen, andere hingegen sind wie ein Geschwür, das nicht heilen will. Wissen Sie, wohin die Listers gezogen sind? Die Frau schüttelte den Kopf. Nein, tut mir leid, da muss ich passen, ist zu lange her. Ich weiß nur noch, dass er ein sehr geachteter Arzt war, kannte sich in allem aus, vom verstauchten Knöchel bis zum Herzinfarkt. Bestimmt können Sie ihn über eine der Ärztekammern ausfindig machen. Danke, sagte Martha. Wir schreiten nur noch einmal die Route von hier bis zu Tessas Haus ab. Die Frau nickte und war schon dabei, die Tür zu schließen, als sie abrupt innehielt. Sagen Sie, fragte sie, hat es seit damals irgendwelche neuen Erkenntnisse gegeben? Ich meine, wissen Sie inzwischen, was damals passiert ist? Nein, antwortete Gabe. Wir sind nur gerade dabei, den alten Fall routinemäßig noch einmal aufzurollen. Ein, zwei, drei Schritte und man ist aus dem sicheren Lichtkegel des Hauses getreten. Aber man befindet sich noch immer in der vertrauten Umgebung und denkt sich nichts dabei, bis jemand aus einer anderen Welt auftaucht und man sich in der Hölle wiederfindet. Gabe und Martha ließen sich Zeit, um sich ihre Umgebung genau einzupeigen. Ein gelber Schulbus, der langsam an ihnen vorbeifuhr, hielt dreißig Meter vor ihnen an. Sie blieben stehen und sahen zu, wie ein halbes Dutzend Kinder ausstieg. Unter fröhlichem Gelächter zerstreuten sich die Kinder und liefen nach Hause. Es war ein schöner Nachmittag, milde Temperaturen, strahlender Sonnenschein, was es Martha und Gabe nicht leicht machte, sich in die Nacht des Verbrechens hineinzuversetzen. Es war alles so harmlos und normal, während sie in Gedanken die nächtliche Schreckenstat rekonstruierten. Sie waren ein Stück weiter gelaufen, als Martha ruckartig stehen blieb. Sie starrte auf ein elegantes Holzständerhaus. Wieso hat von dort niemand etwas bemerkt? Ihr Blick schweifte zum Nachbarhaus. Es stand noch näher am Bürgersteig und hatte große Panoramafenster an der Eingangsseite. Auf jeden Fall nah genug. Falls Tessa geschrien hat, müssen sie etwas gehört haben. Demnach hat sie nicht geschrien. Wieso nicht? Ich hätte geschrien. Ich habe Maria eingeschärft zu schreien. Gott verdammt! Gabe blickte in beide Richtungen die Straße hinunter. Versetz dich mal in die Lage des PL. Damals vor 19 Jahren völlig überlastet. Was wäre für dich das schlimmste Szenario gewesen? Dreimal darfst du raten. Die Entführung eines Zufalls Opfers. Tessa bewusstlos in einem Kofferraum oder gefesselt und geknäbelt auf der Ladefläche eines Van auf dem Weg in den sicheren Tod, der mit jeder Meule näher rückt. Keine Tatverdächtigen, nicht die geringste Spur, nicht die geringste Chance. Es war Tessas Blut an dem Rucksack, sagte Gabe. Ich hab das Tatortfoto gesehen, erwiderte Martha. Da war Blut an den Trageriemen und noch etwas weiter oben. Etwa so viel, als wenn jemand bewusst losgeschlagen wird. Mit anderen Worten, sie wurde nicht hier getötet, führte Gabe ihren Satz zu Ende. Dann wurde sie dort in den Wald verschleppt? Obwohl es als Frage formuliert war, kamte er die Antwort so gut wie Martha. Nein, dann hätte es irgendwelche Spuren gegeben. Martha schüttelte den Kopf. Sehen Sie noch mal nach, aber ich glaube nicht. Also einfach nur verschwunden. Richtig, erwiderte Martha finster. In Martha stieg plötzlich die blanke Angst um ihre eigene Tochter hoch. Wenn nun dieser Kerl den Mutter beobachtet hat, ihnen heute wieder folgt, ich muss nach Hause. Sie wirkte die Panik herunter und fragte Gabe, Sie haben einen Sohn, nicht wahr? Ja. Wie alt? Zehnte Klasse, ein bisschen älter als Tessa damals. Michael, er mag es nicht Mike oder Mikey genannt zu werden. Ich habe ihn seit ein, zwei Monaten nicht mehr gesehen. Mindestens. Kommt er zu Fuß von der Schule? Gabe schloss für einen Moment die Augen. Ich weiß es nicht. Sie schwiegen. Das war das Traurige. Er wusste es nicht. Gott, murmelte Gabe. Er versuchte, sich mit beißender Selbstironie aus der düsteren Stimmung zu reißen, die wie frei auf ihnen beiden lastete. Zum Auftakt am Morgen ein obdachloser Junkie, dann am Nachmittag eine rätselhafte Kindesentführung und zum wohlverdienten Feierabend trautes Heim allein. Was für ein erfülltes Leben Gabe. Er zeigte die Straße entlang. Tessas Haus war fünf, sechs Blocks von hier. Weniger als eine Meile. Einen Steinwurf entfernt, verdammt! Die kurze Entfernung machte es noch ungeheuerlicher. Als müssten Meilen, Hunderte, vielleicht Tausende Meilen gefährliches Terrain zwischen dieser friedlichen Vorstadt Idylle und der Hölle liegen, in die das Kind verschleppt wurde. Als sie ihren geparkten Wagen erreichten, blieben sie stehen. Was haben wir heute über die Toten vier dazugelernt? fragte Gabe. Martha überlegte sich ihre Antwort gut. Jeder von ihnen war in Aktivitäten verwickelt, die sich in Polizeiakten wiederfinden sollten. Es gab Verhaftungen, von denen kein Sterbenswörtchen in den Berichten steht. Freilassungen gegen jede Logik und ohne jeden persönlichen Grund. Ich meine, keiner von den Burschen war der Sohn eines Stadtrats oder der Neffe eines Kongressabgeordneten, also kein Grund für irgendeine Mauschelei. Nur, dass es ihnen am Ende nicht gut bekommen ist. Todesurteil Hinrichtung. Gabe nickte. Wenn man bedenkt, dass hinter dieser unsäglichen Ermittlungsschlamperei hinter diesen Akten, die so löchrig sind wie ein Schweizer Käse, die besten und gründlichsten Detektes stehen, die das Dezernat damals zu bieten hatte. Wieso waren sie in diesen vier Fällen alles andere als gut und gründlich? Wieso haben sie die Akten mit dem Stempel weitere Ermittlungen erforderlich vom Tisch gefegt, statt ihre Pflicht zu tun? Gabe schwieg, während es in seinem Kopf rumurte. Charlie hat sich vor jungen Mädchen entblößt. Larry suchte nach Sexualkontakten mit einer Neigung zu hartem Sex. Peter wurde wegen einer Vergewaltigung am College angeklagt und kam mit weniger als einem blauen Auge davon. Mark vertickte Kinderpornos. Unterschiedliche Arten von Sexualdelikten fasste Gabe zusammen, unterschiedliche Täterprofile. Aber jeder von ihnen trat im Zusammenhang mit Tessas Entführung in Erscheinung. Einer hat bei den Suchtrupps mitgemacht. Einer wurde im Beisein von Tessa und ihren Eltern als Vergewaltiger beschimpft. Einer wurde nur einen Block von Tessas Schule entfernt, dabei erwischt, wie er sich vor den Kindern entblößte. Und bei einem stellte sich heraus, dass die Lebensgefährtin seiner Ex-Frau die Tante von Tessas Freundin war. Jeder war durch eine sexuelle Perversion aufgefallen. Ich sehe noch eine Gemeinsamkeit, sagte Gabe. Nein, zwei, warf Martha ein, während sie den Blick über die Villen und Gartenanlagen schweifen ließ. Vier Sexualstraftäter fing sie an. Und zwei Cops nahm Gabe ihr das Wort aus dem Mund. Einer davon vom Typ guter Onkel. Martha nickte. So grundverschieden sie und Gabe ihrer Herkunft, ihrem Werdegang und ihrem Temperament nach sein mochten. Inzwischen hatten sie sich so weit aneinander gewöhnt, dass sie allmählich auf der gleichen Wellenlänge waren. Vielleicht verstehen wir uns ganz gut, weil wir beide am Tod eines Menschen mitschuldig sind. Sie wollte gerade etwas Aufmunterndes sagen, als ihr Handy klingelte. Sie zog es aus der Tasche. Die Nummer auf dem Display war ihr nicht bekannt. Sie wollte den Anruf gerade in die Mailbox umleiten, doch im selben Moment packte sie die Sorge um ihre Tochter und schnürte ihr für eine Sekunde die Kehle zu. Manchmal riefen die Nonnen, die an Marias Schule unterrichteten, mit den Handys der Priester bei den Eltern an. Das muss eine von ihnen sein. Und wenn ich richtig liege, hat es nichts Gutes zu bedeuten. Solange sie nur einen Steinwurf von der Stelle entfernt stand, an der vor zwanzig Jahren Tessa verschwunden war, konnte sie die Angst um Maria nicht abschütteln. Detektiv Rodriguez Johnson meldete sie sich. Schweigen, das Atmen des Anrufers in der Leitung. Miststück, meldete sich eine nur mühsam beherrschte wütende Männerstimme. Nicht besonders laut, doch die Drohung sprach aus jeder Silbe. Ich wollte nicht, dass sie sterben. Ich habe sie geliebt, sie verdammtes Miststück. Sie sollten doch am besten wissen, wie es ist, wenn jemand den man lieb getötet wird. Wieso tun sie mir das an? Ich habe nichts getan, Schlampe! Hallo, Tutiers, sagte sie und fühlte sich plötzlich wie eine Schauspielerin, die mühelos in ihre Rolle schlüpft, sobald die Kameras heranrollen. Auch wenn sie gerade in einer gehobenen Wohngegen stand, war ihre Antwort knallhart und gelogen. Ich glaube dir kein Wort. Tutiers gab sich erkennbare Mühe, seine Wut im Zaum zu halten. Martha war froh, dass er in dem kleinen Vernehmungszimmer mit Handschellen an den Stahltisch gekettet war. So cool und abgebrüht er sich auch gab, war er doch kurz vor dem Siedepunkt. Die Hände zu Fäusten geballt, die dunklen Wangen rot unterlaufen, die Zähne zusammengebissen. Also, sagte sie ruhig, da bin ich. Wieso versuchen sie mir das mit den beiden anzuhängen? fragte er. Two Tears redete nicht drumherum, das musste man ihm lassen. Martha musterte ihr Bodybuilder Muskeln wölbten sich unter seinem orangefarbenen Sträflings Overall. Er trug einen gepflegten schwarzen Bart und das Haar im bevorzugten Stil der innerstädtischen Drogendealer glatt zurückgegelt. Er war ein Dealer, der zu gleichen Teilen Drogen vertickte und Angst verbreitete. Er entsprach ebenso wenig dem Fernseh Klischee wie dem Bild des aalglatten Importeurs in Miami im maßgeschneiderten Leinenanzug und Ferrari. Two Tears passte in die vermüllten ärmlichen Nebenstraßen im Nordosten der Stadt, in der er ebenso wie Marta aufgewachsen war und wo er gut im Geschäft gewesen war, bis er durch einige bedauerliche Rückschläge, darunter die Ermordung seiner Frau und seines Kindes, ins Fadenkreuz des Rauschgift- und Morddezernats geriet. Marta wusste, dass er mit einer lächerlichen Haftstrafe wegen Körperverletzung davongekommen war. Die drei Jahre, die er gerade absaß, waren angesichts der schweren Straftaten, die er in Wahrheit begangen hatte, ein Witz. Heroin, Crystal Meth, Crack, Mord, Erpressung. Während Marta die Liste im Kopf durchging, wusste sie, dass er auf jedes seiner Verbrechen stolz war, wie auf einen neuen Anzug. Die Tat, die er verbüßte, entsprach auf seiner Skala dem widerrechtlichen Parken eines Fahrzeugs. Marta schätzte, dass er nach seiner nächsten Bewährungsanhörung hier als freier Mann herausspazierte. Die Aussicht, auf der Straße wieder mitzumischen, war für Two Tears vermutlich berauschend. Wenn Marta ihm ausgerechnet jetzt mit dem frei erfundenen Vorwurf eines Kapitalverbrechens in die Suppe spuckte, machte sie sich dem Mann nicht gerade zum Freund. Was soll's, hier bleibt keine andere Wahl. Auftrag vom Boss. Also lächelte sie und zuckte übertrieben mit den Achseln. Nicht mein Problem, verdrehte die Augen, winkte ab. Sie kennen sich offenbar mit der Gesetzeslage nicht aus, Two Tears. Sie haben vielleicht nicht abgedrückt, aber sie sind für die Umstände verantwortlich, unter denen sie ermordet wurden. Dafür wandern sie locker für zwanzig Jahre in den Bau, sagte sie. Ich habe sie geliebt, antwortete Two Tears, der mit einem Mal sehr leise sprach. Sie waren mein Ein und Alles. Ich hätte nie irgendwas gemacht, was sie in Gefahr bringt. Ich vermute, sie kennen sich auch mit der Liebe nicht allzu gut aus, erwiderte Martha und setzte noch eine Boshaftigkeit obendrauf. Ich sage ihnen, womit sie sich gut auskennen, Two Tears. Sie kennen sich damit aus, ein profitables Drogengeschäft zu unterhalten. Sie verstehen sich darauf etwas, das ihnen in die Quere kommt, aus dem Weg zu schaffen, wie zum Beispiel Menschen. Und darin andere die Drecksarbeit für sie erledigen zu lassen, damit sie sauber dastehen, sind sie wirklich nicht zu schlagen. Ungläubig hörte Martha sich selbst zu. Überspann den Bogen nicht, warnte sie sich, doch das war leicht gesagt. Sie überlegte, aus welchem Grund hätte sein Freund und Geschäftspartner Rico diese Information an Tutiers weitergeben sollen. Sie sah sich in diesem Moment auf einer Achterbahn, dicht am Scheitelpunkt, dem Schwebezustand, bevor es in wilder Talfahrt nach unten ging. Nein, wehrte er ab, Sie können mir viel erzählen, aber das stimmt nicht. Wenn es hart auf hart kam, hatte sie natürlich nichts gegen ihn in der Hand, was vor gerecht standhalten würde, keine Indizien, keine Zeugen oder Informanten, doch das konnte Tutiers nicht wissen. Sie setzte darauf, dass allein schon ihre Anwesenheit dem Drogendealer nahelegte, die Schwierigkeiten, in denen er steckte und von denen er bis zu diesem Augenblick nichts geahnt hatte, ernst zu nehmen. Wenn ich es Ihnen doch sage, Detective, Sie irren sich, Sie hören diese Geschichte wieder auf und verdrehen alles, falls es die beiden erwischt hat. Ich schwöre es Ihnen, es hätte auch mich fast umgebracht. Ich gebe mir ja selbst die Schuld dafür, aber nicht so, wie Sie meinen. Sie sah Tutiers eindringlich ins Gesicht. Mag sein, dass sie sich die Schuld geben, aber nicht nur sie, auch das Gesetz. Pass auf, was du sagst, warnte sie erneut eine innere Stimme. Tutiers schnaubte verächtlich. Martha beugte sich vor und senkte konspirativ die Stimme. Nehmen wir nur mal an, rein hypothetisch, auch wenn wir beide wissen, dass sie lügen, aber nehmen wir nur mal an, sie hätten die beiden nicht nachts da raus geschickt. Wer war es dann? Wo sind die Leichen der Kerle, denen sie es heimgezahlt haben? Eine gute Frage, dachte sie zufrieden. Vielleicht fällt er darauf rein und gesteht einen anderen Mord. Ich will Namen hören, tut dir's. Er öffnete die Lippen, um etwas zu sagen, machte aber eine Vollbremsung, bevor er ins Schleudern kam. Sie sah, wie er die Zähne zusammen biss. Ihm sind also im letzten Moment die ungeschriebenen Gesetze der Straße eingefallen und der Ehrenkodex der Drogendealer, stellte sie fest. Er war oder wer ihnen dieses Tütchen Koks gegeben hat, das sie bei sich hatten, wenn sie's nicht waren. Einer kommt für diesen Mord hinter Gitter. Wenn nicht sie tut ihr's, wer dann? Dieselbe Frage hatte sie bereits seinem Freund und Geschäftsvertreter gestellt, auch wenn sie nicht davon ausging, daß der Bursche, der vor ihr saß, Namen preis geben würde. Nicht sein Stil. Sie wußte, Forschung zu verlieren, statt sich gegen die Hand und Fuß Schellen zu wehren, die ihn daran hinderten, ihr an die Gurgel zu springen, wurde Two Tears, je mehr er in Wut geriet, umso stiller. Ich kenne sie, Detective, sagte er eiskalt und bedrohlich. Ich kenne sie seit Jahren. Er lehnte sich zurück. Wir kommen aus derselben Gegend. Aber sie liegen in jeder Hinsicht falsch. habe Freunde, auf die ich zählen kann. Und vielleicht bringen wir diese kleine Unterhaltung zu Ende, sobald ich draußen bin. Wollen Sie mir drohen, Tutius? Würde ich nicht wagen. Ich sag nur, wie es ist. Von einem Moment auf den anderen ergriff er die Flucht nach vorn. In gespielter Empörung schüttelte er den Kopf. Wieso machen Sie das, Detective? Martha antwortete nicht, sondern zuckte nur lächelnd mit den Schultern, auch wenn sie sich nicht mehr so sicher war, ob ihre Strategie aufging. Direkt unter dem Tisch, sagte Two Tears und zerrte an den Ketten, während er auf die Stelle zeigte, ist einer von diesen Panik Schaltern. Sie wissen schon, so ein Knopf, auf den Sie drücken müssen, wenn hier drinnen einer von uns ausflippt und an die Gurgel springt. Drücken Sie »Dieses Gespräch ist beendet, Detektiv, aber wir beide sind, glaube ich, noch nicht fertig.« Hinter ihm ging die Tür auf und ein Gefängniswärter kam herein mit noch eindrucksvolleren Muskelpaketen als Two Tears. Das Knast einmal eins, Kraft mal Einschüchterung gleich Macht. Sie wunderte sich, wieso sie der Gedanke kalt ließ. Das Einmaleins des Detektiv, Abstumpfung mal Leichtsinn gleich verhängnisvoller Irrtum. Gabe versuchte, sich alles ins Gedächtnis zu rufen, was er an der Polizeiakademie in Sachen Überwachungsmethoden gelernt hatte. Er erinnerte sich noch an den Dozenten, der vorne an der Tafel gestanden und mit grafischen Zeichnungen die verschiedenen Vorgehensweisen beschrieben hatte. Zwei Fahrzeuge, zwei Augenpaare, die sich auf die Zielperson richteten, die Bedeutung sich überlappender Blickfelder, Standortwechsel, unbedingt Er machte sich auf dem Sitz seines Zivilfahrzeugs klein und starrte durch die Windschutzscheibe. Noch herrschte vor der Highschool Ruhe. Auf der Uhr am Armaturenbrett war es drei Uhr nachmittags und er bemerkte die ersten Anzeichen für den Schulschluss. Er sah die gelben Busse, die im Halbkreis parkten. Egal ob Grundschule, Mittelschule oder Highschool, es warteten immer die gleichen Busse. Unter seinem wachsamen Blick schwang eine breite Flügeltür auf und eine Horde Teenager drängte heraus. Einige blieben noch in Grüppchen vor der Schule stehen, andere eilten zu den wartenden Bussen. Augenblicklich herrschte ein lautes Stimmengewirr. Die Szene ähnelte der vor der Grundschule, die er zusammen mit Martha besucht hatte, um mit der Direktorin zu reden. Hier wurde viel passiert und gefoppt, übereinander gelacht. Die meisten griffen sofort in die Hosentasche und zückten ihr Handy. Wenig später fuhren Autos, von alten Schrottlauben bis zu brandneuen Karossen, etwas zu schnell und rücksichtslos vom Parkplatz. Es war ein Meer aus Kapuzen-Shirts und verwaschenen Jeans. Mit wachsamem Blick suchte er die Meute der Jugendlichen auf der anderen Straßenseite ab. Für eine Sekunde kamen ihm Zweifel, ob er seinen Sohn auf die Entfernung überhaupt noch erkennen würde. Ich habe ihn seit Monaten nicht mehr gesehen. Ob er sich verändert hat? Bin nicht mehr lange und er wünscht sich seinen eigenen Wagen. Er kann meinen haben. Aber vielleicht schenkt ihm sein neuer Dad was Cooleres. Ein BMW oder Audi oder Mustang Cabrio, um sich beim Einzelschmeicheln. Während er ziellos in die Menge blickte, überlegte er, was Michael, nenn mich nicht Mike, wohl anhatte. Dieselbe Einheitstracht wie die anderen Kids vermutlich. Und dann erspähte er seinen Sohn, wie er sich aus einer kleinen Gruppe von Jungs löste und alleine wegging. Gabe richtete sich ruckartig auf und hatte unwillkürlich die Hand am Türgriff, um auszusteigen. Doch dann riss er sich zusammen und versuchte, etwas aus der Körpersprache des Jungen herauszulesen. Er hat seinen LRB-Rucksack über die rechte Schulter gehängt. Er geht langsam, zieht sein Handy aus der Tasche und schreibt, wie es aussieht, eine SMS an jemanden, den ich nicht kenne. So wie alle anderen auch. Ich wusste nicht mal, dass er ein Handy besitzt. Wieso habe ich seine Nummer nicht? Am liebsten hätte er seinen Jungen beim Namen gerufen. Doch er wusste es besser. Er griff zum Zündschlüssel. Feinheim. Fünf Minuten miteinander reden, das wäre schön. Es würde zwar wahrscheinlich seine Mutter zur Weißglut bringen und seinen angehenden Vater vergräzen, aber... Und? Jedenfalls wäre Michael sicher. Auf seinem Nachhauseweg würden keine Gefahren lauern. Das war paranoid, da machte sich Gabe nichts vor. Doch er war machtlos gegen diese übertriebene Sorge, die ihn seit der Arbeit am Fall der verschwundenen Tessa immer wieder beschlich. In einem Aufruhr widerstreitender Gefühle schwebte seine Hand über dem Schlüssel und die Gelegenheit war vertan. Er blickte seinem Sohn hinterher, wie er einen Bürgersteig entlang ging und um die Ecke verschwand. Ihm zitterte die Hand. Er atmete langsam aus. Das reicht, herrschte er sich innerlich an. Tu dir das nicht an! Hör auf, dich zu quälen! Noch einmal tief Luft geholt und das Zittern hörte auf. Ist mir zur zweiten Natur geworden, mich zu quälen. Und es ist kein Ende in Sicht. Er lehnte sich zurück. Plötzlich fühlte er sich so erschöpft wie nach einem Marathonlauf. Im gleitenden Wechsel verschwamm das Bild seines Sohnes vor seinen Augen und wich einem Haufen Tatortfotos. Hochglanzfarbaufnahmen von Toten. Die Toten vier und die verschwundene Tessa. Er beugte sich vor, startete den Motor und legte den Gang ein. Er fädelte sich zwischen einigen Autos ein, die gerade vom Parkplatz brausten, und fuhr zu ihrem Ärger im Schneckentempo vor ihnen her. Zu der Stelle, an der Tessa verschwunden war, brauchte Gabe eine halbe Stunde. Er wünschte sich, Martha bei sich zu haben, doch vermutlich war sie nach ihrem Termin im Gefängnis wieder ins Verlies zurückgekehrt. Außerdem hätte sie wahrscheinlich eingewendet, wieso zum zweiten Mal dorthin? Was versprechen Sie sich davon? Die Antwort war einfach und entbehrte jeder Logik. Ich verstehe es nicht. Immer noch nicht. Aber ich muss. Ich kann nicht anders. Das Gefühl war so übermächtig, dass er es nicht abschütteln konnte, und so parkte er unter demselben Baum wie beim ersten Mal und stieg aus. Er sah auf die Armbanduhr und fing an, seine Zeit zu stoppen. Zuerst war für sie alles ganz normal. So wie immer. Eine Minute. Zwei Minuten. Drei. Bis hierher hatte sie noch einen Schimmer Licht. Von jetzt an wurde sie von der Dunkelheit verschluckt. Sie wurde ein wenig nervös. Wie schnell läuft ein dreizehnjähriges Mädchen im Dunkeln? Vier. Fünf. Sechs. Hatte sie Angst, dass ihr im Dunkeln etwas passieren könnte? Habe ich Angst davor, herauszufinden, was ihr in der Dunkelheit passiert ist? Es fiel Gabe schwer, das eine vom anderen zu trennen. Als er um die letzte Kurve kam, hatte er das ehemalige Haus der Gipsons vor sich. Wie alle Häuser in diesem Viertel war es so weit von der Straße zurückgesetzt, dass es fast hinter der Begrünung verschwand. Holzverkleidung, groß, teuer, mit kurz gemähtem Rasen. Schöne, schattenspendende Bäume. Ländliches Flair, doch zum Pendeln nicht zu weit von der Stadt, noch näher zur Universität. Gabe starrte das Haus an, als halte es Antworten für ihn bereit, und unter seinem Blick wich der sonnige Nachmittag allmählich dem Schrecken der Nacht. Sirenen, die blitzenden Lichter der Rettungsfahrzeuge, Stimmen, die Tessas Namen riefen. Polizeistreifen, die den Weg versperrten. Die Beschaulichkeit eines typischen Vorstadtviertels der oberen Mittelschicht war an jenem Abend, an dem Tessa verschwand, wie eine Seifenblase zerplatzt. Je länger er sich in das Szenario vertiefte, desto deutlicher traten zwei unvereinbare Bilder zutage. Die friedliche Normalität, die er vor Augen hatte, im scharfen Kontrast zur knisternden Anspannung und blanken Angst zwanzig Jahre zuvor. Was, dachte er und kniff die Augen zusammen, was ist damals wirklich passiert? Teil 2 Ein höchst ungewöhnliches Paar Doch sag ich ihm, wo ich gewesen und was ich alles so gesehen, schaut er mich an und sagt gestreng, dein Blickfeld ist dir wohl zu eng. Hör auf, drauf los zu fantasieren, aus Mücken Elefanten zu kreieren. Theodor Seuss Geisel 1937 Oktober 1996 kurz vor Mitternacht Ich bin im Arsch. Ich bin total im Arsch. Der leitende Ermittler sah sich im Wohnzimmer um. Ein Polizeielektroniker installierte gerade für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass sie es hier mit einer Entführung und Erpressung zu tun und mit einer Lösegeldforderung zu rechnen hatten, eine Abhörvorrichtung am Netzanschluss. Ein angespannter Polizeipsychologe wartete in einer Ecke und hoffte auf ein paar Minuten, in denen er in Ruhe mit den Eltern des vermissten Kindes reden konnte. Ein halbes Dutzend Polizisten in Uniform liefen im Haus und auf dem Gelände umher, darunter die diensthabende Streifenpolizistin, die an diesem Abend den Rucksack gefunden hatte. Ihr Vorgesetzter, ein Lieutenant, der den Fall dem Morddezernat in der City gemeldet hatte, stand mit bleichem Gesicht neben ihr. Zwei Kriminaltechniker von der Staatspolizei warteten auf die Erlaubnis, Tessas Zimmer zu durchsuchen, in der verzweifelten Hoffnung auf irgendwelche Erkenntnisse für ihren derzeitigen Verbleib. Außerdem warteten sie auf einen Computerspezialisten vom FBI, der sich die Computer im Haus vornehmen sollte, um vielleicht auf einem davon etwas Zweckdienliches zu finden. Zugleich hielt ein weißhaariger Priester der vollkommen aufgelösten Mutter die Hände, während der Boss des mit dem Fall betrauten Detektives, der vor wenigen Minuten eingetroffen war, in der Nähe stand und nicht verbergen konnte, dass er in diesem Moment überall sonst nur nicht in diesem Haus sein wollte. In der Diele sah er den Vater in einer lebhaften Unterhaltung mit den Detektives O'Hara und Martin vertieft. »Ich bin hundertprozentig im Arsch,« dachte der leitende Ermittler zum dritten Mal an diesem Abend und gewiss nicht das letzte Mal in dieser Nacht. Er regte den Hals in Richtung der beiden Detektives und des Vaters, um etwas von ihrem Wortwechsel mitzubekommen. »Hören Sie, Professor Gibson, bei solchen Fällen gibt es eine festgelegte Vorgehensweise, eine Art Protokoll, das wir abarbeiten,« sagte O'Hara, hörbar bemüht, zuversichtlich zu klingen, wo es offensichtlich keinen Grund zur Zuversicht gab. »Scheiß drauf! Sie müssen weitere Verstärkung anfordern!« »Felix, ich bitte dich. Sieh dich um. Die Staatspolizei ist da, das FBI ist da. Lass die Leute ihre Arbeit tun,« sprang Detective Martin seinem Partner zur Seite. Wildes gestikulieren, wütende Blicke. »Und? Was tun diese Leute? Sie stehen nur rum, warten darauf, dass irgendetwas passiert. Bei solchen Fällen, was zum Teufel soll das heißen? Was für Fälle! Gutgütiger! Meine Tochter ist irgendwo da draußen! Deine Nichte!« Der leitende Ermittler sah, wie sich Detective Martin abwandte, als sei diese Verwandtschaft ein Vorwurf. Dem großen, kräftigen Ex-Marine zitterte das Kinn, und der leitende Ermittler wusste, was er nicht auszusprechen wagte. Unterdessen wurde die Stimme des Vaters noch eine Spur schriller. »Jemand hat sie entführt! Jede Sekunde, jede Minute, die wir verstreichen lassen, sinken unsere Chancen! Wir müssen sie jetzt finden! Jetzt!« Auf diesen verzweifelten Appell, noch dazu von bestechender Logik, kam nur eine lahme Antwort. »Wir geben unser Bestes, Professor«, sagte O'Hara. »Schweigen!« Der Chefermittler beobachtete, wie sich der Vater zusammenriss, während sich seine Miene so verfinsterte, als müsse sich seine Wut jeden Moment mit Blitz und Donner entladen. »Ach ja? Und das hat zu reichen?« Mit einer fahrigen Bewegung deutete er auf die versammelten Beamten. O'Hara und Martin ersparten sich eine Antwort. »Was passiert Ihrer Meinung nach gerade mit meiner Tochter?« O'Hara senkte den Kopf und trat von einem Bein aufs andere. Martin sah noch gequälter aus. Beide schwiegen. »Nichts Gutes«, beantwortete der leitende Ermittler innerlich die Frage des Professors. »Vergewaltigung?« »Mit Sicherheit.« »Der Grund für die Entführung.« »Folter?« »Mit hoher Wahrscheinlichkeit.« »Gehörte für diese Wichser dazu.« »Mord?« »Was sonst verfluchte Scheiße?« Er sah, wie Joe Martin seinen Schwager finster ansah, während er mit der Hand nach seiner Dienstwaffe im Schulterholster tastete. Der stämmige Detektiv war von den grimmigen Fragen und Forderungen des Vaters offensichtlich überfordert und genervt. Aber Martin und O'Hara wissen, was zu tun ist. Sie stehen nicht zum ersten Mal im Ring. Ich rede wohl mal besser mit den beiden, auch wenn ich genauso ratlos bin wie sie. Ich weiß auch nicht, was wir tun können, statt uns sehr die Beine in den Bauch zu stehen und auf irgendeine glückliche Wendung zu warten, auch wenn wir alle wissen, dass das nur Wunschdenken ist. Der Chefermittler biss sich auf die Lippen. Hier geht's doch nur darum, bei Tagesanbruch Suchtrupps loszuschicken und hoffentlich eine Leiche zu bergen. In dem Fall gibt es vielleicht einen Tatort, den wir bearbeiten können. Vielleicht. Dem leitenden Ermittler kribbelten die Zweifel wie Ameisen auf der Haut. »Wir müssen in Aktion treten!« Auch wenn die Aufforderung an die beiden Detektives gerichtet war, sprach er so laut, dass ihn jeder im Haus hören konnte. »Es wird nicht genug getan! Jede Minute ist kostbar, gültiger Himmel! Kommt endlich in die Gänge!« Betretenes Schweigen. Der Chefermittler sah, wie Joe Martin die Hände zu Fäusten ballte. »Wenn sich hier irgendjemand auf Aktion versteht, dann Joe. Aber was soll er hier unternehmen, heute Abend?« Er sah, wie sich der Professor plötzlich umdrehte, als hoffe er, der Anblick der leeren Wand könne ihm dabei helfen, seine Emotionen unter Kontrolle zu bringen. »Ich wäre genauso von Sinnen,« dachte der leitende Ermittler. Er dachte an seine eigene Frau und sein Kind, wie sie jetzt in ihrem eigenen Haus friedlich im Bett lagen und schliefen, hinter festverschlossenen Türen, bei eingeschalteter Alarmanlage und mit einem großen Wachhund. »Wer wäre nicht von Sinnen?« Er sah, wie O'Hara und Martin vielsagende Blick getauschten. »Macht sie das fertig?« fragte er sich. »Und ob?« »Und zwar beide, weil sie so etwas wie Zwillinge sind, bei denen sich der eine in den Finger schneidet und der andere den Schmerz spürt. Es ist immer leichter, wenn man sich nicht nahe steht, wenn man seinen Job machen kann, ohne dass einem die Gefühle dazwischen kommen und eine Situation, die auch schon so völlig im Arsch ist, zusätzlich verkomplizieren. Ach, was soll's. Hier sind sie so oder so auf aussichtslosen Posten.« Er überließ sie ihrem Schicksal und wandte sich wieder dem Wohnzimmer zu, in dem es von Kops nur so wimmelte. Mehr als ein Augenpaar blickte erwartungsvoll zu ihm herüber. Der leitende Ermittler wusste, dass sie alle auf seine Anweisungen warteten, auf einen cleveren, vielversprechenden Plan, der all den Frust und die Hoffnungslosigkeit aus diesem Raum verbannte und jedem von ihnen eine Rolle zuwies, in der er sich nützlich machen und, wenn's richtig gut lief, am Ende, in der allgemeinen Euphorie, nach der geglückten Rettungsaktion ein anerkennendes Schulterklopfen einbrachte. Schön wär's. Ihm fiel nichts Kluges ein. Ihm fehlten die Worte. 10. Oktober 1996, 2.57 Uhr Fast 20 Kops, uniformierte Polizisten, Detectives, Kriminaltechniker und andere Spezialisten drängen sich Schulter an Schulter im Esszimmer. Es ist viel zu warm, die abgestandene Luft riecht nach Frustration. Auf dem Tisch, mehr an feines Porzellan und gepflegte akademische Konversation gewöhnt, ist eine Karte der Umgebung ausgebreitet. An der Wand hinter den Polizisten hängt ein Stillleben von einem berühmten Maler aus der Gegend, drei Pfirsiche und eine Blume vor blauem Grund. Das Bild ist fast 50.000 Dollar wert. Der leitende Ermittler geht noch einmal alles durch, was sie wissen. Das kümmerlich wenige, das sie wissen. Er hört gerade dem Computerspezialisten zu, der ihm berichtet, Tessas PC seine Sackgasse. Der Tatortspezialist hat zwar ein Tagebuch gefunden, das Tessa gehört hat, doch eine erste Überprüfung ihrer Einträge führt ebenfalls nicht weiter. Der Chefermittler denkt, kein um Jahre älterer Freund, der mit der Nachricht lockt, ich hab sturmfreie Bude, lass uns miteinander schlafen, auch wenn du viel zu jung dafür bist. Keine Pläne, wegzulaufen und zum Zirkus zu gehen. Keine pubertäre Angst, die sich in schlechten Gedichten Luft macht oder in dem Traum von einem Leben in New York oder Boston oder auch auf der Straße. Verdammt! Der Leiter der Suchmannschaft zeigt auf die Planquadrate, die sie bereits im Dunkeln durchforstet haben und auf das erweiterte Areal, das sie bei ihrer Rasterfahndung erfassen wollen, sobald es hell wird. Wieder Fehlanzeige. Viel Aufwand für die Katz. Dabei ist dem leitenden Ermittler jede Minute bewusst, dass auf einem Sofa im Wohnzimmer hinter ihm ein Gibson neben einem Priester kauert und zwischen unzähligen Vaterunser und gegrüßet seist du Maria weint und schluchzt und stöhnt. Felix Gibson ist wieder am Anschlag. Er ist klug und hat sich immerhin so weit beherrscht, dass er die Situation richtig einschätzt und weiß, dass sie nicht weiter wissen und verzweifelt nach dem sprichwörtlichen Strohhalm suchen. Nur eine Frage von Sekunden, bis er uns wieder anschreit und einen Haufen Stümpern nennt. Ja, vielleicht liegt er damit nicht mal daneben. Zum Glück ist der Boss vor etwa einer Stunde weg und muss sich nicht mit anhören, was für Versager wir sind. Er späht zu O'Hara und Martin hinüber, die am Rande des um den Tisch versammelten Suchteams stehen. Sie sind immer noch da, was sie streng genommen nicht müssten. Das geht über ihren Auftrag hinaus. Aber sie wollen nicht weg. Er sieht die eiserne Entschlossenheit in ihrem Blick und ihm drängt sich ein eigenartiger Gedanke auf. Sie werden die Sache nicht ruhen lassen, egal was passiert. Gott sei Dank. Wir treten auf der Stelle, platzt es jetzt aus Felix Gibson heraus. Sieht er richtig. Ich bin im Arsch. Wir alle sind im Arsch. Und voll und ganz beschissen sind die Eltern dran. Tessa ist verschwunden und wahrscheinlich ist sie auch im Arsch. Steicht das wahrscheinlich. Am Abend hatte sich Gabe betrunken. Nicht absichtlich, doch es war so gekommen. Gegenüber den anderen Cops, Feuerwehrleuten und den übrigen städtischen Angestellten, die wie er pflichtgemäß zu den AA-Treffen kamen, hatte Gabe, ohne rot zu werden, die Tage seiner angeblichen Abstinenz weitergezählt, bevor er zu seinem leeren Haus zurückfuhr, um sich wieder in Selbstmitleid zu sohlen und mit einer Flasche Scotch zu trösten. Gabe hatte sich ein Glas eingegossen und in einer Schublade ein Foto von sich und seinem Sohn aus glücklicheren Tagen gefunden. Dieses Bild hatte er vor sich auf dem Wohnzimmertisch aufgestellt. Doch bevor er sich setzte, um mit seinem ersten Drink dem Foto zuzutoasten, nahm er seine Waffe und verstaute sie in einer Schlafzimmerkommode. Nicht um sie zu verstecken, sondern um eine Hürde einzubauen und ein zweites Pizzabotendesaster möglichst zu erschweren. Als er zu seinem Platz zurückkam und auf das Foto starrte, rechnete er fast damit, dass der Gabe und der Michael auf dem Bild ihm gehörig ins Gewissen redeten. Schließlich ist das ein anderer Gabe und ein anderer Michael, dachte er. Doch nach ein paar bitteren Schlucken verblasste das Bild und er merkte, wie er versuchte, sich ein Bild von Tessa zu machen. Es hatte etwas von einem altmodischen Heimkino mit körnigem Film und druckelnder Kameraführung. Ein kleines Mädchen, das in die Linse lächelt. Weitere Filmabschnitte mit dem älter werdenden Kind. Ein Teenager, der sich für den Abschlussball schön macht. Eine College-Studentin in der Bibliothek. Eine junge Berufstätige auf dem Weg zu einem augenscheinlich faszinierenden Job. Eine strahlende Tessa in weißem Hochzeitskleid und schließlich eine junge Mutter mit ihrem neugeborenen Baby. Mit jedem Schluck Scotch nahm Tessa konkretere Gestalt an. Bis sich die Bilder plötzlich verflüchtigten und es ihm auf einmal so vorkam, als säße ihm diese Fremde gegenüber. Nur, dass die Fremde ihm nicht mehr so fremd war und ihn zu beschwören schien, auf ihre Seite zu kommen. Er wollte ihrem Geist klar machen, dass er genauso hilflos war wie sie. Doch stattdessen hatte er nur stumm zu seinem Brink Zuflucht genommen. Irgendwann war er auf dem Wohnzimmersofa weggesagt und hatte dabei ein halbvolles Glas über sein Hemd und auf dem Teppich verschüttet. Er musste sich auch übergeben haben, denn als er am nächsten Morgen erwachte, stank es durchdringend nach Kotze. Wie gerädert richtete sich Gabe auf und sah die Schweinerei, die er angerichtet hatte. Mit einem schweren Seufzer hiefte er sich hoch. Ach, also Gabe, sagte er laut. Ich sag's nur ungern, aber die Talsohle ist noch nicht erreicht. Zugegeben, alter Freund, du bist nah dran, aber du kannst noch tiefer fallen. Oder siehst du das anders? Nö. Also Gabe, wie soll's weitergehen? Talsohle oder Tessa? Er verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen. Die Frage ist unfair. Wer gibt dir das Recht dazu? Und was soll das für eine Alternative sein? Vom Regen in die Jauche? Oder zwischen Baum und Borke? Während sich der Gedanke, dass eine Entscheidung fallen musste, wie ein Virus in ihm eingenistet hatte und ihm rasende Kopfschmerzen bereitete, schlurfte er langsam durchs ganze Haus, riss einige Fenster auf, ging in die Küche, wo er eine Dose Raumspray fand, das er großzügig bis in den letzten Winkel versprühte. Anschließend suchte er einen Müllbeutel und füllte ihn mit leeren Flaschen. Es juckte ihm in den Fingern die vollen, wo er schon mal dabei war, gleich mit loszuwerden. Doch er brachte es dann aber doch nicht fertig, sondern fand einen Kompromiss. Die angebrochenen Flaschen kippte er in den Ausguss und die Flaschen wanderten in den Müll. Als nächstes kam der Kühlschrank dran, wo er, weniger zimperlich, den gesamten Inhalt wegwarf. Alte, angeschimmelte Lebensmittel ebenso wie die frischen. Als das erledigt war, kamen die Küchenschränke dran. Sämtliche trockenen, haltbaren Vorräte wie Frühstücksflocken, Nudeln, Mehl und Haferflocken landeten in einem Plastikbeutel, bis alle Fächer leer waren. Er verknotete drei zum Platzen gefüllte Abfallsäcke und schleppte sie zu den Mülltonnen neben dem Haus. Danach ging er ins Bad, zog seinen verknitterten Anzug aus, verharrte einen Moment vor dem Spiegel und starrte mit ausdruckslosem Blick seinen nackten Körper an, bevor er sich unter die Dusche stellte. Er drehte den Hahn bis zum Anschlag auf heiß und blieb unter dem Strahl stehen, bis seine Haut rot anlief. Er seifte sich von Kopf bis Fuß reichlich mit Shampoo ein, spülte sich ab, wiederholte den Vorgang einmal und ein zweites Mal. Er stellte die normale Reihenfolge auf den Kopf, indem er, sobald er sich abgetrocknet hatte, ein paar alte Joggingschuhe sowie aus dem hintersten Winkel seines Kleiderschranks ein ausgefranstes Sweatshirt und eine ausgeleierte Trainingshose hervorholte, hineinschlüpfte und vor die Haustür trat. Obwohl es ein milder Tag war, fröstelte er einen Moment an der frischen Luft. Er gab sich einen Schubs, um in die Gänge zu kommen. Zuerst setzte er sich zum Ziel, eine Meile zu schaffen, mit ein wenig Glück anderthalb. Doch als er erst einmal in Bewegung war, stellte er zu seinem Staunen fest, dass die Straße unter seinen Sohlen fast eine hypnotische Wirkung ausübte. Jeder Schritt war wie ein kleiner elektrischer Impuls, der durch Beine, Bauch und Herz pulsierte. Auch wenn ihn niemand, der ihn so sah, für einen Marathonläufer gehalten hätte, hielt er länger durch, als er gedacht hatte. Ihm trat der Schweiß aus und es fühlte sich gut an. Ihm taten die Muskeln weh, doch er ignorierte es. Nach zwei Meilen wurde ihm plötzlich übel. Er blieb stehen und wirkte ein-, zweimal am Straßenrand. Er spuckte nur Galle. Lass Gott sein, sagte er sich. Nein, jetzt erst recht. Mit diesem Hin und Her nahm er sich selbst auf die Schippe. Schließlich hatte er sonst nicht viel zu lachen. Als er sich aufrichtete, war er froh, dass weit und breit niemand zu sehen war, der ihn beobachtet haben könnte. Und so lief er weiter. Noch eine Meile, beharrte er, dann kehrst du meinetwegen um. Er rannte die Meile. Und noch eine, wenn wir schon dabei sind, dann kehrst du um. Gabe fragte sich, ob er je umkehren würde. Er hatte seinen Rhythmus gefunden und überlegte, ob er nicht, während er in gemächlichem Schritt weiterlief, in Ruhe darüber nachdenken sollte, wie ihm sein eigenes Leben in den letzten Jahren abhandengekommen war und wie es vor zwanzig Jahren dazu kommen konnte, dass ein Kind spurlos verschwand. Zuerst verfiel er in einen vertrauten Takt. Rechter Fuß, Michael, linker Fuß, nenn mich nicht Mike. Doch nach fünfzig Metern ging der Trommelschlag in einen anderen, einfacheren Rhythmus über. Tessa, Tessa, Tessa. So unerbittlich wie das Ticken einer aufgezogenen Uhr. Martha holte tief Luft. Langsam nahm sie ihre Pistole aus dem Holster und warf das 13-Schuss-Magazin aus, hielt es hoch und inspizierte es einen Moment lang wie ein kostbares Juwel. Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass es voll war, schob sie das Magazin wieder ein. Sie legte die Waffe in Reichweite ab, stellte eine Schachtel neue Munition daneben, setzte den Gehörschutz sowie die gelb getönte entspiegelte Schutzbrille auf. Dann beugte sie sich ein wenig vor, hob beide Hände und führte auf dem Schießstand dieselbe Bewegungsabfolge aus, die sie zu Hause vor dem Spiegel geübt hatte. Einmal, zweimal. Beim dritten Mal streckte sie, wie Kinder beim Räuber und Gendarmspiel, den Zeigefinger aus. Und jetzt dasselbe mit der echten Waffe. Jemand ist mir auf dem Heimweg gefolgt, jemand ist meinem Kind gefolgt. Möglicherweise. Wie soll dir je wieder einer trauen, wenn du das hier nicht packst? Sie glaubte, ein leichtes Zittern in der Hand zu sehen. Sie fühlte sich schwach, fürchtete, dass ihre Muskeln versagten. Komm schon, du packst das. Als sich Joe Martin erschossen hat, da ging's doch auch. Du hast deine Waffe gezogen. Du schnallst dir jeden Tag die Waffe um, bevor du zur Arbeit gehst. Sie ist nagelneu. Es ist nicht die, mit der du deinen Partner erschossen hast. Das ist vorbei. Das hast du hinter dir gelassen. Du musst nach vorne schauen. Du hast keine Wahl. Einmal tief durchatmen, redete Marta sich gut zu. Dann spannte sie jeden Muskel an, Waden, Schenkel, Bauch, Arme und Schultern, denn es würde sie alle Kraft kosten, ihre Waffe zu heben. Es war dunkel und gespenstisch still, und sie kämpfte gegen die Vorstellung an, dass Dunkel könne sich ausbreiten und sie und ihren Partner verschlingen, wie in der Nacht im Keller. Sie vergewisserte sich, dass sie Atem holen, dass sie sehen, hören, schmecken, fühlen konnte. Alle Sinne waren zum Zerreißen gespannt, doch statt sie zu schärfen, schien die Angst sie nur zu lähmen. Tutschte Reflex, huschte es ihr durch den Kopf. Sie kniff die Augen zusammen, zielte über den Lauf, achtete darauf, die Waffe ruhig mit beiden Händen zu fassen, ging ein wenig in die Knie und konzentrierte sich auf das Ziel am anderen Ende der Schießbahn. Die Puppe war wie ein klischeehafter Schwerverbrecher gestaltet, mit zähnefletschendem Narbengesicht und vorgehaltener Pistole, um die reale Situation zu simulieren. Dabei sahen die Bösen nach Marters Erfahrung nie so aus, und erst recht warteten sie nicht geduldig mit schussbereiter Waffe, während sie sorgfältig zielte. Ihr erster Gedanke, »Du schaffst es nie und nimmer, den Abzug zu betätigen.« Ihr zweiter Gedanke, »Du musst.« Und sei es nur, um sich ein wenig Aufschub zu verschaffen, ging Martha die verschiedenen Möglichkeiten durch, was Two Tears unternehmen würde, um sie aus dem Weg zu schaffen. Aus dem vorbeifahrenden Auto? Durch einen von außerhalb angehörten Profikiller? Durch ein Killerkommando, das er mir nach Hause schickt? Das mit Usis und AK-47 Kleinholz aus der Wohnung macht, einschließlich der darin befindlichen Personen? Liebe wohl, Maria. Liebe wohl, Mutter. Liebe wohl, Martha. Sie schüttelte den Kopf. Eher unwahrscheinlich. Erstens, weil ich Polizistin bin. Das riskiert er nicht. Wieso sollte er sich wegen mir den ganzen Zorn der Behörden auf sich laden? Die hiesigen Cops, die Staatspolizei, die Staatsanwaltschaft, das FBI, den Justizminister und dessen Ministerium, alle würden sich zusammenschließen und ihn zur Strecke bringen. Das weiß er ganz genau. Zweitens, er hat dieses Verbrechen eigentlich nicht begangen. Da wird er sich nicht zu einer Schnellschussreaktion hinreißen lassen. Sein Anwalt rät ihn, sich zu entspannen. Kein Grund zur Sorge, die werfen nur mit Nebelkerzen. Und damit liegt er ziemlich richtig. Doch während sich Martha mit diesen Überlegungen Mut zusprach und sich die Folgerichtigkeit ihrer Argumente so lange einschärfte, bis sie ihr unabweisbar schien, nagte irgendwo tief in ihrem inneren Zweifel. Dann wird er eben was anderes versuchen. Sie lächelte trocken. Und damit kriege ich ihn dran. Soll er nur? Der Schuss geht nach hinten los. Vermassle ihm die Tour beim Bewährungsausschuss. Das ist ein bester Schachzug. Und es freut den Chief. Ich kenne Tutiers. Wir sind im selben Viertel aufgewachsen, zusammen in die Schule gegangen. Die guten Jungs im Viertel kamen zum Unterricht, spielten Football, gingen zum Militär oder ans Priesterseminar. Manche wurden Sozialarbeiter oder Fahrer bei UPS oder Grundschullehrer. Irgendetwas, womit sie den wöchentlichen Lohncheck und Hoffnung nach Hause brachten. Tutiers wurde Soziopath. Jede Menge Koks und Knete und wenig Zukunft. Auf seinem Spezialgebiet sich mit der Knarre Respekt zu verschaffen, hatte er es bis ganz nach oben geschafft. Du klingst wie ein Berufsberater, riss sie sich aus ihren Gedanken. Sie versuchte, sich mit dem Zeigefinger an den Abzug heranzutasten. Doch als ob dieser aus glühend heißem Eisen sei, zog sie den Finger wieder zurück. Wozu bin ich dann überhaupt hierher gekommen? Nach ihrem Besuch bei Tutiers im Gefängnis hatte sie sich spontan entschlossen, den Friedhof zu besuchen, auf dem ihr Mann und ihr alter Partner zwei Reihen auseinanderlagen. Seit Monaten war sie nicht mehr dort gewesen und sie fühlte sich mies, weil sie zu wenig Zuneigung und Respekt bekundete. Sie hatte an einem Blumenladen gehalten und zwei farbenfrohe Umgestecke gekauft, die sie neben sich auf dem Beifahrersitz abstellte. Die Floristin hatte ihr außerdem noch kleine amerikanische Fähnchen mitgegeben, die man auf dem Grab in die Erde steckte. Sie war zügig gefahren, bis sie den Friedhofseingang, einen Turbogen aus Backstein, mit den schmiedeeisernen schwarzen Lettern Fairview-Friedhof erspähte. Ihr fiel wieder ein, wie sie sich bei ihrem ersten Besuch gefragt hatte, was an dieser Aussicht schön sein sollte. Am Ende hatte sie nicht angehalten. Ihre Hände hatten nervös am Lenkrad gezuckt, ihr Verstand hatte ihr befohlen, langsamer zu fahren, den Blinker zu betätigen und in die Einfahrt abzubiegen. Doch ihr Arm gehorchte ihr nicht und ihr rechter Fuß klebte am Gaspedal, statt auf die Bremse zu treten. Sie wandte nicht einmal den Kopf, als sie vorbei fuhr. Stattdessen war sie geradewegs zum Schießstand gefahren, hatte an der Rezeption ihre Marke vorgezeigt, die Munition entgegengenommen und sich an der ihr zugewiesenen Schießbahn in Stellung gebracht. Martha bohrte den Blick in die finstere Visage der Pappfigur, nahm das linke Auge ins Visier. Sie hätte schwören können, dass sie weinte oder schrie, vielleicht auch nur im Traum. Sie hörte einen ohrenbetäubenden Lärm, als ob ein Güterzug direkt auf sie zudonnerte und es fühlte sich genauso an wie jeden Morgen, wenn sie aus ihrem Albtraum erwachte. Es schnürte ihr die Kehle zu. Sie schnappte nach Luft. Sie blickte gerade aus. Die Pappfigur am anderen Ende der Schießbahn war zerfetzt. Fünf Volltreffer, zwei weitere Kugeln in die Stirn, eine ins Kinn, eine ins Auge, die übrigen vier in Arme und Schultern. Dabei hatte sie nicht einmal mitbekommen, dass sie abgefeuert hatte. Weder hatte sie den Rückstoß bemerkt noch die Schüsse gehört oder das Kordit gerochen. Als sie die Patronenhülsen auf dem Boden liegen sah, fragte sie sich, wie sie dorthin gekommen waren. Sie legte den Revolver ab. Kaum hatte sie ihn losgelassen, zitterten ihr die Hände. Sie brauchte fast eine Minute, um sich wieder zu fassen, was ihr schließlich gelang, indem sie sich ihre Mutter und ihre Tochter zu Hause vorstellte, und an dieses Bild klammerte sie sich wie eine Ertrinkende an die Rettungsleine. Doch als würden die Karten neu gemischt, verschwand das Bild plötzlich und sie bekam ein neues zugeteilt. Sie drehte es um und blickte in das Gesicht von Tessa. Hat der Entführer Tessa erschossen, als er mit ihr fertig war? Sie schüttelte den Kopf. Wohl eher nicht. Nicht einmal ein schnelles Ende war ihr vergönnt, sondern ein Martyrium, das mit ihrem Tod ein Ende fand. Ihr Tod war wahrscheinlich eine Erlösung. Martha fröstelte. Tessas Ermordung stellte sie sich, egal wo es passiert war, besser nicht vor. Doch als hätte der Gedanke an Tessa die Schleusen geöffnet, brach plötzlich eine Flut von Bildern über sie herein, von all den Toten in ihrem Leben. Sie sah, wie ihr Mann in Afghanistan, kurz nachdem die Sprengfalle hochgegangen war, seine letzten röchelnden Atemzüge tat, ob er in seinen letzten Sekunden an sie und ihre Tochter gedacht hatte. Und dann ihr Partner, wie er zweimal stöhnte, bevor er am eigenen Blut erstickte, während ein vermummter, drogenvernebelter Junkie-Dealer sich lautlos verdrückte. Wollte er mir noch sagen, dass er mir vergibt, weil es ein Unfall, eine tragische Verwechslung war? Als hätten sich die Geister der Toten verschworen, meldeten sich nun auch noch die Toten vier zu Wort. Finde eine Antwort. Schließlich machte sie die Umrisse einer dunklen, in die Schatten der Nacht gehüllten Gestalt aus, deren Gesicht sie nicht erkennen konnte und die neben dem dreizehnjährigen Mädchen stand. Ob Tessa um ihr Leben gefläht hat? Natürlich hat sie das. Würden wir alle. Diese Bilder in ihrem Kopf verschmolzen zu einem gespenstischen Totentanz. Sie war vor Gabe im Verlies. Nach ihren Schießübungen war sie zum Revier gefahren und hatte sich in der Damentoilette zehn Minuten lang die Hände gewaschen, in der Hoffnung, den Korditgeruch und die Erinnerungen loszuwerden. Dass Gabe kurz zuvor einen ähnlichen Versuch unternommen hatte, konnte sie nicht wissen. Ihr fiel sofort auf, dass Gabe nicht ganz so zerknautscht, außer wie sonst. Ihr lag schon eine ironische Bemerkung auf der Zunge, doch nachdem sie sich klargemacht hatte, dass sie ihm genauso viel Angriffsfläche bot, hielt sie den Mund. Zugleich dämmerte ihr, dass seine eher undisziplinierte Einstellung zur Ermittlungsarbeit vielleicht nicht weniger zielführend war als ihre Sturmachschema F. Hey, sagte Gabe. Gleichfalls, erwiderte Martha. Ich hab nachgedacht, fuhr er fort. Riskant für Leute in unserer Situation, erwiderte sie mit einem schiefen Grinsen, führt manchmal zu Entscheidungen, die einem noch leid tun. Ich glaube, der Rat kommt zu spät, sagte er. Wie es aussieht, sind solche Entscheidungen deine Spezialität. Er lachte trocken. Dann senkte er die Stimme. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Ich weiß auch nicht, ob das, was ich vorhabe, für Sie so eine gute Idee wäre. Tessa und die Toten vier. Er nickte. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir nicht fündig werden, wenn wir nur tief genug bohren. Nach kurzer Überlegung fügte er hinzu, natürlich können Antworten genauso gefährlich sein. Sie sind heute aber philosophisch drauf, sagte sie. Na ja, da ich mich als Detektiv nicht mit Ruhm bekleckert habe, sollte ich vielleicht die Sparte wechseln. Sie prustete los. Ist was dran. Das Jobangebot dürfte allerdings eher spärlich sein. Keine Sorge, waffenschwingende Philosophen haben in Amerika Konjunktur, erwiderte er. Beide grinsten. Martha war ein wenig überrascht. Zum ersten Mal hatten sie zwanglos miteinander gescherzt und gelacht. Gabe klemmte sich hinter seinen Computer und hämmerte in die Tasten. Was machen Sie da? fragte Martha, rückte mit ihrem Stuhl heran und sah ihm zu. Tessa ist in der Nacht verschwunden, richtig? Die Frage ist wohl rhetorisch gemeint? Er tippte weiter. Nun frage ich mich, ob in derselben Nacht noch jemand verschwunden ist. Er beugte sich vor. Oder auch kurz danach. Seine Finger flogen über die Tasten. Und das, sagte er, ist keine rhetorische Frage. Unwillkürlich fuhr sie zurück. Wir sollten uns wohl mal mit den Leuten unterhalten, die da waren. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn nicht einer dabei wäre, der uns etwas Neues darüber zu erzählen hat, sagte Gabe beschwingt, während er sich mit dem Drehstuhl vom Tisch abstieß. »Also, wer war nach allem, was wir wissen, dabei und kann uns nicht belügen?« »Alle Tischen lügen auf«, wandte Martha ein. »Nur, dass sie einigen leichter über die Lippen gehen als anderen.« Gabe nickte zustimmend, obwohl er über ihren Zynismus schmunzeln musste. Genau in diesem Moment stieg Martha ein Hauch von Alkohol aus Gabes Jackett entgegen. »Sie wollte etwas sagen«, hielt jedoch den Mund. »Leckt mich doch am Arsch«, dachte sie stattdessen. »Alle miteinander. Two Tears und sein Erfüllungsgehilfe Rico. Der Chief. Der PL. All die lieben Kollegen, die nicht wahrhaben wollen, dass so etwas jedem anderen auch hätte passieren können. Leckt mich doch.« Außer Gabe. Der ist selbst im Arsch.